Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Nikola Sparks. Mit dir an meiner Seite. Gelesen von Alexander Busso. Durchs Schlafzimmerfenster schaute sie hinaus auf die Wellen, die sich am Strand brachen. Ob Pastor Harris schon in der Kirche war, fragte sie sich. Wahrscheinlich ja. Und ob er wohl bemerkte, was für wunderschöne Lichteffekte die durchs Buntglasfenster fallenden Sonnenstrahlen hervorriefen. Es war über einen Monat her, dass das Fenster eingesetzt wurde. Aber Ronny hoffte, dass vielleicht irgendein Fremder heute Morgen die Kirche betrat und ergriffen innehielt, so wie sie selbst an jenem kalten Novembertag, als sie zum ersten Mal das herrliche Licht in den Kirchenraum fluten sah. Ronny war schon seit einer Stunde wach, konnte sich aber nicht aufraffen, den Tag zu beginnen. Die Feiertage fühlten sich dieses Jahr anders an als sonst. Gestern hatte sie mit Jonah, ihrem kleinen Bruder, einen Strandspaziergang gemacht. Auf den Veranden der Häuser, an denen sie unterwegs vorbeikamen, standen vereinzelt festlich geschmückte Weihnachtsbäume. Jetzt im Winter hatten sie und ihr Bruder den Strand mehr oder weniger für sich. Aber Jonah interessierte sich weder für die Wellen noch für die Möwen, die er vor wenigen Monaten noch absolut faszinierend gefunden hatte. Stattdessen wollte er lieber in die Werkstatt. Ronny hatte ihn natürlich hingebracht, aber auch da blieb er nur ein paar Minuten, dann ging er schon wieder, ohne ein Wort zu sagen. Auf Ronnys Nachttisch lag ein Stapel mit gerahmten Fotos. Gedanken verloren starrte sie darauf, wurde dann aber von einem Klopfen unterbrochen. Ihre Mom steckte den Kopf zur Tür herein. Möchtest du frühstücken? Ich habe im Küchenschrank eine Packung Cornflakes gefunden. Ich habe keinen Hunger, Mom. Aber du musst etwas essen, Schätzchen. Ich habe so vieles falsch gemacht, Mom. Und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Du meinst wegen Dad. Als Ronny nicht antwortete, setzte sich ihre Mutter zu ihr auf die Bettkante. Manchmal hilft es, wenn man es ausspricht. Du warst die letzten Tage immer so still. Einen Moment lang fühlte sich Ronny von der Last der vielen Erinnerungen fast erdrückt. Das Feuer und der Wiederaufbau der Kirche, das Buntglasfenster, die Komposition, die sie dann doch noch abgeschlossen hatte. Sie dachte an Blaze, an Scott, an Marcus. Sie dachte an Will. Sie war jetzt 18 und ihre Gedanken wanderten zurück zum letzten Sommer. Dem Sommer, in dem sie betrogen und verhaftet worden war. Zu dem Sommer, in dem sie sich verliebt hatte. Es war alles noch gar nicht lange her, aber manchmal hatte sie das Gefühl, als wäre sie inzwischen ein ganz anderer Mensch. Ronny seufzte. Was macht Jonah? Er ist nicht hier. Brian ist mit ihm Schuhe kaufen gegangen. Jonah ist wie ein kleiner Hund. Seine Füße wachsen schneller als der Rest. Ronny lächelte. Ich mache dir einen Vorschlag, fuhr ihre Mutter fort, ging zum Schrank und stellte den Koffer aufs Bett. Erzähl mir was vom Sommer, während du deine Sachen packst. Ich weiß doch gar nicht, womit ich anfangen soll. Wie wäre es, wenn du einfach von vorne beginnst? Jonah hatte etwas von Schildkröten gesagt. Nein, ihre Geschichte begann nicht mit den Schildkröten. So ganz stimmt das nicht, murmelte sie. Ich glaube, eigentlich hat das Ganze mit dem Brand angefangen. Mit welchem Brand? Zwischen den gerahmten Fotos steckte auch ein alter Zeitungsartikel, den Ronny herauszog und ihre Mutter reichte. Den Brand hier, meine ich, sagte sie. Das Feuer in der Kirche. Verbotene Feuerwerkskörper vermutlich Ursache für Kirchenbrand. Ein Feuer zerstörte am Silvesterabend die historische Baptistenkirche. Als Ursache vermuten die Behörden verbotene Feuerwerkskörper. Pastor Charlie Harris befand sich zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach in der Kirche. Er erlitt an Armen und Händen Verbrennungen zweiten Grades. Deshalb wurde er in das Krankenhaus in New Hanover transportiert und liegt derzeit noch auf der Intensivstation. Es war bereits der zweite Kirchenbrand in zwei Monaten im Bezirk New Hanover. Die Ermittler haben immer noch den Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt und gehen der Sache weiter nach. Nachdem Mom den Artikel gelesen hatte, schaute sie ihre Tochter fragend an. Ronny zögerte einen Moment, seufzte dann tief und begann eine Geschichte zu erzählen, deren tieferen Sinn sie immer noch nicht ganz erfasste. Sechs Monate früher Ronny saß schlecht gelaunt auf dem Beifahrersitz und fragte sich, warum ihre Eltern sie so hassten. Wieso sollten sie ihre Tochter sonst zwingen, ihren Vater in diesem gottverlassenen Kaff in den Südstaaten zu besuchen? Tausendmal lieber wäre Ronny zu Hause in Manhattan geblieben und hätte sich mit ihren Freundinnen amüsiert. Sie sollte bis Ende August bei ihm wohnen, also den ganzen Sommer. Wie sollte sie das überleben? Das war wie wenn man in die Verbannung geschickt wurde, und während der neunstündigen Fahrt hierher hatte sie sich tatsächlich gefühlt wie eine Gefangene, die in eine Strafanstalt auf dem Land überführt wird. Sie konnte es nicht fassen, dass Mom ihr das tatsächlich zumutete. Weil sie so in Selbstmitleid badete, dauerte es eine ganze Weile, bis sie Mozart's Klaviersonate Nummer 16 in C-Dur erkannte. Diese Sonate gehörte zu den Stücken, die sie vor vier Jahren bei ihrem Auftritt in der Carnegie Hall gespielt hatte. Ronny stellte die CD ab. »Warum tust du das?«, fragte ihre Mutter irritiert. »Ich höre es gern, wie du spielst.« »Ich nicht.« »Und wenn ich es ganz leise drehe?« »Bitte nicht, Mom, okay?« »Ich bin nicht in der Stimmung.« Verärgert starrte sie aus dem Fenster. Sie wusste ganz genau, dass der Mund ihrer Mutter jetzt aussah wie ein schmaler Strich. In letzter Zeit presste Mom oft die Lippen aufeinander, als wären sie mit einem Magnet versehen. »Hast du ein bisschen geschlafen?«, fragte ihre Mutter. »Bis du durch das Schlagloch gefahren bist.« »Das war echt nett von dir. Vielen Dank. Mein Kopf ist gegen die Windschutzscheibe gedonnert.« Mom nahm den Blick nicht von der Straße. »Wie schön, dass du nach deinem kleinen Mittagsschlaf besserer Laune bist.« Trotzig knallte Ronny mit ihrem Kaugummi. Ihre Mutter hasste das, und genau deshalb tat Ronny es immer wieder, seit sie die Interstate 95 entlang fuhren. Diese Straße war nach ihrer unmaßgeblichen Meinung so ziemlich die ödeste Strecke, die man sich denken konnte. Es sei denn, man liebte fettiges Fastfood, eklige Toiletten in blöden Raststätten und Millionen von Nadelbäumen. Jeden normalen Menschen schläferte diese Straße mit ihrer hässlichen Monotonie sofort ein. Genau das hatte Ronny in Delaware, in Maryland und Virginia ihrer Mutter unter die Nase gerieben. Aber Mom hatte die Kritik einfach ignoriert. Sonst hatte sie keine Hemmungen, richtig loszuschimpfen. In den letzten beiden Monaten war der Hausverwalter zweimal nach oben gekommen, um sie und Ronny zu bitten, sie sollten sich etwas mäßigen. Mom dachte wahrscheinlich, je lauter sie zeterte, desto eher würde Ronny auf sie hören. Gleichgültig, ob es um ihre Schulnoten ging oder um ihre Freundin, um ihre Weigerung, sich an die vereinbarten Zeiten zu halten oder um den Zwischenfall. Ihr Lieblingsthema war natürlich der berühmte Zwischenfall. Okay, Mom war nicht die schlechterste aller Mütter. Wenn Ronny großzügiger Laune war, dann gab sie sogar zu, dass ihre Mutter eigentlich ganz in Ordnung war. Für eine Mutter. Nur Ronny wünschte sich zum hundertsten Mal, sie wäre im Mai auf die Welt gekommen und nicht im August. Im August wurde sie nämlich 18 und dann konnte Mom sie zu nichts mehr zwingen. Wie sehr Ronny auch wegen der Sommerpläne gebettelt und gejammert, gemeckert und gestöhnt hatte. Alles vergebens. Ronny und Jonah mussten den Sommer bei ihrem Vater verbringen. Daran war nicht zu rütteln. Keine Widerrede, wie ihre Mutter so gern sagte. Ronny hasste diese Redewendung. Gleich hinter der Brücke nach Wrightsville Beach hatten die unzähligen Touristen das allgemeine Tempo auf ein müdes Schleichen reduziert. Zwischen den Häusern sah Ronny immer wieder den Atlantik schimmern. Na super, als würde sie das interessieren. Erklär mir es bitte noch mal, warum müssen wir den Sommer über hier bleiben, maulte Ronny. Das haben wir doch schon oft genug besprochen, erwiderte ihre Mutter. Ihr sollt eine Weile bei eurem Vater sein. Er vermisst euch. Aber wieso die ganzen Ferien? Würden 14 Tage nicht reichen? Nein, zwei Wochen bringen nichts. Du hast ihn drei Jahre lang nicht gesehen. Ja, aber das ist nicht meine Schuld. Er ist doch derjenige, der weggegangen ist. Ja, aber du willst am Telefon nicht mit ihm reden. Und wenn er nach New York kommt, ignorierst du ihn und ziehst mit deinen Freundinnen los. Ich will ihn aber auch jetzt nicht sehen. Und mit ihm reden will ich erst recht nicht, verkündete Ronny. Dein Vater ist ein netter Mensch. Und er liebt euch beide sehr. Ist er deswegen abgehauen? Statt zu antworten, schaute ihre Mutter in den Rückspiegel. Du freust dich auf die Ferien, stimmt's, Jonah? Klar, das wird bestimmt cool hier. Nur gut, dass du so denkst. Vielleicht kannst du deiner Schwester das noch beibringen. Jonah schnaubte verächtlich. Ja, klar. Mom kurbelte ihr Fenster herunter. Keine Ahnung, was los ist, murmelte sie. Die Straße ist ganz verstopft. Alle wollen an den Strand, sagte Jonah belehrend. Da gibt es doch immer einen Stau. Ronny schlug die Beine unter. Sie hasste die ganze Situation. Sie hasste das Leben. Hey Mom, rief Jonah. Weiß Dad überhaupt, dass Ronny verhaftet worden ist? Ja, klar weiß er das, antwortete sie. Und? Will er irgendwas deswegen machen? Diesmal antwortete Ronny. Dad macht überhaupt nichts. Ihn interessiert doch nur das Klavier. Ronny hasste das Klavier und hatte sich geschworen, nie wieder zu spielen. Sogar ihre ältesten Freundinnen fanden diesen Entschluss seltsam, weil das Klavier eigentlich von Anfang an zu Ronnys Leben gehört hatte. Ihr Dad war früher Dozent an der Juliet School of Music gewesen und hatte auch Ronny unterrichtet. Und lange Zeit war es für sie das Schönste auf der Welt gewesen, nicht nur Klavier zu spielen, sondern auch gemeinsam mit ihrem Vater zu komponieren. Und sie war gut. Sehr gut sogar. Und da ihr Vater an der Juliet School unterrichtete, hatten auch die Leitung und die anderen Professoren dort bemerkt, wie begabt Ronny war. In den Kreisen ihres Vaters hatte sich das schnell herumgesprochen. Das ging so weit, dass in verschiedenen Musikzeitschriften Artikel über Ronny erschienen. Dann brachte die New York Times ein längeres Feature über die musikalische Zusammenarbeit von Vater und Tochter, was schließlich dazu führte, dass Ronny vor vier Jahren bei der renommierten Konzertreihe Young Performers in der Carnegie Hall auftreten durfte. Das war der Höhepunkt ihrer Karriere gewesen. Und es war eine hohe Auszeichnung, das wusste Ronny. Aber in letzter Zeit fragte sie sich immer öfter, ob sich die Opfer, die sie dafür bringen musste, gelohnt hatten. Was sollte sie mit dem Klavier anfangen? An irgendeiner Akademie Musik unterrichten? Oder in einer Hotellobby herumklimpern, während die Gäste ihre Anmeldungsformulare ausfüllten? Oder das schwierige Leben anstreben, das ihr Vater führte? Was hatte das Klavier ihm gebracht? Er hatte seine Stelle an der Juliet School of Music gekündigt, um als Konzertpianist auf Tournee zu gehen. In der Folge spielte er in unbedeutenden Städten, und das Publikum füllte höchstens die ersten zwei rein. 40 Wochen im Jahr war er unterwegs gewesen, lang genug, um seine Ehe zu gefährden. Und eines Tages kam er von einer längeren Konzertreise durch die Südstaaten einfach nicht mehr nach Hause zurück. Und soweit Ronny wusste, arbeitete er zur Zeit überhaupt nicht mehr. Er gab nicht einmal Privatstunden. Wie konnte es so weit kommen, Dad? Sie schüttelte den Kopf. Nein, sie hatte nicht die geringste Lust, hier zu sein. Sie wollte mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Steve Miller spielte Klavier. Er war zwar sehr konzentriert, aber auch unruhig. Jede Minute konnten seine Kinder eintreffen. Seit kurzem wohnte er in einem kleinen Strandbungalow, und der Flügel stand in einer Art Nische, die vom Wohnzimmer abging. Dort hatte er auch die paar persönlichen Dinge aufgehängt, die zu seiner Lebensgeschichte gehörten. Viel war es nicht. Abgesehen von dem Flügel hatte Kim seine sämtlichen Habseligkeiten in eine einzige Kiste gestopft, und innerhalb einer halben Stunde waren sie wieder ausgepackt gewesen. Es gab einen Schnappschuss von ihm mit seinen Eltern, als er noch klein war, und ein Foto, auf dem er als jugendlicher Klavier spielte. Diese Bilder hingen zwischen seinen beiden Abschlussdiplomen, und darunter befand sich die Urkunde der Julliard School of Music, an der er 15 Jahre unterrichtet hatte. Noch wichtiger waren allerdings die sechs Fotos von Jonah und Ronny. Zwei hatte er mit Reißnägeln an der Wand befestigt, die anderen standen gerahmt auf dem Flügel. Und immer wenn er sie anschaute, wurde er daran erinnert, dass nichts in seinem Leben so gekommen war, wie er es sich vorgestellt hatte, und dabei hatte er doch immer nur das Beste gewollt. Die Spätnachmittagssonne schickte ihre schrägen Strahlen durch die Fenster, wodurch die Luft ziemlich stickig wurde. Steve spürte, wie sich auf seiner Stirn Schweißtropfen bildeten. Zum Glück hatten die Magenschmerzen von heute Morgen etwas nachgelassen, aber er war seit Tagen extrem nervös und wusste, die Schmerzen würden wiederkommen. Er hatte schon immer einen empfindlichen Magen gehabt. In seiner Familie hatten alle Probleme mit dem Magen. Vor sechs Jahren war sein Vater gestorben, und das hatte ihn Steve sehr verändert. Seit dem Begräbnis quälte ihn das Gefühl, dass nun für ihn der Countdown begonnen hatte. Und so ganz falsch war das nicht. Vor fünf Jahren hat er seine Stelle an der Juliet School gekündigt, um ein Jahr später sein Glück als Konzertpianist zu versuchen. Und es war jetzt drei Jahre her, dass Kim und er beschlossen, sich endgültig zu trennen. Danach dauerte es keine zwölf Monate, bis die Krise einsetzte. Er bekam immer weniger Engagements, bis er schließlich gar nicht mehr gebucht wurde. Im vergangenen Jahr war er hierher gezogen, zurück in die Stadt, in der er aufgewachsen war. Er war jetzt 48, seine Ehe war zerbrochen, seine Tochter ging ihm aus dem Weg, und sein Sohn wuchs ohne ihn auf. Dabei konnte er niemandem auf der Welt Vorwürfe machen, höchstens sich selbst. Mehr als alles andere beschäftigte ihn allerdings die Frage, ob es jemandem wie ihm noch gelingen konnte, die Gegenwart Gottes zu erfahren. Und irgendwie hoffte er, dass seine Kinder ihm bei der Suche helfen würden. Ein paar Minuten später sah Steve, dass sich die Sonne in der Windschutzscheibe eines staubigen Vans spiegelte. Als er auf die Veranda trat, war Jonah schon ausgestiegen und kam auf ihn zugerannt. Seine Haare waren zerzaust, die Brille saß schief, und seine Arme und Beine waren so dünn wie Bleistifte. Steve spürte einen Kloß in der Kehle. Weil ihm wieder einmal bewusst wurde, wie viel er in den vergangenen drei Jahren versäumt hatte. »Dad! Jonah!«, rief Steve und lief mit raschen Schritten über den steinigen Sand in seinem Vorgarten. Jonah warf sich ihm dermaßen schwungvoll in die Arme, dass er fast das Gleichgewicht verloren hätte. »Du bist groß geworden!« »Und du bist geschrumpft!«, lachte Jonah. Steve drückte seinen Sohn fest an sich. »Ich freue mich so, dass ihr kommt«, murmelte er, bevor er ihn wieder losließ. »Ich bin auch froh, dass wir endlich hier sind. Mom und Ronnie haben sich die ganze Zeit gestritten. »Haben sie dich genervt?« »Na ja, ist schon okay.« »Ich habe einfach nicht hingehört.« »Aber manchmal habe ich sie ein bisschen geärgert.« »Aha. Hey, wohnst du in dem Haus da?« »Ja.« »Das ist ja supercool!«, meinte Jonah das ernst. Das Haus war alles andere als supercool. Vermutlich war der Bungalow das älteste Gebäude in ganz Wrightsville Beach, eingequetscht zwischen zwei Villen, die in den letzten zehn Jahren gebaut worden waren und seine Bleibe noch mickriger erscheinen ließen. Der Verputz blätterte ab, es fehlten mehrere Dachziegel, und die Veranda modete vor sich hin. Es würde ihn nicht wundern, wenn der nächste Sturm sie wegwehte, was seine Nachbarn garantiert nicht besonders lustig fänden. Seit er eingezogen war, hatte niemand hier in der Gegend auch nur ein Wort mit ihm gewechselt. »Findest du?« »Hallo?« »Das Haus ist doch direkt am Strand. Was Besseres gibt's doch gar nicht.« Jonah deutete auf das Meer. »Kann ich mich mal umsehen?« »Ja, klar. Aber bitte bleib in der Nähe des Hauses. Geh nicht weiter weg.« »Okay.« Steve blickte ihm einen Moment lang nach, dann drehte er sich um und sah Kim. Ronnie war inzwischen auch ausgestiegen, stand aber noch neben dem Auto. »Hallo, Kim«, sagte Steve. »Guten Tag, Steve.« Sie umarmte ihn kurz zur Begrüßung. »Ist alles in Ordnung?« »Du bist schmal geworden.« »Es geht mir gut.« So ganz allmählich machte sich auch Ronnie auf den Weg. Steve war verblüfft, wie sehr sie sich verändert hatte, seit dem letzten Foto, das Kim ihm gemailt hatte. Verschwunden war das sorglose, sportliche Mädchen. Jetzt war sie eine junge Frau, mit einer violetten Strähne in den langen, braunen Haaren, mit lackierten Fingernägeln und dunklen Kleidern. Es war nicht zu übersehen, dass sie rebellierte, aber trotzdem ähnelte sie ganz stark ihrer Mutter. »Gut so«, dachte Steve. Kim war so hübsch wie eh und je. Er räusperte sich, bevor er Ronnie begrüßte. »Hallo Schätzchen, schön, dich zu sehen.« Als seine Tochter nichts erwiderte, warf Kim ihr einen vorwurfsvollen Blick zu. »Sei nicht so unhöflich. Dein Vater redet mit dir, sag etwas.« Ronnie verschränkte die Arme vor der Brust. »Gut, meinetwegen.« »Wie wär's damit? Ich habe null Lust für dich, Klavier zu spielen.« »Ronnie!« An Kims Tonfall hörte Steve, dass sie mit ihrer Geduld am Ende war. »Was denn?« Trotzig warf Ronnie den Kopf zurück. »Ich wollte das nur gleich am Anfang klarstellen.« Ehe Kim etwas sagen konnte, griff Steve ein. Er wollte auf jeden Fall vermeiden, dass die beiden sich stritten. »Ist schon okay, Kim«, murmelte er. »Ja, Mom, das ist okay,« rief Ronnie Patsik. »Mir sind unterwegs die Füße eingeschlafen. Ich geh mal ein Stück spazieren,« verkündete sie und stapfte los. Seine Ex-Frau schwieg. »Ganz schön lange Fahrt, was?« sagte er, um die Atmosphäre etwas zu lockern. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie lang.« Er grinste und für einen kurzen Moment stellte er sich vor, sie wären noch verheiratet. Sie würden dann beide am selben Strick ziehen und würden einander immer noch verliebt in die Augen sehen. Nur sah die Wirklichkeit anders aus. Nachdem Steve das Gepäck aus dem Wagen geholt hatte, ging er in die Küche, klopfte die Eiswürfel aus dem altmodischen Eiswürfelbehälter und warf sie in zwei nicht zusammenpassende Gläser, die er hier bei seinem Einzug im Küchenschrank vorgefunden hatte. Kim trat hinter ihm in die Küche. Ohne sich umzudrehen, goss er Eistee aus der Karaffe und reichte Kim ein Glas. Draußen am Strand jagte Jonah die Wellen oder wurde von ihm gejagt, immer abwechselnd, während über ihm kreischend die Möwen kreisten. »Sieht aus, als würde es Jonah hier gefallen,« sagte Steve. Kim trat ans Fenster. »Er hat sich schon seit Wochen auf den Besuch gefreut.« Sie zögerte einen Moment, bevor sie hinzufügte. »Du fehlst ihm.« »Er fehlt mir auch.« »Ich weiß.« Kim trank einen Schluck von ihrem Eistee, dann schaute sie sich in der Küche um. »Das ist also deine neue Bleibe, was?« »Sie hat Charakter.« »Und die Kirche verlangt keine Miete?« »Das Haus hat einem Maler gehört und bei seinem Tod hat er sein Eigentum der Kirche vermacht. Pastor Harris sagt, ich kann hier wohnen, bis es verkauft wird.« »Und wie ist es für dich, wieder in deiner alten Heimat zu wohnen?« »Deine Eltern haben gar nicht weit von hier gelebt, stimmt's?« »Drei Straßen weiter?« »Sieben, um genau zu sein.« »Na ja, er wollte nicht pedantisch wirken.« »Insgesamt gar nicht schlecht.« Er zuckte etwas ratlos die Achseln. »Und wann ist der große Tag für dich und Brian?« »Steve, genau darüber wollte ich mit dir reden.« »Mach dir keine Gedanken,« sagte er und hob die Hand. »Ich freue mich für dich, dass du jemanden gefunden hast.« Kim musterte ihn prüfend. »Im Januar,« antwortete sie schließlich. »Und ich möchte, dass du weißt, also mit den Kindern, Brian drängt sich nicht in den Vordergrund. Ich glaube, er würde dir gefallen.« »Ganz bestimmt.« Steve trank noch einen Schluck Tee und stellte dann das Glas ab. »Was sagen die Kinder zu Brian?« »Jonah mag ihn, aber Jonah mag eigentlich alle Leute.« »Und Ronnie?« »Sie kommt gut mit ihm aus. Ungefähr so gut wie mit dir.« Steve lachte aber, dann bemerkte er Kims gequälten Gesichtsausdruck. »Was ist los mit Ronnie?« »Ich weiß es nicht,« Kim seufzte. »Und sie weiß es auch nicht, glaube ich.« »Oft ist sie unheimlich schlecht gelaunt. Sie hält sich nicht an Vereinbarungen und meistens kriege ich nicht viel mehr aus ihr heraus als an meinetwegen, wenn ich mit ihr reden will.« »Ich sage ihm immer wieder, dass so ein Verhalten typisch ist für ihr Alter. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie ich selbst früher war, aber...« Sie schüttelte den Kopf. »Du hast ja sicher gemerkt, wie sie sich anzieht. Dann ihre Haare und dieses fürchterliche Augen-Make-up.« »Ja, klar.« »Und?« »Könnte schlimmer sein.« Kim öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schwieg jedoch. Gleichgültig, was für eine Phase seine Tochter gerade durchmachte, gleichgültig, welche Ängste seine Ex-Frau quälten, Ronnie war für Steve immer noch Ronnie. »Du hast wahrscheinlich recht,« räumte Kim ein. »Nein, du hast sogar ganz bestimmt recht. Ich weiß es.« In letzter Zeit war es aber echt schwierig mit ihr. Zwischendurch ist sie dann wieder so süß und lieb wie früher, auch Jonah gegenüber. Die beiden streiten sich zwar wie Hund und Katze, aber Ronnie geht trotzdem jedes Wochenende mit ihm in den Park. Und wenn Jonah Probleme mit seinen Matheaufgaben hat, dann lernt sie mit ihm. Das ist besonders lustig, weil sie selbst fast alle Klassenarbeiten verhaut. Aber da fällt mir noch etwas ein, was ich dir noch gar nicht erzählt habe, glaube ich. Im Februar habe ich sie dazu überredet, die Aufnahmetests fürs College zu machen. Sie hat jede einzelne Frage falsch beantwortet. »Weißt du, wie klug man sein muss, um bei den Antworten konsequent daneben zu liegen?« Steve musste lachen, aber Kim brummte verärgert. »Das ist überhaupt nicht lustig.« »Irgendwie schon.« »Du musstest dich in den letzten drei Jahren auch nicht mit ihr herumschlagen.« Betroffen schwieg er. »Ja, du hast vollkommen recht.« »Entschuldige.« Er trank noch einen Schluck Tee, um Zeit zu gewinnen. »Was hat denn der Richter zu dem Ladendiebstahl gesagt?« »Nicht viel mehr als das, was ich dir schon am Telefon berichtet habe.« Sie klang müde, resigniert. »Wenn sie sich von jetzt an einwandfrei verhält, wird es aus ihrer Akte gestrichen. Wenn sie aber noch einmal bei irgendetwas erwischt wird, dann...« Kim redete nicht weiter. »Du machst dir deswegen Sorgen?« sagte Steve. Kim drehte sich fort. »Es war ja nicht das erste Mal. Darin liegt das Problem. Letztes Jahr hat sie zugegeben, dass sie das Armband gestohlen hat, aber dieses Mal hatte sie eine andere Geschichte auf Lager. Sie sagt, sie hat verschiedene Sachen im Drugstore gekauft und konnte nicht alles in der Hand halten, deshalb hat sie den Lippenstift eingesteckt. Und vergessen. Für alles Übrige hat sie bezahlt. Und wenn man sich das Video der Überwachungskamera anschaut, sieht es auch so aus, als würde das stimmen. Aber... Aber du bist dir nicht sicher. Als Kim nicht antwortete, fuhr Steve fort. Glaub mir, ihr Foto erscheint garantiert nie auf dem Plakat für die meistgesuchte Verbrecherin Amerikas. Sie hat einen Fehler gemacht, mehr nicht. Im Grunde ihres Herzens ist sie ein sehr liebes Mädchen. Ehe Kim etwas entgegnen konnte, kam Jonah mit geröteten Wangen ins Haus gestürzt. Dad, ich habe eine ganz tolle Werkstatt entdeckt. Komm mit, ich muss sie dir unbedingt zeigen. Das ist super cool, Mom. Kim schaute von Steve zu Jonah und wieder zurück. Das ist was für Vater und Sohn. Und ich muss allmählich los. Jetzt schon? fragte Jonah. Steve wußte, wie schwer Kim der Abschied fiel. Deshalb antwortete er für sie. Deine Mom hat eine anstrengende Fahrt vor sich. Und außerdem will ich heute Abend mit euch auf den Jahrmarkt gehen. Hast du Lust? Man konnte sehen, dass Jonah enttäuscht die Schultern hängen ließ. Aber dann sagte er, Ja, klar. Nachdem sich Jonah von seiner Mutter verabschiedet hatte, Ronnie war nirgends zu sehen, und Kim meinte, dass sie sicher nicht so bald zurückkommen würde, gingen Steve und sein Sohn gemeinsam zu der Werkstatt. Der schiefe Schuppen mit dem Blechdach stand auf Steves Grundstück. In den vergangenen drei Monaten hatte Steve seine Nachmittage meistens dort verbracht, umgeben von allem möglichen Krempel. Am wichtigsten waren die kleinen Scheiben aus buntem Glas, die der kleine Junge jetzt kurz inspizierte. In der Mitte der Werkstatt stand ein großer Arbeitstisch mit den ersten Anfängen eines Buntglasfensters. Ich habe gar nicht gewusst, dass du auch Fenster machen kannst. Das hat mir der Künstler beigebracht, der früher hier gewohnt hat, als ich noch ein Kind war. Von ihm stammen die meisten Buntglasfenster in den Kirchen hier in der Gegend. Sieh dir mal das Bild an der Wand an. Steve deutete auf ein kleines Foto das auferstandene Jesus, das mit einem Reißnagel an einem der Regale befestigt war und das man in dem allgemeinen Chaos leicht übersehen konnte. So sieht das Fenster aus, wenn es fertig ist. Hoffentlich. Super cool, sagte Jonah, und Steve lächelte wieder. Super cool war offenbar zur Zeit Jonas Lieblingswort. Wie oft er es wohl in diesem Sommer hören würde. Möchtest du mir helfen? Echt? Ich rechne fest mit deiner Unterstützung. Steve gab ihm einen sanften Schubs. Ich brauche einen guten Assistenten. Ist es schwer? Als ich damit angefangen habe, war ich etwa so alt wie du jetzt. Du kannst das, da bin ich mir sicher. Vorsichtig nahm Jonah ein Stück Glas in die Hand und hielt es mit ernster Miene gegen das Licht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das kann. Steve musterte ihn liebevoll, dann fragte er, gehst du noch in die Kirche? Ja, schon. Wir gehen jetzt in die von Brian, nur die neue Kirche gefällt mir nicht besonders. Da ist es so langweilig. Also gehe ich vielleicht auch bald nicht mehr hin. Das ist ein gutes Recht, Steve schwieg für einen Moment. Jonah scharrte mit den Füßen. Anscheinend war ihm etwas eingefallen, was ihn beschäftigte. Ronny hat die Briefe nicht gelesen, die du ihr geschrieben hast, Dad. Und sie will auch nicht mehr Klavier spielen. Ich weiß. Mom sagt, das ist, weil sie ihre Tage hat. Steve hätte fast losgelacht, konnte sich aber gerade noch beherrschen. Weißt du überhaupt, was das heißt? Jonah schob seine Brille hoch. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Es gibt solche Tage und es gibt andere Tage. Steve verwuschelte ihm lachend die Haare. Was denkst du? Sollen wir deine Schwester suchen gehen? Ich habe sie in Richtung Jahrmarkt laufen sehen, glaube ich. Können wir Riesenrad fahren? Alles, was du willst. Super cool. Das Wrightsville Beach Seafood Festival fand auf dem Parkplatz oben am Pier statt. Aber nur ein paar Tage. Im Grunde war es nicht mehr als ein ländlicher, kleiner Rummel. Es gab nicht viele Fahrgeschäfte und die vorhandenen waren klapprig und altmodisch. Am Rand des Parkplatzes standen mehrere überteuerte Buden mit Spielen. Außerdem gab es noch ein paar Imbissstände, von denen ein billiger Fettgeruch ausging. Das Ganze war ziemlich eklig. Aber außer ihr waren anscheinend alle Leute anderer Meinung. Es gab unglaublich viel Publikum. Lauter verschwitzte Körper. Dicke, verschwitzte Körper. Sie rümpfte die Nase. Das war schlimmer als eklig. Sie musste hier weg. Sie befreite sich aus der Masse und strebte zum Pier. Zum Glück waren hier nicht ganz so viele Leute. Die Sonne ging gerade unter, der Ozean schimmerte wie flüssiges Gold. Am Strand hatten sich ein paar Familien auf Handtüchern in der Nähe des Wassers versammelt und großartige Sandburgen gebaut, die schon bald von der steigenden Flut wieder weggespült wurden. Unablässig kamen Seeschwalben angeschossen, auf der Jagd nach Krabben. Ronny brauchte nicht lange, um zum Zentrum der Aktivität zu gelangen, ein Beachvolleyballturnier. Als sie sich dem Spielfeldrand näherte, merkte sie gleich, dass die jungen Mädchen im Publikum sich vor allem auf die Spieler im rechten Abschnitt konzentrierten. Das war nicht weiter verwunderlich. Die beiden waren etwa so alt wie sie. Oder ein bisschen älter? Jedenfalls gehörten sie zu den Jungs, die Ronnys Freundin Kyla immer gern als super süß bezeichnete. Vor allem der größere der beiden, der mit dem dunkelbraunen Haaren und dem Macrami-Armband am Handgelenk. Kyla hätte sich garantiert auf ihn gestürzt. Auch das blonde Mädchen im Bikini auf der anderen Seite des Spielfelds konnte den Blick nicht von ihm nehmen. Sie und ihre Freundin waren Ronny sofort aufgefallen. Dünn und hübsch mit blitzend weißen Zähnen und sichtlich daran gewöhnt, im Mittelpunkt zu stehen und von allen Jungs angehimmelt zu werden. Sie wandte sich lieber dem Spiel zu. Genau in dem Moment machten die beiden attraktiven Jungs einen Punkt und noch einen. Ronny kannte zwar den Spielstand nicht, aber die zwei waren eindeutig das bessere Team. Trotzdem beschloss sie, lieber für das andere zu sein. Nicht nur, weil sie grundsätzlich eher für die Außenseiter war, sondern weil die beiden Gewinner sie an die verwöhnten Privatschüler erinnerten, denen sie gelegentlich in den Clubs begegnete. Diese Knaben von der Upper East Side, die sich für etwas Besseres hielten, nur weil ihre Väter Investmentbanker waren. Ronny wollte gehen und hatte sich schon abgewandt, als die Leute um sie herum auf einmal anfingen, sich gegenseitig zu schubsen. Ronny verlor einen Moment lang das Gleichgewicht. Sie sah gerade noch, wie einer der Spieler in ihre Richtung gerannt kam, den Kopf im Nacken, damit er den Ball erwischte. Sie konnte ihm nicht mehr ausweichen. Er packte sie an den Schultern, einerseits wollte er dadurch seinen Schwung bremsen, aber andererseits wollte er auch verhindern, dass sie hinfiel. Bei dem Aufprall zuckte ihr Arm unkontrolliert, der Deckel ihres Styroporbechers löste sich, der Limostrahl schoss durch die Luft und landete auf ihrem Gesicht und ihrem T-Shirt. Sie konnte nichts mehr machen. Der braunhaarige Junge starrte sie mit erschrocken aufgerissenen Augen an. »Ist alles okay?«, geuchte er. Die Flüssigkeit lief ihr übers Gesicht und drang durch den Stoff ihres T-Shirts. Wie aus weiter Ferne hörte sie, dass jemand im Publikum anfing zu lachen. Es hatte ihr gerade noch gefehlt. Was für ein großartiger Tag. »Ja, klar. Alles okay«, fauchte sie giftig. »Ehrlich?« Der junge Mann schien ernsthaft besorgt zu sein. »Ich bin ja richtig in dich reingeknallt.« »Lass mich einfach los«, zischte sie zwischen den Zähnen hervor. Er schien gar nicht gemerkt zu haben, dass er sie immer noch an den Schultern festhielt. Sofort nahm er seine Hand fort, wich er einen Schritt zurück und fasste automatisch nach seinem Armband. »Tut mir schrecklich leid. Ich habe nur auf den Ball geachtet, und das ist mir klar«, unterbrach Ronnie ihn. »Ich hab's überlebt, okay?« Mit diesen Worten drehte sie sich um. Nichts wie weg. Hinter ihr rief jemand, »Komm schon, Will, wir spielen weiter.« Aber während sie sich einen Weg durch die Zuschauermenge bahnte, spürte sie, dass sein Blick ihr folgte. Ihr T-Shirt war zwar nicht ruiniert, aber ihre Laune hatte dieser Zusammenprall nicht gerade verbessert. Als Ronnie wieder zum Pier kam, stellte sie den halbleeren Becher ab und tupfte mit ihrer nassen Serviette wie verrückt auf dem T-Shirt herum. Die ganze Aktion schien tatsächlich etwas zu helfen, aber die Serviette löste sich in ihre Bestandteile auf und verwandelte sich in weiße Papierflocken, die aussahen wie Schuppen. Super. Warum war der Typ nicht mit einem anderen Zuschauer zusammengestoßen? Sie war doch nur kurz da gewesen, höchstens zehn Minuten. Wie groß waren die Chancen, dass der Ball in ihre Richtung flog, obwohl sie sich schon umgedreht hatte, weil sie gehen wollte? Und dass sie ausgerechnet einen Plastikbecher in der Hand hielt, während sie bei einem Volleyballspiel zuschaute, das sie eigentlich gar nicht sehen wollte, in einer Stadt, in der sie gar nicht sein wollte? So etwas passiert in hunderttausend Jahren höchstens einmal. Genauso gut hätte sie im Lotto gewinnen können. Sie griff wieder nach dem Becher und wollte den Rest Limo wegschütten, aber erst als sie sich umdrehte, merkte sie, dass jemand direkt hinter ihr stand. Und diesmal passierte es nicht in Zeitlupe. Diesmal landete die Flüssigkeit blitzschnell vorn auf ihrem T-Shirt. Sie erstarrte und schaute fassungslos an sich hinunter. Das konnte doch nicht wahr sein. Vor ihr stand ein Mädchen, das auch einen Becher in der Hand hielt und mindestens so verdutzt war wie Ronny selbst. Sie war ganz schwarz gekleidet und ihre ungepflegten Haare umrahmten in wilden Locken ihr Gesicht. Genau wie Kayla hatte sie in jedem Ohr mindestens ein Dutzend Piercings, was unterstrichen wurde durch die zwei kleinen toten Köpfe, die an ihren Ohrläppchen baumelten. Der dicke schwarze Lidstrich trug noch dazu bei, dass sie richtig gruftig wirkte. Sie deutete auf den immer größer werdenden Fleck auf Ronnys T-Shirt. »Bist du noch zu klein zum Limo trinken?«, fragte sie grinsend. »Ja. Wahrscheinlich brauche ich noch eine Babyflasche.« Grufti lachte und ihr Lachen klang verblüffend mädchenhaft. »Du bist nicht von hier, was?« »Nein, ich bin aus New York. Zu Besuch bei meinem Dad. Übers Wochenende?« »Nein, den ganzen Sommer. Du bist echt ein Pechvogel.« Dieses Mal musste Ronny lachen. »Ich heiße Ronny.« »Das ist eine Abkürzung für Veronica.« »Ich heiße Blaze.« »Blaze?« »Eigentlich heiße ich Galadriel.« »Das ist aus Herr der Ringe.« »Meine Mom spinnt in der Beziehung.« Mit einer Kopfbewegung deutete sie zu einem Stand mit Kleidungsstücken. »Wenn du trockene Klamotten brauchst. Da drüben gibt es Nemo-T-Shirts.« »Nemo?« »Na klar, Nemo. Aus dem Film. Du weißt doch. Der orange-weiße Fisch. So eine Art Zwergflipper. Landet in einem Aquarium und sein Dad sucht ihn überall.« »Ich will aber kein Nemo-Shirt.« »Nemo ist cool.« »Wenn man sechs ist, vielleicht«, erwiderte Ronny. »Wie du meinst.« Bevor Ronny antworten konnte, sah sie, wie sich drei Jungs durch die Menschenmenge drängten. Sie fielen auf, weil sie zerrissene Shorts trugen und überall tätowiert waren. Und weil man unter ihren schweren Lederjacken ihre nackte Brust sehen konnte. Einer hatte eine pierste Augenbraue und schleppte einen altmodischen Ghetto-Blaster mit sich herum. Der zweite hatte einen blondierten Irokesen-Schnitt und vollständig tätowierte Arme. Beim dritten bildeten die langen schwarzen Haare einen extremen Kontrast zu seiner milchig-weißen Haut, ähnlich wie bei Blaze. Instinktiv drehte sich Ronny nach ihren neuen Freundin um, aber sie war verschwunden. Dafür stand Jonah vor ihr. »Was hast du auf dein T-Shirt gekippt?«, fragte er. »Es ist ja ganz nass und klebrig.« Ronny suchte mit den Augen nach Blaze. Wo konnte sie nur stecken? Und wieso war sie ohne Abschied so schnell abgehauen? »Jonah, verschwinde einfach wieder, ja?« »Geht nicht. Dad sucht dich.« »Ich glaube, er will, dass du nach Hause kommst.« »Wo ist er?« »Er wollte aufs Klo, aber er müsste gleich hier sein.« »Sag ihm, du hast mich nicht gesehen.« Jonah überlegte. »Fünf Dollar.« »Wie bitte?« »Gib mir fünf Dollar, und ich vergesse, dass ich dich hier getroffen habe.« »Meinst du das ernst?« »Du hast nicht viel Zeit,« sagte er. »Jetzt sind's schon zehn Dollar.« Weiter hinten erspähte sie ihren Vater, der sich suchend umschaute. Instinktiv duckte sie sich weg. Sie warf Jonah, dem raffinierten Erpresser, einen verärgerten Blick zu. »Ich hasse dich. Weißt du das?« zischte sie. »Ja, klar weiß ich das. Ich hasse dich auch. Aber es kostet dich trotzdem zehn Dollar.« »Wie wär's mit fünf?« »Du hast deine Chance verpasst. Aber für zehn ist dein Geheimnis gut bei mir aufgehoben.« »Dad hatte sie noch nicht gesehen, aber er kam immer näher.« Sie war einverstanden. Ihr blieb keine andere Wahl. Sie durchwühlte ihre Taschen und drückte Jonah einen zerknüllten Geldschein in die Hand, den er blitzschnell einsteckte. Als sie den Blick hob, sah sie, dass sich ihr Vater unaufhaltsam in ihre Richtung bewegte. Er drehte den Kopf nach rechts, nach links, und gerade noch rechtzeitig tauchte Ronny hinter den Stand. Zu ihrer Überraschung traf sie dort auf Blaze, die an die Wand gelehnt eine Zigarette hauchte. Blaze grinste. »Ja? Probleme mit deinem Dad?« »Wie komme ich hier weg?«, fragte Ronny. »Das ist deine Sache.« Blaze zuckte die Achseln. »Aber er weiß, was für ein T-Shirt du anhast.« Eine Stunde später saß Ronny neben Blaze auf einer der Bänke am Ende des Peers. Sie langweilte sich immer noch, aber nicht mehr ganz so heftig wie vorher. Blaze konnte gut zuhören und hatte eine tolle Art von Humor. Das Beste war allerdings, dass sie New York genauso liebte wie Ronny, obwohl sie noch nie dort gewesen war. Sie erkundigte sich nach den elementaren Dingen, Times Square, das Empire State Building und die Freiheitsstatue. Touristenfallen, die Ronny um jeden Preis zu vermeiden suchte. Zuerst beantwortete sie bereitwillig alle Fragen, die Blaze erstellte. Doch dann schilderte sie ihr das richtige New York. Die Clubs in Chelsea, die Musikszene in Brooklyn, die Straßenhändler in Chinatown, bei denen man Raubkopien von allen angesagten CDs oder Imitate von Prada-Taschen kaufen konnte. Während sie erzählte, merkte sie, dass ihr Heimweh immer größer wurde. Sie wollte in New York sein, nicht hier. Überall war es besser als hier. Ich hätte an deiner Stelle auch keine Lust gehabt, hierher zu kommen, sagte Blaze verständnisvoll. Glaub mir, hier ist es stinklangweilig. Wie lange wohnst du schon hier? Ach, schon immer. Aber wenigstens habe ich normale Klamotten. Ronny hatte sich tatsächlich das blöde Nemo-Shirt gekauft, obwohl sie wusste, dass sie darin albern aussah. Es hatte nur noch Größe XL gegeben, das Shirt reichte ihr praktisch bis an die Knie. Das einzig Positive war, dass sie es geschafft hatte, sich unbemerkt an ihrem Vater vorbeizumogeln, nachdem sie es übergezogen hatte. Blaze hatte recht gehabt. Irgendjemand hat mir vorhin gesagt, Nemo ist cool. Die Person hat gelogen. Und warum sitzen wir eigentlich noch hier rum? Mein Dad ist inzwischen bestimmt nach Hause gegangen. Blaze drehte sich um. Ich weiß, du willst nicht hier sein, aber was hat dein Vater eigentlich verbrochen, dass du so sauer auf ihn bist? Ronny rieb sich die Hände an der Hose ab. Das ist eine lange Geschichte. Wohnt er mit seiner Freundin zusammen? Ich glaube, er hat gar keine. Wieso fragst du? Sei froh, dass er keine hat. Wovon redest du? Mein Dad lebt mit seiner Freundin zusammen. Es ist schon die dritte seit der Scheidung. Und sie ist die schlimmste. Bis jetzt. Und du wohnst bei deiner Mutter? Ja, aber jetzt hat sie auch einen Freund, und der ist so ein Weichei, sage ich dir. Er trägt so ein affiges Toupet, weil er mit ungefähr zwanzig schon eine Glatze gekriegt hat. Es ist alles total beknackt, verstehst du? Ehe Ronny etwas erwidern konnte, sagte Blaze. Komm mit. Ich glaube, jetzt geht's los. Das musst du unbedingt sehen. Ronny folgte Blaze den Pier entlang zu einer Menschenansammlung, die bei der Darbietung zuschaute. Die Performer waren die drei tätowierten jungen Männer von vorhin. Zwei von ihnen führten eine Breakdance-Nummer vor, begleitet von lauter Musik, die aus dem Ghetto-Blaster dröhnte. Während der Typ mit den langen Haaren in der Mitte stand und jonglierte. Waren das wirklich brennende Golfbälle, die er da in die Luft warf? Zwischendurch hörte er auf zu jonglieren und hielt einen der Bälle einfach nur zwischen den Fingern, drehte ihn hin und her, rollte ihn über den Handrücken, dann den einen Arm hinauf und den anderen hinunter. Zweimal schloss er die Hand um den Feuerball, sodass die Flammen fast erloschen, doch dann drehte er die Hand und man konnte sehen, wie durch eine kleine Öffnung bei seinem Daumen immer noch Flämmchen züngelten. Kennst du ihn? fragte Ronny. Blaze nickte. Ja, das ist Marcus. Hat er seine Hände mit irgendeiner Schutzschicht bedeckt? Nein. Aber tut das nicht weh? Wenn du den Feuerball richtig hältst, macht es nichts. Aber es ist schon irre, findest du nicht? Ja, das stimmte. Marcus löschte schließlich zwei der Bälle aus, zündete sie aber gleich wieder an, indem er sie mit dem dritten berührte. Auf dem Boden stand ein umgedrehter Zylinder, und Ronny sah, wie immer wieder jemand einen Geldschein hineinwarf. Woher hat er diese Feuerbälle? Er macht sie selbst. Ich kann dir zeigen, wie das geht. Es ist gar nicht schwer. Du brauchst nur ein Baumwollhemd, Nadel und Faden und Feuerzeugflüssigkeit. Jetzt warfen sie die brennenden Bälle einander zu, wie Zirkusclowns ihre Kegel, bis einer in die falsche Richtung flog. Aber das war genau geplant gewesen. Der Typ mit der gepiersten Augenbraue fing ihn nämlich mit dem Fuß auf, als wäre er ein Fußballspieler und ließ ihn dann von einem Fuß zum anderen hüpfen. Die Zuschauer klatschten begeistert, und das Geld regnete nur so in den Hut. So etwas hatte Ronny noch nie gesehen. Marcus kam jetzt auf Blaze zu, nahm sie in die Arme und küsste sie lange und intensiv. Dann schlug er die Augen auf und starrte Ronny an, bevor er Blaze wegschubste. Wer ist das? fragte er. Das ist Ronny, antwortete Blaze. Sie kommt aus New York. Ich habe sie gerade kennengelernt. Der Irokese und der Augenbrauenmann musterten Ronny ebenfalls völlig ungeniert. Diese fühlte sich ausgesprochen unwohl. Aus New York, was? fragte Marcus, zog ein Feuerzeug aus der Tasche und zündete damit einen der Feuerbälle an. Er hielt die brennende Kugel reglos zwischen Daumen und Zeigefinger. Wie schaffte er es nur, sich dabei nicht zu verbrennen? Magst du Feuer? fragte er leise. Ohne eine Antwort abzuwarten, warf er ihr den Ball zu. Ronny sprang zur Seite, sprachlos vor Schreck. Der Ball landete direkt hinter ihr. In dem Moment kam ein Polizist angerannt und trat die Flammen aus. Ihr drei, rief er und deutete auf die Männer, verschwindet und zwar sofort. Ich habe euch schon mal gesagt, dass ihr eure Nummer nicht hier auf dem Pier vorführen dürft. Wenn ich euch noch einmal erwische, dann nehme ich euch mit aufs Revier, das schwöre ich. Marcus hob die Hände. Wir sind schon weg. Die Typen schnappten sich ihre Jacken und machten sich auf den Weg in Richtung Jahrmarkt. Blaze folgte ihnen und ließ Ronny allein zurück. Was sollte sie tun? Sie spürte, dass der Polizist sie anschaute, aber sie ignorierte seinen Blick. Nach kurzem Zögern ging sie hinter den anderen her. Gleichgültig, was er machte, Will spürte das Gewicht des Geheimnisses auf sich lasten. Von außen betrachtet schien alles normal zu sein. Während der letzten sechs Monate war er in die Schule gegangen, hatte Basketball gespielt, war auf dem Abschlussball gewesen und jetzt nach dem erfolgreichen Highschool-Abschluss stand dem College nichts mehr im Weg. Natürlich war nicht alles perfekt gewesen. Vor sechs Wochen hatten Ashley und er sich getrennt, aber das hatte nichts mit dem zu tun, was in der Nacht passiert war. In dieser Nacht, die er nie vergessen würde. Wie durch die Augen eines anderen sah er sich selbst, wie er den Strand entlang rannte und Scott packte, der in die lodernen Flammen starrte. Was hast du gemacht, verdammt nochmal? schrie er. Es war nicht meine Schuld, schrie Scott zurück. Erst dann bemerkte Will, dass sie nicht allein waren. Ein Stück weiter sah er Marcus, Blaze, Teddy und Lance auf der Motorhaube eines Autos sitzen. Die vier hatten alles gesehen. Sie wussten Bescheid. Will wollte nach seinem Handy greifen, aber Scott hielt ihn zurück. Nicht die Polizei anrufen. Ich hab dir doch gesagt, es war ein Unfall. Er schaute Will flehend an. Komm schon, Mann. Du bist mir etwas schuldig. In den nächsten Tagen wurde in den Medien ausführlich über den Brand berichtet. Jedes Mal, wenn Will an der Stelle vorbeifuhr, überkamen ihn unerträgliche Schuldgefühle. Es tat nichts zur Sache, dass die Kirche wieder aufgebaut wurde und der Pfarrer längst aus dem Krankenhaus entlassen war. Will wußte, was passiert war, und er hatte nichts unternommen. Du bist mir etwas schuldig. Dieser Satz verfolgte ihn. Nicht nur, weil er und Scott seit dem Kindergarten Freunde waren, sondern noch aus einem anderen, wichtigeren Grund. Und manchmal mitten in der Nacht lag er im Bett und konnte nicht schlafen, weil ihn diese Worte dermaßen quälten. Auch er wünschte sich nichts sehnlicher, als alles wieder in Ordnung zu bringen. Diesmal war es seltsamerweise dieser Zusammenprall beim Volleyball gewesen, der die Erinnerung auslöste. Genauer gesagt das Mädchen, mit dem er zusammengestoßen war. Sie hatte sich nicht für seine Entschuldigungen interessiert. Und anders als die meisten Mädchen hier, hatte sie auch nicht versucht, ihre Wut zu verbergen. Sie war ganz anders als andere Mädchen. Nachdem sie davongestapft war, hatten sie den Satz zu Ende gespielt, und er musste zugeben, dass ihm ein paar Bälle versprungen waren, mit denen er normalerweise keine Probleme gehabt hätte. Scott hatte ihm böse Blicke zugeworfen. Er wanderte zum Jahrmarktgelände hinüber und machte vor einer dieser überteuerten Budenhalt, bei denen man nie etwas gewann. Doch als er gerade dazu ansetzte, mit einem viel zu prall aufgepumpten Basketball auf den etwas zu hohen Korb zu zielen, hörte er hinter sich eine Stimme. »Da bist du ja«, flötete Ashley. »Gehst du uns aus dem Weg?« »Ja«, dachte er, »eigentlich schon.« »Nein«, antwortete er. »Seit dem Ende der Saison habe ich keinen Korb mehr geworfen, und ich wollte mal sehen, ob ich schon eingerostet bin.« Ashley lächelte. Ihr trägerloses weißes Top und ihre Ohrhänger betonten perfekt ihre blauen Augen und die blonden Haare. Nach dem letzten Volleyballspiel des Turniers hatte sie sich blitzschnell umgezogen, typisch. Sie war das einzige Mädchen, das erkannte, das grundsätzlich immer mehrere Outfits dabei hatte, sogar wenn sie zum Strand ging. »Lass dich nicht von mir aufhalten. Ich will nicht, dass du deinen Dollar verschwendest.« Will drehte sich um, zielte und schickte den Ball auf seine Flugbahn in Richtung Korb. Der Ball sprang vom Rand ans Brett, bevor er reinging. Nummer eins. »Du hast heute gut gespielt«, sagte sie. »Und dein Aufschlag ist echt viel besser geworden.« »Danke«, erwiderte Will. »Ich glaube, du bist fast so gut wie Scott.« »Auf keinen Fall«, sagte er. »Scott spielt Volleyball, seit er sechst war.« Will atmete tief durch, konzentrierte sich auf den Korb und versuchte, sich zu entspannen, bevor er warf. Der Ball flutschte durchs Netz. Zwei von zwei. »Was machst du denn mit dem Plüschtier, falls du eins gewinnst?«, fragte sie. »Keine Ahnung.« »Möchtest du es haben?« »Nur, wenn du es mir schenken willst.« Er wusste, sie würde ihn nicht darum bitten. Nein, sie erwartete, dass er es ihr anbot. Nach den zwei Jahren, die sie zusammen gewesen waren, gab es wenig, was er nicht über Ashley wusste. Will schnappte den Ball, holte Luft und machte seinen letzten Wurf. Der war jedoch ein bisschen zu heftig, und der Ball prallte vom hinteren Rand des Korbs zurück. Er wandte sich zu seiner Ex-Freundin. »Glaubst du, Scott ist noch hier?« »Er sitzt drüben mit Cassie am Tisch.« »Ich glaube, er mag sie.« Will machte sich auf den Weg. Ashley wich ihm nicht von der Seite. »Also wir haben eben überlegt, was wir mit dem Rest des Tages anstellen, und Scott und Cassie meinten, wir könnten ja zu mir gehen,« berichtete Ashley betont beiläufig. »Meine Eltern sind in Raleigh, wegen irgendeiner Feier mit dem Governor. Ich habe also Sturm frei.« Will hatte das kommen sehen. »Ich möchte das lieber nicht,« sagte er. »Warum nicht?« »Hier ist doch nichts los.« »Ich finde das einfach keine gute Idee.« »Weil wir Schluss gemacht haben?« »Keine Sorge, ich will nichts von dir.« »Deswegen bist du auch zu dem Turnier gekommen,« dachte Will, »und bist mich suchen gegangen, und schlägst jetzt vor, wir könnten zu dir gehen, weil deine Eltern nicht da sind.« Aber das sagte er alles nicht. Er hatte keine Lust auf Streit. Und er wollte auch die Situation nicht noch komplizierter machen, als sie ohnehin schon war. »Ich muss morgen früh arbeiten und hab den ganzen Tag Volleyball gespielt,« bot er stattdessen als Ausrede an. »Ich sollte nicht zu spät ins Bett.« »Du bist müde?« Keifte Scott. »Du hast ja gesagt, du bist müde? Und willst nur heim und ins Bett?« »So etwa, ja.« »Spinnst du eigentlich?« Scott starrte ihn über den Tisch hinweg an. Cassie und Ashley hatten sich schon vor einer Weile auf den Weg zum Pier gemacht. »Ich bin echt müde,« sagte Will. »Du nicht?« »Vielleicht hast du ihren Vorschlag nicht richtig verstanden. Ich und Cassie, du und Ashley. Das Haus ihrer Eltern am Strand.« »Hat sie erwähnt.« Scott schüttelte den Kopf. »Dich verstehe ich nicht.« »Ehrlich gesagt, hast du Ashley heute Abend überhaupt schon angesehen?« »Sie haut dich um, wie sie aussieht. Sie ist heiß.« »Ich weiß, wir waren zwei Jahre zusammen. Erinnerst du dich?« »Ich kapiere immer noch nicht, warum du überhaupt mit ihr Schluss gemacht hast.« »Das sieht doch ein Blinder, dass sie noch was von dir will. Und ihr zwei wart das perfekte Paar.« Will schüttelte den Kopf. »Waren wir nicht.« Scott beugte sich über den Tisch. »Komm schon, Mann. Genieße das Leben ein bisschen. Wir haben Sommerferien. Wir müssen doch zusammenhalten.« »Jetzt hörst du dich aber ganz schön verzweifelt an.« »Ich bin verzweifelt.« »Wenn du nicht mit zu Ashley gehst, geht Cassie auch nicht mit.« »Tut mir leid, aber ich kann dir da nicht helfen.« Will schwieg kurz. »Hast du Hunger?« »Ein bisschen,« grummelte Scott. »Komm schon. Wir holen uns ein paar Cheeseburger.« Nachdem sie für ihr Essen angestanden hatten, gingen Will und Scott zu den Soßenspendern, wo Scott seinen Burger im Ketchup ertränkte. Da flog etwas Weißes an Will vorbei, auf Scott zu. Instinktiv wich er aus und ließ dabei seinen Cheeseburger fallen. »Was soll der Mist?«, schrie Scott und drehte sich um. Auf dem Boden lag eine zusammengeknüllte Pommes-Schachtel. Hinter ihm waren Ted und Lance aufgetaucht, die Hände in den Hosentaschen. Marcus stand zwischen ihnen und bemühte sich vergeblich, unschuldig auszusehen. »Ich weiß nicht, wovon du redest,« antwortete Marcus. »Davon,« knurrte Scott und kickte die Schachtel zurück in seine Richtung. Will beobachtete, wie Ashley und Cassie, die gerade von Peer zurückkamen, in sicherer Entfernung stehen blieben. Aus dem Augenwinkel sah er, dass Galadriel, die sich in letzter Zeit Blaze nannte, sich langsam näherte. Scott fixierte Marcus und seine Freunde mit wütendem Blick, die Zähne fest zusammengebissen. »Ist sehr. Ich habe allmählich wirklich genug von eurem Scheiß.« »Was willst du machen?«, grinste Marcus. »Mit einer Feuerwerksrakete nach mir schießen?« Mehr brauchte es nicht. Scott wollte sich sofort auf Marcus stürzen, aber Will war klar, dass er ihn daran hindern musste. Er machte einen Schritt auf ihn zu, hoffte, rechtzeitig eingreifen zu können. Aber plötzlich passierte alles auf einmal. Marcus machte einen halben Schritt zurück, und Teddy trat gegen einen Hocker, sodass Scott ausweichen musste und gegen einen Tisch knallte. Der Tisch fiel um. Scott fand rasch das Gleichgewicht wieder und ballte die Fäuste. Lance näherte sich ihm von der Seite. Will preschte vorwärts. Irgendwo hörte er das Geschrei eines kleinen Kindes. Er wollte sich gerade auf Lance werfen, da trat ein Mädchen ins Getümmel. »Aufhören!«, rief das Mädchen mit ausgebreiteten Armen. »Hört sofort auf, alle miteinander!« Ihre Stimme war verblüffend laut und entschieden, sodass Will unwillkürlich stehen blieb. Alle anderen erstarrten ebenfalls, und in der plötzlichen Stille hörte man das schrille Weinen des Kindes. Das Mädchen schaute langsam von einem der Unruhestifter zum anderen. Als Will die lila Strähne in ihren Haaren sah, fiel ihm ein, wo er sie schon mal gesehen hatte. Jetzt trug sie allerdings ein übergroßes T-Shirt mit dem Bild eines Fisches. »Die Schläger reist vorbei. Feierabend! Seht ihr nicht, dass sich das Kind verletzt hat?« Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, drängte sie sich zwischen Scott und Marcus durch und beugte sich zu dem kleinen Jungen hinunter, der bei dem Durcheinander umgeschubst worden war. Er war drei oder vier. Das Mädchen redete ganz sanft mit ihm und lächelte dabei beruhigend. »Ist alles in Ordnung, Kleiner? Wo ist deine Mama?« »Komm, wir gehen sie suchen, ja?« Der Kleine betrachtete neugierig ihr T-Shirt. »Das ist Nemo«, erklärte sie. »Der hat sich auch verirrt.« »Magst du Nemo?« Auf der anderen Seite drängte sich eine Frau mit einem Baby auf dem Arm durch die Menge. Als sie den Kleinen entdeckte, strahlte sie vor Erleichterung. Sie rückte das Baby an ihrer Hüfte zurecht und eilte auf ihn zu. In dem Moment machte die Menge Platz für einen Polizisten, der sich mit eiligen Schritten näherte. Marcus murmelte Scott etwas zu, bevor er blitzschnell im Getümmel untertauchte. Teddy und Lance verdrückten sich genauso rasch wie er. Blaze wollte ihn folgen, doch zu Wills Überraschung packte das Mädchen mit der lila Strähne sie am Arm. »Halt! Wo gehst du hin?« rief sie. Blaze befreite sich und machte ein paar Schritte rückwärts. »Zum Bowers Point.« »Wo ist das?« »Einfach nur den Strand runter. Du findest es schon.« Mit diesen Worten drehte sich Blaze um und rannte hinter Marcus her. Das Mädchen wusste offenbar nicht, was es tun sollte. Wenigstens hatte sich die allgemeine Spannung gelöst. Scott stellte den Tisch wieder auf und ging zu Will. In dem Moment trat ein Mann zu dem Mädchen. »Bestimmt ihr Vater?« dachte Will. »Da bist du ja«, rief er mit einer Mischung aus Erleichterung und Frustration. »Wir haben die ganze Zeit nach dir gesucht. Können wir gehen?« Man merkte dem Mädchen an, dass es nicht besonders erfreut war, seinen Vater zu sehen. »Nein«, erwiderte es nur, drehte sich auf dem Absatz um und ging in Richtung Strand. Ein kleiner Junge trat zu dem Mann. Sein Freund Scott atmete tief durch. »Moment mal, hier kommt der Korb.« Der Polizist trat langsam auf sie zu. Offenbar versuchte er, die Lage abzuschätzen. »Was ist hier los?« erkundigte er sich. »Nichts«, »Officer«, antwortete Scott. »Angeblich gab es eine Schlägerei.« »Nein, Sir?« Mit skeptischer Miene wartete der Polizist auf weitere Ausführungen. Doch Scott und Will schwiegen beide. Inzwischen hatten sich auch die Zuschauer wieder verstreut. Der Beamte schaute sich suchend um, schienen sich versichern zu wollen, dass ihm nichts entging. Plötzlich erhellte sich seine Miene, weil er jemanden erkannt hatte, der hinter Will stand. »Steve, bist du das?«, rief er. Mit schnellen Schritten ging der Polizist auf den Vater des Mädchens zu und unterhielt sich mit ihm. Unter normalen Umständen hätte Ronnie die nächtliche Szene gefallen. In New York sah man nicht viele Sterne wegen der Lichter der Großstadt, aber hier war das völlig anders. Obwohl vom Wasser leichter Dunst aufstieg, konnte man deutlich die Milchstraße erkennen. Und im Süden leuchtete hell die Venus. Die Wellen rauschten und brachen sich in regelmäßigem Rhythmus. Und am Horizont schimmerten, verschwommen die Lampen der Fischerboote. Aber die Umstände waren nicht normal. Sie stand auf der Veranda und blitzte den Polizisten böse an. Sie war so wütend. Sie kochte innerlich. Was gerade passiert war, kam ihr dermaßen übertrieben vor, dass sie es kaum fassen konnte. Ihr erster Gedanke war, ich fahre per Anhalter zum Busbahnhof und da löse ich mir ein Ticket nach New York. Sie würde weder ihren Vater noch ihre Mutter informieren, sondern Kayla anrufen. Wenn sie erst wieder in Manhattan war, würde sie sich ihren nächsten Schritt überlegen. Egal, was passierte, schlimmer als das hier konnte es auf keinen Fall sein. Aber sie kam nicht weg. Es ging nicht. Hinter ihr stand Officer Pete und passte auf, dass sie auch tatsächlich ins Haus ging. Das war doch nicht zu glauben. Wie konnte ihr Dad, ihr eigener Vater, so etwas tun? Sie war fast volljährig. Sie hatte nichts verbrochen und es war noch nicht mal Mitternacht. Wo war das Problem? Warum musste er die ganze Sache so hochspielen? Es war doch alles völlig harmlos. Zuerst hatte Officer Pete so getan, als ginge es ihm nur darum, dass sie alle den Bowers Point räumen sollten, worüber sich die anderen nicht weiter wunderten. Aber dann hatte er sich auf sie gestürzt, ganz speziell auf sie. Ich bringe dich nach Hause, hatte er verkündet. Als wäre sie gerade mal acht Jahre alt. Danke, nicht nötig, hatte sie erwidert. Dann muss ich dich leider festnehmen, wegen Landstreicherei, und dann kann dein Dätig auf dem Revier abholen. In dem Moment begriff sie, dass ihr Vater den Polizisten gebeten hatte, sie nach Hause zu bringen. Und eine Sekunde lang war sie sprachlos, weil sie sich so gedemütigt fühlte. Sie hatte zwar öfter Probleme mit ihrer Mom gehabt und hin und wieder war sie später nach Hause gekommen, als mit ihr vereinbart. Aber ihre Mutter hatte nie die Polizei auf sie gehetzt, kein einziges Mal. Der Beamte holte sie aus ihren Gedanken. Nun, geh ins Haus, forderte er sie auf, und seinen Tonfall gab zu verstehen, falls sie sich weigerte, würde er die Tür für sie öffnen. Aus dem Inneren des Hauses hörte sie leises Klavierspiel. Sie erkannte die Sonate in E. Moll von Edward Krieg. Schließlich holte sie tief Luft, ging hinein und knallte dann demonstrativ die Tür hinter sich zu. Steve hörte auf zu spielen und schaute sie an. »Du hast mir die Bullen auf den Hals gehetzt«, zischte Ronny. Ihr Vater sagte nichts, aber sein Schweigen genügte ihr als Antwort. »Warum tust du so was?«, zeterte sie los. »Wie kannst du nur? Das lass ich mir nicht gefallen.« Er schwieg noch immer. »Was soll das? Willst du verhindern, dass ich mich amüsiere? Vertraust du mir nicht? Hast du noch nicht kapiert, dass ich gar nicht hier sein will?« Jetzt faltete ihr Vater die Hände im Schoß. »Doch.« »Ich weiß, dass du nicht hierher kommen wolltest.« Sie ging einen Schritt auf ihn zu. »Also hast du beschlossen, du machst mir das Leben zur Hölle.« »Ich hasse es hier. Und dich hasse ich auch.« Sie starrte ihn an. Sollte er ruhig protestieren, dann könnte sie ihn noch besser anschreien. Aber er sagte nichts. Wie immer. Sie konnte diese Art von Schwäche nicht ausstehen. In ihrer Wut ging sie zu der Fensternische, packte das Foto, auf dem sie Klavier spielte. Ihr Vater saß neben ihr auf der Bank und schleuderte es quer durchs Zimmer. Das Glas zersplitterte. Ihr Vater zuckte zusammen, schimpfte aber immer noch nicht. »Was soll das? Hast du nichts zu sagen?«, zeterte Ronnie. Steve räusperte sich. »Dein Zimmer ist die erste Tür rechts.« Ronnies Meinung nach hatte diese Auskunft keine Reaktion verdient, also stürmte sie stumm aus dem Raum und den Flur hinunter. Sie war fest entschlossen, nicht mehr mit ihrem Vater zu reden. »Gute Nacht, Schätzchen«, rief er nach. »Ich habe dich sehr lieb.« Einen Augenblick lang, aber nur ganz kurz, bedauerte sie alles, was sie ihm gerade an den Kopf geworfen hatte. Aber dieses Gefühl verflog sofort wieder. Hat er etwa nicht gemerkt, wie wütend sie war? Jetzt fing er wieder mit dem Klavier an und spielte genau an der Stelle weiter, wo er vorhin aufgehört hatte. Das Zimmer war nicht schwer zu finden, weil ja sowieso nur drei Türen vom Gang abgingen. Die erste führte ins Bad, die nächste im Dads Zimmer. Deshalb musste es die dritte sein. Sie machte das Licht an und zog mit einem frustrierten Seufzer das alberne Nemo-T-Shirt über den Kopf. Das war der schlimmste Tag in ihrem ganzen Leben gewesen. Sie wusste natürlich, dass sie ziemlich melodramatisch auf die ganze Situation reagierte. Aber viel Schönes hatte sie heute wirklich nicht erlebt. Das einzig Positive war die Begegnung mit Blaze. Immerhin kannte sie jetzt ein Mädchen, mit dem sie sich verabreden konnte. Das Nemo-T-Shirt warf sie in die Ecke. Sie wollte es nie wiedersehen. Dann begann sie, ihr Konzert-Shirt auszuziehen. »Bevor du weitermachst, ich bin auch hier«, Ronny fuhr herum und entdeckte Jonah. »Raus hier«, brüllte sie. »Was hast du hier verloren? Das ist mein Zimmer.« »Nein, es ist unser Zimmer«, erwiderte Jonah. »Siehst du? Zwei Betten.« »Ich schlafe doch nicht im selben Zimmer wie du«, Jonah legte den Kopf schräg. »Möchtest du lieber bei Dad schlafen?« Ronny wollte etwas sagen, überlegte kurz und schwieg ratlos. Sie stapfte zu ihrem Koffer, öffnete den Reißverschluss und klappte den Koffer auf. Ganz oben auf ihren Sachen lag Anna Karenina. Sie schob den Roman beiseite und kramte nach ihrem Schlafanzug. »Ich bin übrigens Riesenrad gefahren«, erzählte Jonah. »Das war klasse, von so hoch oben runter zu gucken. Deshalb hatte ich Dad gefunden.« »Na super. Es war echt cool. Bist du auch damit gefahren?« »Nein. Hättest du was tun sollen. Ich konnte Bist New York sehen.« »Glaub ich nicht.« »Es stimmt aber. Ich kann sehr weit sehen. Mit meiner Brille natürlich.« »Dad sagt, ich habe Adleraugen.« »Ja, klar.« Jonah schwieg und griff nach dem Teddybären, den er von zu Hause mitgebracht hatte. Es war sein Lieblingsbär, an dem er sich immer festhielt, wenn er nervös war. Ronny durfte nicht so streng mit ihm sein. Manchmal konnte er ganz schön nerven, aber er hatte es noch nie besonders leicht gehabt. Erstens war er drei Monate zu früh auf die Welt gekommen, außerdem hatte er Asthma und schlechte Augen, und seine Bewegungen waren nicht gut koordiniert. »Ich hab's nicht so gemeint«, lenkte sie ein. »Mit deiner Brille hast du wirkliche Adleraugen.« »Ja, jedenfalls sind sie ziemlich gut«, murmelte er. Aber als er sich zur Wand drehte, zuckte sie wieder zusammen. Er war so ein süßer, kleiner Junge. Manchmal eine schreckliche Nervensäge. Aber er meinte es nie böse. Nie. Sie setzte sich zu ihm auf die Bettkante. »Hey«, sagte sie. »Tut mir leid. Ich hab's wirklich nicht so gemeint. Aber für mich war der ganze Abend echt blöd.« »Ich weiß«, sagte Jonah. »Bist du noch mit irgendetwas anderem gefahren?« Dad hat mich auf die meisten Sachen mitgenommen. Ihm ist dabei fast schlecht geworden, aber mir nicht. Und in der Geisterbahn hatte ich überhaupt keine Angst. Ich hab genau gesehen, dass die ganzen Gespenster gar nicht echt sind.« Ronny tätschelte ihn ein bisschen. »Du hast doch eigentlich nie Angst.« »Stimmt«, sagte er. »Aber ich bin trotzdem froh, dass du jetzt heimgekommen bist.« »Ich auch«. Jonah lächelte, dann wurde seine Miene wieder sehr besorgt. »Meinst du, morgen geht es gut?« »Ganz bestimmt«, antwortete Ronny und zupfte seine Bettdecke zurecht. »Und ich weiß, dass sie dich vermisst.« Als am Morgen die Sonne durch das Fenster schien, brauchte Ronny ein paar Sekunden, um zu begreifen, wo sie war. Sie kniff die Augen zusammen und schaute auf ihren Wecker. Acht Uhr morgens. Sie ließ sich wieder ins Kissen fallen und starrte an die Decke. Aber sie konnte nicht mehr einschlafen. Vor allem, weil die Sonne ihre grellen Strahlen ins Zimmer schickte. Und weil ihr Vater schon wieder Klavier spielte. Als sie einfiel, was sich am Abend zuvor abgespielt hatte, stieg sofort wieder die Wut in ihr hoch. Sie stand auf und trat ans Fenster, fuhr aber gleich wieder verdutzt zurück. Auf einem zerrissenen Müllsack hockte ein Waschbär. Die Abfälle lagen überall verstreut, was ekelhaft aussah. Aber der Waschbär war niedlich. Sie klopfte an die Scheibe, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. Erst da bemerkte sie, dass am Fenster Gitterstäbe angebracht waren. Gitterstäbe am Fenster. Eingesperrt. Zähne knirschend drehte sie sich um und marschierte ins Wohnzimmer. Jonah sah sich gerade irgendeine Zeichentricksendung an und aß seine Frühstücksflocken. Dad blickte kurz auf, spielte aber weiter. Ronnie stemmte die Hände in die Hüften und wartete darauf, dass er aufhörte. Er hörte nicht auf. Das Foto, das sie durchs Zimmer geschleudert hatte, stand wieder an seinem Platz auf dem Klavier, allerdings ohne Glas. »Du kannst mich nicht den ganzen Sommer hier einsperren,« sagte sie. »So geht das nicht.« Wieder blickte Dad auf, ohne sein Klavierspiel zu unterbrechen. »Du hast Gitterstäbe am Fenster anbringen lassen. Heißt das, ich bin deine Gefangene?« Steve stüttelte den Kopf. Seine Finger eilten unermüdlich über die Tasten. »Ich habe die Stäbe nicht angebracht. Sie waren schon da, als ich eingezogen bin.« Ronnie vermochte ihren Ärger nicht zu unterdrücken. Ihr Vater spielte die ganze Zeit weiter, ohne eine einzige falsche Note. »Was du gestern Abend gemacht hast, war...« »Und ich werde mich nie wieder an ein Klavier setzen. Und schon gar nicht für dich.« »Okay.« Sie erwartete, dass noch mehr von ihm kommen würde, aber er schwieg. »Ist das alles?«, fragte sie. »Sonst hast du nichts zu sagen?« Er schien zu überlegen, was er sagen könnte. »Möchtest du frühstücken?« »Ich habe Speck gemacht.« »Speck«, wiederholte Ronnie. »Du hast Speck gemacht.« »Auweia!«, murmelte Jonah. »Steve schaute ihn fragend an.« »Sie ist doch Vegetarierin, Dad.« »Stimmt das?« Wieder antwortete Jonah an Ronnys Stelle. »Ja, seit drei Jahren. Aber sie ist sowieso manchmal komisch, deshalb passt es gut.« »Ich sag dir eins«, setzte Ronnie noch einmal an. »Wenn du noch einmal einen Polizisten losschickst, damit er mich nach Hause bringt, dann weigere ich mich nicht nur Klavier zu spielen, sondern rede nie wieder mit dir. Ich habe drei Jahre lang kein Wort mit dir gewechselt. Und mir ist in meinem ganzen Leben noch nie etwas so leicht gefallen wie das.« Mit diesen Worten stapfte sie zurück in ihr Zimmer. Zwanzig Minuten später verließ sie frisch geduscht das Haus. Als sie etwas mühselig durch den Sand trottete, dachte sie als erstes, dass sie Shorts hätte anziehen sollen. Es war jetzt schon heiß und die Luft extrem feucht. Am Strand lagen ziemlich viele Leute auf ihren Handtüchern oder sie spielten in der Brandung. In der Nähe des Piers entdeckte sie ein paar Surfer, die mit ihren Brettern auf die perfekte Welle warteten. Es war kein Jahrmarkt mehr. Die Fahrgeschäfte waren abgebaut worden und die Buden hatte man offenbar bereits abtransportiert. Nur der Müll und die Essensreste lagen noch herum. Als Ronnie weiterging, kam sie durch das kleine Einkaufsviertel der Stadt. Keines der Geschäfte war geöffnet. War es noch zu früh? Aber in die meisten Läden hätte sie sowieso nie einen Fuß gesetzt. Strandboutiken für Touristen. Zwei Kleidergeschäfte, die sich auf Röcke und Blusen spezialisiert hatten, die ihre Mutter vielleicht anziehen würde. Ein Burger King und ein McDonalds, die Ronnie beide aus Prinzip boykottierte. Das einzig einigermaßen Interessante waren ein Surfshop und ein Musikgeschäft sowie ein altmodischer Diner, in dem man mit Freunden herumsitzen und sich unterhalten konnte, falls man Freunde hatte. Sie ging zurück an den Strand und rannte die Düne hinunter. Es war ein herrlicher Tag, eine leichte Brise wehte. Der Himmel war wolkenlos und tiefblau. »Na? Bist du gut nach Hause gekommen? Oder hat der Kopf dich angebaggert?« Ronnie drehte sich um. Blaze saß in der Düne und zwinkerte ihr zu. Weil sie so in Gedanken versunken war, hatte Ronnie sie gar nicht bemerkt. »Nein, er hat mich nicht angebaggert.« »Aber du hast ihn angebaggert.« Ronnie verschränkte die Arme vor der Brust. »Sonst noch was?« Blaze zuckte die Achseln und grinste so frech, dass Ronnie lachen musste. »Und? Was ist noch passiert, nachdem ich weg war? Irgendwas Aufregendes?« »Nein. Die drei Jungs sind weggegangen, keine Ahnung wohin. Ich selbst habe einfach am Bowers Point übernachtet.« »Du bist gar nicht nach Hause gegangen?« »Nein.« Blaze stand auf und klopfte sich den Sand aus den Jeans. »Hast du Geld dabei?« »Wieso fragst du?« Blaze straffte den Rücken. »Ich habe seit gestern Morgen nichts mehr gegessen und jetzt habe ich ziemlichen Hunger.« Will stand in seinem Overroll in dem Schacht unter dem Ford Explorer und schaute zu, wie das Öl ablief. Er gab sich Mühe, Scotts Gerede auszublenden, aber das war leichter gesagt als getan. Seit sie heute Morgen mit der Arbeit angefangen hatten, redete Scott pausenlos über den gestrigen Abend. »Weißt du, du siehst das völlig falsch«, sagte er. Er versuchte eine neue Taktik. »Es ist ein riesiger Unterschied, ob man etwas zusammen macht oder ob man wieder zusammenkommt.« »Hatten wir das Thema nicht schon abgehakt?« »Ich weiß nicht, warum du immer wieder mit Ashley anfängst.« »Weil ich dein Freund bin.« »Und weil ich will, dass es dir gut geht.« »Ich möchte, dass du schöne Sommerferien hast.« »Und ich möchte, dass ich schöne Sommerferien habe.« »Schöne Ferien mit Cassie.« »Dann verabrede dich mit ihr.« »Wenn das mal so leicht wäre.« »Gestern Abend habe ich ja vorgeschlagen, dass wir noch gemeinsam weggehen.« »Aber Ashley war dann dermaßen durcheinander,« »dass Cassie sie nicht allein lassen wollte.« »Tut mir echt leid, dass es nicht geklappt hat.« Inzwischen war das ganze Öl abgelassen. Will nahm den Kanister und ging die Treppe hinauf, während Scott unten blieb, um die Verschlussschraube wieder anzubringen und um das Altöl in den Recyclingbehälter zu kippen. Als Will den neuen Kanister öffnete und den Trichter einführte, schaute er zu Scott hinunter und fragte, »Hey, hast du eigentlich das Mädchen gesehen, das die Schlägerei verhindert hat?« Das den kleinen Jungen getröstet hat, der seine Mutter suchte. Es dauerte einen Augenblick, bis Scott begriff, von wem Will sprach. »Du meinst das Vampirmädchen mit dem Nemo-T-Shirt? Sie interessiert mich irgendwie.« Will wusste selbst nicht recht, was er von diesem Mädchen halten sollte. Er kannte es ja gar nicht. Klar, die Kleine war hübsch, das war ihm gleich aufgefallen, aber am Strand gab es massenhaft hübsche Mädchen. Dass sie ihn nicht losließ, lag auch nicht daran, dass sie die Schlägerei verhindert hatte. Nein, er musste immer wieder daran denken, wie sie den kleinen Jungen getröstet hatte. Unter ihrem rebellischen Äußeren hatte Will eine verblüffende Zärtlichkeit gesehen, und dieser Widerspruch machte ihn neugierig. Und sie war ganz anders als Ashley. Seine Ex-Freundin war sehr oberflächlich, auch wenn Scott das nicht glauben wollte. Obwohl in der Werkstatt viel Betrieb war, dachte er viel öfter an das unbekannte Mädchen, als er erwartet hätte. Nicht die ganze Zeit, aber oft genug, um sich über eins klar zu werden. Er wollte sie auf jeden Fall näher kennenlernen. Wann und wie würde er sie wiedersehen?« Blaise ging mit ihr zu dem Diner, der Ronnie bei ihrem Spaziergang durch das Einkaufsviertel schon positiv aufgefallen war. Und er hatte tatsächlich einen gewissen Charme. Eine altmodische Theke mit Hockern, der Fußboden schwarz-weiß gefließt und Nischen mit roten Plastiksitzen, die schon leichte Risse hatten. Blaise bestellte sich einen Cheeseburger, ein Schokoladenshake und Pommes. Ronnie nahm nur eine Limo. Sie hatte Hunger, aber sie wusste nicht, welches Öl hier verwendet wurde. Auch sonst schien das keiner zu wissen. Es war nicht immer leicht, Vegetarierin zu sein. Und in manchen Situationen hätte sie am liebsten damit aufgehört. Zum Beispiel, wenn ihr der Magen knurrte. Zum Beispiel jetzt. Blaise schien ganz zufrieden zu sein. Nachdem sie bestellt hatte, lehnte sie sich seufzend zurück. »Und wie findest du's hier?«, fragte sie. »Schön. Mal was anderes.« Blaise grinste. »Was ist gestern Abend noch passiert?« »Bist du eigentlich berühmt oder was?« »Wieso fragst du?« »Weil die Polizei gekommen ist und weil sich der Beamte gleich auf dich gestürzt hat.« Ronny zog eine Grimasse. »Ich glaube, mein Dad hat ihm gesagt, er soll mich suchen. An dir klebt echt Pech, du Pechvogel.« Ronny lachte. »Wie findest du Marcus?«, wollte sie wissen. »Ich hab mich gar nicht richtig mit ihm unterhalten. Wieso?« Blaise schien sich ihre Antwort genau zu überlegen. »Marcus konnte mich nie leiden«, begann sie. »Als wir noch jünger waren, meine ich. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich ihn besonders toll fand. Er war immer ziemlich gemein zu den anderen.« Aber vor zwei Jahren hat sich plötzlich alles verändert. Und als ich ganz dringend jemanden gebraucht habe, war er für mich da. »Und?« »Ich wollte nur, dass du Bescheid weißt.« »Sehr gut«, sagte Ronny. In dem Moment kam die Bedienung mit den Bestellungen, die sie mit großer Geste servierte. Blaise beugte sich über den Tisch. »Was ist das Schlimmste, was du je in deinem Leben getan hast?« »Wie bitte?« »Ich meine es ernst.« »Ich stelle diese Fragen allen Leuten. Ich finde sie interessant.« »Okay«, erwiderte Ronny. »Was ist das Schlimmste, was du je getan hast?« »Das ist einfach.« »Als ich klein war, hatten wir eine Nachbarin, Mrs. Banderson. Nicht besonders nett, aber eine Hexe war sie auch nicht. Für sie war das Allerwichtigste ihr Garten und die Rasen.« »Solche Frauen kennst du sicher auch.« »Einmal hat sie im Frühling lauter Blumen in ihrem Garten gepflanzt. Auf der anderen Straßenseite wohnte ein Junge, der hieß Billy, und der konnte Mrs. Banderson auch nicht besonders gut leiden.« »Irgendwann haben wir in dem Schuppen bei ihm zu Hause herumgestöbert und eine riesige Spraydose mit Unkrautbekämpfungsmittel gefunden.« Als es dunkel wurde, haben Willie und ich uns in ihren Garten geschlichen und die neuen Blumen angesprüht. Es hat ein paar Tage gedauert, bis das Mittel wirkte und sie schließlich gemerkt hat, dass ihre schönen neuen Blumen alle miteinander anfingen zu welken. »Zuerst haben Billy und ich darüber gelacht. Aber dann habe ich gesehen, dass Mrs. Banderson schon morgens vor der Schule im Garten war, weil sie herausfinden wollte, was nicht stimmte. Und sie war immer noch draußen, als ich aus der Schule heimgekommen bin. Und am Ende der Woche waren alle ihre Blumen futsch.« »Das ist ja schrecklich«, sagte Ronnie, musste aber trotzdem kichern. »Ich weiß, und ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen deswegen. Die Aktion gehört zu den Sachen, die ich gerne rückgängig machen würde.« »Wie gesagt, das ist das Schlimmste, was ich hier getan habe. Jetzt bist du dran.« Ronnie überlegte. »Ich habe drei Jahre lang nicht mit meinem Dad geredet. Das weiß ich doch schon. Und so furchtbar ist das gar nicht. Ich versuche auch immer nicht, mit meinem Dad zu reden. Und meine Mom hat die meiste Zeit keine Ahnung, wo ich bin.« Ronnie wandte den Blick ab. »Früher habe ich geklaut«, begann sie etwas beklommen. »Öfter. In Läden. Nie was Großes. Ich fand den Kitzel der Gefahr irgendwie spannend.« »Du hast früher geklaut?« »Ja. Jetzt klaue ich nicht mehr. Ich bin erwischt worden, sogar zweimal. Aber das zweite Mal war es echt ein Versehen. Ich musste vor Gericht erscheinen, aber die Anklage wurde ein Jahr verschoben. Das heißt, wenn ich nicht noch mal was anstelle, dann wird sie fallen gelassen.« Blaze ließ ihren Cheeseburger sinken. »Das war's?« »Das ist das Schlimmste, was du je getan hast?« »Ja. Ich habe nie irgendwelche Blumen abgemurkst, falls du das meinst. Ich habe auch nie absichtlich etwas kaputt gemacht.« »Hast du nie deinen Bruder mit dem Kopf voran ins Klo gesteckt oder das Auto zerkratzt oder die Katze rasiert oder so was?« Ronny lächelte. »Nein. Du bist wahrscheinlich die langweiligste Jugendliche auf der ganzen Welt.« Jetzt musste Ronny wieder lachen. Dann trank sie einen Schluck und schaute Blaze an. »Darf ich dir eine Frage stellen?« »Schieß los.« »Warum bist du die ganze Nacht nicht nach Hause gegangen?« »Ich hatte keine Lust.« »Und deine Mom? Wird sie nicht wütend?« »Vermutlich schon.« In dem Moment ging die Tür des Diners auf. Marcus, Teddy und Lance kamen herein. Sie näherten sich ihrer Nische. Marcus trug ein T-Shirt mit Totenkopf und an der Gürtelschnalle seiner Jeans hing eine Metallkette. Blaze rückte zur Seite, aber seltsamerweise setzte sich Teddy zu ihr, während sich Marcus neben Ronny quetschte und Lance vom Nachbartisch einen Stuhl holte. Wie selbstverständlich bediente sich Marcus an Blazes Teller und auch seine Freunde nahmen sich ohne zu fragen ein paar Fritten. »Hey, die Pommes sind für Blaze«, rief Ronny. »Ihr könnt euch doch selbst was bestellen.« Marcus blickte von einem zum anderen. »Ach, echt?« »Ist schon okay«, sagte Blaze und schob ihm ihren Teller hin. »Ehrlich, ich schaffe sowieso nicht alles.« Marcus nahm das Ketchup. »Und worüber habt ihr zwar euch gerade unterhalten?« »Ach, nichts«, antwortete Blaze. »Lass mich raten. Sie hat dir von dem sexy Freund ihrer Mutter erzählt und von ihren Trapez-Akten spät in der Nacht.« Blaze rutschte unruhig auf der Bank hin und her. »Spar dir deine Geschmacklosigkeiten.« Marcus musterte Ronny dreist. »Meinetwegen«, er grinste unverschämt. Blaze trank von ihrem Shake und Marcus biss jetzt kräftig in ihren Cheeseburger. Teddy und Lance bedienten sich wieder bei den Fritten und nach ein paar Minuten hatten die drei so ziemlich alles verdrückt, was auf Blaze Teller lag. Ronny ärgerte sich, dass Blaze nichts sagte. Wieso wehrte sie sich nicht? Eigentlich wusste Ronny die Antwort auf diese Frage. Blaze wollte auf keinen Fall, dass Marcus sauer auf sie wurde und deshalb ließ sie ihm alles durchgehen. Sie kannte dieses Muster. Kayla tat auch immer super tough, aber im Umgang mit Jungs benahm sie sich genauso nachgiebig wie Blaze. Und die Jungs behandelten sie in der Regel wie Dreck. Dann fragte er Ronny, »Was hast du heute Abend vor?« Ronny setzte sich anders hin. Sie fühlte sich nicht wohl in ihrer Rolle, aber alle Blaze eingeschlossen schienen auf ihre Antwort zu warten. »Wieso?« »Wir treffen uns wieder am Bowers Point. Nicht nur wir, noch ein paar andere.« »Ich möchte, dass du auch kommst, aber diesmal ohne die Polizei.« Blaze starrte auf die Tischplatte. Als Ronny nicht antwortete, stand Marcus auf und ging zur Tür, ohne sich noch einmal umzudrehen. »Hey, Dad!« rief Jonah. Er stand hinter dem Flügel, während Steve schon die Spaghetti-Telle auf den Tisch stellte. »Ist das ein Foto von dir mit Oma und Opa?« »Ja?« »Das sind meine Eltern.« Jonah studierte das Foto ganz genau. »Ich glaube, du siehst so ähnlich aus wie Grandpa.« Steve wusste nicht recht, was er dazu sagen sollte. »Ein bisschen vielleicht.« »Vermisst du ihn?« »Er war mein Vater, was denkst du?« »Ich würde dich jedenfalls vermissen.« Mit diesen Worten kam Jonah an den Tisch. Es war ein schöner Tag gewesen, fand Steve. Ereignislos, aber angenehm. Den Vormittag über hatten sie sich in der Werkstatt aufgehalten, und er hatte Jonah beigebracht, wie man Glas schneidet. Dann hatten sie auf der Veranda Sandwiches gegessen und am späteren Nachmittag am Strand Muscheln gesammelt. Und Steve hatte seinem Sohn versprochen, mit ihm einen Strandspaziergang zu machen, sobald es dunkel wurde, damit sie mit ihren Taschenlampen hunderte von Spinnenkrabben beobachten konnten, die dann aus ihren Sandhöhlen kamen. »Meinst du, Ronnie kommt bald nach Hause?« »Hoffentlich.« »Bringt der Polizist sie wieder heim?« Steve schaute aus dem Fenster. Es fing schon an zu dämmern, und das Meer wurde undurchsichtig. »Nein,« antwortete er, »heute nicht.« Nach dem Strandspaziergang ging Jonah unter die Dusche und kletterte dann schnell in sein Bett. Steve deckte ihn gut zu und küsste ihn auf die Wange. »Gute Nacht, Jonah. Ich habe dich sehr lieb.« »Ich dich auch, Dad.« Steve erhob sich und ging zur Tür. »Dad?« Steve drehte sich um. »Ja?« »Hat dein Vater mit dir auch Spinnenkrabben angeschaut?« »Nein.« »Warum nicht? Das war supercool.« »Mein Vater hat so etwas nicht gern gemacht.« »Wie war er?« Steve überlegte. »Er war kompliziert«, sagte er schließlich. »Als er später am Flügel saß, dachte er an den Nachmittag vor sechs Jahren.« »Sie waren in einem Zimmer im dritten Stock des Krankenhauses.« »Die Wangen seines Vaters waren eingesunken, und die Haut wirkte durchsichtig, und sein Atem roch nach Verfall.« »Lauter Zeichen dafür, dass der Krebs seinen endgültigen Siegeszug angetreten hatte.« »Damals hatte er zum ersten Mal in seinem Leben die Hand seines Dads gehalten und ihm gesagt, er wisse, dass er als Vater sein Bestes getan habe.« »Der Macher ihm keinerlei Vorwürfe.« »Aber das Allerwichtigste sei, dass er ihn sehr lieb habe.« »Sein Vater wandte sich ihm zu, der Blick fokussiert, und trotz der hohen Morphiumdosen schien sein Kopf absolut klar zu sein.« »Er schaute seinen Sohn lange an, dann entzog er ihm seine Hand.« »Du klingst wie eine Frau, wenn du so redest.« Steve wuchs in einem weißen Haus im Ranch-Stil auf, in einem Viertel mit lauter ähnlichen weißen Häusern, auf der landzugewandten Seite der Insel. Sein Dad war Schreiner, aber er konnte so ziemlich alles auf der Welt reparieren. Seine Eltern stritten sich nie und gingen Konflikten größtenteils aus dem Weg. Sie schienen die Anwesenheit des anderen durchaus zu genießen, aber er konnte sich nicht erinnern, dass er je gesehen hätte, wie seine Eltern sich küssten. Sein Vater hatte in seinem Leben eine große Leidenschaft, und das war Pokern. An vielen Abenden ging er in einer der Logen, um zu spielen. Das Spiel faszinierte ihn. Wenn er über das Spiel sprach, beschrieb er es immer wie eine exakte Wissenschaft. »Das Geheimnis ist, man muss wissen, wie man lügt,« sagte er immer. »Und man muss wissen, wann einen jemand anlügt.« Mit der Zeit begriff Steve, dass sein Vater wusste, wie man lügt. Im Anschluss an sein Examen zog Steve nach New York und fuhr nur selten nach Hause, um seine Eltern zu besuchen. Das erste Mal hatte er sie zwei Jahre lang nicht gesehen, und als er zur Tür hereinkam, umarmte seine Mutter ihn herzlich und küßte ihn auf die Wange. Sein Vater gab ihm die Hand und brummte, »Deine Mutter hat dich vermisst.« Es gab Apfelkuchen und Kaffee. Danach erhob sich sein Vater und griff nach seinem Jackett und den Autoschlüsseln. Es war Dienstag, was bedeutete, dass er zum Pokern ging. »Nein, nicht heute Abend,« flähte seine Mom. »Steve ist doch gerade erst nach Hause gekommen.« Sein Dad legte die Jacke über den Arm. »Willst du mitkommen?« »Ja, klar,« Steve trommelte mit den Fingern auf dem Tisch. »Warum nicht? Das macht sicher Spaß.« Nach einer kurzen Pause zuckten die Mundwinkel seines Vaters ein wenig, und seine Lippen verzogen sich zu einem schmalen Lächeln. Hätte er am Pokertisch gesessen, hätte er bestimmt nicht so viel Preis gegeben. Davon war Steve überzeugt. »Du lügst,« sagte er. Ein paar Jahre später starb Steves Mutter ganz plötzlich. In ihrem Gehirn platzte eine Ader. Steve dachte oft an ihre unermüdliche Freundlichkeit, auch später, während er bei seinem Vater im Krankenhaus saß. Von seinem Platz am Klavier hörte Steve, dass sich ein Auto näherte. Einen Moment lang dachte er, dass Ronnie vielleicht jemanden gefunden hatte, der sie mit dem Wagen nach Hause brachte. Doch das Motorengeräusch entfernte sich wieder. Und weit und breit keine Ronnie. Es war schon nach Mitternacht. Sollte er sie suchen gehen? Vor ein paar Jahren, in der Zeit, bevor Ronnie aufgehört hatte, mit ihm zu reden, waren er und Kim zur Eheberatung gegangen. Steve erinnerte sich noch gut daran, wie er neben Kim auf der Couch saß, ihnen gegenüber eine schmale Frau mit der 30, die graue Flanellhosen trug und gern die Fingerspitzen gegeneinander presste. Er fühlte sich nicht wohl. Die Beratung war Kims Idee und sie war schon allein hier gewesen. Es war ihre erste gemeinsame Sitzung und gleich am Anfang hatte Kim der Paartherapeutin erklärt, dass Steve seine Gefühle in sich hineinfresse, aber das sei nicht seine Schuld. Seine Eltern seien beide sehr verschlossen gewesen. In seiner Familie habe man nicht über Probleme gesprochen. Die Musik habe er als eine Art Fluchtmöglichkeit gewählt, fügte sie noch hinzu. Und erst durch das Klavierspielen habe er gelernt, überhaupt Gefühle zu entwickeln. Um ein Uhr in der Nacht trat Steve hinaus auf die hintere Veranda. Es war nicht mehr so dunkel wie vorher, der Mond verbreitete sein mildes Licht, sodass man den Strand gut sehen konnte. Es war jetzt 16 Stunden her, dass sich Ronnie verabschiedet hatte. Steve machte sich Sorgen, ängstigte sich aber noch nicht. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich darauf zu verlassen, dass seine Tochter klug und vorsichtig genug war, um auf sich aufzupassen. Naja, ein bisschen ängstigte er sich vielleicht doch. Und obwohl er es nicht wollte, fragte er sich, ob sie morgen wieder so verschwinden würde wie heute und ob es jeden Tag so weitergehen würde den ganzen Sommer. Bei Jonah kam es ihm vor, als hätte er einen wunderbaren Schatz entdeckt. Jonah war gern mit ihm zusammen. Unruhig ging er wieder zurück ins Haus. Als er sich an den Flügel setzte, war es wieder da, dieses Gefühl, das er bei der Paartherapeutin auf der Couch hatte. Er fühlte sich leer. Eine Weile lang hatte eine größere Gruppe von Leuten am Bowers Point zusammengesessen, aber nach und nach hatten sie sich verabschiedet, einer nach dem anderen, bis nur noch die fünf üblichen zurückblieben. Es war schon spät, nicht nach New Yorker Maßstäben, aber wenn sie daran dachte, wann sie heute Morgen aufgestanden war, fiel ihr auf, dass es ein sehr langer Tag gewesen war. Sie wurde allmählich müde. Ronnie stand allein am Wasserrand. Hinter ihr saßen Teddy und Lance am Feuer, rauchten, tranken und warfen sich hin und wieder an den Feuerwall zu. Blaze konnte nur noch lallen und klammerte sich an Marcus. Ronnie konnte Marcus nicht leiden. Sie traute ihm einfach nicht. Je länger sie ihn kannte, desto unheimlicher wurde er ihr. Teddy und Lance fand sie auch nicht besonders sympathisch, aber Marcus? Bei ihm hatte sie das Gefühl, dass er sich nur einigermaßen gut benahm, um die Leute besser manipulieren zu können, als wäre das ganze Leben ein Spiel. Die Beziehung zwischen Blaze und Marcus gefiel ihr überhaupt nicht. Dieser Typ tat Blaze nicht gut. Doch wieso merkte ihre neue Freundin das nicht? Vielleicht konnte sie ja morgen am Strand das Thema mal beiläufig ansprechen. »Sind wir dir zu langweilig?« Sie drehte sich um. Hinter ihr stand Marcus. Er hatte einen Feuerball dabei, den er jetzt über seinen Handrücken rollen ließ. »Ich wollte nur mal ans Wasser.« »Soll ich dir ein Bier bringen?« An der Art, wie er fragte, merkte Ronnie, dass er längst wusste, was sie antworten würde. »Ich trinke keinen Alkohol.« »Warum nicht?« »Weil sich die Leute so idiotisch benehmen, wenn sie trinken, hätte sie sagen können.« »Einfach so.« »Weil du gern Nein sagst?« fragte er mit spöttischem Unterton. »Wenn du meinst.« Ohne Vorwarnung legte Marcus Ronnie den Arm um die Taille und zog sie an sich. »Komm, wir machen einen kleinen Strandspaziergang.« »Nein!« fauchte sie ihn an. »Ich habe keine Lust und lass mich gefälligst los.« Er nahm seine Hand nicht weg. Ronnie merkte, dass er dieses Spiel genoss. »Machst du dir Sorgen wegen Blaze?« »Ich will das nicht.« »Kapiert?« »Blaze ist das völlig egal.« Sie wich einen Schritt zurück. »Aber mir ist es nicht egal,« entgegnete sie. »Und ich muss jetzt sowieso gehen.« Er fixierte sie. »Gut, dann geh doch,« zischte er. Und nach einer kurzen Pause fügte er mit lauter Stimme hinzu, sodass die anderen ihn hören konnten. »Nein, ich bleibe lieber hier, aber danke für den Vorschlag.« Ronnie war zu schockiert, um etwas zu erwidern. Stattdessen lief sie einfach los. Sie wusste genau, dass Blaze ihr nachschaute, aber sie konnte nur noch einen Gedanken denken. Nichts wie weg von ihr. Zu Hause spielte ihr Vater noch Klavier. Als Ronnie hereinkam, wanderte sein Blick sofort zur Uhr. Nach dem unangenehmen Erlebnis mit Marcus war sie nicht in der Stimmung, mit ihm zu reden, also ging sie wortlos durch den Flur. Aber er musste irgendetwas bemerkt haben, denn er rief hinter ihr her. »Ist alles okay?« Sie ging rasch zurück. »Ja, alles bestens.« »Ehrlich?« »Ich möchte nicht darüber reden.« Er musterte sie kurz, dann sagte er. »Okay.« »Sonst noch was?« »Es ist schon fast zwei.« »Und?« Er beugte sich über die Tasten. »Im Kühlschrank sind doch Nudeln, falls du Hunger hast.« Ronnie musste gestehen, dass sein Verhalten sie wunderte. Keine Moralpredigt, keine Verhaltensmaßregeln. Ziemlich genau das Gegenteil von Moms Methoden. Kopfschüttelnd ging sie in ihr Zimmer. Gab es in dieser Stadt überhaupt irgendjemanden, der sich normal benahm? Sie vergaß, das Fenster mit einem Laken zu verhängen, und die Sonne strahlte ins Zimmer, nachdem sie weniger als sechs Stunden geschlafen hatte. Knurrend drehte sie sich auf die andere Seite und legte sich das Kissen auf den Kopf. Dann fiel ihr ein, was am Tag zuvor am Strand passiert war. Sie setzte sich auf. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Ihr erster Gedanke war, sie hätte etwas erwidern sollen, als sie am Schluss diese bescheuerte Bemerkung gemacht hatte. Wahrscheinlich war es das Blödeste gewesen, was sie tun konnte, einfach wortlos wegzugehen. Sie musste dringend mit Blaze reden. Mit einem Seufzer stand sie auf und tappte ins Bad. Sie duschte rasch, zog einen Badeanzug unter ihre Klamotten, stopfte Handtuch und Sonnencreme in eine Strandtasche. Als sie fertig war, hörte sie ihren Vater im Klavier. Schon wieder. Selbst zu Hause in Manhattan hatte er nicht so viel geübt. Sie horchte und merkte, dass er eines der Stücke spielte, mit denen sie in der Carnegie Hall aufgetreten war. Sie musste Blaze finden und ihr erklären, was sich tatsächlich abgespielt hatte. Als Ronnie den Flur entlang ging, war das Stück gerade zu Ende, aber ihr Dad spielte weiter, noch eine Sonate aus ihrem Carnegie Hall Programm. Sie wollte sich gerade auf den Weg zur Haustür machen, als Jonah aus der Küche kam. »Habe ich dir nicht gesagt, du sollst etwas holen, was gut für dich ist?« werte Ronnie ihren Vater fragen. »Aber das ist doch gut für mich. Hier ist Zucker drin.« Jonah machte ein todernstes Gesicht. »Und ich brauche sehr viel Energie, Dad.« Ronnie durchquerte mit schnellen Schritten das Wohnzimmer, in der Hoffnung, dass sie zur Tür hinaus war, ehe ihr Vater sie ansprechen konnte. »Ronnie!« Das war ihr Vater. Er hörte sogar auf zu spiegeln. »Können wir kurz über gestern Abend reden?« »Ich habe jetzt echt keine Zeit«, entgegnete sie und schob wieder ihre Tasche nach oben. »Ich wollte nur wissen, wo du den ganzen Tag über warst. Ich muss jetzt los und was erledigen, okay?« Jonah deutete auf die Tür. »Was musst du erledigen?« »Wohin gehst du?« »Geht dich nichts an.« »Wie lange bleibst du weg?« »Weiß ich nicht«, sagte sie und verdrehte genervt die Augen. »Ich muss los.« Ihr Dad fing wieder an, Klavier zu spielen. Ihr drittes Stück von der Carnegie Hall. »Wir lassen nämlich später Drachen fliegen. Ich und Dad heißt das.« Ronnie reagierte nicht auf diese Mitteilung. Stattdessen schnauzte sie ihren Vater an. »Kannst du endlich damit aufhören?« Abrupt ließ er die Hände sinken. »Wie bitte?« »Diese Musik. Ich weiß doch genau, was du erreichen willst. Aber ich habe dir schon klar und deutlich gesagt, dass ich nicht spiele.« »Und ich glaube es dir.« »Wieso sitzt du immer, wenn ich dich sehe an deinem Flügel und haust in die Tasten?« Ihr Dad wirkte echt verwirrt. »Mit dir hat das überhaupt nichts zu tun?« stammelte er. »Ich fühle mich dann einfach besser.« »Und mir wird kotzübel davon. Kapierst du das nicht? Ich hasse das Klavier. Ich bin sauer, dass ich auch nur einen einzigen Tag in meinem Leben Klavier spielen musste. Ich kann es nicht ausstehen, dass ich das verdammte Ding hier dauernd sehen muss.« Ehe ihr Vater etwas erwidern konnte, stürmte sie zur Tür hinaus. Es dauerte fast zwei Stunden, bis sie Blaze endlich fand. Sie war in dem Musikgeschäft, das sie gestern gemeinsam besucht hatten. Es lag ein paar hundert Meter vom Pier entfernt. Außer CDs gab es hier auch richtige Vinyl-Schallplatten, Sammlerstücke. Zum Beispiel ein ungeöffnetes Exemplar von Abbey Road und eine ganze Menge alter Fünfundvierziger, die einfach an der Wand hingen, mit Autogrammen von Leuten wie Elvis Presley, Bob Marley und Richie Valance. Ronny staunte, dass diese Platten nicht in einem Safe lagen. Sie waren doch bestimmt unglaublich wertvoll. Der Typ, der den Laden führte, hatte lange, graue Haare und frisierte sie zu einem Pferdeschwanz, der ihm bis zur Talie ging. Seine Brille sah aus, als hätte er sie sich von John Lennon geliehen. Als Ronny durch das Schaufenster spähte, sah sie Blaze ganz hinten stehen. Sie hielt sich einen Kopfhörer ans Ohr und klopfte mit der anderen Hand den Rhythmus. Ronny atmete tief durch und trat ein. Als sie den Gang mit CDs entlangging, merkte sie schon, dass Blaze sie erwartete. Sie wandte sich um und drehte die Lautstärke in ihrem Kopfhörer runter, allerdings ohne ihn vom Ohr zu nehmen. Ronny konnte die Musik trotzdem hören. Es war etwas Lautes, Aggressives, was sie nicht kannte. Blaze sammelte die CDs ein. »Ich dachte, wir sind Freundinnen,« sagte sie. »Sind wir auch,« erwiderte Ronny. »Und ich habe dich schon überall gesucht, weil ich nicht will, dass du wegen gestern Abend was Falsches denkst.« »Mit eisiger Miene,« sagte Blaze, »du meinst, weil du Marcus gefragt hast, ob er mit dir einen Strandspaziergang macht.« »Es war doch alles ganz anders,« rief Ronny flehend. »Der Vorschlag kam nicht von mir. Ich weiß wirklich nicht, was für ein Spiel er spielt.« »Was für ein Spiel er spielt?« »Er?« Blaze schleuderte den Kopfhörer weg. »Ich habe doch genau gesehen, wie du ihn die ganze Zeit angehimmelt hast. Und ich habe gehört, was du gesagt hast. Aber ich habe nichts gesagt. Du hast versucht, ihn zu küssen. Was redest du für ein Quatsch? Ich habe überhaupt nicht versucht, ihn zu küssen.« Blaze ging einen Schritt auf sie zu. »Marcus hat es mir erzählt.« »Dann hat er gelogen.« Ronny wich nicht zurück. »Ich würde ihn nie küssen.« »Ich kann ihn doch gar nicht leiden.« »Der einzige Grund, weshalb ich gestern mitgekommen bin, warst du.« »Weil du darauf bestanden hast, dass wir hingehen.« Eine Weile lang sagte Blaze nichts, und Ronny hoffte schon, dass sie endlich begriffen hatte. »Meinetwegen«, sagte Blaze schnäppisch. Und selbst wenn Ronny nicht gewusst hätte, was sie damit sagen wollte, der Tonfall wäre unmissverständlich gewesen. Blaze drängte sich an ihr vorbei, schubste sie weg und lief zur Tür. Durchs Schaufenster sah sie Blaze davonstürmen. Tja, so viel zu ihrem Versuch, die Situation zu retten. Sie wusste nicht weiter. An den Strand wollte sie jetzt nicht mehr, aber nach Hause konnte sie auch nicht. Sie hatte kein Auto, und sie kannte hier keine Menschenseele. Das bedeutete... Ja, was bedeutete das? Als sie den Laden verließ, wurde sie aus ihren Grübeleien geholt, weil plötzlich der Alarm losging. Und schon kam der Mann mit dem Pferdeschwanz auf sie zugerannt. Sie versuchte nicht wegzulaufen, weil sie ja wusste, dass sie nichts verbrochen hatte. Als der Pferdeschwanstyp ihre Tasche sehen wollte, zögerte sie keine Sekunde. Warum sollte sie ihm nicht ihre Tasche zeigen? Es musste sich um ein Irrtum handeln. Doch dann holte der Mann zwei CDs und ein halbes Dutzend signierte 45er-Platten heraus. In dem Moment begriff sie, dass Blaze ganz bewusst hier auf sie gewartet hatte. Die CDs waren diejenigen, die sie in der Hand hatte, und auch die 45er hatte sie von der Wand genommen. Ronnie war schockiert. Ihre Freundin hatte das die ganze Zeit geplant. Plötzlich wurde ihr schwindelig, und sie hörte kaum, wie der Mann ihr mitteilte, die Polizei sei bereits unterwegs. Nachdem Steve das notwendige Material gekauft hatte, vor allem Kanthölzer und Sperrholzplatten, verbrachten er und Jonah den Vormittag damit, die Nische abzutrennen. Besonders schön sah es leider nicht aus. Steves Vater wäre entsetzt gewesen, aber es musste genügen. Der Bungalow wurde ja sowieso demnächst abgerissen. Ohne Haus war das Grundstück mehr wert. Rechts und links erhoben sich dreistöckige Villen, und Steve war sicher, dass einige seiner Nachbarn das Häuschen als Störfaktor betrachteten, der den Preis ihrer eigenen Immobilie erminderte. Steve schlug einen Nagel in die Sperrholzwand, hängte das Foto von Ronnie und Jonah daran und trat einen Schritt zurück, um sein Werk zu begutachten. »Na, was sagst du?«, fragte er Jonah. Sein Sohn rümpfte die Nase. »Sieht aus wie ein hässlicher Schuppen, an dem wir ein Bild gehängt haben. Und außerdem kannst du jetzt gar nicht mehr Klavier spielen.« »Ich weiß. Und ich kapiere immer noch nicht, warum du die Wand überhaupt haben willst.« Ronnie sagt, sie möchte den Flügel nicht sehen. »Und?« »Ich kann ihn nirgends hinschieben, also muss ich stattdessen eine Wand einziehen. Jetzt braucht sie nicht mehr zu sehen.« »Ach so«, Jonah nickte bedächtig. »Weißt du, ich mache echt nicht gern Hausaufgaben. Es gefällt mir auch nicht, wenn die Hefte und Bücher auf meinem Schreibtisch liegen. Du hast doch jetzt Ferien und musst keine Hausaufgaben machen. Vielleicht kann ich um den Schreibtisch in meinem Zimmer zu Hause noch eine Wand ziehen.« Steve unterdrückte ein Grinsen. »Das musst du mit deiner Mutter besprechen.« »Kannst du das nicht übernehmen?« »Das Wohnzimmer ist jetzt viel kleiner«, bemerkte Jonah. »Ich weiß.« »Und die Wand ist echt schief.« »Ich weiß.« »Und sie passt nicht zu den anderen Wänden.« »Worauf willst du hinaus?« Mit ernster Miene antwortete Jonah. »Ich möchte nur sicher sein, dass du nicht verrückt geworden bist.« Es war das perfekte Wetter, um Drachen steigen zu lassen. Steve saß auf einer Düne hinter dem Haus und schaute zu, wie der Drachen im Zickzack über den Himmel sauste. Jonah rannte. Jonah rannte den Strand hinauf und hinunter, wie immer voller Energie. Stolz erfüllt beobachtete ihn Steve. Jonah rannte hin und her, was gar nicht nötig gewesen wäre. Steve wusste, die frische Brise reichte vollkommen aus, um den Drachen in der Luft zu halten. Da entdeckte er Spuren im Sand. Feine Linien, die er schon als Kind oft gesehen hatte. Ein Lächeln erhellte sein Gesicht. »Hey, Jonah!« rief er den Linien folgend. »Komm mal her, ich möchte dir etwas zeigen.« Jonah kam angelaufen, den Drachen am Arm. »Was ist?« Steve kletterte die Düne hinunter bis zu der Stelle, wo sie in den Strand überging. Nur ein paar Eier waren zu sehen, die anderen waren größtenteils mit Sand bedeckt. »Was willst du mir zeigen?« fragte Jonah ganz aus Atem. »Das ist der Nistplatz einer Karettschildkröte,« antwortete Steve. »Aber geh nicht zu nah heran und nicht anfassen. Man muss sehr vorsichtig sein.« Jonah beugte sich vor. »Was ist eine Karettschildkröte?« fragte er. Steve nahm ein Stück Treibholz und begann einen großen Kreis, um das Nest zu ziehen. »Eine Meeresschildkröte. Sie gehört zu den bedrohten Tierarten und kommt nachts ans Land, um ihre Eier abzulegen.« »Hinter unserem Haus?« »Das ist nur eine von mehreren Stellen. Aber das Wichtigste ist, man muss wissen, dass sie bedroht sind. Weißt du, was das heißt?« »Es heißt, sie sterben alle,« antwortete Jonah. Als der Kreis fertig war, warf Steve den Stock wieder fort. Er spürte plötzlich einen stechenden Schmerz, den er aber nicht weiter beachtete. »So ganz stimmt das nicht. Sie sterben nicht alle, aber wenn wir nicht auf sie aufpassen, dann verschwinden sie vielleicht für immer von der Erde.« »Wie die Dinosaurier?« Steve wollte etwas antworten, doch in dem Moment hörte er, dass in der Küche das Telefon klingelte. Halb rennend, halb stolpernd eilte er durch den Sand bis zur hinteren Veranda. Als er den Hörer abnahm, keuchte er richtig. »Dad«, rief eine Stimme am anderen Ende der Leitung. »Ronnie?« »Du musst mich abholen. Ich bin auf der Polizeiwache.« Steve rieb sich den Nasenrücken. »Okay«, sagte er, »bin gleich da.« Pete Johnson, der Polizeibeamte, informierte ihn über den Vorfall. Steve ahnte natürlich, dass Ronnie noch nicht darüber sprechen wollte. Deshalb ließ er sie in Ruhe. Solche Rücksichtnahme war Jonah fremd. »Mom rastet garantiert aus«, verkündete er. Steve sah, wie Ronnie die Zähne aufeinander biss. »Ich war's nicht«, knurrte sie nur. »Wer war es dann?« »Das will ich nicht sagen«, sie verschränkte die Arme vor der Brust und legte sich an die Autotür. »Bestimmt ist Mom stocksauer.« »Aber ich habe es nicht getan«, rief Ronnie und funkelte ihren Bruder böse an. »Und ich will nicht, dass du ihr sagst, ich hätte es getan.« Sie wollte sicher sein, dass ihr Bruder verstanden hatte, wie ernst sie es meinte. Dann schaute sie ihren Vater an. »Ich war es nicht, Dad«, wiederholte sie. »Ich schwör's bei Gott, du musst mir glauben.« Er hörte die Verzweiflung in ihrer Stimme und seufzte. Ach, er hatte keine Kraft mehr. Die Sonne kam ihm vor wie eine glühend heiße, aggressive, orangefarbene Kugel. Aber trotz allem wusste er, dass für seine Tochter nur die Wahrheit zählte. »Ich glaube dir«, sagte er. Als sie nach Hause kamen, wurde es schon dunkel. Steve ging noch einmal hinaus, um nach dem Schildkröten-Nest zu sehen. Es war einer dieser wunderschönen Abende, die so typisch sind für North und South Carolina. Ein sanfter Wind, der Himmel wie aus tausend Farben und nicht weit vom Strand, tummelte sich hinter der Brandung ein Schwarm Delfine. Er setzte sich auf die Düne bei dem Nest. Er sah Ronnie kommen. Sie bewegte sich langsam, die Arme vor der Brust verschränkt und den Kopf gesenkt, sodass ihre Haare fast das ganze Gesicht verdeckten. Ein paar Schritte vor ihm blieb sie stehen. »Bist du sauer auf mich?«, fragte sie leise. Es war das erste Mal, seit sie hier war, dass sie mit ihm sprach, ohne frustriert oder wütend zu klingen. »Nein«, antwortete er, »überhaupt nicht.« »Was machst du dann hier draußen?« Er deutete auf das Nest. »Eine Karettschildkröte hat gestern Nacht hier ihre Eier abgelegt. »Hast du schon mal solch eine Schildkröte gesehen?« Ronnie schüttelte den Kopf. »Sie sind sehr schön«, fuhr Steve fort. »Sie haben einen rotbraunen Rückenpanzer und wiegen bis zu 400 Kilo. Aber sie sind vom Aussterben bedroht. Ich glaube, nur eine von tausend kommt durch. Und ich möchte nicht, dass die Waschbären das Nest finden, bevor die Kleinen geschlüpft sind. Gestern habe ich auf unserer Veranda einen Waschbären gesehen. Ich weiß. Er hat sich über den Müll hergemacht. Und sobald wir wieder im Haus sind, werde ich das Aquarium benachrichtigen. Hoffentlich schicken sie morgen früh jemanden mit einem speziellen Drahtkorb, der die Räuber fernhält. »Und was ist heute Nacht?« »Da müssen wir das Beste hoffen.« Ronnie strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr. »Dad, kann ich dich etwas fragen?« »Selbstverständlich.« »Warum hast du gesagt, du glaubst mir?« Er sah seine Tochter im Profil und konnte die junge Frau ahnen, die sie bald sein würde, aber auch noch das kleine Mädchen, an das er sich so gut erinnerte. »Weil ich dir vertraue.« »Hast du deshalb diese Wand gebaut, um den Flügel zu verstecken?« Sie schaute ihn nur aus dem Augenwinkel an. »Sie ist mir gleich aufgefallen, man kann sie ja nicht übersehen.« Steve schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe sie gebaut, weil ich dich liebe.« Ein kurzes Lächeln huschte über Ronnies Gesicht. Zögernd setzte sie sich neben ihn. Sie schauten beide zu, wie die Wellen an den Strand rollten, unermüdlich. Bald kam die Flut. Der Strand war schon zur Hälfte verschwunden. »Was passiert jetzt mit mir?« fragte sie. »Pete redet mit der Besitzerin, aber mehr weiß ich auch nicht. Ein paar dieser Schallplatten sind Sammlerstücke und ziemlich wertvoll.« Ronny wurde blass. »Hast du schon mit Mom gesprochen?« »Nein.« »Sagst du es ihr?« »Vermutlich schon.« Sie schwiegen wieder eine Weile lang. Am Wasserrand gingen ein paar Surfer vorbei, ihre Bretter unter dem Arm. In der Ferne schwoll langsam die Dünung und bildete Wellen, die sich überschlugen und sich sofort wieder neu formierten. »Wann rufst du das Aquarium an?« »Jetzt sofort.« »Jonah hat sicher Hunger.« »Ich glaube, ich koche uns was.« Ronny starrte auf das Nest. »Ich möchte dafür sorgen, dass den Schildkröteneiern heute Nacht nichts passiert.« Stunden später, nachdem er Jonah Gute Nacht gesagt hatte, trat Steve hinaus auf die hintere Veranda, um nach Ronny zu sehen. Er hatte beim Aquarium eine Nachricht hinterlassen und war dann losgefahren, um verschiedene Dinge zu kaufen, die Ronny brauchte. Einen leichten Schlafsack, eine Campinglampe, ein preiswertes Kopfkissen und ein Spray gegen Insekten. Bei dem Gedanken, dass Ronny draußen im Freien übernachten wollte, fühlte er sich nicht ganz wohl. Aber sie war wild entschlossen und er bewunderte ihren Wunsch, das Nest zu beschützen. Außerdem war das Nest keine 20 Meter von seinem Schlafzimmerfenster entfernt, das er natürlich offen lassen würde. Bestimmt konnte er hören, wenn Ronny Probleme bekam. Trotzdem, Ronny war erst 17 und er war ihr Vater. Er hatte mit Sicherheit keine ruhige Nacht vor sich. Als er nahe genug bei seiner Tochter war, um ihre schlafende Gestalt zu erkennen, fand er, dass sie im Licht der nächtlichen Sterne jünger und zugleich älter aussah, als sie war. Abermals dachte er an die Jahre mit ihr, die er versäumt hatte und die nie wiederkommen würden. Als sie erwachte, war ihr erster Gedanke, alles tut weh. Ihr Rücken war steif, der Nacken schmerzte, und beim Versuch, sich aufzurichten, verspürte sie ein quälendes Stechen in der Schulter. Müde streckte und reckte sie sich ein bisschen, aber als sie die Arme über den Kopf heben wollte, jaulte sie auf, weil ihre Schulter furchtbar wehtat. Mit schmerzverzerrter Miene ließ sie die Arme wieder sinken. Dann schleppte sie ihre Sachen auf die hintere Veranda. Obwohl sich das Nest gleich hinter ihrem Haus befand, wollte sie nicht, dass die Nachbarn merkten, wo sie geschlafen hatte. Diese vornehmen Willen gehörten mit Sicherheit Leuten, die alles makellos haben wollten, und in der Nähe ihres Grundstücks im Freien zu übernachten, passte nicht in ihr Konzept von Perfektion. Es würde ihr gerade noch fehlen, dass schon wieder jemand ihretwegen die Polizei alarmierte. Sie musste zweimal hin und her gehen. Ihre Kraft reichte nicht aus, um alles auf einmal zu tragen. Und dann merkte sie, dass sie Anna Karenina vergessen hatte. Sie hatte das Buch unter ein Stück Treibholz geschoben, damit die Feuchtigkeit es nicht ruinierte. Als sie zur Düne gehen wollte, sah sie einen jungen Mann in einem beigefarbenen Overall mit dem Logo einer Autowerkstatt namens Blakely. Er hatte eine Rolle mit gelbem Klebeband dabei, sowie mehrere Stöcke. Ronnie ging ihm entgegen, weil sie wissen wollte, wonach er suchte. Als sich ihre Blicke begegneten, war sie sprachlos, was nicht oft vorkam. Sie erkannte ihn gleich, trotz seiner Uniform. Ja, sie hatte ihn schon gesehen, am Strand, ohne Hemd, braun gebrannt und durchtrainiert, die dunkelbraunen Haare schweißnaß, das Macrami-Armband am Handgelenk. Es war der Junge vom Beachvolleyball, der mit ihr zusammengestoßen war und dessen Freund beinahe in eine Schlägerei mit Markers geraten wäre. Er blieb vor ihr stehen und schien auch nicht recht zu wissen, was er sagen sollte, denn er starrte sie nur wortlos an. Und irgendwie hatte sie den Eindruck, dass er sich freute, sie wiederzusehen. »Oh, hallo, du bist das«, rief er. »Guten Morgen.« »Was tust du hier?« »Ich habe einen Anruf vom Aquarium bekommen. Jemand hat ein Karettschildkröten-Nest gemeldet. Und die Leute vom Aquarium haben mich gebeten, es mir mal anzusehen. »Hast du da einen Job?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin bei denen nur ehrenamtlich. Eigentlich arbeite ich in der Reparaturwerkstatt, die meinem Vater gehört. Du weißt nicht zufällig, wo hier in der Nähe ein Schildkröten-Nest ist.« Ronny entspannte sich ein wenig. »Doch?« »Da drüben«, sie deutete zum Nistplatz. »Das ist ja super. Übrigens, ich heiße Will.« »Hallo, Will«, er schwieg für einen Moment, dann murmelte er. »Interessant.« »Was?« »Normalerweise ist es so, wenn man sich vorstellt, sagt der andere auch, wie er heißt.« »Ich bin nicht wie die anderen.« Ronny verschränkte die Arme vor der Brust. »Das habe ich schon gemerkt.« Er grinste aber nur kurz. »Tut mir leid, dass ich bei dem Volleyball-Match mit dir zusammengestoßen bin.« »Du hast dich bereits entschuldigt, weißt du noch?« »Ja, aber ich habe das Gefühl, du bist immer noch sauer.« Sie deutete auf die Sachen in seiner Hand, um zum ursprünglichen Thema zurückzukehren. »Wie kann das Band dafür sorgen, dass die Waschbären sich nicht über die Eier hermachen?« »Gar nicht.« »Ich bin nur hier, um das Nest zu markieren. Ich wickle das Band um die Holzpflöcke, damit die zuständigen Leute wissen, wo sie den Drahtkorb aufstellen müssen.« »Wann bringen sie ihn?« Er zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. In ein, zwei Tagen.« Ronny schüttelte empört den Kopf. »Das glaube ich nicht. Ich finde, du rufst sie sofort an und sagst ihnen, sie müssen schon heute etwas unternehmen. Sag ihnen, ich habe gestern einen Waschbären ganz in der Nähe des Nistplatzes gesehen.« »Ehrlich? Sag es ihnen einfach, okay?« »Sobald ich hier fertig bin, rufe ich im Aquarium an. Versprochen.« Ronny musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen. In dem Moment trat ihr Vater auf die hintere Veranda. »Guten Morgen, mein Schatz«, rief er. »Das Frühstück ist fertig, falls du Hunger hast.« Will schaute von Ronny zu ihrem Vater und wieder zurück. »Du wohnst hier?« Auf diese Frage antwortete sie nicht, sondern sagte nur, »Vergiss nicht den Leuten vom Aquarium Bescheid zu sagen, okay?« Und als sie schon fast die Veranda erreicht hatte, ihr Vater war wieder ins Haus gegangen, hörte sie noch einmal Wills Stimme. »Hey!« Sie drehte sich um. »Du hast mir nicht gesagt, wie du heißt.« »Stimmt, habe ich dir nicht gesagt.« Sie wusste, dass sie sich lieber nicht noch einmal umschauen sollte, aber von der Tür aus warf sie doch einen verstohlenen Blick zurück. Als Will vielsagend eine Augenbraue hochzog, hätte sie sich am liebsten geohrfeigt. Nur gut, dass sie ihm wenigstens nicht ihren Namen verraten hatte. Dad stand in der Küche am Herd und stocherte in der Pfanne herum. Auf der Arbeitsplatte neben ihm lag ein Päckchen mit Tortillas, und Ronny musste gestehen, dass das, was er da brutzelte, sehr verlockend roch. Aber sie hatte ja auch seit dem Nachmittag zuvor nichts mehr gegessen. »Hallo«, rief er über die Schulter, »wer war dieser junge Mann, mit dem du dich gerade unterhalten hast?« »Ein Typ vom Aquarium. Er ist gekommen, um das Nest zu markieren. Was kochst du da?« »Einen vegetarischen Frühstücksburrito. Die Füllung besteht aus Reis, Bohnen und Tofu. Ich hoffe, das schmeckt dir. Ich habe das Rezept im Netz gefunden, deshalb übernehme ich keine Garantie für den Geschmack.« »Schmeckt bestimmt lecker«, das meinte sie ehrlich. Aber es gab etwas, was sie möglichst schnell hinter sich bringen wollte. »Hast du schon mit Mom geredet?« Ihr Vater schüttelte den Kopf. »Nein, noch nicht. Aber ich habe vorhin mit Pete telefoniert. Er hat es allerdings noch nicht geschafft, mit der Ladenbesitzerin zu sprechen.« Dad klopfte mit dem Pfannenheber. »Aber egal. Ich habe mir sowieso überlegt, ich rufe deine Mutter erst an, wenn ich alle Einzelheiten erfahren habe. Das ist besser. Sonst regt sie sich nur unnötig auf.« »Heißt das, dass du es ihr eventuell gar nicht zu sagen brauchst?« »Ja.« »Sei denn, du möchtest es gern.« »Nein, nein, ich bin ganz einverstanden«, erwiderte Ronny schnell. »Du hast recht. Es ist besser, wenn du noch wartest.« »Okay.« Er schabte noch einmal in der Pfanne, dann stellte er den Herd ab. »Das Essen ist fertig. Hast du Hunger?« »Und wie?« Ihr Vater holte einen Teller aus dem Schrank, nahm eine Tortilla und füllte sie mit der Mischung aus der Pfanne. Dann reichte er Ronny den Teller. »Genügt dir das?« »Das ist mehr als genug.« »Hättest du gern eine Tasse Kaffee?« »Ich habe gerade eine ganze Kanne gemacht.« Ronny nickte und er gab ihr eine Tasse. »Jonah hat erzählt, dass du manchmal zu Starbucks gehst, also habe ich dort Kaffee gekauft.« »Kann sein, dass er bei mir nicht ganz so gut schmeckt wie dort, aber ich habe mir Mühe gegeben.« Sie musterte ihn verdutzt. »Warum bist du eigentlich so nett zu mir?« »Wieso sollte ich nicht nett zu dir sein?« »Weil ich nicht besonders nett zu dir bin«, hätte sie antworten können, aber das tat sie nicht. Sie murmelte nur ein leises »Danke.« Jonah kam in die Küche gestolpert, in seinem Transformers Schlafanzug. Seine Haare standen in alle Richtungen ab. Als Jonny ihn sah, musste sie grinsen, ob sie wollte oder nicht. »Guten Morgen, Jonah«, sagte sie. »Geht's den Schildkröten gut?« »Ja. Alles in Ordnung.« »Bravo«, brummelte er und kratzte sich am Rücken, während er zum Herd tappte. »Was gibt's zum Frühstück?« »Frühstücksburritos«, antwortete Steve. Misstrauisch studierte Jonah den Inhalt der Pfanne, dann die Zutaten auf der Arbeitsplatte. »Sag bloß nicht, dass du jetzt immer so komisches Zeug kochst, Dad.« Steve musste ein Lächeln unterdrücken. »Es schmeckt gut. Das ist Tofu. Ih! Tofu ist ekelhaft.« Ronny lachte belustigt. »Im Kühlschrank steht jede Menge Schokomilch.« Also goss Ronny ihrem kleinen Bruder ein Glas davon ein und stellte es auf den Tisch. Aber Jonah rührte sich nicht vom Fleck. »Okay, Leute. Was ist hier los?«, fragte er. »Weshalb fragst du?« »Das ist nicht normal,« sagte er. »Irgendjemand müsste wütend sein. Morgens ist doch immer irgendjemand wütend.« Nachdem sie mit dem Essen fertig war, ging Ronny in ihr Zimmer. Steve kam kurz mit und hängte ein paar Handtücher über die Vorhangstange, auch wenn Ronny gar keine Verdunkelung gebraucht hätte. Sie schlief sofort ein und wachte erst am Nachmittag wieder auf, völlig verschwitzt. Nach einer ausgedehnten, lauwarmen Dusche ging sie in die Werkstatt, um ihrem Vater und Jonah zu sagen, was sie vorhatte. Ihr Dad erwähnte immer noch mit keinem Wort eine Strafe. Es konnte natürlich sein, dass er ihr erst später Hausarrest gab, nachdem er mit dem Polizeibeamten oder mit Mom gesprochen hatte. Oder hatte er es tatsächlich ernst gemeint, als er sagte, er glaube an ihre Unschuld. Das wäre der Wahnsinn. Auf jeden Fall musste sie mit Blaze reden. Entschlossen machte sich Ronny auf die Suche. Das Musikgeschäft betrat sie lieber nicht, sondern spähte nur durch die Fensterscheibe. Selbst dabei bekam sie Herzklopfen. Zum Glück wandte ihr der Angestellte mit dem Zopf den Rücken zu. Blaze war nirgends zu sehen. Danach begab sich Ronny zum Pier und ließ ihren Blick über den Strand schweifen. Genau in dem Moment sah sie Blaze ein Stück weiter entfernt aus den Dünen kommen. Schnell sauste Ronny die Treppe zum Strand hinunter. »Du musst zur Polizei gehen und sagen, was du getan hast,« rief Ronny ohne Einleitung. »Ich habe doch gar nichts getan. Du bist diejenige, die erwischt wurde.« Am liebsten hätte Ronny sie geschüttelt. »Du hast die Schallplatten und die CDs in meine Tasche gesteckt.« »Hab ich nicht. Es waren die CDs, die du gehört hast.« Blaze wich ihrem Blick konsequent aus. Ronny spürte, wie ihr Gesicht vor Wut zu glühen begann. »Ich meine es ernst, Blaze. Das ist mein Leben. Es kann sein, dass ich verurteilt werde wegen Diebstahls. Ich habe dir doch erzählt, was in Manhattan passiert ist.« Tja, Pech gehabt. Ronny presste die Lippen fest aufeinander, um nicht zu explodieren. »Warum tust du mir das an?« Blaze stand auf und klopfte sich den Sand aus den Jeans. »Ich tue dir überhaupt nichts an.« Ihre Stimme war kalt und ausdruckslos. Fassungslos starrte Ronny ihr nach. Blaze schien selbst zu glauben, was sie da behauptete. Ronny ging zurück zum Pier. »Warum verhielt sich Blaze so?« »Wegen Marcus?« Entweder hatte er sie dazu überredet, weil er sauer war, nachdem Ronny ihn hatte abblitzen lassen, oder Blaze glaubte allen Ernstes, dass sie ihr den Freund ausspannen wollte. Welche Motivation auch immer hinter Blazes Verhalten stand, sie log und wollte Ronny's Leben zerstören. Als das letzte Sonnenlicht verblasste, machte sich Ronny auf den Heimweg. Sie wollte zu einer normalen Zeit zurück sein. Das war das Mindeste, was sie tun konnte, um ihrem Vater zu zeigen, wie toll sie seine verständnisvolle Reaktion fand. Außerdem war sie schon wieder müde. Sie beschloss, durch das Einkaufsviertel zu gehen und nicht den Strand entlang. Aber sobald sie beim Deiner um die Ecke bog, sah sie, dass sie die falsche Entscheidung getroffen hatte. Eine Gestalt lehnte dort an der Kühlerhaube eines Autos. Einen Feuerball in der Hand. »Marcus«. Er war allein. Ronny stockte der Atem bei seinem Anblick. Sie blieb stehen. Markus löste sich von dem Wagen und kam ihr entgegen. »Hallo, Ronny«, er lächelte. Dadurch wirkte er noch unsympathischer. Sie rührte sich nicht von der Stelle. Auf jeden Fall musste sie ihm signalisieren, dass sie keine Angst vor ihm hatte, egal wie sehr sie innerlich zitterte. »Was willst du?« fragte sie ihm. Es war frustrierend, dass ihre Stimme etwas unsicher klang. »Wie ich höre, hast du Ärger mit Blaze«, raunte er. Ronny bekam eine Gänsehaut. »Ich habe keine Lust, mit dir darüber zu reden.« Sie schaffte es, an ihm vorbeizukommen. Doch dann rief er. »Warte.« »Ich habe dich extra gesucht, weil ich dir sagen wollte, dass ich Blaze vielleicht zur Vernunft bringen kann. Ich könnte sie überreden, mit dieser Nummer aufzuhören.« Zögernd drehte sich Ronny um. »Ich hätte dich warnen müssen. Blaze wird rasend schnell eifersüchtig. Und deshalb hast du absichtlich alles noch angeheizt.« »Das war doch nur ein Witz.« »Ich fand es lustig.« »Glaubst du wirklich, ich hätte gewusst, wie sie reagiert?« »Natürlich hast du das gewusst«, dachte Ronny. »Dann bring die Sache wieder in Ordnung«, sagte sie. »Rede mit Blaze.« »Du hast du alles, was du tun musst.« Er schüttelte den Kopf. »Du hast mir nicht richtig zugehört.« »Ich habe gesagt, dass ich sie vielleicht zur Vernunft bringen kann.« »Wenn.« »Wenn was?« Er kam näher. Die Straßen waren menschenleer, niemand unterwegs. Selbst an der Kreuzung war weit und breit kein Auto zu sehen. Ich dachte, wir könnten Freunde sein. Ronny spürte, wie er das Blut ins Gesicht schoss. »Wie bitte?« rief sie empört. »Du hast genau verstanden, was ich gesagt habe.« »Wenn wir Freunde sind, bringe ich die Sache in Ordnung.« Sie wich zurück. »Lass mich gefälligst in Ruhe!« schrie sie und rannte nach Hause. Dort setzte sie sich erschöpft auf die vordere Verandatreppe. Es fiel ihr schwer, sich normal zu verhalten, aber irgendwie schaffte sie es. Ihr Vater nahm sie mit in die Küche, weil er wieder ein Nudelgericht gekocht hatte. Tomaten, Auberginen, Kürbis und Zucchini mit Penne. Sie aßen in der Küche, während Jonah aus Legosteinen einen Star-Wars-Wachposten baute. Pastor Harris hatte ihm die Packung geschenkt, als er am Nachmittag vorbeigekommen war, um Hallo zu sagen. Danach gingen sie alle ins Wohnzimmer. Und weil Dad spürte, dass Ronny keine Lust hatte, sich zu unterhalten, vertiefte er sich in die Bibel, während seine Tochter Anna Karenina las. Der Roman gefiel ihr, aber sie konnte sich nicht richtig konzentrieren. Nicht nur wegen Blaze und Markus, sondern auch, weil ihr Vater die Bibel las. Das kannte sie gar nicht von ihm. Oder hatte er das früher auch schon getan, und sie hat es nur nicht mitbekommen? Jonah verkündete, er gehe jetzt ins Bett. Ronny wartete noch eine Weile, bis sie ihm folgte. »Gute Nacht, Schatz«, sagte Dad. »Ich weiß, es ist nicht leicht für dich, aber ich freue mich sehr, dass du hier bist.« Sie zögerte für einen Moment, dann ging sie zu ihm und küsste ihn auf die Wange. Das erste Mal seit drei Jahren. »Gute Nacht, Dad.« Ronny ging ins Bad und blickte kurz aus dem Fenster. Der Mond war höher gestiegen und breitete seinen silbernen Glanz über den Sand. Doch als sie zum Schildkröten-Nest schaute, merkte sie, dass sich dort etwas bewegte. Schnuppernd näherte sich ein Waschbär dem Nistplatz, der nur durch das gelbe Plastikband geschützt war. »Ach, verdammt!« Sie sauste quer durch Wohnzimmer und Küche, hörte noch, wie ihr Vater rief, »Was ist los?« Aber da war sie schon zur Tür draußen. Schreiend und mit den Armen fuchtelnd eilte sie zur Düne. »Halt! Aufhören! Hau ab!« Der Waschbär hob den Kopf und trippelte davon, über die Düne, bis er im Rietgras verschwand. Als sie sich umdrehte, sah sie Dad und Jonah auf der Beranda stehen. »Sie haben den Drahtkorb nicht aufgestellt!« Die Autowerkstatt Blakely hat erst seit zehn Minuten geöffnet, als Will Ronny hereinkommen sah. Sie steuerte direkt auf die Theke zu. Schnell wischte er sich die Hände an einem Lappen ab und eilte zu ihr. »Hey!« rief er lächelnd. »Dich habe ich nun wirklich nicht erwartet.« »Danke fürs Nichtstun!« fauchte sie ihn an. »Wovon redest du?« »Ich habe dich um etwas ganz Einfaches gebeten, dass du das Aquarium anrufst, damit sie einen Drahtkorb aufstellen. Aber selbst das war anscheinend schon zu viel verlangt.« »Was? Was ist los?« »Ich verstehe gar nichts mehr.« »Erinnerst du dich?« »Ich habe dir erzählt, dass ein Waschbär ganz nahe beim Nistplatz war.« »Ist etwas passiert?« »Das interessiert dich doch sowieso nicht. Wahrscheinlich hast du vor lauter Wolleball alles andere vergessen.« »Ich will nur wissen, ob mit dem Nest alles okay ist.« Ronny blitzte ihn immer noch böse an. »Ja, alles okay.« »Das haben die Schildkröten aber nicht dir zu verdanken.« Sie machte auf dem Absatzkehrt und stürmte zum Ausgang. Eine Stunde später traf er sie an der Düne. Sie stand neben dem Nest und schien immer noch wütend zu sein. Als sie ihn kommen sah, stemmte sie die Hände in die Hüften. »Was willst du hier?« »Du hast mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Ich habe im Aquarium angerufen.« »Ja, klar.« Er untersuchte das Nest. »Mit den Eiern ist alles in Ordnung. Was soll der ganze Aufstand?« »Ja, die Eier sind unberührt. Aber mit dir hat das nichts zu tun.« Langsam wurde Will sauer. »Was hast du eigentlich für ein Problem?« »Mein Problem ist, dass ich gestern Nacht wieder draußen schlafen musste, weil der Waschbär gekommen ist. Derselbe Waschbär, von dem ich dir schon erzählt habe.« »Du hast im Freien übernachtet?« »Hörst du mir überhaupt zu?« »Ja.« »Ich habe draußen geschlafen. Zwei Nächte nacheinander, weil du nichts unternommen hast, obwohl es deine Pflicht war.« Sie drehte sich um und lief auf dem kürzesten Weg zum Haus. »Sie kommen morgen in aller Frühe!« rief Will ihr nach. »Und auch, wenn du es nicht glauben willst, ich habe angerufen, sogar zweimal. Das erste Mal gleich, nachdem ich das gelbe Band hier angebracht habe. Und später noch mal, nach der Arbeit.« Ronny blieb stehen, schaute aber nicht zu ihm. Er fuhr fort. »Und vorhin bin ich gleich, nachdem du weg warst, zum Leiter des Aquariums gefahren und habe mit ihm persönlich gesprochen. Er hat gesagt, das Nest ist morgen früh ihre erste Station. Sie wären heute schon gekommen, aber in Holden Beach gibt es acht Nester.« Jetzt drehte sich Ronny doch um, allerdings betont langsam und musterte ihn prüfend. »Aber heute Nacht hilft das meinen Schildkröten gar nichts.« »Deinen Schildkröten?« »Ja.« »Meinen Schildkröten.« Und mit diesen Worten ging sie endgültig ins Haus. Er mochte sie. So einfach war das. »Aber warum?« fragte er sich, als er zur Autowerkstatt zurückfuhr. Er war jedenfalls nie von der Arbeit abgehauen, um hinter Ashley herzurennen. Aber dieses Mädchen? Jedes Mal, wenn er sie sah, versetzte sie ihn in Erstaunen. Er fand es wunderbar, dass sie immer genau das sagte, was sie dachte. Und es gefiel ihm auch, dass sie nicht besonders begeistert von ihm war. Bisher hatte er ja noch keinen besonders guten Eindruck auf sie gemacht. Zuerst hatte er Limo über ihr T-Shirt geschüttet, dann hatte sie beobachtet, wie er fast in eine Schlägerei verwickelt worden wäre, und heute Morgen war sie zu dem Schluss gekommen, dass er entweder stinkfaul oder ein unzuverlässiger Idiot war. Aus irgendeinem Grund war es ihm wichtig, was sie von ihm hielt. Ja, auch wenn es verrückt klang. Er wollte unbedingt, dass sie eine gute Meinung von ihm hatte, weil er sich wünschte, dass sie ihn mochte. So wie er sie. Das war eine seltsame Erfahrung. Etwas völlig Neues für ihn. Den ganzen Tag über, er machte keine Mittagspause, um seine Abwesenheit wieder wettzumachen, wanderten seine Gedanken immer wieder zu ihr. Obwohl sie sich eher abweisend benahm, ahnte er doch, dass sich hinter dieser Fassade ein liebevoller, zarter Kern verbarg. Später am Abend traf er sie genau da an, wo er sie vermutet hatte, beim Nistplatz. In einem Liegestuhl, ein Buch aufgeschlagen im Schoß, saß sie da und las im Licht einer kleinen Lampe. Als sie ihn kommen hörte, blickte sie kurz auf, widmete sich aber gleich wieder ihrem Roman. Sie wirkte weder überrascht noch erfreut. »Ich habe mir schon gedacht, dass du hier bist,« sagte er. Sie schwieg. Will schaute sich um. Es war noch nicht besonders spät, und in dem kleinen Haus, in dem sie wohnte, bewegten sich hinter den Vorhängen zwei Schatten. »Ist der Waschbär schon aufgetaucht?« Statt zu antworten, blätterte sie die Seite um. »Warte, lass mich raten. Du willst mich mit Nicht-Achtung strafen, stimmt's?« Mit einem genervten Seufzer erwiderte sie, »Warum bist du nicht bei deinen Freunden, damit ihr euch im Spiegel bewundern könnt?« Er lachte. »Sehr gut, muss ich mir merken. Das war kein Witz, ich meine es ernst. Du meinst, weil wir alle so gut aussehen?« Sie starrte stur in ihr Buch, aber Will wusste, dass sie nicht las, und kauerte sich neben sie. »Alle glücklichen Familien ähneln einander. Jede Unglückliche aber ist auf ihre eigene Art unglücklich,« zitierte er und deutete auf ihren Roman. »Das ist der erste Satz von deinem Buch. Ich finde, das stimmt absolut. Oder vielleicht hat das auch nur mein Englischlehrer gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe Anna Karenina letztes Schuljahr gelesen. Deine Eltern sind bestimmt sehr stolz auf dich, dass du schon lesen kannst. Aha, du hörst mir also tatsächlich zu. Ich wollte mich nur vergewissern. Er breitete die Arme aus und schaute zum Himmel. Was für ein wunderschöner Abend. Ich liebe diese Nächte am Meer. Das Wellenrauschen in der Dunkelheit wirkt echt entspannend, findest du nicht auch? Ronny klappte ihr Buch zu. Was soll das alles? Ich mag Menschen, die Schildkröten mögen. Und ich dachte, du hättest vielleicht gern ein bisschen Gesellschaft. Ich komme wunderbar ohne dich zurecht, zischte sie ihn an. Was willst du eigentlich von mir? Also zuerst wüsste ich gern deinen Namen. Sie nahm ein Handtuch und legte sich über die Beine. Ronny sagte sie. Das ist eine Abkürzung von Veronica. Er lehnte sich zurück und stützte sich auf die Ellbogen. Sehr schön, Ronny. Erzähl mir doch mal was aus deinem Leben. Wieso interessiert dich das? Ach komm, sei nicht so. Ich gebe mir echt Mühe. Er konnte nicht recht einschätzen, wie sie es fand, aber sie fasste die Haare zu einem lockeren Pferdeschwanz zusammen und schienen allmählich zu akzeptieren, dass sie ihn nicht so leicht los wurde. Gut, von mir aus, das ist die Geschichte meines Lebens. Ich wohne in New York mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder, aber sie hat uns hierher geschickt. Wir sollen die Sommerferien bei unserem Vater verbringen und jetzt sitze ich hier fest und muss auf Schildkröteneier aufpassen, während ein Volleyballspieler, Autoschrauber, Aquariumarbeiter versucht, mich anzumachen. Ich versuche nicht, dich anzumachen, protestierte er. Nein? Glaub mir, das würdest du merken. Du würdest dich sofort meiner Charmoffensive ergeben. Zum ersten Mal hörte er sie lachen. Das deutete er als ein gutes Zeichen und fuhr fort. Eigentlich bin ich hergekommen, weil ich es blöd fand, dass es mit dem Drahtkorb nicht schnell genug geklappt hat. Und ich wollte nicht, dass du im Dunkeln allein hier sitzt. Man weiß nie, was für Leute sich hier herumtreiben. Und? Darf ich raten? Du willst mich beschützen. Wenn nötig, ohne eine Sekunde zu zögern. Sie sagte nichts, aber Will hatte das Gefühl, dass er sie positiv überrascht hatte. Die Flut stieg und gemeinsam schauten sie zu, wie die Wellensilbern aufleuchteten, wenn sie sich überschlugen und an den Strand schwappten. Am Fenster bewegten sich die Vorhänge, als würde jemand sie beobachten. Nachdem sie beide eine Weile lang geschwiegen hatten, sagte Ronnie schließlich, jetzt bist du dran. Wie lautet deine Geschichte? Ich bin ein Volleyballspieler, Autoschrauber, Aquariumarbeiter. Wieder lachte sie. Will fand ihr Lachen sehr sympathisch, unverkrampft und lebendig. Bist du damit einverstanden, dass ich noch ein bisschen hierbleibe? Ronnie zuckte die Achseln. Wo gehst du eigentlich in die Schule? Ich gehe gar nicht mehr, antwortete sie. Vor zwei Wochen habe ich meinen Abschluss gemacht. Und du? Ich habe auch gerade meinen Abschluss gemacht. Und was hast du jetzt vor? Willst du länger für deinen Vater arbeiten? Nur diesen Sommer. Er nahm ein bisschen Sand und ließ ihn durch die Finger rieseln. Und dann? Das kann ich dir leider nicht sagen. Warum nicht? Ich kenne dich nicht gut genug, um dir diese Information anzuvertrauen. Möchtest du mir vielleicht einen winzigen Hinweis geben? hackte sie nach. Will ließ Ronnie während dieses Wortwechsels nicht aus den Augen. Sie war noch viel hübscher als in seiner Erinnerung. Außerdem war sie lustig und klug. In der Nähe des Nestes wiegte sich das Rietgras im Wind. Das gleichmäßige Rauschen der Wellen hüllte sie ein. Den Strand hinauf und hinunter leuchteten in den Strandhäusern freundliche Lichter. Sollen wir einen Strandspaziergang machen? fragte er. Meinst du einen romantischen oder einfach einen normalen? Die Antwort lautet einfach einen normalen. Sehr gut. Sie klatschte in die Hände. Aber nur, dass du's weißt, ich will nicht zu weit weggehen, weil ja den Aquariumleuten der Waschbär egal war und die Eier immer noch ungeschützt sind. Der Waschbär war ihnen überhaupt nicht egal. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass einer der Aquariumsmitarbeiter gerade hilft, das Nest zu bewachen. Stimmt, sagte Ronnie. Die Frage ist nur, warum tut er das? Sie gingen den Strand entlang in Richtung Pier. Unterwegs kamen sie etwa an einem Dutzend Strandvillen vorbei, alle mit riesigen Verranden und ausladenden Treppen hinunter zum Strand. Ronnie und Will redeten nicht viel, doch beide empfanden das Schweigen nicht als unangenehm. Ronnie hielt genug Distanz, dass sie ihren Begleiter nicht aus Versehen berührte. Zwischendurch hatte Will immer wieder den Eindruck, dass ein Lächeln über ihr Gesicht huschte, als würde ihr eine lustige Geschichte einfallen, die sie ihm noch nicht erzählt hatte. Gelegentlich blieb sie stehen und bückte sich nach einer Muschel, die halb verdeckt im Sand lag. Ihm fiel auf, wie konzentriert sie jeden Fund im Mondschein studierte, bevor sie entschied, ob sie ihn wegwerfen oder behalten wollte. Als sie wieder beim Haus angekommen waren, verabschiedete sich Ronnie und ging hinein. Will holte seine Sachen aus dem Auto. Er rollte seine Isomatte aus und legte den Schlafsack bereit. Am schönsten wäre es natürlich, wenn Ronnie bei ihm bleiben würde, aber sie hatte schon gesagt, ihr Vater würde das nicht erlauben. Na, wenigstens konnte sie heute Nacht wieder im eigenen Bett schlafen. Das war ja auch was wert. Er versuchte es, sich so bequem wie möglich zu machen. War dieser Spaziergang heute ein Anfang gewesen? Wie würde es zwischen ihnen weitergehen? Als sich Ronnie auf der hinteren Veranda noch einmal umdrehte und ihm lächelnd zuwinkte, spürte er, wie etwas in seinem Inneren verfreudet zuckte. Vielleicht dachte sie ja auch, dass dies der Anfang von etwas ganz Besonderem war. Wer bist du? Er blinzelte in die Sonne und sah, dass ein kleiner Junge vor ihm stand. Der Junge rieb sich die Nase. Was machst du hier? Ich wache gerade auf. Das sehe ich. Aber was hast du heute Nacht hier gemacht? Will grinste. Der Junge führte sich auf wie ein polizeilicher Ermittler, was sehr komisch wirkte, weil er noch so winzig war. Ich habe geschlafen. Aha. Mit etwas Mühe setzte sich Will auf. Da sah er Ronnie im Hintergrund. Sie trug ein schwarzes T-Shirt und zerrissene Jeans und machte ein ähnlich amüsiertes Gesicht wie manchmal am Abend zuvor. Ich heiße Will, stellte er sich vor. Und wie heißt du? Mit einer Kopfbewegung deutete der Junge auf Ronnie. Ich bin ihr Mitbewohner, erklärte er. Wir kennen einander schon sehr lange. Will kratzte sich Grinsen am Kopf. Verstehe. Jetzt kam Ronnie ein paar Schritte näher. Ihre Haare waren noch feucht vom Duschen. Das ist mein neugieriger Bruder Jonah. Aha. Stimmt, sagte Jonah. Bis auf die Sache mit dem Neugierig. Gut zu wissen. Ich möchte dir heute etwas zeigen. Es gefällt dir ganz bestimmt. Ich verspreche es dir. Will bog auf den leeren Parkplatz des Aquariums ein und fuhr dann die schmale Lieferstraße entlang, die zum Hintereingang führte. Er hielt ihr die Eingangstür auf. Die kühle, klimatisierte Luft vermischte sich mit der feuchten Hitze von draußen. Will führte Ronnie einen langen Gang entlang und dann durch eine weitere Tür, durch die man zum Aquarium selbst kam. Mehrere Leute arbeiteten schon in ihren Büros, aber das Aquarium selbst öffnete erst in einer Stunde. Will genoss es immer, hier zu sein, bevor die Besucher hereinströmten. Die gedämpfte Beleuchtung der riesigen Aquarien und die allgemeine Geräuschlosigkeit verwandelten den Ort in eine Art magisches Geheimversteck. Ronnie ging neben ihm und beobachtete alles sehr genau. Sie schienen damit einverstanden, zu sein, dass sie sich nicht unterhielten. Sie passierten ein riesiges Ozeanaquarium, in dem sich die Minaturnachahmung eines versenkten deutschen U-Bootes aus dem Zweiten Weltkrieg befand. Als sie zu einem Behälter kamen, in dem unter Schwarzlicht unzählige schimmernde Quallen hin und her wabberten, blieb Ronnie stehen und berührte staunend das Glas. »Aurelia Aurita«, sagte Will, auch bekannt als Ohrenqualle. Ronnie nickte. Wie hypnotisiert verfolgten ihre Augen die eigenartigen Tiere mit ihren Zeitlupenbewegungen. »Sie sind hauchzart«, sagte sie. »Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es so wehtut, wenn man von ihnen gestochen wird. Tja, davon kann ich ein Lied singen. Ich bin sicher jedes Jahr von solch einer Qualle gestochen worden.« Ronnie lächelte, dann schaute sie ihm direkt ins Gesicht. »Was tun wir hier eigentlich?« fragte sie. »Ich will dir etwas zeigen, was die normalen Besucher nicht zu Gesicht bekommen. Komm mit.« Normalerweise würde er in solch einer Situation ein Mädchen ohne Zögern an die Hand nehmen. Aber bei Ronnie traute er sich nicht. Sie betraten einen großen, rechteckigen Raum mit lauter Lüftungskanälen und Dutzenden von freiliegenden Rohren. Ein riesiges, offenes Aquarium, fast bis zum Rand mit Meerwasser gefüllt, verlieh der Luft ein salziges Aroma. Die Deckenbeleuchtung sorgte für genug Helligkeit, dass man ein sich träge im Wasser bewegendes Lebewesen erkennen konnte. Will beobachtete Ronnys Gesicht, als sie erkannte, um welche Art Tier es sich handelte. »Ist das eine Meeresschildkröte?« »Ja.« »Eine Karettschildkröte.« »Sie heißt Mabel.« Als Mabel am Fenster vorbeischaukelte, wurden auf ihrem Panzer tiefe Narben sichtbar. Außerdem fehlte ihr eine Flosse. »Was ist ihr zugestoßen?« »Sie ist vom Propeller eines Bootes erwischt worden. Etwa vor einem Monat wurde sie gerettet. Sie war schon halb tot. Ein Spezialist der University von South Carolina musste ihr die Vorderflosse amputieren. Mabel war nicht fähig, genau Kurs zu halten. Sie schwamm in einem schiefen Winkel und stieß immer wieder gegen die Wand, wo sie dann ihre Runden erneut begann. »Kommt sie durch?« »Es ist ein Wunder, dass sie bisher alles überstanden hat. Sie ist schon viel robuster als am Anfang. Aber kein Mensch kann sagen, ob sie je wieder fähig ist, im Ozean zu überleben.« Wieder schrammte Mabel die Wand verschwand, seufzte sie tief und fragte, »Musst du nicht zur Arbeit?« »Ich habe heute frei.« »Es hat seine Vorteile, wenn man für den eigenen Vater arbeitet.« »Nicht wahr?« »Könnte man sagen.« Ronny klopfte an die Glasscheibe, um sich von Mabel zu verabschieden. »Und? Was machst du üblicherweise an deinem freien Tag?« Will fuhr mit ihr zu einem Angelgeschäft, um ein paar tiefgefrorene Schrimps zu kaufen. Das nächste Ziel war ein unbebautes Grundstück auf der landzugewandten Seite der Insel. Dort holte Will seine Angelausrüstung aus der Staukiste im Truck. Gemeinsam gingen sie zu einer kleinen Anlegestelle, setzten sich dort auf die Mauer und ließen die Füße baumeln. »Sei nicht so ein Snob,« verteidigte er sich. »Ob du es glaubst oder nicht, die Südstaaten sind super. Wir haben sogar schon fließend Wasser. Und am Wochenende gehen wir zum Mudding.« »Mudding?« »Ja, Mudding heißt, wir fahren mit unseren Trucks durch den Matsch und machen Rennen.« Mit gespielt verträumter Miene murmelte Ronny, »Das klingt so, so intellektuell.« Will boxte sie lachend. »Ich nehme an, in der Großstadt verbringt man die Wochenenden etwas anders, oder?« Sie nickte. »Kann man behaupten.« »Weißt du überhaupt, wie man angelt?« »So schwierig ist das sicher nicht. Köder an den Haken, Schnur auswerfen, Angelroute gut festhalten. Stimmt das?« »Ja, wenn das alles wäre.« »Aber man muss wissen, wo man die Angel auswirft. Und danach muss man genau aufpassen. Außerdem sollte man vorher den entsprechenden Köder oder das Lockfutter auswählen. Und dann muss man natürlich rechtzeitig an der Angel ziehen, damit der Haken greift. Wenn man zu früh oder zu spät reagiert, haut der Fisch wieder ab.« Ronny überlegte. »Und wieso hast du dich für Schrimps entschieden?« »Weil sie im Sonderangebot waren.« Kichernd neigte sie sich zu ihm. »Gute Antwort.« »Aber genau so eine habe ich verdient.« Ein Fischadler segelte vorbei, gerade als die Angelschnur zuckte. Beim zweiten Zucken nahm Will die Rute etwas zurück und die Schnur spannte sich. Dann sprang er auf und begann, sie einzuholen. Die Rute bog sich schon. Es passierte alles so blitzschnell, dass Ronny gar nicht folgen konnte. Sie sprang ebenfalls auf. »Hast du etwas erwischt?« rief sie aufgeregt. »Komm her!« rief er und hielt die Angelrute hin. »Hier, nimm!« »Ich kann das nicht!« jaulte sie und wich zurück. »Es ist nicht schwer. Nimm die Angel und kurble einfach los.« Er zwang sie praktisch, die Angel zu übernehmen. »Du musst weiter an dem Rädchen hier drehen.« Der Fisch zappelte und spritzte an der Oberfläche. Ein kleiner roter Trommler, wie Will feststellte. Ronny schrie vor lauter Aufregung. Als ihr Begleiter anfing zu lachen, pustete sie ebenfalls los und hüpfte übermütig auf einem Fuß. Aber dann wurde ihre Miene wild entschlossen. »Mach so weiter!« drängte Will. »Hol ihn näher an die Anlegestelle. Den Rest erledige ich dann.« Er nahm den Kescher, legte sich auf den Bauch und mit einer geschickten Bewegung holte er den Fisch ins Netz. Stand auf, drehte das Netz um, sodass der Fisch auf dem Boden landete, wo er wie verrückt hin und her flitschte. Ronny hielt immer noch die Kurbel fest und tanzte um den Fisch herum, während Will nach der Angelschnur griff. »Was machst du da?« kreischte Ronny. »Du musst ihn wieder ins Wasser werfen. Er stirbt.« Will ging in die Hocke und drückte den Fisch nach unten. »Nein, er stirbt nicht.« »Du musst den Haken rausziehen.« Jetzt war sie völlig außer sich. Vorsichtig fummelte er an dem Haken. »Bin doch schon dabei. Gib mir zwei Sekunden.« »Er blutet.« »Du hast ihn verletzt.« Will arbeitete unbeirrt weiter. »Du brauchst viel zu lange.« stöhnte Ronny. Behutsam zog Will nun den Haken heraus, drückte den Fisch aber weiterhin auf den Boden. »Willst du ihn nicht doch mit nach Hause nehmen? Als Abendessen? Für ein paar Filets wird es schon reichen.« Fassungslos schnappte Ronny nach Luft. Aber bevor sie an Wort herausbrachte, hatte Will den Fisch schon wieder ins Wasser geworfen, wo er nach dem Aufklatschen untertauchte und verschwand. An einem Handtuch wischte sich Will das Blut von den Fingern. Ronny musterte ihn immer noch vorwurfsvoll. »Du hättest ihn gegessen, stimmt's? Wenn ich nicht dabei wäre, hättest du ihn mitgenommen? Ich weiß es.« »Nein, ich hätte ihn auf jeden Fall wieder ins Wasser geworfen.« »Warum kann ich dir das nicht glauben?« »Weil du vermutlich recht hast.« Er grinste sie an, dann griff er zur Angelrute. »Also, willst du den nächsten Köder anbringen, oder soll ich das machen?« »Meine Mutter dreht völlig durch, weil sie die Hochzeit meiner Schwester plant. Da muss alles perfekt sein«, erzählte Will. »Bei uns ist die Stimmung zur Zeit etwas hysterisch.« »Wann findet die Hochzeit denn statt?« »Am 9. August. Und meine Schwester will unbedingt zu Hause feiern.« Ronny grinste verständnisvoll. »Wie ist deine Schwester so?« »Intelligent. Sie wohnt in New York, ziemlich unabhängig und selbstständig. Sie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer anderen älteren Schwester, die ich kenne.« »Das schien Ronny zu gefallen.« »Während sie jetzt den Strand entlang schlenderten, ging gerade die Sonne unter, und Will spürte, dass sich Ronny immer mehr entspannte.« »Insgesamt hatten sie drei Fische geangelt und wieder ins Wasser geworfen.« »Dann war er mit ihr nach Wilmington gefahren, wo sie auf einer Veranda am Cape Fear River einen Happen zum Mittag aßen.« Kurz bevor sie wieder am Haus ihres Vaters angelangt waren, rannte sie los, um nach dem Schildkröten-Nest zu sehen. Tatsächlich. Der Drahtkorb war angebracht worden. Er bestand aus einem feinmaschigen Geflecht, das mit extra langen Stäben im Sand verankert war. »Und das soll den Waschbär abhalten?« fragte sie skeptisch. »Ja, erfahrungsgemäß. Aber wie kommen die kleinen Schildkröten später hier raus? Die Leute vom Aquarium entfernen den Korb, bevor die Jungen schlüpfen. Woher wissen sie, wann das ist? Das können sie genau berechnen. Die Eier brauchen etwa sechzig Tage. Je heißer, desto schneller schlüpfen sie.« »Hast du schon mal gesehen, wie die Schildkröten schlüpfen?« Will nickte. »Wie ist das?« »Ziemlich verrückt, muss ich sagen. Es sieht aus wie eine Krabbenprozession. Sehr witzig.« Während er die Szene beschrieb, sah Ronnie, dass ihr Vater kurz auf die hintere Veranda getreten war und winkte ihm zu. »Ich nehme an, das war dein Dad?« fragte Will leise. »Ja.« Ihr Blick wanderte zum Horizont. In der Ferne konnte man einen Shrimp-Trawler sehen, der auf den Hafen zusteuerte. »Ich möchte dabei sein, wenn die Schildkröten schlüpfen.« »Wann fährst du zurück nach New York?« Ende August. »Das könnte knapp werden. Hoffen wir mal, dass der Sommer richtig heiß wird. Er fängt doch schon gut an. Ich schwitze wie verrückt.« Mit einem Blick zum Haus sagte er, »Wenn du noch nicht heim willst, kommst du dann noch ein bisschen mit? Ich habe gleich ein Volleyballspiel und würde mich freuen, wenn du zuschaust.« »Gibst du mir wieder Limo aufs T-Shirt?« »Nur, wenn du ein Becher dabei hast.« Ronnie überlegte kurz, dann begleitete sie ihn Richtung Pier. Er stieß sie an, sie boxte zurück. Sie konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Es war, als würde auch sie sich verwundert fragen, was sich da zwischen ihnen entwickelte. Und als würde sie jede Minute des Zusammenseins genießen. Wenn er nicht so verdammt gut aussehen würde, wäre das alles nicht passiert. Während sie zuschaute, wie Will und Scott auf dem Spielfeld hin und her flitzten, dachte sie über den Tag nach und darüber, weshalb sie jetzt hier stand. War sie wirklich am Vormittag angeln gewesen? Und hatte sie um acht Uhr morgens gesehen, wie eine verletzte Schildkröte in einem Aquarium herumschwamm? Sie wollte nicht dauernd auf Wills athletischen Körper und seine durchtrainierten Muskeln starren, während er jetzt über den Sand rannte und hinter dem Ball herjagte. Aber es fiel ihr schwer, den Blick von ihm zu nehmen, vor allem, weil er kein Hemd anhatte. Vielleicht wurde der Sommer doch nicht so langweilig. Dabei war Will eigentlich gar nicht ihr Typ. Aber er schien intelligenter zu sein als alle anderen Jungen, mit denen sie zusammen gewesen war. Und außerdem machte er etwas aus seinem Leben. Er hatte einen Job, arbeitete ehrenamtlich, war ein guter Sportler und verstand sich anscheinend sogar mit seiner Familie ganz gut. Allerdings hatte sie keine Ahnung, weshalb er sie mochte. Sie war doch vollkommen anders als die Mädchen, mit denen sie ihn auf dem Jahrmarkt gesehen hatte. Als er jetzt zur Grundlinie lief, warf er einen kurzen Blick in ihre Richtung. Er schien sich zu freuen, dass sie mitgekommen war. Kurz vor dem Aufschlag gab er Scott ein Signal. Dann warf er den Ball in die Luft und pritschte ihn übers Netz, rannte zur Seitenlinie und warf sich mit vollem Körpereinsatz dem Ball entgegen, sodass eine richtige Sandwolke aufgewirbelt wurde. Willst du was von ihm? Ronny war richtig gefesselt gewesen von dem Spiel und hatte deshalb gar nicht gemerkt, dass sich jemand neben sie setzte. Als sie jetzt aufblickte, erkannte sie das blonde Mädchen, das auf dem Jahrmarkt mit Will und Scott unterwegs gewesen war. Wie bitte? Die Blonde fuhr sich mit der Hand durch die Haare und ließ ihre perfekten Zähne blitzen. Du und Will? Ich habe gesehen, ihr seid gemeinsam gekommen. Aha, sagte Ronny. Ihr Instinkt sagte ihr, dass sie am besten so wenig wie möglich Preis gab. Das blonde Mädchen warf mit einer gut einstudierten Bewegung die Haare zurück, entblößte wieder ihre strahlend weißen Zähne, die ganz eindeutig gebleicht waren, und sagte, Ich heiße Ashley. Und du bist? Ronny. Ashley musterte sie unverhohlen. Machst du hier Ferien? Als Ronny ihren Blick erwiderte, lächelte sie. Wir wären uns ja schon öfter begegnet, wenn du von hier wärst. Will und ich zum Beispiel, wir kennen uns seit unserer Kindheit. Aha, sagte Ronny wieder betont neutral. Ihr habt euch kennengelernt, als Will die Limo auf dein Shirt gekippt hat, stimmt's? Wie ich ihn kenne, hat er das absichtlich gemacht. Ronny blinzelte. Wie bitte? So was habe ich schon öfter bei ihm erlebt. Und lass mich raten, heute ist er mit dir angeln gegangen, an der kleinen Anlegestelle auf der anderen Seite der Insel. Diesmal konnte Ronny ihre Überraschung nicht überspielen. Das tut er nämlich immer, wenn er ein neues Mädchen kennenlernt. Entweder das, oder er nimmt sie mit ins Aquarium. Während Ashley weiter plapperte, hatte Ronny das Gefühl, als würde die Welt um sie herum auf sie einstürzen. Neues Mädchen, neue Eroberung. Sei nicht böse auf ihn, sagte sie. So ist er eben, er kann nicht anders. Ronny spürte, wie ihr das ganze Blut aus dem Gesicht wich. Hatte sie sich wirklich so in ihm getäuscht? Anscheinend schätzte sie alle Leute, die ihr hier begegneten, völlig falsch ein. Das war ja nur logisch, wenn man bedachte, dass sie ja gar nicht hatte herkommen wollen. Sie spürte Ashleys Blick. Ist alles okay? Fragte Wolfs Freundin scheinbar besorgt und runzelte die perfekt gezupften Augenbrauen. Du siehst so aus, als würde die gleich übel werden. Alles bestens. Ashleys Gesicht wurde plötzlich ganz weich. Oh nein. Sag bitte nicht, dass du tatsächlich darauf eingefallen bist. Neues Mädchen, neue Eroberung. So ist er eben. Ich muss los, erklärte Ronny. Ihre Stimme klang jetzt ganz ruhig, obwohl ihre Nerven vibrierten. Sie hatte wackelige Knie, als er sich erhob. Will musste bemerkt haben, dass sie aufstand, denn er schaute lächelnd zu ihr. Sie war so wütend auf ihn. Aber noch viel wütender war sie auf sich selbst, weil sie so dumm gewesen war. Wieder einmal hatte sie nur einen Wunsch. Nichts wie weg von hier. In ihrem Zimmer warf sie den Koffer aufs Bett und stopfte ihre Kleider hinein. Als sich die Tür hinter ihr öffnete, blickte sie kurz über die Schulter und sah ihren Vater im Türrahmen stehen. Einen Moment lang zögerte sie. Dann holte sie noch mehr Klamotten aus ihrer Kommode. Ein anstrengender Tag? fragte Dad leise. Er wartete keine Antwort ab. Ich war mit Jonah in der Werkstatt und habe dich kommen sehen. Ich hatte den Eindruck, du bist sehr aufgebracht. Ich verschwinde von hier. Ich rufe Mom an und fahre nach Hause. Ist es so schlimm? Sie drehte sich zu ihm um. Bitte zwing mich nicht hier zu bleiben. Ich halte es nicht aus. Ich mag die Leute nicht. Ich passe nicht hierher. Ich will nach Hause. Wortlos schaute ihr Vater sie an und sie sah die tiefe Enttäuschung in seinem Gesicht. Tut mir leid, sagte sie. Mit dir hat es nichts zu tun, ganz bestimmt nicht. Von jetzt an rede ich gern wieder mit dir, wenn du anrufst. Und du kannst mich mal in New York besuchen, dann unternehmen wir etwas zusammen, okay? Immer noch schwieg ihr Vater. Ronny fühlte sich mit jeder Minute elender. Sie starrte auf den Inhalt ihres Koffers und holte dann wild entschlossen ihre restlichen Sachen. Ich weiß nicht, ob ich dich gehen lassen kann, erhob die Hände. Es ist diese Sache mit dem Musikgeschäft. Sie ließ die Schultern sinken. In ihrer Wut hatte sie den Ladendiebstahl völlig vergessen. Plötzlich verpuffte ihre ganze Energie und sie ließ sich aufs Bett fallen. Das war nicht fair. Es war überhaupt nicht fair. Ihr Vater stand noch in der Tür. Ich kann versuchen, Pete anzurufen. Officer Johnson, meine ich. Vielleicht ist der ja einverstanden. Aber ich erreiche ihn sicher erst morgen und ich will nicht, dass du noch mehr Schwierigkeiten bekommst. Falls es ein Okay gibt und wenn du dann noch immer gehen willst, zwinge ich dich nicht hier zu bleiben. Versprochen? Versprochen, sagte er, obwohl es mir natürlich viel lieber wäre, wenn du bleibst. Sie nickte mit zusammengepressten Lippen. Und du kommst dann nach New York und besuchst mich? Wenn ich kann, antwortete er. Was willst du damit sagen? Ehe ihr Vater antworten konnte, klopfte jemand laut und hartnäckig an die Tür. Dad schaute sich um. Ich nehme an, das ist der Junge, mit dem du heute unterwegs warst. Ronny hätte ihn gern gefragt, woher er das wusste, und als ihr Vater ihr verwundertes Gesicht sah, fügte er hinzu. Ich habe ihn eben schon von weitem kommen sehen. Soll ich mit ihm reden? Nein, danke, entgegnete sie. Ich regle das schon allein. Sie zupfte am Saum ihrer Jeans, bevor sie vom Bett aufstand. Ihr Vater legte ihr kurz die Hand auf den Rücken und sie hielt inne. Doch dann straffte sie sich, ging zur Haustür und öffnete. Will hatte die Hand erhoben und wollte offenbar gerade wiederklopfen. Er schien überrascht, als er Ronny vor sich stehen sah. Sie schaute ihn an. Warum war sie nur so dumm gewesen, ihm zu vertrauen? Sie hätte auf ihre innere Stimme hören sollen. Oh, äh, hallo, stotterte er und ließ die Hand wieder sinken. Eine Sekunde lang habe ich gedacht, sie knallte die Tür zu. Sofort begann er wieder zu klopfen. Bitte, Ronny, rief er flehendlich. Bitte, ich möchte doch nur wissen, was passiert ist. Wieso bist du weggelaufen? Verschwinde, schrie sie. Was habe ich denn getan? Sie riss die Tür wieder auf. Ich habe keine Lust, deine blöden Spielchen zu spielen. Welche Spielchen? Wovon redest du? Ich bin doch nicht dumm und ich habe dir nichts mehr zu sagen. Erneut knallte sie die Tür zu und sofort fing Will an, dagegen zu trommeln. Ich gehe erst, wenn du mir sagst, was los ist. Dad deutete auf die Tür. Soll ich nicht doch mit ihm reden? Will klopfte unermüdlich. Er bleibt nicht mehr lange. Ich glaube, es ist besser, ihn einfach zu ignorieren. Nach kurzen Überlegen schien ihr Vater das zu akzeptieren und deutete zur Küche. Hast du Hunger? Nein, antwortete Ronny automatisch. Aber dann legte sie sich die Hand auf den Magen. Vielleicht doch. Ein bisschen. Ich habe im Netz noch ein gutes Rezept gefunden. Man brät Zwiebeln, Pilze und Tomaten in Olivenöl und isst sie mit Pasta und Parmesankäse. Klingt das gut? Ich glaube, dass Jonah das nicht besonders mag. Er wollte einen Hotdog. So eine Überraschung. Ihr Vater lächelte. In dem Moment ging das Geklopfer wieder los. Dad musste irgendwas in ihrem Gesicht gesehen haben, weil er plötzlich die Arme ausbreitete. Ohne lang zu überlegen, ging Ronny zu ihm und er drückte sie an sich. Diese Geste hatte etwas ungemein Tröstliches. Etwas, was Ronny jahrelang vermisst hatte. Nur mit Mühe konnte sie die Tränen zurückhalten, als sie sich von ihm losmachte. Soll ich dir beim Kochen helfen? Noch einmal nahm Ronny Anlauf, um den Inhalt der Seite, die sie gerade gelesen hatte, zu verstehen. Aber so sehr sie sich auch bemühte, sie schaffte nicht einmal ein einziges Kapitel. Jonah stand seit fast einer Stunde am Fenster, was sie zwang, ebenfalls daran zu denken, wer da draußen vor dem Fenster war. Will. Inzwischen waren schon vier Stunden vergangen und er war immer noch da. Zwar hatte er aufgehört zu klopfen, aber er saß jetzt auf der Düne mit dem Rücken zum Haus. Man konnte ihn nur ignorieren. Und das versuchte Ronny auch, genau wie ihr Vater, der verblüffenderweise wieder in der Bibel las. Da meldete sich Jonah unüberhörbar zu Wort. Wie lange sitzt er wohl noch da rum? Was denkt ihr? Genervt klappte Ronny ihr Buch zu. Okay, rief sie. Ihr Bruder wusste genau, welche Knöpfe er drücken musste, um sie in den Wahnsinn zu treiben. Ich hab's verstanden. Ich gehe zu ihm. Es wehte ein starker, salziger Wind, als Ronny zur Düne ging. Will schien nicht gehört zu haben, wie die Tür ins Schloss fiel. Jedenfalls reagierte er nicht. So wie es aussah, war er ganz und gar damit beschäftigt, mit kleinen Muscheln nach den Spinnenkrabben zu werfen, die blitzschnell zu ihren Löchern flitzten. Ein feiner Dunstschleier trübte das Licht der Sterne, sodass die Nacht kühler und dunkler schien als vorher. Ihr fiel auf, das Will immer noch dasselbe T-Shirt und dieselbe Shorts trug wie heute Morgen. Ob er wohl froh? fragte sie sich. Schob den Gedanken aber schnell beiseite. Es ging sie nichts an. Als er sich endlich zu ihr umdrehte, konnte sie in der Dunkelheit sein Gesicht nicht sehen, aber sie spürte auf einmal, dass sie gar nicht mehr so wütend auf ihn war wie vorher. Sie war höchstens irritiert von seiner Sturheit. »Du hast meinen Bruder völlig aus dem Konzept gebracht«, sagte sie und bemühte sich, möglichst streng zu klingen. »Ich finde, du solltest jetzt gehen.« »Wie spät ist es?« »Schon nach zehn.« »Du hast dir wirklich Zeit gelassen.« »Habe ich dir nicht gleich gesagt, du sollst verschwinden? Ich hätte gar nicht kommen sollen.« Sein Mund verzog sich zu einer schmalen Linie. »Ich will wissen, was passiert ist.« »Gar nichts ist passiert.« »Dann sag mir, was Ashley dir erzählt hat.« »Sie hat nichts erzählt.« »Ich habe doch genau gesehen, wie ihr miteinander geredet habt.« Ronny schüttelte den Kopf. »Ist alles nebensächlich.« »Mit anderen Worten, es hat etwas mit Ashley zu tun, nicht wahr?« »Was hat sie gesagt?« »Dass wir noch zusammen sind?« »Aber das stimmt nicht.« »Zwischen Ashley und mir ist es aus.« Es dauerte eine Sekunde, bis Ronny verstand, was er meinte. »Sie war deine Freundin?« »Ja«, antwortete er. »Wir waren zwei Jahre zusammen.« Als Ronny schwieg, ging er auf sie zu. »Bitte sag mir, was sie gewollt hat.« Aber sie hörte ihn gar nicht richtig, weil sie daran denken musste, wie sie Ashley das erste Mal gesehen hatte, am Rande des Spielfelds. Und wie sie Will das erste Mal gesehen hatte, Ashley im Bikini, die Figur perfekt, und wie sie Will angeschaut hatte. Sie merkte zwar, dass Will weitersprach, aber er schien weit, weit weg zu sein. »Was soll das? Du willst nichts sagen? Du lässt mich stundenlang hier draußen warten, und dann hältst du es noch nicht mal für nötig, mir auf eine einfache Frage eine einfache Antwort zu geben?« Ich habe gedacht, mit einer Mischung aus Wut und Enttäuschung schaute er sie an. Dann ging er plötzlich in Richtung Wasser. »Ach, verdammt, ich weiß selbst nicht mehr, was ich gedacht habe«, rief er über die Schulter zu. Sie wollte hinter ihm herlaufen, wollte ihm etwas zurufen, aber dann sah sie unten beim Wasserrand ein flackerndes Licht, das sich auf und ab bewegte. Ein Feuerball. Ihr stockte der Atem. Markus. Instinktiv wich sie einen Schritt zurück. Markus jagte ihr Angst ein. Will war schon ein paar Häuser weiter und verschwand in der Nacht. Am liebsten hätte sie ihn zurückgeholt und ihm alles erzählt, aber sie wollte nicht länger im Freien bleiben als unbedingt nötig. Und sie fand es auch nicht gut, wenn Markus sie mit Will in Verbindung brachte. Es gab ja sowieso keinen Ronny und Will, oder? Jedenfalls jetzt nicht mehr. Es gab nur noch sie. Und Markus. Sie wich noch einen Schritt zurück, zwang sich dann aber stehen zu bleiben. Wenn Markus merkte, dass sie Angst hatte, machte das alles nur noch schlimmer. Ganz bewusst trat sie in den Lichtkegel der Verandalampe und schaute zu Markus hinunter. Sie konnte ihn nicht sehen, nur das flackernde Licht, das sich auf und ab bewegte. Sie wartete eine Sekunde nach der anderen. Aus den Sekunden wurde eine Minute und noch eine, und nach einer Weile begriff sie, dass er nicht kam. Zufrieden ging sie zurück ins Haus. Doch als sie die Tür hinter sich schloss und sich kurz dagegen lehnte, merkte sie, dass ihre Hände zitterten. Steve blickte hoch, als Ronny wieder hereinkam. Sie lächelte ihm zu, als wollte sie ihm versichern, dass alles in Ordnung sei, nahm ihr Buch und ging in ihr Zimmer. Aber an ihrem Gesichtsausdruck merkte er, dass etwas nicht stimmte. »Hey, Dad«, sagte Jonah. »Ja?« Jonah fragte mit ernster Miene. »Was hat ein Auge?« »Spricht Französisch und isst gerne Kekse, bevor es ins Bett geht.« Steve überlegte. »Keine Ahnung.« Jonah hielt das rechte Auge zu. »Moi.« Sein Vater musste lachen, legte die Bibel fort und erhob sich vom Sofa. Jonah brachte ihn oft zum Lachen. »Dann komm mal mit. Ich hab Schokokeks in der Küche.« »Ich glaube, Ronny und Will haben sich gestritten«, sagte Jonah und zog seine Schlafanzughose hoch, während er hinter Steve hertappte. »Heißt er so?« »Ich habe meine Erkundigungen eingezogen.« »Aha«, sagte Steve. »Warum denkst du, sie haben sich gestritten?« »Ich hab sie gehört. Will hat ziemlich wütend geklungen. Man soll die Gespräche anderer Leute nicht belauschen.« »Wie sind Steve zurecht?« »Mom versucht immer mitzuhören, wenn Ronny telefoniert. Und sie nimmt heimlich das Handy, wenn Ronny im Bad ist, und liest ihre SMS.« »Ehrlich?« Steve bemühte sich, nicht allzu verblüfft zu klingen. »Ja, wie soll sie sonst rauskriegen, was Ronny macht?« »Keine Ahnung. Vielleicht könnte sie mit ihr reden.« »Ja, klar«, Jonah schnaubte verächtlich. »Nicht mal Will schafft es, mit ihr zu reden, ohne zu streiten. Sie macht alle Leute wahnsinnig.« Steve gab Jonah einen Gute-Nacht-Kuss auf die Wange und deckte ihn zu. Bevor er ging, blieb er noch einen Moment in der Tür stehen und betrachtete seine Tochter. Zu seiner Verwunderung hatte Ronny schon geschlafen, als er und Jonah ins Zimmer kamen, und man konnte ja nicht mehr ansehen, dass etwas sie gequält hatte. Ihr Gesicht war entspannt, ihre welligen Haare breiteten sich auf dem Kopfkissen aus, und beide Arme lagen dicht am Oberkörper. Einen Moment lang überlegte Steve, ob er ihr auch einen Kuss geben sollte, ließ es dann aber lieber bleiben, um sie nicht im Schlaf zu stören. Wenn die Träume, wie Schmelzwasser zu den Orten, strömten, wo sie hingehörten. Aber er brachte es noch nicht über sich zu gehen. Es hatte etwas so Beruhigendes, die beiden Kinder schlafen zu sehen. Jonah drehte sich mit einem kleinen Seufz auf die Seite, fort vom Flurlicht. »Wie lange war es her?«, fragte sich Steve, seit er Ronny abends einen Kuss gegeben hatte. In dem Jahr vor seiner Trennung von Kim war Ronny gerade in das Alter gekommen, in dem Kindern solche Rituale peinlich werden. Er erinnerte sich noch genau an den Abend, als das zum ersten Mal richtig klar wurde. Er wollte ihr Gute Nacht sagen und zupfte die Decke zurecht, aber Ronny erklärte, »Du brauchst das nicht zu machen. Ich kann es allein.« Im Haus war jetzt alles still. Steve hörte, wie Jonas Atemzüge immer regelmäßiger wurden. Sein Sohn war eingeschlafen. Die Sonne und die frische Luft waren wesentlich anstrengender als ein Tag in Manhattan. Er beugte sich über Ronny und küßte sie zart auf die Wange. Wieder spürte er diese tiefe Liebe zu ihr. Ein Glücksgefühl, das so stark war, dass es schmerzte. Als er aufwachte, ahnte man schon die Dämmerung, und sein erster Gedanke, oder eigentlich war es eher ein Gefühl, war, wie sehr er das Klavierspielen vermisste. Kurz zuckte er zusammen, als er wie so oft in letzter Zeit dieses Stechen in der Magengegend fühlte. Am liebsten wäre er aufgestanden und ins Wohnzimmer gegangen, um sich dort in seiner Musik zu verlieren. Wann konnte er wohl wieder Klavier spielen? Pastor Harris hatte ihm gesagt, dass für die Kirche ein neuer Flügel bestellt worden war, der demnächst geliefert werden sollte. Ein Geschenk von einem Gemeindemitglied. Und auf diesem Flügel durfte Steve dann uneingeschränkt spielen. Aber vermutlich war es erst Ende Juli soweit. Konnte er es bis dahin aushalten? Müde setzte er sich an den Küchentisch und legte die Hände auf die Platte. Wenn er sich konzentrierte, müsste er es schaffen, die Musik in seinem Kopf zu hören. Er entschied sich für die Sonate, die Ronnie bei ihrem Auftritt in der Carnegie Hall gespielt hatte. Mit geschlossenen Augen versuchte er, die Klänge herbeizurufen. Zuerst waren sie nur leise zu hören, als er begann, die Finger zu bewegen. Aber nach und nach wurden die Sequenzen und Akkorde deutlicher. Und obwohl es nicht ganz so befriedigend war, wie wenn er richtig Klavier spielte, vermochte er sich doch für den Moment damit zufrieden zu geben. Während noch die letzten Takte der Sonate in seinem Kopf nachhalten, öffnete er langsam die Augen und blickte sich in der halbdunklen Küche um. In wenigen Minuten würde die Sonne über den Horizont steigen. Aus irgendeinem Grund hörte er jetzt einen einzigen Ton, ein B, das noch lange in der Luft schwebte und ihm zuwinkte. Klar, er hatte sich das alles nur eingebildet, aber dieser Ton wollte nicht verklingen. Steve suchte nach Papier und einem Stift. Schnell zeichnete er Notenlinien auf einen Zettel und trug den Ton ein, ehe er mit dem Finger wieder auf den Tisch drückte. Erneut hörte er das B, aber dieses Mal folgten noch andere Noten. Wie in Trance schrieb er alles nieder. Er hatte schon sein ganzes Leben komponiert, aber seine Kompositionen hat er immer als Bagatellen betrachtet im Vergleich zu den Werken, die er normalerweise spielte. Auch der Einfall jetzt führte vielleicht nicht weit, aber er spürte, dass er weitermachen wollte. Wie wäre es, wenn es ihm gelänge, etwas Geniales zu schreiben, etwas, das in Erinnerung bleiben würde. Als die Sonne über die Dünen kletterte, fiel Steve wieder ein, worüber er am Abend nachgedacht hatte. Deshalb beschloss er, einen Strandspaziergang zu machen. Er wollte gern mit dem gleichen friedlichen Gesichtsausdruck zurückkehren wie Pastor Harris. Doch während er durch den Sand trottete, fühlte er sich wie ein Amateur, jemand, der nach Gottes Wahrheit sucht, wie ein Kind nach Muscheln. Wie schön wäre es gewesen, wenn er einen eindeutigen Beweis für seine Existenz gefunden hätte. Doch das gelang ihm nicht, und er versuchte, stattdessen sich der Welt zu widmen, die ihn umgab. Da war die Sonne, das Morgenlied der Vögel, der Dunst über dem Wasser. Er wollte diese Schönheit in sich aufnehmen, ohne sie bewusst zu reflektieren. Er wollte den Sand unter den Füßen fühlen, und auch die frische Brise, die seine Wangen streichelte. Was war es, fragte er sich zum hundertsten Mal, dass Pastor Harris befähigte, in seinem Herzen die Antworten zu hören. Was meinte er, wenn er sagte, er fühle Gottes Gegenwart? Komisch, dass ihn solche Probleme beschäftigten. Bis vor kurzem hatten ihn all diese Fragen nicht weiter interessiert. Beim Weitergehen dachte er über die schicksalshafte Entscheidung nach, als er beschloss, Konzertpianist zu werden. Warum war er bereit gewesen, seine Familie für Monate zu verlassen? Dieser Egoismus. Im Nachhinein konnte man sagen, dass es kein sehr weiser Entschluss gewesen war, für alle Betroffenen. Früher hatte er gedacht, dass seine Leidenschaft für die Musik ihn getrieben hatte, aber inzwischen vermutete er, dass er im Grunde nach Mitteln und Wegen gesucht hatte, um die abgrundtiefe Leere, die er manchmal in sich spürte, irgendwie zu füllen. Und er fragte sich, ob er vielleicht dank dieser Erkenntnis eines Tages die Antwort finden konnte. Als Ronny aufwachte, schaute sie gleich auf den Wecker. Sie war erleichtert. Zum ersten Mal, seit sie hier war, hatte sie es geschafft, auszuschlafen. Es war immer noch nicht besonders spät, aber als sie aus dem Bett kletterte, fühlte sie sich doch erfrischt. Neugierig zog sie die Vorhänge auf und spähte nach draußen. Ihr Vater und der Pastor standen in der Einfahrt. Sie hatte Pastor Harris seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen, aber er hatte sich kaum verändert. Zwar stützte er sich jetzt auf einen Stock, aber seine dichten weißen Haare und die buschigen weißen Augenbrauen waren ihr schon damals sehr eindrücklich gewesen. Ronny verstand, warum Dad ihn so mochte. Er hatte etwas sehr Gütiges. Die Männer schienen mit einer dritten Person zu sprechen. Ah, das Polizeiauto. Ronny hörte den Motor im Leerlauf brummen. Als sie die Verandastufen hinuntergingen, winkte Dad ihr zu. Officer Johnson schloss schon die Wagentür und fuhr rückwärts aus der Einfahrt. Ronny wurde schwer ums Herz. Das sah nicht gut aus. Sie ging zu Pastor Harris und zu Dad. Du erinnerst dich an Pastor Harris? Ronny reichte dem Fahrer die Hand. Ja, natürlich erinnere ich mich. Wie schön, sie wiederzusehen. Als Pastor Harris ihre Hand ergriff, sah sie, dass seine Hände und Arme mit schimmernden Narben bedeckt waren. Ich kann es nicht fassen, dass ich dasselbe Mädchen vor mir sehe, das ich vor so vielen Jahren kennenlernen durfte. Und jetzt bist du erwachsen. Er lächelte. Du hast eine große Ähnlichkeit mit deiner Mutter. Das hatte Ronny in letzter Zeit öfter gehört, aber sie wusste nicht recht, was sie davon halten sollte. Hieß es, dass sie alt wirkte? Oder dass Mom jung aussah? Auf jeden Fall war es als Kompliment gemeint, so viel war sicher. Vielen Dank. Wie geht es, Mrs. Harris? Er nahm den Stock in die andere Hand. Sie hält mich auf Trab, wie immer. Und ich bin davon überzeugt, dass sie dich auch gern sehen würde. Er wandte sich wieder an Steve. Vielen Dank nochmal. Man sieht schon, dass das Fenster wunderschön wird. An Ronny gewandt, fügte er hinzu. Es war sehr schön, dich wiederzusehen, junge Dame. Ich hoffe, dein Vater macht dir nicht so viel Ärger. Du weißt ja, wie Eltern sind. Ronny grinste. Er ist ganz okay. Gut. Wenn es trotzdem Probleme gibt, dann komm zu mir und wir reden darüber. Ich werde ihn schon wieder zur Vernunft bringen. Als Junge war er oft frech. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass du manchmal unter ihm zu leiden hast. Ich war doch nie frech, protestierte Dad. Ich habe immer nur Klavier gespielt. Pastor Harris schien die Situation zu genießen. Mag sein, aber Recht habe ich trotzdem. Egal, wie dein Vater sich selbst darstellt, vollkommen war er nie. Mit diesen Worten verabschiedete er sich. Ronny schaute ihm belustigt nach. Ihr fiel ein, dass ja Officer Pete gerade hier gewesen war. Was hat der Officer gesagt? Ich würde vorschlagen, wir frühstücken erst mal. Sie fasste ihn am Arm. Bitte sag's mir gleich, Dad. Er suchte nach den richtigen Worten, konnte aber die Wahrheit nicht überzuckern. Seufzend sagte er, du kannst nicht nach New York fahren. Du musst mindestens bis nächste Woche warten. Da bist du vorgeladen. Die Ladenbesitzerin will Anzeige erstatten. Ronny saß auf der Düne. Sie war nicht wütend, nein. Sie hatte Angst, wenn sie daran dachte, was sich im Inneren des Hauses abspielte. Dad telefonierte mit Mom. Ronny konnte sich nur so gut vorstellen, wie ihre Mutter reagierte. Bestimmt schimpfte Mom fürchterlich und schrie und zeterte. Da hörte sie die Schritte ihres Vaters hinter sich. Ronny schaute sich um und sah, dass er zögerte. Dann setzte er sich fast schüchtern neben sie. Hat sie getobt? Ein bisschen schon, gab er zu. Nur ein bisschen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wie Godzilla durch die Küche marschiert ist, während wir geredet haben. Ronny schloss die Augen. Sie konnte sich die Szene gut vorstellen. Hast du ihr gesagt, was wirklich passiert ist? Ja, natürlich. Und ich habe ihr klar und deutlich zu verstehen gegeben, wie überzeugt ich davon bin, dass du die Wahrheit sagst. Er legte Ronny den Arm um die Schulter und drückte sie an sich. Sie wird sie schon wieder einkriegen, wie immer. Ronny nickte stumm. Ihr Vater musterte sie prüfend. Es tut mir leid für dich, dass du heute noch nicht nach Hause fahren kannst, sagte er. Leise, voller Mitleid und Verständnis. Ich weiß ja, dass es dir hier nicht gefällt. Automatisch entgegnete sie, es stimmt nicht, dass es mir hier nicht gefällt. Zu ihrer eigenen Überraschung merkte sie, das war die Wahrheit. Auch wenn sie die ganze Zeit versucht hatte, sich das Gegenteil einzureden. Es ist nur einfach so, dass ich nicht hierher gehöre. Dad lächelte melancholisch. Ich weiß nicht, ob dich das tröstet. Aber als Jugendlicher hatte ich auch das Gefühl, nicht hierher zu gehören. Ich habe immer nur davon geträumt, endlich nach New York zu gehen. Aber es ist komisch. Sobald ich von hier weg war, habe ich die Gegend stärker vermisst, als ich erwartet hätte. Das Meer hat etwas, das mich ruft. Sie schaute ihn an. Was passiert jetzt mit mir? Wir werden das schon hinkriegen. Wir nehmen uns einen guten Anwalt und lassen uns beraten. Er schwieg für einen Moment, dann fuhr er fort. Darf ich dich etwas fragen? Was hast du getan, dass Blaze so wütend auf dich wurde? Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Ihr Freund ist ein ganz komischer Typ. Ich glaube, er ist gefährlich. Aber Blaze denkt, ich habe versucht, ihn ihr wegzunehmen. Was meinst du mit komisch und gefährlich? Ronny überlegte. Irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Markus, vielleicht solltest du dich von Blaze und Markus fernhalten. Keine Sorge, ich hatte mir sowieso schon vorgenommen, mit den beiden nicht mehr zu reden. Soll ich Pete informieren? Ich weiß, deine Erfahrung mit ihm war bisher nicht so positiv, aber... Ronny schüttelte den Kopf. Er hat mir übrigens gesagt, dass er dir glaubt. Deshalb hatte er schon mit der Ladenbesitzerin gesprochen. Ronny lächelte. Es war schön, mit ihrem Vater zu reden. Einen Moment lang überlegte sie, wie anders ihr Leben verlaufen wäre, wenn er nicht die Familie verlassen hätte. Nachdenklich nahm sie eine Hand voll Sand und ließ die Körner durch die Finger rieseln. Warum bist du von uns weggegangen, Dad? Fragte sie. Ich bin alt genug, um die Wahrheit zu erfahren, oder? Ihr Vater streckte die Beine aus. Offensichtlich wollte er Zeit gewinnen. Die Antwort schien ihm nicht leicht zu fallen. Er schaute Ronny ernst an. Letzten Endes haben wir uns auseinandergelebt. Ronny warf ihrem Vater einen Blick zu und versuchte, zwischen den Zeilen zu lesen. Es gab jemanden anderen, stimmt's? Fragte sie mit betont neutraler Stimme. Ihr Vater antwortete nicht, sondern wandte den Blick ab. Ronny spürte, wie sich etwas in ihr verknotete. Als er endlich antwortete, klang er müde. Ich weiß, ich hätte mich stärker bemühen müssen, unsere Ehe zu retten, und ich bedauere es sehr, dass ich es nicht getan habe. Ich bedauere es mehr, als du dir vorstellen kannst. Und eins musst du wissen. Ich habe nie aufgehört, an unsere Liebe zu glauben, obwohl sich alles nicht so entwickelt hat, wie ich es mir gewünscht hatte. Wenn ich dich und Jonah sehe, denke ich, welch großes Glück es für mich ist, dass ich euch als Kinder habe. Ich habe im Laufe meines Lebens so viele Fehler gemacht, aber ihr zwei seid das Beste, was mir je passiert ist. Wieder ließ Ronny Sand durch ihre Finger rieseln. Sie fühlte sich plötzlich erschöpft. Was mache ich jetzt? Du meinst heute? Ich meine einfach alles. Liebevoll legte Dad ihr die Hand auf den Rücken. Ich glaube, der erste Schritt könnte sein, dass du mit ihm sprichst. Mit wem? Mit Will. Erinnerst du dich, wie ihr gestern am Haus vorbeigekommen seid und ich auf der Beranda stand? Als ich euch gesehen habe, fand ich, dass ihr gut zusammenpasst. Aber du kennst ihn doch gar nicht. Ronny klang halb verwundert, halb irritiert. Stimmt, sagte er mit einem zärtlichen Lächeln. Aber ich kenne dich und du warst gestern glücklich. Aber was ist, wenn er nicht mit mir reden will? Er will es bestimmt. Woher weißt du das? Weil ich euch gesehen habe und weil er ebenfalls glücklich war. Als sie vor dem Eingang der Autowerkstatt Blakely stand, wusste sie, dass sie keine Wahl hatte. Sie war nicht fair zu ihm gewesen. Zumindest musste sie ihm erzählen, was Ashley gesagt hatte. Immerhin hatte er stundenlang vor dem Haus gesessen und auf eine Erklärung für Ronnys Verhalten gewartet. Zögernd betrat sie die Werkstatt. Scott sagte irgendetwas zu Will, der daraufhin den Kopf zu ihr drehte. Er lächelte nicht, als er sie sah, aber immerhin wischte er sich mit einem Lappen die Hände ab und kam zu ihr. Etwa einen Meter vor ihr entfernt blieb er stehen. Ronny konnte seinen Gesichtsausdruck nicht deuten. Was willst du? fragte er. Nicht gerade die Art von Begrüßung, die sie sich erhofft hatte, aber auch nicht völlig unerwartet. Du hattest recht, begann sie. Gestern bin ich vom Strand weggegangen, weil Ashley etwas gesagt hat. Sie meinte, dass ich nur dein neues Projekt bin und dass unser gemeinsamer Tag, also alles, was wir gemeinsam unternommen haben, und so dein Standardprogramm ist, dass du bei jedem neuen Mädchen abspulst. Will schaute sie unverwandt an. Sie hat gelogen. Ich weiß. Warum hast du mich dann stundenlang warten lassen? Und wieso hast du gestern kein Wort gesagt? Ronny strich sich eine Haarsträhne hinter das Ohr. Ich war wütend und völlig verunsichert. Eigentlich hätte ich es dir gern erzählt, aber du bist gegangen, bevor ich es geschafft habe. Will überlegte für einen Moment, dann fragte er. Warum hast du ihr überhaupt geglaubt? Du kennst sie doch gar nicht. Sie zuckte nur die Achseln. Weiß ich selber nicht. Da sie offensichtlich nichts mehr hinzufügen wollte, steckte Will trotzig die Daumen in die Hosentasche und sagte, hast du mir sonst noch etwas zu sagen? Ich muss nämlich wieder an die Arbeit. Ich möchte vor allem um Entschuldigung bitten. Ronny klang bedrückt. Es tut mir leid. Ich habe überreagiert. Stimmt, insgegnete Will steif. Du hast dich völlig blöd verhalten. Sonst noch was? Und ich wollte dir noch sagen, dass mir der Tag gestern supergut gefallen hat. Bis auf den Schluss natürlich. Okay? Diese Antwort verstand sie nicht ganz, aber dann sah sie, dass er grinste und entspannte sich ein bisschen. Okay? Mehr nicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, um... Will kam auf sie zu und dann ging alles ganz schnell. Plötzlich stand er dicht vor ihr, legte den Arm um ihre Hüfte und zog sie an sich. Ehe Ronny lange überlegen konnte, küsste er sie. Seine Lippen waren weich und warm und sein Kuss verblüffend zärtlich. Vielleicht lag es daran, dass er sie überrumpelt hatte. Jedenfalls erwiderte sie sein Kuss instinktiv. Ronny war selig. Und ihr wurde auf einmal bewusst, dass sie sich genau das von ihm gewünscht hatte. Als Will sie wieder losließ, glühten ihre Wangen. Sein Blick war ernst und liebevoll. Wenn du wieder mal wütend auf mich bist, dann rede mit mir, sagte er. Schieb mich nicht weg. Ich mag dieses Spielchen nicht, das weißt du. Und außerdem, mir hat der Tag gestern auch sehr gut gefallen. Ronny war immer noch etwas aus dem Gleichgewicht, als sie nach Hause ging. Sie dachte die ganze Zeit nur an den Kuss. Als sie sich dem Bungalow näherte, ging gerade die Tür zur Werkstatt auf. Jonah trat heraus ins Sonnenlicht und lief in Richtung Haus. »Hey, Jonah!« rief Ronny. »Oh, hallo, Ronny!« Jonah trottete weiter, kurz überlegte sie, ob sie ihm folgen sollte, doch stattdessen ging sie zur Werkstatt. Allmählich wurde es Zeit, dass sie sich mal das Fenster anschaute, von dem sie schon so viel gehört hatte. Im Türrahmen blieb sie stehen und schaute zu, wie ihr Vater Blei lötete. »Hallo, Schatz, komm rein!« Sie trat ein. Zum ersten Mal nahm sie den Raum in sich auf. Sie trat zu dem Arbeitstisch mit dem Buntglasfenster. Soweit sie es beurteilen konnte, war es noch lange nicht fertig. Das war höchstens ein Viertel. Bestimmt mussten noch hunderte von Glasstücken verarbeitet werden. Nachdem ihr Vater wieder ein Glasstück eingefügt hatte, richtete er sich auf. »Ich habe gerade mit ihm gesprochen,« begann sie. »Ich bin zu der Werkstatt gegangen, in der er arbeitet.« »Und?« »Er mag mich.« »Kein Wunder, so eine wie dich findet er so schnell nicht wieder.« Ronny lächelte immer noch. Sie war ihrem Vater richtig dankbar. War er immer schon so nett gewesen? Sie konnte sich nicht erinnern. »Wieso machst du eigentlich das Fenster für die Kirche?« »Weil Pastor Harris dich hier im Haus wohnen lässt?« »Nein.« »Ich hätte sowieso ein Fenster gemacht.« Er verstummte, aber Ronny schaute ihn erwartungsvoll an. »Es ist eine lange Geschichte.« »Möchtest du sie hören?« Sie nickte. Ich war sieben oder acht Jahre alt, als ich das erste Mal in die Kirche von Pastor Harris gegangen bin. Es goss in Strömen und ich wollte mich irgendwo unterstellen, weil ich schon klatschnass war. Da habe ich gehört, wie jemand Klavier spielt. Pastor Harris rief meine Mutter an und bis sie kam, ließ er mich Klavier spielen. Ich war ja noch klein und habe einfach auf die Tasten gehauen, aber, na ja, am nächsten Tag bin ich wieder zu ihm gegangen und schließlich wurde Pastor Harris mein erster Klavierlehrer. Er liebte Musik. Er sagte damals immer wieder zu mir, »Schöne Musik ist wie der Gesang der Engel.« Ich war wie verzaubert. Jeden Tag habe ich stundenlang Klavier gespielt, unter dem Fenster durch das himmlisches Licht auf mich fiel. Das ist das Bild, das ich immer vor mir sehe, wenn ich an die Stunden in der Kirche denke. Dieses herrliche Licht, das durchs Fenster flutete. Und vor ein paar Monaten hat dann die Kirche gebrannt. Pastor Harris wäre in der Nacht beinahe ums Leben gekommen. Mit Mühe und Not hat er es geschafft, dem Feuer zu entkommen. Der Pastor lag einen Monat lang im Krankenhaus und die Gottesdienste finden seitdem in einer alten Fabrikshalle statt, die ihm jemand zur Verfügung gestellt hat. Ich dachte, es ist nur vorübergehend, aber jetzt hat mir Pastor Harris erzählt, dass die Versicherung nur die Hälfte des Schadens übernimmt und die Kirchengemeinde kann unmöglich auch noch ein neues Fenster bezahlen. Das finde ich schrecklich. Die Kirche würde ja völlig anders aussehen als in meiner Erinnerung und das ist nicht gut. Deshalb mache ich dieses Fenster. Er räusperte sich. Ich muss es fertig bauen. Ronny versuchte sich vorzustellen, wie ihr Vater in der Kirche am Klavier saß. Und ihr Blick wanderte von ihm zu dem Foto und dann zu dem halbfertigen Fenster auf dem Tisch. Du tust etwas Gutes. Naja, wir werden sehen, was daraus wird. Übrigens, sagte ihr Vater, betont beiläufig, als sie zur Tür gingen, werde ich je die Chance haben, den jungen Mann kennenzulernen, der hinter meiner Tochter hier ist? Sie traten hinaus ins helle Sonnenlicht. Könnte sein. Hast du Lust, ihn zum Abendessen einzuladen? Und vielleicht können wir danach... Du weißt schon, was wir früher immer gemacht haben. Ronny überlegte. Ich weiß nicht, Dad. Das kann manchmal ganz schön hitzig werden. Komm schon, Mann. Du musst dich auf das Spiel konzentrieren. Dann schaffen wir es auch, Landry und Tyson aus dem Wettkampf zu werfen. Will wechselte den Ball von einer Hand in die andere. Er und Scott standen immer noch verschwitzt von den letzten Ballwechseln im Sand. Es war spät am Nachmittag. Um drei waren sie mit der Arbeit in der Werkstatt fertig gewesen und an den Strand geeilt, um gegen zwei Teams aus Georgia zu spielen, die sich übers Wochenende hier in der Gegend aufhielten. Sie bereiteten sich alle auf das Südostturnier vor, das Ende August hier in Wrightsville Beach ausgetragen wurde. Sie haben uns letztes Jahr geschlagen. Ja, stimmt, aber letztes Jahr warst du noch schlechter als jetzt. Ich musste die gesamte Verantwortung tragen. Besten Dank. Ich sag ja nur, du bist unberechenbar. Zum Beispiel gestern, nachdem das Lost-Boy-Mädchen weggerannt ist, hast du den Rest des Satzes gespielt wie ein Blinder. Das Lost-Boy-Mädchen hat einen Namen. Sie heißt Ronnie. Ist doch egal. Weißt du, was dein Problem ist? Ja, Scott, bitte sag mir, was mein Problem ist, dachte Will. Dein Problem ist, dass du nicht zielorientiert bist. Sonst hättest du niemals angefangen, mit ihr zu knutschen. Ich glaube, du bist eifersüchtig, murmelte Will. Ach, Quatsch. Ich finde nur, du solltest dich wieder mit Ashley zusammentun, damit ich an Cassie rankomme. Dann frag sie doch direkt. Irgendwie gibt's die zwei nur im Doppelpack. Mensch, das kannst du mir nicht antun. Was findest du denn an dieser Ronnie? Will antwortete nicht. Nein, 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 nein. Ich habe dir gesagt, du sollst dich wieder mit Ashley treffen, damit du nichts Ernstes anfängst. Glaub mir, es passt jetzt einfach nicht, dass du dich mit... Will grinste. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du dich mehr um mein Leben kümmerst, als um dein eigenes? Das liegt daran, dass ich nicht so viel Mist baue wie du. Will zuckte innerlich zusammen. Er musste an die Nacht denken, als die Kirche brannte. Hatte Scott das tatsächlich verdrängt? Ich habe keine Lust mehr darüber zu reden, sagte er. Aber er merkte, dass sein Freund ihm gar nicht zuhörte, sondern wie gebannt über seine Schulter starrte. Offenbar hatte er am Strand irgendetwas Interessantes entdeckt. Das kann doch nicht wahr sein, murmelte Scott. Will drehte sich um und sah Ronnie kommen. Ein breites Grinsen erschien auf seinem Gesicht. Er ging ihr entgegen, wie hübsch sie aussah. Und was sie wohl gerade dachte? Es gefiel ihm, dass er sie immer noch nicht durchschauen konnte. Als sie später im Truck neben ihm saß, erschien sie ihm fast noch rätselhafter. Sie schaute lächelnd aus dem Fenster und genoss es wohl, einfach nur die Landschaft zu betrachten. Doch dann presste sie die Hände im Schoß aneinander. Nur zu deiner Information. Meinem Vater ist es völlig egal, wenn du Shorts und ein ärmelloses Hemd anhast. Es dauert doch nur ein paar Minuten. Aber es ist ein ganz normales Abendessen. Ich bin völlig verschwitzt. Und ich will nicht mit deinem Vater am Tisch sitzen und aussehen wie ein Penner. Weißt du was? Du hättest mich vorher nicht küssen sollen. Das war nicht besonders romantisch. Ich fand es sehr romantisch. Wir waren in einer Reparaturwerkstatt. Deine Hände waren mit Motoröl verschmiert und dein Kumpel hat blöd geglotzt. Die perfekte Umgebung. Er drosselte jetzt das Tempo, bog rechts ab und hielt an, um die Fernbedienung zu aktivieren. Langsam öffnete sich ein gusseisernes Tor und der Truck setzte sich wieder in Bewegung. Will war nur damit beschäftigt, an das bevorstehende Abendessen mit Ronnies Familie zu denken und merkte gar nicht, dass Ronny ganz still geworden war. Das ist der Wahnsinn, dachte sie. Die Gartenanlage mit dem üppigen Rosengarten, den kunstvoll gestutzten Hecken und den Marmorstatuen. Dann diese riesige georgianische Villa mit den eleganten Säulen. Außerdem die superteuren Autos, die gerade in einem extra dafür reservierten Bereich gewachst wurden. Der Wahnsinn. Alles. Die gesamte Szenerie. Sie wusste natürlich, dass es in New York reiche Leute gab, die in der Park Avenue Wohnungen mit 23 Zimmern besaßen und Willen in den Hamptons, aber sie hatte solche Leute noch nie näher kennengelernt und bei ihnen eingeladen war sie erst recht noch nie. Und jetzt war sie hier, in T-Shirt und zerrissenen Jeans. Will hätte sie wenigstens vorwarnen können. Wortlos starrte sie auf das Gebäude, während Will die Einfahrt hinauffuhr und direkt vor dem Haupteingang anhielt. Das hier war das größte Haus, das sie je in ihrem Leben gesehen hatte. Sie folgte Will die Verandastufen hinauf und blieb für einen Moment an der Tür stehen, gerade lange genug, um das kleine Messingschild mit der Aufschrift »The Blakely's« zu entziffern. Wie bei Wills Arbeitsstelle. Wie bei der landesweiten Kette von Autowerkstätten. Das hieß, Wills Vater leitete nicht einfach eine Filiale, sondern ihm gehörte die gesamte Firma. Will führte sie in die riesige Vorhalle, von der in der Mitte eine breite Freitreppe abging. »Du hast mir nicht gesagt, dass du mit Nachnamen Blakely heißt«, flüsterte Ronnie. »Weil du mich nicht gefragt hast«, Will zuckte die Achsel. »Komm mit.« Er führte sie an dem Treppenaufgang vorbei in den offenen Raum. An der Rückseite des Hauses befand sich eine riesige überdachte Veranda und als Ronnie aufs Wasser hinausblickte, sah sie an der Anlegestelle eine Yacht, die zumindest die Bezeichnung »Mittelgroß« verdiente. »Soll ich dich noch ein bisschen herumführen, bevor ich mich unziehe?« »Nicht nötig, danke.« In dem Moment ertönte eine Stimme. »Will, bist du das?« Eine attraktive Frau erschien auf der Bildfläche. Sie war Anfang fünfzig, trug einen teuren Hosenanzug aus Leinenstoff und hielt ein Hochzeitsmagazin in der Hand. »Hallo, Mom«, begrüßte Will sie und warf seine Autoschlüssel in die Schale auf dem kleinen Tischchen gleich bei der Tür. Daneben stand eine Vase mit frisch geschnittenen Lilien. »Ich habe jemanden mitgebracht. Das ist Ronnie.« »Ronnie, das ist meine Mutter Susan.« »Oh, hallo, Ronnie«, flötete Susan kühl. Wills Mutter versuchte zwar, sich nichts anmerken zu lassen, aber Ronnie spürte genau, dass sie nicht gerade entzückt war von Wills Überraschungsgast. »Ist der zu Hause?«, fragte Will. »Ja, ich glaube, er ist in seinem Arbeitszimmer. Ich muss kurz mit ihm reden, bevor ich wiedergehe. Ich bin heute Abend bei Ronnies Familie zum Essen eingeladen.« »Ach, wie nett!« »Und es freut dich sicher ganz besonders, wenn du hörst, dass Ronnie Vegetarierin ist.« »Ach,« sagte Susan wieder und musterte Ronnie prüfend. »Sehr interessant,« murmelte sie, aber Ronnie sah genau, dass es sie nicht im Geringsten interessierte. »Okay, ich mache mich kurz frisch. Bin gleich wieder da,« verkündete er. Am liebsten hätte Ronnie ihm nachgerufen, »Bitte beeil dich!« Aber stattdessen sagte sie nur leise, »Okay.« Mit großen Schritten rannte er die Treppe hinauf und überließ Ronnie und Susan ihrem Schicksal. Sie schwiegen beide, und Ronnie spürte überdeutlich, wie wenig sie gemeinsam hatten. »Sie sind also das junge Mädchen mit dem Schildkröten-Nest hinter dem Haus?« »Ja, genau.« Susan nickte. Anscheinend fiel ihr sonst nichts mehr ein, also war jetzt Ronnie an der Reihe, die Stille zu füllen. Sie deutete zur Empfangshalle. »Sie haben ein wunderschönes Haus.« »Vielen Dank.« Nun wusste auch sie nicht mehr weiter, und es entstand ein peinliches Schweigen. Doch zum Glück gesellte sich kurz darauf ein Mann zu ihnen. Ende fünfzig oder Anfang sechzig, lässig gekleidet, in Dockers Schuhen und einem Polohemd. »Ich habe doch gehört, dass jemand ins Haus gekommen ist,« rief er und kam auf die beiden Frauen zu. Er wirkte freundlich. »Ich bin Tom, auch bekannt als Will's Dad. Und Sie sind Ronnie?« »Schön, Sie kennenzulernen,« sagte sie höflich. »Ich freue mich sehr, dass ich endlich die Gelegenheit habe, das Mädchen, von dem mein Sohn die ganze Zeit redet, leibhaftig vor mir zu sehen.« Susan räusperte sich. »Er wird heute Abend mit Ronnie und ihrer Familie speisen.« Tom lächelte Ronnie zu. »Hoffentlich gibt es nichts Feines. Will ernährt sich nämlich vor allem von Salami-Pizza und Hamburgern.« »Die junge Dame ist Vegetarierin,« erklärte Susan. Es klang fast wie »Sie ist Terroristin«. Oder doch nicht?« Ronnie konnte es nicht einschätzen. »Sie hatte ja keine Ahnung, wie Susan sonst redete.« Jedenfalls schien Tom die Information nicht weiter tragisch zu nehmen. »Tatsächlich?« »Das ist ja großartig.« »Dann ist er wenigstens zur Abwechslung mal etwas Gesundes.« Er schwieg einen Moment lang, dann fügte er hinzu. »Ich würde Ihnen gern etwas zeigen.« »Ich nehme an, Ronnie interessiert sich nicht für dein Flugzeug, Tom,« wandte Susan ein. »Na, wer weiß.« Tom wandte sich zu Ronnie. »Mögen Sie Flugzeuge?« »Klar«, dachte Ronnie. »Warum soll die Familie nicht auch ein Flugzeug besitzen?« »Ja, natürlich.« »Mag ich Flugzeuge«,« sagte sie lächelnd. Sie hatte ein Bild im Kopf, einen Learjet oder eine Gulfstream in einem speziellen Hangar am anderen Ende des Anwesens. Aber dann passierte etwas, womit sie wirklich nicht gerechnet hatte. Ein Mann, der älter war als ihr Vater, ließ ein Modellflugzeug fliegen und bediente mit konzentrierter Mine die Fernsteuerung. Das Flugzeug jaulte, während es über die Bäume schwirrte und dann den Intracoastal Waterway überquerte. Ich wollte schon immer so ein Ding haben und jetzt habe ich mir diesen Wunsch endlich erfüllt. Das heißt, eigentlich ist es bereits mein zweites Flugzeug. Mein erstes ist leider im Wasser gelandet. Wie schade. Ja, sehr traurig. Aber dadurch habe ich gelernt, dass ich die Gebrauchsanleitung sorgfältiger lesen muss. Tom schaute Ronny fragend an. »Möchten Sie es gern mal versuchen?« »Lieber nicht.« Ronny war ganz eingeschüchtert. »Ich bin bei so etwas nicht besonders geschickt.« Endlich tauchte Will wieder auf. Frisch geduscht und in sauberen Shorts und Polohemd. Beides Designermarken, aber das war ja nicht weiter verwunderlich. »Hör mal, mein Sohn, ich muss sagen, Ronny ist wesentlich hübscher, als du gesagt hast.« Ronny lächelte geschmeichelt, aber Will verzog gequält das Gesicht. »Dad!« »Es stimmt«, bestätigte Tom. »Kein Grund, verlegen zu werden.« Nachdem er seinen Flieger wieder auf Kurs gebracht hatte, warf er Ronny einen kurzen Blick zu. Will wird schnell verlegen. Früher war er der schüchternste Junge auf der Welt. Er konnte nicht mal neben einem hübschen Mädchen sitzen, ohne dass er knallrot wurde. Will schüttelte fassungslos den Kopf. »Ich kann nicht glauben, dass du so etwas sagst, Dad. Direkt vor ihr.« »Wieso denn nicht?« Wieder schaute Tom Ronny an. »Stört sie das?« »Überhaupt nicht.« »Siehst du?« Er tippte seinem Sohn auf die Brust, als wäre dadurch bewiesen, dass er recht hatte. »Es ist ihr egal.« »Besten Dank.« Will zog eine Grimasse. »Hör mal zu, mein Junge. Selbst wenn es Auberginen und Steckrüben mit Tofu gibt, ich möchte, dass du isst, was auf den Tisch kommt, und dass du den Koch lobst,« ermahnte Tom ihn. »Wahrscheinlich gibt es nur Spaghetti,« bemerkte Ronny grinsend. »Tatsächlich?« Tom schien enttäuscht. »Wie lief's denn heute in der Werkstatt?« »Darüber würde ich gern kurz mit dir reden. Jay hat gesagt, es gibt ein Problem mit dem Computer oder mit der Software.« Tom seufzte. »Gut, dann werde ich mich wohl darum kümmern müssen. Vorausgesetzt natürlich, ich schaffe es, diesen Flieger wieder vom Himmel herunterzuholen. Und ihr beide amüsiert euch gut. Verstanden?« »Du lügst,« schimpfte Will. »Du lügst schon den ganzen Abend. Ich hab die Schnauze voll.« »Fang lieber erst gar nicht so an,« gab Ronny zurück. »Du bist doch derjenige, der dauernd lügt.« Der Tisch war schon längst abgedeckt. Dad hatte Spaghetti Marinara gekocht, wie Ronny vermutet hatte, und Will hatte brav seinen Teller leer gegessen. Sie saßen aber alle noch am Küchentisch, hielten sich Karten an die Stirn und spielten Lügenpoker. Will hatte eine Herz-8, Steve eine Herz-3 und Jonah eine Pik-9. Vor jedem lag ein Haufen Münzen und in dem Topf in der Mitte befanden sich so viele fünf und zehn Cent-Stücke, dass er fast überquoll. »Ihr lügt beide,« sagte Jonah. »Ihr wisst beide nicht, wie man die Wahrheit sagt.« Will schaute Jonah mit seinem Spielgesicht an und nahm eine Münze von seinem Turm. »Dieser Viertel Dollar sagt, du weißt nicht, wovon du redest.« Ronnys Vater schüttelte den Kopf. »Schlechte Entscheidung, junger Mann. Es ist vorbei. Ich erhöhe auf fünfzig Cent.« »Das will ich sehen,« rief Ronny. Jonah und Will zogen sofort nach. Schweigend und misstrauisch beäugten sie sich gegenseitig, ehe sie ihre Karten auf den Tisch legten. Und wieder hatten sie alle gegen Jonah verloren. »Ihr seid üble Lügner,« rief ihr kleiner Bruder. Er hatte doppelt so viel kassiert wie die anderen drei. Lächelnd schaute Ronny zu, wie er die Münzen einstrich. Der Abend war bisher sehr angenehm verlaufen, fand sie. Sie hatte ja selbst nicht gewusst, was sie erwarten würde, als sie Will einlud. Es war schließlich das erste Mal, dass sie ihrem Vater einen ihrer Freunde vorstellte. Aber sie war froh, dass sie Will eingeladen hatte. Die Situation mit ihrem Vater war viel unkomplizierter als Ronnys Begegnung mit Susan. Wills Mutter hatte unverhüllt zu verstehen gegeben, dass sie Ronny nicht leiden konnte. Oder wie wenig es ihr passte, dass ihr Sohn sie mochte. Als es draußen dunkel wurde und das Pokerspiel langsam zu Ende ging, fühlte sie Wills Blick auf sich ruhen. Sie lächelte ihm zu. Vielleicht können wir noch einen Strandspaziergang machen. Sie schaute ihm direkt in die Augen. Ja, ich würde sehr gern ein Stück spazieren gehen. Der Strand erstreckte sich kilometerweit. Seit Wills Kindheit hatte sich vieles verändert. Im Sommer war wesentlich mehr Verkehr als früher. Die kleinen Bungalows, wie der, in dem Ronny wohnte, waren durch imposante Strandvillen ersetzt worden. Aber Will liebte den Strand nach wie vor. Heute Abend war alles menschenleer. Und während er und Ronny am Wasserrand barfuß durch die flachen Wellen wanderten, dachte er zum ersten Mal ganz deutlich, sie ist das Mädchen, mit dem ich der Zukunft entgegen gehen will. »Was denkst du gerade?« hörte er sie fragen. Eine frische Brise wehte durch ihre Haare und sie versuchte vergeblich, sie zu einem Pferdeschwanz zu bändigen. »Du bist so still.« »Ich habe darüber nachgedacht, wie gut es mir bei euch gefallen hat. In unserem kleinen Häuschen? Es ist ziemlich anders als die Villa, die du gewohnt bist. Ich finde den Bungalow klasse,« sagte er. »Und deinen Dad und deinen Bruder auch, obwohl Jonah mich beim Lügenpoker total abgezogen hat. Er gewinnt jedes Mal. Frag mich nicht, wie er das macht. Vielleicht muss man einfach besser lügen können. Ach, du meinst, so lügen wie du, als du mir gesagt hast, du arbeitest für deinen Vater. »Ich arbeite für meinen Vater?« entgegnete Will. »Du weißt genau, was ich meine.« »Ich dachte, es spielt keine Rolle.« Er blieb stehen und schaute sie an. »Oder?« »Hör zu. Lass mich eine Sache klarstellen. Mir ist es egal, ob dein Vater der Sultan von Bruna ist. Du wurdest zufällig in eine privilegierte Familie hineingeboren. Was du damit machst, ist ganz allein deine Sache. Ich bin hier, weil ich mit dir zusammen sein will. Wenn ich das nicht wollte, würde alles Geld der Welt nichts daran ändern.« »Was ist das?« Will deutete auf den Schuppen neben dem Haus. »Das ist eine Werkstatt. Mein Dad und Jonah machen ein Buntglasfenster.« »Dein Dad kann Buntglasfenster machen?« »Ja.« »Beschäftigt er sich damit schon immer?« »Nein«, antwortete sie. »Früher war er Klavierlehrer. Das hat er dir ja beim Essen erzählt.« Sie beugte sich hinunter, um sich etwas von den Füßen zu wischen. Dann wechselte sie das Thema. »Wie geht es bei dir weiter? Arbeitest du noch länger für deinen Vater?« Will schluckte. »Wie gern er sie geküsst hätte!« »Ja, bis Ende August. Und im Herbst gehe ich dann auf die Vanderbilt University in Nashville, Tennessee.« »Du wirkst nicht sonderlich begeistert.« Will nahm Ronny an der Hand und sie gingen weiter. »Ich wollte auf ein anderes College und bin auch angenommen worden. Dort gibt es einen ganz tollen Studiengang für Umweltwissenschaften. Aber meine Mom will unbedingt, dass ich auf die Vanderbilt University gehe.« Er spürte den Sand zwischen den Zähnen. »Tust du immer, was deine Mom will?« »Das verstehst du nicht.« Er schüttelte hilflos den Kopf. »Es ist eine Familientradition. Meine Großeltern haben da studiert, meine Eltern, meine Schwester. Meine Mutter ist im Verwaltungsrat und sie...« Es fiel ihm schwer, die richtigen Worte zu finden. Er spürte, dass Ronny ihn anschaute, aber er konnte ihr nicht in die Augen sehen. »Ich weiß, dass sie ziemlich zurückhaltend sein kann, aber wenn man sie besser kennt, ist sie der ehrlichste, zuverlässigste Mensch der Welt. Sie würde alles für mich tun und ich meine wirklich alles, aber die letzten Jahre waren sehr schwer für sie.« Er hob eine Muschel auf, betrachtete sie und warf sie dann in hohem Bogen in die Wellen. »Du hast mich doch nach dem Armband gefragt.« Ronny nickte. »Meine Schwester und ich tragen die Armbänder zu Ehren von unserem kleinen Bruder. Er hieß Mike und war ein wunderbar kleiner Junge. Er hatte ein unglaublich ansteckendes Lachen. Man hatte automatisch mit ihm gelacht. Man konnte gar nicht anders. Er schwieg für einen Moment und schaute aufs Meer. Vor vier Jahren hatten Scott und ich ein Basketballspiel und meine Mom war an der Reihe uns hinzufahren. Wie immer kam Mike mit. Es hatte den ganzen Tag geregnet, die Straßen waren teilweise überflutet. Scott und ich haben angefangen auf dem Rücksitz Mercy zu spielen. Kennst du das? Man versucht, das Handgelenk des anderen in die falsche Richtung zu drücken, bis einer von beiden aufgibt. Er zögerte. Wir haben richtig gekämpft und gerangelt und gegen den Vordersitz getreten. Mom hat immer wieder gesagt, wir sollen aufhören, aber wir haben sie nicht beachtet. Und dann hatte ich Scott schließlich in der Mangel. Ich drückte mit aller Kraft und er hat laut geschrien. Meine Mutter drehte sich kurz um, weil sie wissen wollte, was passiert war. Nur eine halbe Sekunde. Aber dabei hat sie die Kontrolle über den Wagen verloren. Und Will schluckte, spürte, wie die Worte ihn fast erwirkten. Mike hat den Unfall nicht überlebt. Und ohne Scott hätte meine Mutter es wahrscheinlich auch nicht geschafft. Wir sind durch ein Geländer gerast und ins Wasser. Scott ist ein hervorragender Schwimmer. Er hat uns drei an Land geschleppt. Aber Mikey, Will presste den Nasenrücken zusammen. Mikey ist bei dem Aufprall gestorben. Er war noch in der Vorschule. Ronnie drückte Wills Hand. Das tut mir schrecklich leid. Mir auch. Er blinzelte, um die Tränen zu vertreiben, die immer kamen, wenn er an den Tag dachte. Es war ein Unfall, Will. Ja, das ist mir klar, und meine Mutter weiß es auch. Trotzdem macht sie sich Vorwürfe, weil sie die Kontrolle über den Wagen verloren hat, und ein Teil von ihr macht auch mir Vorwürfe. Er schüttelte wieder den Kopf. Meine Mom ist beim Begräbnis zusammengebrochen, ich habe mich selbst dafür gehasst, weil ich ihr das angetan habe. Ich fühlte mich verantwortlich, und ich habe mir vorgenommen, es wieder gut zu machen, obwohl ich wusste, dass ich es nicht kann. Während er sprach, zupfte er immer wieder an dem Armband. Was bedeuten die Buchstaben B-M-F-I? Bei mir für immer, das war die Idee meiner Schwester. Auf diese Weise wollen wir uns für alle Zeit an ihn erinnern. Ronny brachte kein Wort über die Lippen. Will straffte die Schultern. Tut mir leid, ich hätte dich nicht damit belasten sollen. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Langsam gingen sie weiter. Zärtlich schob er seine Finger durch ihre, wie weich sich ihre Hand anfühlte, im Gegensatz zu seinen schwierigen Fingern. Jetzt bist du dran. Was weiß ich noch nicht über dich? Es muss ja nichts Dramatisches sein, nur etwas, das zeigt, wer du bist. Nun, ich habe drei Jahre lang nicht mit meinem Dad gesprochen. Im Grunde reden wir erst seit zwei Tagen wieder miteinander. Nachdem er und meine Mom sich getrennt hatten, war ich sehr wütend auf ihn. Ich wollte ihn nie wiedersehen und schon gar nicht den Sommer bei ihm verbringen. Und nun? Will sah, wie sich das Mondlicht in ihren Augen spiegelte. Bist du froh, dass du hier bist? Vielleicht? Lachend stieß er sie an. Wie warst du eigentlich als Kind? Langweilig, antwortete sie. Ich habe immer nur Klavier gespielt. Ich würde dich gern mal spielen hören. Ihre Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Ich spiele nicht mehr. Wie mehr? Sie schüttelte heftig den Kopf. Will spürte genau, dass sie nicht darüber reden wollte. Stattdessen schilderte sie ihm ihre New Yorker Freundinnen und wie sie normalerweise das Wochenende verbrachte. Als Will zum Himmel blickte, sah er eine Sternschnuppe aufleuchten und verglühen. Er schaute Ronnie an und wusste gleich, dass sie diese Sternschnuppe auch gesehen hatte. Er drückte ihre Hand und legte den Arm um sie. Mit einer Klarheit, der er sich nicht entziehen konnte, spürte er, dass er dabei war, sich in sie zu verlieben. Sanft zog er sie an sich und küsste sie unter dem funkelnden Sternenhimmel. Und er fragte sich dabei, womit er das große Glück verdient hatte, dieses Mädchen zu finden. Eines musste sie neidlos zugeben, an diesen Lebensstil könnte sie sich gewöhnen. Sie lag entspannt auf dem Sprungbrett des Swimmingpools hinter der Villa, ein Glas Eistee neben sich, in der Badehütte stand eine große Obstschale, die der Chefkoch persönlich arrangiert hatte, mit Silberbesteck und einer feinen Verzierung aus Minze. Sie beobachtete, wie Will auf dem Dach der Badehütte stand und zu einem Sprung ins Wasser ansetzte. Wie ein Akrobat war er hinaufgeklettert und selbst von ihr unten konnte man seine durchtrainierten Muskeln an Armen im Bauch sehen. Hey, rief er, pass auf, ich mache einen Salto. Einen Salto? Mehr nicht? Du kletterst da hoch und dann machst du nur einen einfachen Salto? Warum nicht? Naja, einen Salto, das kann doch jeder, neckte sie ihm, sogar ich. Das würde ich gern sehen, er klang skeptisch. Ich möchte nicht nass werden, aber ich habe dich zum Schwimmen eingeladen. So schwimmen Mädchen wie ich, man nennt es auch Sonnenbaden. Will lachte. Gute Idee, dass du mal ein bisschen Sonne tankst. In New York kriegt man die Sonne nie zu sehen, oder? Willst du damit andeuten, dass ich zu blass bin? Sie runzelte die Stirn. Nein, so würde ich es nicht formulieren. Ich finde, Käsig passt besser. Sehr charmant. Ich weiß nicht, warum ich auf dich reingefallen bin. Reingefallen? Ja, genau. Wenn du weiterhin Wörter wie Käsig benutzt, um mich zu beschreiben, dann sehe ich keine Zukunft für uns beide. Er tat so, als würde er überlegen. Wie wär's mit einem Doppelsalto? Verzeihst du mir dann? Nur, wenn du fehlerfrei eintauchst, ohne zu spritzen. Er ging ein paar Schritte zurück, um Anlauf zu nehmen, und katapultierte sich dann in die Luft, schraubte sich hoch, vollendete zwei Drehungen und tauchte ins Wasser ein, die Arme zuerst der Körper gerade gestreckt, fast ohne einen Spritzer. Na, das war ja echt beeindruckend, dachte Ronny. Als er am Rand des Sprungbretts auftauchte, wassertretend, sah sie ihm an, dass er mit sich zufrieden war. Ganz okay, sagte sie. Nur okay? Er griff nach dem Rand des Sprungbretts. Aber wenn ich damit nicht glücklich bin? Dann musst du dir von jetzt an gut überlegen, ob du Käsig verwenden willst. Lachend versuchte er, sich auf das Brett hochzuziehen. Ronny hielt sich krampfhaft fest. Hey, aufhören, sofort, warnte sie ihn. Er packte sie am Arm und zog. Quietschend plumpste sie ins Wasser. Als sie wieder an die Oberfläche kam, versuchte er, sie zu küssen, aber sie wich ihm aus. Nein, prustete sie, aber eigentlich fand sie das kühle Wasser sehr erfrischend und genoss die seidige Berührung seiner Haut. Das verzeihe ich dir nie. Während sie lachend miteinander rangelten, sah Ronny, dass Susan ihnen von der Veranda aus zuschaute. Ihrer Miene nach zu urteilen, fand sie die Szene nicht sehr amüsant. Später am Nachmittag gingen sie zum Strand, um nach dem Schildkröten Nest zu schauen. Unterwegs kauften sie sich ein Eis. Ronny wollte es Will unbedingt noch dass er sie ins Wasser gezogen hatte. Als er seine Eistüte an den Mund führte, versetzte sie ihm einen kräftigen Stoß, und das Eis verschmierte sein ganzes Gesicht. Kichernd hüpfte sie davon und um die Ecke und landete direkt in Marks Armen. Blaze war bei ihm, Teddy und Lance ebenfalls. Na, das ist aber eine hübsche Überraschung, rief Markus und hielt sie fest. Lass mich los! Ronny ärgerte sich, dass sie so panisch klang. Lass sie los! sagte Will von hinten, bestimmt und unnachgiebig. Sofort! Markus schien sich zu amüsieren. Du solltest besser aufpassen, wo du hingehst, Ronny. Sofort! Jetzt klang Will richtig wütend. Immer mit der Ruhe, doller König. Sie ist in mich reingerasselt. Ich habe sie nur aufgefangen, damit sie nicht fällt. Und außerdem, wie geht's denn, Scott? Hat er in letzter Zeit mal wieder mit Feuerwerksraketen herumhantiert? Will erstarrte, was ich Ronny nicht erklären konnte. Mit einem hämischen Grinsen wandte sich Markus wieder ihr zu und drückte noch einmal ihren Arm, bevor er sie losließ. Ronny wich schnell einen Schritt zurück, während Blaze mit betont unbeteiligter Miene einen Feuerball anzündete. Ich freue mich, dass ich auf dich aufpassen durfte. Ohne meine Hilfe wärst du nämlich hingefallen, sagte Markus. Und es würde sich nicht besonders gut machen, wenn du am Dienstag mit lauter blauen Flecken vor Gericht erscheinst, oder? Du willst doch nicht, dass der Richter denkt, du prügelst dich. Es reicht ja schon, dass du klaust. Ronny fixierte ihn nur wortlos, bis er sich abwandte und die vier weitergingen. Sie sahen noch, wie Blaze ihm den Feuerball zuspielte, den er geschickt auffing und ihr wieder zurück warf. Später saßen sie auf der Düne hinter dem Haus. Will hörte schweigend zu, während Ronny ihm erzählte, was sich seit ihrer Ankunft hier ereignet hatte, natürlich auch vom Musikgeschäft. Als sie fertig war, faltete sie die Hände im Schoß. Er legte schützend seine Hände auf ihre. Ich glaube dir, sagte er. Und eins kann ich dir sagen, bei Marcus überrascht mich gar nichts mehr. Er war schon als kleiner Junge schrecklich. Aber Galadriel? Sie war früher ein unglaublich nettes Mädchen, ich kenne sie seit dem Kindergarten. Keine Ahnung, was in der letzten Zeit in sie gefahren ist. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen, das hat sie angeblich sehr getroffen. Ich habe immer Mitleid mit ihr gehabt, aber was sie mit ihr gemacht hat, ist echt gemein. Was läuft eigentlich zwischen Scott und Marcus? fragte Ronny. Will erschrak. Was meinst du? Erinnerst du dich an den Abend auf dem Jahrmarkt? Marcus hat gefragt, ob Scott eine Feuerwerksrakete auf ihn abfeuern will. Und vorhin hat er etwas ganz ähnliches zu dir gesagt. Will schaute weg. Ach, das ist nichts, sagte er und drückte ihre Hand. Kann ich dir eine Frage stellen zu einem anderen Thema? Ronny musterte ihn prüfend. Wollte er ihr ausweichen? Seine Antwort befriedigte sie nicht, aber sie bohrte nicht weiter. Warum steht bei euch ein Klavier, hinter einer Sperrholzwand? Als Ronny ihn verdutzt anschaute, zog er die Achseln. Man sieht es durchs Fenster und das Sperrholz passt nicht zum Rest des Zimmers. Jetzt wandte sich Ronny ab. Sie befreite ihre Hände und wühlte im Sand. Ich habe meinem Dad gesagt, dass ich den Flügel nicht mehr sehen will. Also hat er eine Wand eingezogen. Will blinzelde verdutzt. So sehr hast du das Klavier? Ja. Weil dein Dad auch dein Klavierlehrer war? Ich würde wetten, du hast sehr gut gespielt. Wenn man etwas dermaßen hasst, muss man es vorher geliebt haben. Er hat mir Klavierunterricht gegeben, als ich gerade laufen gelernt habe. Stundenlang habe ich gespielt, sieben Tage in der Woche, jahrelang. Wir haben sogar gemeinsam komponiert. Das hat uns zusammengeschweißt, weißt du, Dad und mich. Und als er ausgezogen ist, ich hatte das Gefühl, dass er nicht nur die Familie betrogen hat, sondern mich ganz persönlich. Und ich war so wütend deswegen, dass ich mir geschworen habe, nie wieder zu spielen und nie wieder zu komponieren. Aber gestern Abend hatte ich das Gefühl, ihr versteht euch gut. Ronnie zog langsam die Hände aus dem Sand. Ja, klar, seit ein paar Tagen kommen wir gut miteinander aus, aber das heißt noch lange nicht, dass ich wieder Klavier spiele. Es geht mich ja nichts an, aber wenn du so gut warst, dann schadest du doch nur dir selbst, wenn du nicht spielst. Es ist eine Gabe. Wer weiß, vielleicht könntest du an der Juliet School studieren. Das könnte ich bestimmt. Sie schreiben mir immer noch und sagen, ich darf mich jederzeit bewerben, falls ich es mir anders überlege. Warum gehst du da nicht hin? Ronnie blitzte Will verärgert an. Ist dir bin ich dadurch erst gut genug für dich? Sag doch sowas nicht, protestierte er, beugte sich zu ihr und küsste sie sanft auf den Mund. Und Ronnie wünschte sich nichts sehnlicher, als immer und immer wieder in seinen Armen zu liegen. So wie jetzt. Für Will verging der Sommer viel zu schnell. Tagsüber arbeitete er in der Autowerkstatt und seine Freizeit verbrachte er mit Ronnie. Da flogen die Tage nur so vorbei. Als der August immer näher rückte, quälte es ihn richtig, dass sie in ein paar Wochen nach New York zurück ging und er zur Universität musste. Zu seinem großen Erstaunen bewarb sie sich um einen Teilzeitjob am Aquarium, aber sie erzählte ihm vorher nichts davon und bat ihn auch nicht ein gutes Wort für sie einzulegen. Als er sie deswegen fragte, erklärte sie, du arbeitest tagsüber, mein Dad und Jonah machen das Fenster, da brauche ich auch etwas und außerdem will ich meinen Anwalt selbst bezahlen, Dad hat nicht besonders viel Geld. Nach ihrem ersten Arbeitstag holte er sie ab, ihm fiel auf, dass ihre Haut fast grün war. Ich musste die Ottern füttern, berichtete sie. Hast du schon mal in einen Eimer mit glitschigen toten Fischen gefasst? Das ist ja total eklig. Obwohl am ganzen Strand Körbe für die Schildkröten Nester aufgestellt worden waren, schafften es die Waschbären bei sechs Nestern sich durchzubuddeln und die Eier zu fressen. Als Ronny davon erfuhr, bestand sie darauf, dass sie und Will abwechselnd das Nest hinter ihrem Haus bewachten. Sie mussten ja nicht beide die ganze Nacht aufpassen, aber meistens saßen sie bis weit nach Mitternacht zusammen draußen, küßten sich zärtlich und unterhielten sich im Flüsterton. Scott konnte das alles nicht verstehen. Mehr als einmal kam Will zu spät zum Training. Was war nur in seinen Freund gefahren? fragte sich Scott. Ihm war es wichtig, Will auf die bevorstehende Beach Volleyball Meisterschaft einzuschwören. Und er tat entweder so, als würde er hoffen, dass Will bald wieder zur Vernunft kam, oder als würde Ronny gar nicht existieren. Was Wills Mom betraf, so hatte Ronny recht gehabt. Susan erkundigte sich nie nach ihr. Und wenn Will etwas erzählte, zum Beispiel, dass er und Ronny viel Spaß miteinander hatten, dass sie sehr intelligent war und ihn besser verstand als alle anderen, dann sagte seine Mutter, du gehst demnächst nach Vanderbilt und Fernbeziehungen sind immer schwierig. Oder sie bemerkte scheinbar nebenbei, ob er nicht findet, dass er zu viel Zeit mit Ronny verbringe. Abgesehen davon, dass Ronny innerlich stark mit dem bevorstehenden Prozesstermin beschäftigt war, gab es nur noch eine Sache, die den sonst so idyllischen Sommer trübte, und das war die Anwesenheit von Marcus. In der Regel schafften es Will und Ronny ihm aus dem Weg zu gehen, aber manchmal ließ es sich einfach nicht vermeiden, dass sie ihm begegneten. Und Marcus brachte es jedes Mal fertig, Will zu provozieren, meistens durch irgendwelche Anspielungen auf Scott. Will fühlte sich dadurch wie gelähmt. Wenn er überreagierte, ging Marcus womöglich zur Polizei. Wenn er nichts tat, schämte er sich. Er hatte versucht, mit Scott darüber zu reden, ob es nicht besser wäre, endlich zur Polizei zu gehen, aber sein Freund war dazu nicht bereit und ließ ihn nie vergessen, was er an jenem schrecklichen Tag, als Mikey starb, für Will und seine Familie getan hatte. In den dunkelsten Momenten kamen Will Zweifel, ob der Preis für Scotts Freundschaft nicht zu hoch war. Eines Abends Anfang August gingen Will und Ronnie am Strand spazieren. Kurz vor dem Pier wollten sie umdrehen, aber dann entdeckten sie Scott, der ihnen mit Ashley und Cassie aus der anderen Richtung entgegen kam. Ronnie verkrampfte sich richtig, als Scott loslief, um ihnen den Weg abzusperren. Da bist du ja, Mann, rief Scott schon von Weitem und pflanzte sich vor ihnen auf. Will zog Ronnie fester an sich. Was gibt's? Ashley starrte Ronnie neugierig an. Ich bin von fünf Mannschaften angerufen worden, die bei dem Turnier mit dabei sind, und sie wollen alle vorher ein paar Testspiele machen. Sie sind ziemlich gut und organisieren eine Art Trainingslager, damit jeder entsprechend auf Landry und Tyson vorbereitet ist. Viel Training, viel Fitness, viele Spiele. Wie lange bleiben sie hier? Keine Ahnung. Drei oder vier Tage vielleicht. Will musste wieder einmal daran denken, dass seine Zeit mit Ronnie bald zu Ende war. Drei oder vier Tage. Scott wurde ungeduldig. Komm schon, Mann, das ist genau das Richtige, um uns auf den Punkt fit zu machen. Ich muss es mir noch überlegen, okay? Du willst es dir überlegen? Gut, meinetwegen, sagte er und stapfte davon. Ashley und Cassie folgten ihm wortlos. Als sie außer Hörweite waren, schlang Ronnie die Arme um Will's Teile und fragte, meint er das Turnier, von dem du mir auch schon erzählt hast? Will nickte, ja, nächstes Wochenende, am Tag nach der Hochzeit meiner Schwester. Ronnie runzelte die Stirn. Und Scott braucht ein Volleyball Stipendium, damit er aufs College kann. Das würde alles sehr erleichtern. Will am Ellbogen, damit er stehen blieb. Dann musst du irgendwie Zeit für das Trainingslager finden. Ihr müsst alles tun, um gut in Form zu sein. Scott ist schließlich dein Freund. Du und ich, wir sehen uns schon noch oft genug. Zum Beispiel, wenn wir beide draußen beim Schildkröten Nest sitzen. Während sie sprach, musste Will immer denken, wie schön sie ist, wie sehr ich sie vermissen werde. Was soll bloß aus uns werden, Ronnie, wenn der Sommer vorbei ist? Fragen schaute er sie an. Du gehst aufs College, antwortete Ronnie mit abgewandtem Blick, und ich fahre zurück nach New York. Er fasste sie am Kinn. Du weißt genau, was ich meine. Ja, klar, erwiderte sie. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich habe keine Ahnung, was du hören willst. Was kann ich denn sagen? Wie wär's mit Ich möchte nicht, dass alles zu Ende ist. Ihre Augen glänzten mehrgrün und zärtlich, als wollte sie ihn um Verzeihung bitten. Ich möchte nicht, dass alles zu Ende ist, wiederholte sie leise. Ich komme nach New York und besuche dich, versprach er. Das will ich doch hoffen. Und ich möchte, dass du nach Tennessee kommst. Ich glaube, ich schaffe es, noch mal in den Süden zu reisen, wenn ich einen guten Grund dafür habe. Als sie weitergingen, fasste Will einen Entschluss. Ich sagte was, verkündete er. Ich mache alles, was Gott will, damit wir uns optimal vorbereiten, unter einer Bedingung. Du musst mit zur Hochzeit meiner Schwester kommen. Mit anderen Worten, du tust das, was du sowieso tun müsstest, und als Gegenleistung bekommst du das, was du willst? So hätte er selbst zwar nicht ausgedrückt, aber irgendwie hatte Ronny recht. Ja, so ungefähr. Sonst noch was? Weil du ja so hart verhandelst? Ehrlich gesagt, wenn wir schon dabei sind, mir fällt noch was ein. Ich möchte gerne, dass du mit Blaze sprichst und versuchst, sie zur Vernunft zu bringen. Ich habe doch schon mit ihr geredet. Ja, ich weiß, aber wann war das? Vor sechs Wochen? Sie hat uns doch jetzt öfter zusammen gesehen und weiß, dass du kein Interesse an Marcus hast. Und sie hatte genug Zeit, um sich alles noch einmal zu überlegen. Das funktioniert nicht, seufzte Ronnie mutlos. Schweigend gingen sie bis zum Bungalow und sahen dort, dass die Werkstatttür offen stand und helles Licht herausflutete. Arbeitet dein Vater heute Abend noch an dem Fenster? Sieht so aus. Meinst du, ich kann es mir mal ansehen? Warum nicht? Sie betraten den alten Schuppen. Über dem großen Arbeitstisch mitten im Raum hing eine nackte Glühbirne an einem Verlängerungskabel. Anscheinend ist Dad gar nicht hier. Will trat an den Tisch. Es ist ja riesig. Ronnie ging zu ihm. Toll, findest du nicht auch? Es ist für die Kirche, die hier in der Straße renoviert wird. Das hast du mir noch gar nicht gesagt. Dass seine Stimme angespannt klang, hörte Will sogar selbst. Will versuchte die Bilder von Scott und dem Brand aus seinen Gedanken zu Ich habe nur nicht geahnt, dass dein Vater eine so komplexe Kunst beherrscht. Ich auch nicht. Ich glaube, er hat es selbst nicht gewusst, bevor er damit anfing. Aber er sagt, ihm liegt dieses Projekt sehr am Herzen. Vielleicht kann er es deswegen so gut. Warum liegt es ihm am Herzen? Während Ronnie Dads Geschichte erzählte, starrte Will wie gelähmt auf das Fenster. Er konnte einfach nicht vergessen, was Scott getan hatte. Und natürlich auch nicht seine Rolle dabei. Ronnie musste etwas bemerkt haben, denn sie betrachtete ihn fragend. Was denkst du? Vorsichtig strich er über das Glas. Hast du dir schon mal überlegt, was Freundschaft bedeutet? Ich verstehe nicht, was du meinst. Wie weit würdest du gehen, um jemanden, mit dem du befreundet bist, zu schützen? Sie zögerte kurz. Ich glaube, das hängt davon ab, was er getan hat und wie ernst es war. Zärtlich legte sie Will die Hand auf den Rücken. Was willst du mir damit sagen? Als er nicht antwortete, schmiegte sie sich an ihn. Letzten Endes muss man das Richtige tun, auch wenn es schwer fällt, sagte sie leise. Gemeinsam verließen sie die Werkstatt, aber bevor sie ins Haus gingen, zog Will sie an sich und küßte sie. Zuerst auf den Mund, dann auf die Wangen und den Hals. Ronnies Haut glühte, als hätte sie stundenlang in der Sonne gelegen. Und als er sie wieder auf die Lippen küßte, spürte er, wie sie sich enger an ihm schmiegte. Er vergrub die Hände in ihren Haaren und ohne sich von ihr zu lösen, drängte er sie gegen die Mauer der Werkstatt. Er liebte sie. Er begehrte sie. Und während sie sich immer weiter küßten, spürte er ihre Hände auf seinem Rücken an seinen Schultern. Ihre Berührungen elektrisierten seine Haut. Ihr heißer Atem erregte ihn und sein Verlangen wurde immer stärker. Leidenschaftlich presste er sie an sich, doch dann stieß Ronny ihn weg. Bitte, keuchte sie atemlos, wir müssen aufhören. Warum? Weil ich nicht will, dass mein Dad uns erwischt. Wahrscheinlich beobachtet er uns sowieso vom Fenster aus. Aber wir haben uns doch nur geküsst. Ronny lachte leise. Ja, klar. Es hat sich so angefühlt, als ob es zum Meer führen könnte, sagte sie und zupfte ihr T-Shirt zurecht. Ronny schaute Will eine Weile lang nach, dann ging sie zum Haus. Sie wollte gerade ins Haus treten, als sie den Schaukelstuhl quietschen hörte. Erschrocken fuhr sie herum. Es war Jonah. Das war ja sowas von I. Was machst du hier draußen? Ich habe dich und Will beobachtet. Das war ganz schön I. Er tat so, als würde es ihn schütteln. Du hast uns nachspioniert? Ich hatte gar keine andere Wahl. Ihr wart direkt bei der Werkstatt. Es sah echt aus, als würde er dich zerquetschen. Er hat mich aber nicht zerquetscht, beruhigte Ronny ihn. Ich sage auch nur, es hat so ausgesehen. Sie grinste. Wenn du ein bisschen älter abgeht, schließlich habe ich schon genug Filme gesehen. Ich finde es trotzdem eklig. Das hast du schon mal gesagt. Dad hat gesagt, wir können heute die Nachtschicht übernehmen. Du hast Dad überredet, mit dir im Freien zu übernachten? Er möchte es gern. Ich habe schon meine Sachen gepackt. Schlafsack, Lampe, Saft, Sandwiches, eine Schachtel Ritz-Cracker, Marshmallows, Kartoffelchips, Kekse und einen Tennisschläger. Du willst in der Nacht Tennis spielen? Nein, falls der Waschbär kommt. Du weißt schon, es könnte ja sein, dass er uns angreifen will. Er greift euch nicht an. Ehrlich nicht? Jonah klang fast enttäuscht. Naja, vielleicht ist es doch eine gute Idee, sagte Ronnie, für den Fall des Falles. Man kann die wissen. Jonah kratzte sich am Dad in der Kirche. Pastor Harris und Dad reden gern miteinander. Sie sind befreundet. Ich weiß, aber ich glaube, das ist nur eine Ausrede. Dad geht hin, um Klavier zu spielen. Wie meinst du das? Letzte Woche hat die Kirche ein Klavier bekommen und Dad spielt da. Ehrlich? Oje, ich weiß nicht, ob ich dir das verraten darf. Wahrscheinlich vergisst du am besten, was ich gesagt habe. Warum darfst du es mir nicht sagen? Weil du ihn dann wieder anschreist. Ich schreie ihn doch nicht an, protestierte Ronnie. Wann habe ich ihn denn das letzte Mal angeschrieben? Als er Klavier gespielt hat, erinnerst du dich? Hast du eigentlich schon was zu Abend gegessen? fragte Ronnie, um das Thema zu wechseln. Ich habe auf Dad gewartet. Soll ich dir zwei Hot Docs machen? Nur mit Ketchup? Er klang begeistert. Ronnie seufzte. Ja, klar. Ich dachte, du fasst kein Fleisch an. Es ist echt komisch, aber in letzter Zeit musste ich so viele tote Fische anfassen, dass mir ein Würstchen gar nicht mehr so schlimm vorkommt. Jetzt grinste Jonah zufrieden. Da fällt mir noch was ein. Du schuldest mir zehn Dollar. Wofür? Hallo, kannst du dir das nicht denken? Dafür, dass ich dad nicht sage, was ihr beiden gemacht habt. Kapiert? Das ist nicht dein Ernst, oder? Obwohl ich dir Hot Dogs mache? Komm schon. Du arbeitest und ich bin arm. Du denkst anscheinend, dass ich jede Menge Kohle verdiene, aber das stimmt nicht. Ich habe keine zehn Dollar übrig. Alles, was ich kriege, geht Okay, wie wär's mit fünf? Ich habe auch keine fünf Dollar, rief Ronny mit gespielter Empörung. Jonah überlegte wieder. Wie wär's mit zwei? Ein Dollar. Einverstanden. Nachdem sie Jonah Hot Dogs gemacht hatte, lief Ronny den Strand entlang in Richtung Kirche. Die Silhouette des Kirchturms hob sich feierlich gegen den Abendhimmel ab. Ansonsten war die Kirche so gut in ihre Umgebung integriert, dass sie kaum auffiel. Ja, sie war sogar kleiner als die beiden Villen, die sie flankierten, und obwohl sie gerade neu aufgebaut worden war, wirkte sie ein wenig verwittert. Ronny betrat den Kirchenraum. Man sah auf den ersten Blick, dass es hier noch viel zu tun gab. Der Fußboden bestand aus Zement, die Trockenmauer war nur halbfertig, und es gab keine Sitzgelegenheiten für die Gemeindemitglieder, weder Stühle noch Bänke. Staub bedeckte alle sichtbaren Oberflächen. Aber im vorderen Teil des Kirchenschiffs saß ihr Vater an einem nagelneuen Flügel, der vollkommen deplatziert wirkte. Eine alte Aluminiumlampe an einem Verlängerungskabel diente als einzige Lichtquelle. Er hatte nicht gehört, dass sie hereinkam, und spielte unbeirrt weiter. Ronny kannte das Stück nicht. Es hörte sich zeitgenössisch an, ganz anders als die Werke, die er sonst spielte, und selbst in Ronnys Ohren klang es irgendwie unvollendet. Ihr Vater schien das auch zu merken, denn er hielt plötzlich inne, zögerte kurz und fing dann noch einmal von vorn an. Sie merkte, dass er subtile harmonische Veränderungen vornahm, die durchaus eine Verbesserung bedeuteten, aber trotzdem stimmte die Melodieführung nicht ganz. Ronny war immer noch fähig, sich beim Zuhören mögliche Variationen vorzustellen. Als sie noch jünger war, hatte speziell diese Begabung ihren Vater immer wieder in Erstaunen versetzt. Er nahm noch einmal Anlauf, korrigierte wieder etwas, man konnte ihm ansehen, dass er glücklich war. Ronny hatte die Musik aus ihrem Leben verbannt, aber bei ihrem Vater war das anders. Und plötzlich bekam sie ein schlechtes Gewissen, weil sie ihm zu Hause etwas so Zentrales fortgenommen hatte. Ihr war es immer so vorgekommen, als wollte er sie zum Spielen zwingen, aber hatte er das wirklich versucht? War es überhaupt um sie gegangen? Oder hatte Dad Klavier gespielt, weil das ein elementarer Bestandteil seines Lebens war? Während sie da in der Kirche stand und ihn beobachtete, war sie ganz ergriffen von seiner Komposition, wie ernsthaft er über jede einzelne Note nachdachte, wie mühelos er die notwendigen Veränderungen vornahm, auf einmal begriff sie, dass er ihretwegen sehr viel aufgegeben hatte, weil sie so kindisch und trotzig war. Dad hustete, einmal, noch einmal, er musste aufhören zu spielen, denn jetzt schüttelte ihn der Husten regelrecht und steigerte sich zu einem wirkenden, schleimigen Röcheln. Besorgt eilte Ronny zu ihm. Dad, rief sie, ist alles okay? Als er hochblickte, ließ der Hustenanfall etwas nach, nur noch ein leises Keuchen war zu hören. Alles in Ordnung, beruhigte ihr Vater sie mit schwacher Stimme. Hier in der Kirche ist zu viel Staub. Nach einer Weile fange ich immer an zu husten. Sie betrachtete ihn ängstlich. Er sah sehr blass aus. Bist du sicher, dass es nur am Staub liegt? Ja, natürlich. Er tätschelte ihre Hand. Was tust du hier? Jonah hat mir gesagt, dass du in der Kirche bist. Tja, jetzt hast du mich ertappt. Mit einer hilflosen Handbewegung stammelte sie. Ach, Dad, das ist doch okay. Weil er nicht reagierte, zeigte sie auf die Tasten. Sie musste an all die Melodien und Stücke denken, die sie gemeinsam komponiert hatten. Was war das, was du gerade gespielt hast? Schreibst du ein neues Stück? Ach, weißt du, ich versuche etwas zu schreiben, keine große Sache. Mir hat es gefallen. Aber es ist noch nicht gut. Ich komme nur nicht dahinter, was nicht stimmt. Vielleicht weißt du es. Du konntest schon immer besser komponieren als ich. Irgendwie kriege ich es nicht hin. Nein, ich fand es wirklich gut, wiederholte Ronnie. Sie blickte sich um. Weißt du, wann die Kirche fertig sein soll? Keine Ahnung. Habe ich dir schon erzählt, dass die Versicherung leider nicht die Gesamtsumme übernimmt? Deshalb ist jetzt erst mal alles auf Eis gelegt. Und was ist mit dem Fenster? Ich mache es trotzdem zu Ende. Er drehte sich zur Eingangstür um und schien verblüfft, dass es schon dunkel war. Wie spät ist es denn? Kurz nach neun. Ach du liebe Zeit! Er erhob sich dabei habe ich Jonah versprochen, dass ich heute mit ihm im Freien übernachte und er brauchte auch sein Abendessen. Darum habe ich mich schon gekümmert. Dad lächelte ihr dankbar zu. Als er seine Noten einsammelte und das Licht löschte, erschrak Ronny, weil er so müde und zerbrechlich aussah. Dad? Ja, Jonah? Besuchst du uns in New York? Sehr gern. Ich glaube nämlich, dass Ronny jetzt mit dir reden würde. Das hoffe ich auch. Sie hat sich verändert, findest du nicht? Steve legte sein Fernglas weg. Ich glaube, in diesem Sommer haben wir uns alle sehr verändert. Stimmt, ich bin zum Beispiel ziemlich gewachsen. Allerdings, und außerdem hast du gelernt, wie man ein Buntglas Fenster macht. Jonah schwieg für einen Augenblick, dann setzte er noch einmal an. Dad? Ja? Dad, es ist langweilig hier draußen. Ich finde es friedlich, erwiderte Steve. Ich kann nichts sehen. Du kannst die Sterne sehen. Und du hörst die Wellen. Die höre ich doch die ganze Zeit. Sie klingen immer gleich. Steve legte den Arm um seinen Sohn. Du hörst dich irgendwie traurig an. Was ist los? Nichts. Jonas Stimme war kaum hörbar. Bist du sicher? Kann ich hier in die Schule gehen? Darf ich bei dir wohnen bleiben? sprudelte er plötzlich los. Steve wusste, dass er seine Worte sorgfältig wählen musste. Und was ist mit deiner Mom? Ich habe Mom auch sehr lieb und sie fehlt mir oft, aber mir gefällt es hier so gut. Ich bin super gern mit dir zusammen. Du weißt schon, das Fenster, der Drachen oder einfach nur so rumsitzen. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Steve zog ihn an sich. Ich bin auch sehr gern mit dir zusammen, Jonah. Das ist der allerbeste Sommer meines Lebens. Aber hier bei mir bleibst. Vielleicht kannst du ja wieder nach New York ziehen. Dann könntet ihr wieder heiraten, du und Mom. Steve atmete tief durch. Ach, es war so schwer. Ich weiß, das ist alles sehr kompliziert und es ist nicht fair. Ich wollte, ich könnte es ändern, aber das kann ich nicht. Du musst bei deiner Mom sein. Sie hat dich sehr lieb. Sie wüsste gar nicht, was sie ohne dich tun würde. Aber ich habe dich auch sehr lieb. Das darfst du nie vergessen. Dad? Ja? Meinst du, die Schildkröten schlüpfen heute Nacht? Ich glaube, sie sind noch nicht ganz so weit, aber lange dauert es nicht mehr. Jonah presste die Lippen aufeinander und blieb stumm. Sein Sohn dachte wohl wieder daran, dass er bald von hier fort musste. Liebevoll drückte er ihn an sich, doch er spürte, wie in seinem Inneren etwas zerbrach, das nie wieder ganz heilen würde. Am nächsten Morgen schaute Steve auf den Strand. Wenn er heute seinen Spaziergang machte, tat er dies nur, um die frische Morgenluft zu genießen. Gott, das hatte er inzwischen begriffen, war nicht da, jedenfalls nicht für ihn. Irgendwie leuchtete ihm das ein. Wenn es so einfach wäre, Gottes Gegenwart auf einen Ort festzulegen, dann wären die Strände zu Tagesbeginn ziemlich bevölkert. Überall wurden Leute herumlaufen, die ihn suchten, und nicht nur Jogger oder Hundebesitzer oder Typen, die in der Brandung angelten. Die Suche nach Gott war mindestens so geheimnisvoll wie Gott selbst. Und Gott war das größte aller Mysterien, nicht wahr? Eigentlich seltsam, dass er so lange gebraucht hatte, um das zu verstehen. Ronny brauchte nicht lange, um Blaze zu finden. Sie saß auf der Düne beim Pier und beobachtete die Surfer. Als Ronny sich näherte, zeigte sie keine Reaktion. Wie sollte sie anfangen? Ronny begann mit dem nächstliegenden. Hi Blaze, sagte sie. Blaze blieb stumm. Du willst wahrscheinlich nicht mit mir reden, fuhr Ronny fort. Sie musste sich unheimlich konzentrieren. Du siehst aus wie ein Osterei, knurrte Blaze. Etwas irritiert schaute Ronny an sich hinunter. Sie trug die Sachen, die im Aquarium bei der Arbeit vorgeschrieben waren, ein türkisfarbenes T-Shirt mit dem Logo, weiße Shorts und weiße Schuhe. Blaze lächelte kurz. Was willst du? Ronny schluckte. Ich wollte dir Marcus an dem Abend nicht ausspannen. Er hat mich angebaggert. Du musst mir glauben, ich würde sowas nie tun. So bin ich nicht. Blaze schwieg für eine Weile, dann sagte sie leise, ich weiß. Mit dieser Antwort hatte Ronny nicht gerechnet. Warum hast du dann die Sachen in meine Tasche gesteckt? Blaze musterte sie mit zusammengekniffenen Augen. Ich war sauer auf dich, weil du ihm gefällst. Natürlich hätte Ronny etwas Freches erwidern können, aber damit hätte sie das Gespräch sofort beendet. Sie wollte lieber, Blaze weiter sprach. Ich habe mit gekriegt, dass du jetzt dauernd mit Will zusammen bist. Er sagt, ihr wart früher gute Freunde. Stimmt, aber das ist lange her. Will ist nett, ein Glückstreffer. Sie rieb sich die Hände an der Hose ab. Meine Mom heiratet ihren Freund. Sie hat es mir erzählt und dann haben wir uns gleich furchtbar in die Haare bekommen und sie hat mich raus geschmissen. Sie hat sogar das Schloss ausgewechselt und alles. Das tut mir leid, sagte Ronny und sie meinte es auch so. Ich werde es überleben. Wie ähnlich unsere Erfahrungen sind, dachte Ronny. Scheidung, Wut und Rebellion, Wiederheirat und trotzdem waren sie so verschieden. Blaze hatte sich seit Beginn des Sommers sehr verändert. Sie hatte Ringe unter den Augen, ihre Haut wirkte blass und glanzlos. Abgenommen hatte sie auch. Was du getan hast, war nicht richtig, sagte sie, aber du kannst es wieder gut machen. Blaze schüttelte den Kopf. Marcus erlaubt es nicht. Er sagt, dann redet er nicht mehr mit mir. Sie klang wie ein Roboter. Am liebsten hätte Ronny sie geschüttelt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Meine Mutter hat alle Verwandten angerufen und ihnen gesagt, sie sollen mich nicht aufnehmen. Ich habe kein Geld. Ich kann mir nicht mal was zu essen kaufen. Und wenn ich nicht für den Rest meines Lebens am Strand schlafen will, muss ich tun, was Mark sagt. Manchmal behandelt er mich wie ein Hund und ich werde dann wahnsinnig wütend. Ich habe sonst niemanden. Hast du versucht, mit deiner Mutter zu reden? Wozu? Sie denkt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Sie hasst mich richtig. Ich glaube nicht, dass sie dich hasst. Du kennst sie nicht. Ich weiß, was du von mir möchtest, sagte Blaze, aber das kann ich nicht tun. Es liegt nicht daran, dass ich dich nicht mag. Ich finde dich nett und ich hätte das echt nicht machen sollen. Aber jetzt sitze ich in der Falle, genau wie du, nur anders. Ich glaube, Marcus ist auch mit dir noch längst nicht fertig. Ronnie zuckte zusammen. Wie meinst du das? Er redet oft von dir, und zwar nicht besonders positiv. Wenn ich du wäre, würde ich ihm aus dem Weg geben. Mit diesen Worten wandte sie sich ab und schluchte davon, ehe Ronnie etwas erwidern konnte. Hey Blaze, rief sie ihr nach. Betont langsam drehte sich Blaze um. Wenn du mal etwas suchst, wo du übernachten kannst, oder wenn du etwas zu essen brauchst, du weißt, wo ich wohne. Ganz kurz glaubte Ronnie zu sehen, dass ein dankbares Lächeln über Blazes Gesicht huschte. Ronny starrte in den Spiegel. Sie erkannte sich kaum wieder. Es war der Morgen der Hochzeit von Will's Schwester Megan und sie hatte die letzten vier Tage damit verbracht, so ziemlich jedes elegante Kleid anzuprobieren, das die Geschäfte hier in der Gegend zu bieten hatten und sämtliche Schuhe zu testen. Außerdem hatte sie mehrere Stunden beim Friseur verbracht. Das Kleid war mit schwarzen Pailletten besetzt und hatte einen tiefen V-Ausschnitt. Gestern Abend hatte sie sich schon die Fingernägel gefeilt und lackiert. Jetzt schlüpfte sie in ihre neuen Schuhe und ging den Flur hinunter zum Wohnzimmer. Dad saß auf dem Sofa und las wieder in der Bibel. Jonah schaute sich im Fernsehen irgendwelche Zeichentrickserien an. Als Ronny hereinkam, blickten beide auf und waren sprachlos. Jonah ging näher zu Ronny, um sie zu begutachten. Was ist mit deinen Lille Haaren passiert? fragte er. Sie sind weg? Ronny schüttelte ihre Locken. Ja, vorübergehend, ist das okay? Ehe Dad etwas sagen konnte, meldete sich Jonah wieder zu Wort. Du siehst normal aus, aber nicht wie meine Schwester. Du bist sehr schön, fügte ihr Vater schnell hinzu. Zu ihrer eigenen Verwunderung stieß Ronny einen Seufzer der Erleichterung aus. Er meint es ernst, mischte sich Jonah ein. Echt super cool. Ich würde dich gar nicht erkennen, glaube ich. Ronny runzelte die Stirn. Willst du damit andeuten, du findest es nicht gut, wie ich sonst aussehe? Jonah zuckte die Achseln. Nur komische Leute finden lila Haare gut. Sie musste lachen und sah, wie ihr Vater strahlte. Eine halbe Stunde später fuhren sie durch das Tor, das zum Anwesen der Blackleys führte. Ronnys Herz raste. Es sah aus, wie auf einem Filmset. Überall Blumen, die Hecken makellos gestutzt und selbst die Backsteinmauer, die das Gelände umschloss, war frisch gestrichen. Endlich schafften sie es bis zu dem Wendeplatz vor der Villa, die aus der Nähe natürlich noch viel imposanter wirkte als aus der Ferne. Ronny war es nicht gewohnt, dass etwas ihren Vater beeindruckte, doch jetzt hörte sie an seiner Stimme, wie erstaunt er war. Hier wohnt Wills Familie? Ja, genau, antwortete Ronny. Sie erwartete, dass ihr Vater sagen würde, ganz schön riesig oder ich wusste gar nicht, wie wohlhabend die Familie ist oder vielleicht auch hast du das Gefühl hierher zu passen? Aber er lächelte ihr zu und sagte völlig unbefangen, was für ein wunderschön Ort für eine Hochzeit. Vor ihnen tauchte ein Herr in dunklem Anzug auf, der die Autos dirigierte und auf einmal waren sie an der Reihe. Der Mann öffnete die Beifahrertür und reichte Ronny die Hand, um ihr beim Aussteigen zu helfen. Ihr Vater tätschelte sie zum Abschied und flüsterte mit einem aufmunternden Lächeln »Du kannst das« »Und viel Spaß« »Danke, Dad«. Sie warf einen letzten Blick in den Spiegel, ehe sie sich losriss. Draußen strich sie ihr Kleid glatt. Im Stehen fiel ihr das Atmen schon wesentlich leichter. Das Verandageländer war mit Lilien und Tulpen geschmückt, und als Ronny die Stufen hinaufging, öffnete sich die Eingangstür. Im Smoking sah Will ganz anders aus, als der Volleyballspieler ohne Hemd, dem sie am Strand begegnet war, oder als der lässige Südstaatenjunge, der sie zum Angeln mitgenommen hatte. Sah sie den erfolgreichen, weltgewandten jungen Mann vor sich, der Will in ein paar Jahren sein würde? Sie hatte nicht erwartet, dass er so vornehm wirken würde. Und wollte schon eine lustige Bemerkung machen, vielleicht, du hast dich aber ganz schön aufgemotzt, doch dann wurde ihr bewusst, dass er noch nicht einmal Hallo gesagt hatte. Er starrte sie nur stumm an. Die Schmetterlinge in ihrem schlugen immer schlugen mit den Flügeln auf einmal bekam sie schrecklich Angst, sie könnte etwas falsch gemacht haben. Sie malte sich schon die schlimmsten Katastrophen aus, als auf Wills Gesicht endlich ein Lächeln erschien. Du siehst fantastisch aus, sagte er. Ronny spürte, wie die Nervosität von ihr wich, wenigstens ein bisschen. Sie hatte ja Susan noch nicht begrüßt. Erst dann konnte sie sich richtig entspannen. Trotzdem war sie froh, dass Will zufrieden zu sein schien. Du findest es nicht zu viel? fragte sie leise. Will kam auf sie zu und legte ihr die Hand an die Teile. Auf keinen Fall. Auch nicht zu wenig? Nein. Genau richtig, flüsterte er. Sie rückte seine Fliege zurecht und schlang dann die Arme um seinen Hals. Du siehst auch nicht schlecht aus. Die Gäste entsprachen Ronnys Erwartungen. Außer Will kannte sie nur Scott, Ashley und Cassie, die alle drei nicht besonders freundlich zu ihr waren, was ihr aber nicht viel ausmachte. Nachdem die Leute einmal Platz genommen hatten, warteten alle gespannt auf Megan. Außer Will, der von seinem Platz bei dem weißen Spalier immer wieder zu Ronny hinüberschaute. Sie Sie so wenig auffallen wie nur möglich, deshalb setzte sie sich in die drittletzte Reihe, weit entfernt vom Gang. Entschuldigen Sie bitte, hörte sie jemanden sagen. Sie blickte auf und sah einen älteren Herrn und seine Frau, die zu den Sitzen neben ihr wollten. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich weiter rücke, bot Ronny an. Sind Sie sicher? Gar kein Problem, entgegnete Ronny höflich und setzte sich auf den letzten freien Stuhl, damit die beiden Platz hatten. Der Mann kam mir irgendwie bekannt vor, aber sie konnte ihn nicht einordnen. Hat er etwas mit dem Aquarium zu tun? Nein, das wohl nicht. Ehe sie länger grübeln konnte, begann ein Streichquartett mit dem Hochzeitsmarsch. Ronny blickte über die Schulter zum Haus, wie alle Anwesenden. Ein und die Stufen hinunterschritt, um von ihrem Vater in Empfang genommen zu werden, der am Fuß der Treppe auf sie wartete. Ronny fand, dass Meghan die schönste Braut war, die sie je gesehen hatte. Der Anblick von Wills Schwester fesselte sie so, dass sie etwas anderes entging. Der ältere Herr neben ihr interessierte sich mehr für sie als für die Braut. Die Zeremonie war sehr kultiviert und doch erstaunlich intim. Ronny fand es sehr angenehm, dass die Feierlichkeiten im Freien stattfanden. Dadurch wirkte das Ritual viel weniger konventionell als bei den Hochzeiten in der Kirche, zu denen sie schon eingeladen gewesen war. Und Will hatte Recht. Sie würde mit Meghan bestimmt gut auskommen, das spürte sie. Wills Schwester schien die Situation ganz selbstverständlich zu genießen. Als ihr Vater sie den Gang entlang führte, zwinkerte sie ihren Freunden zu und blieb kurz stehen, um ihre Großmutter zu umarmen. Sie unterhielt sich auch ganz entspannt mit den Gästen. Entweder war sie extrem selbstbewusst, dachte Ronny, oder sie hatte keine Ahnung, welchen Stress sich ihre Mutter hinsichtlich der ganzen Details gemacht hatte. Selbst aus der Distanz glaubte Ronny zu merken, dass längst nicht alles so lief, wie Susan es geplant hatte. Du schuldest mir einen Tanz, hörte sie Will flüstern. Sie schaute ihn an, wie toll er aussah. Ich finde nicht, dass das zu unserer Vereinbarung gehört, erwiderte sie. Du hast nur gesagt, ich soll zur Hochzeit kommen. Wie bitte? Du möchtest nicht mit mir tanzen? Ich höre keine Musik? Ich meine natürlich später. Ach so, sagte Ronny. Na ja, in dem Fall werde ich es mir noch einmal überlegen. Aber musst du nicht für die Hochzeitsfotos posieren? Ich posiere schon seit Stunden, jetzt brauche ich eine Pause. Wenn du zu viel lächelst, strapaziert das deinen Mundwinkel? So ungefähr. Übrigens, ich soll dir sagen, dass du zum Essen für Tisch 16 eingeteilt bist, mit Scott, Ashley und Cassie. Super, sagte sie. Will musste lachen. Er konnte die Augen nicht von Ronnie nehmen, bis jemand seinen Namen rief. Sie drehten sich beide um. Es war Megan. Sie drohte schelmisch mit dem Zeigefinger, weil sich ihr Bruder heimlich aus dem Staub gemacht hatte. Ich muss zurück, flüsterte er. Aber beim Essen bin ich wieder bei dir. Und vergiss nicht, anschließend tanzen wir. Er gab ihr noch einen Kuss, wandte sich Ronnie ab und stellte zu ihrer Verblüffung fest, dass der ältere Mann, für den sie bei der Zeremonie den Platz geräumt hatte, sie aufmerksam beobachtete. Beim Essen machten Scott, Cassie und Ashley keine Anstalten, Ronnie in ihr Gespräch einzubeziehen, aber sie hatte auch keine große Lust, mit ihnen zu plaudern, und hungrig war sie sowieso nicht. Nach ein paar Bissen entschuldigte sie sich und ging zur Veranda. Von dort hatte man einen hervorragenden Ausblick auf die Festivitäten. Im Dunkeln wirkte alles noch bezaubernder. Im silbernen Glanz des Mondes schien das weiße Zelt hell zu leuchten und das allgemeine Gemurmeln der Gäste vermischte sich mit der Musik der Band, die jetzt angefangen hatte zu spielen. Ronnie fragte sich, was sie wohl heute Abend tun sie in New York wäre. In den letzten Wochen hatte sie immer seltener mit Kayla telefoniert. Natürlich war sie immer noch ihre Freundin, aber Ronnie merkte, dass sie das Leben in der Großstadt gar nicht mehr vermisste. Seit Wochen hatte sie sich nicht mehr nach einer Disco gesehnt. Und als Kayla ihr von dem jungen Mann erzählte, den sie gerade kennengelernt hatte und so toll fand, dachte Ronnie nur an Will. Es ist bald vorbei, sagte deine Stimme hinter ihr. Weil sie so in Gedanken versunken war, hatte sie Ashleys Schritte gar nicht gehört, aber sie erkannte gleich ihre Stimme. Wie bitte? Argwöhnisch drehte sie sich um. Ich freue mich, dass Will dich zu Meghans Hochzeit eingeladen hat. Du solltest es ausnützen, weil es zwischen euch ja garantiert nicht von Dauer ist. In zwei Wochen geht er weg. Ist dir das eigentlich richtig bewusst? Ronnie musterte sie von oben bis unten. Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Selbst wenn ihr vorhabt, euch regelmäßig zu sehen, glaubst du wirklich, dass Will's Mom dich je akzeptiert? fuhr Ashley fort. Megan war schon zweimal verlobt, und ihre Mutter hat beide Typen vertrieben. Das Gleiche macht sie mit dir, dagegen kommst du nicht an. Aber selbst wenn es anders läuft, du gehst von hier fort und er auch. Das überlebte nicht. Ronnie verkrampfte sich innerlich. Es war grauenhaft, ausgerechnet Ashley ihre dunkelsten Gedanken aussprach. Aber das wollte sie nicht zulassen. Dieses Mädchen ging ihr zunehmend auf den Nerven, und mit ihren blöden Bemerkungen hatte sie eindeutig die Grenze überschritten. Ich werde dir jetzt mal etwas sagen, Ashley, und ich möchte, dass du mir gut zuhörst. Sie trat auf die junge Frau zu, bis ihre Gesichter ganz dicht voreinander waren. Ich habe es satt, mir deinen Quatsch anzuhören. Wenn du noch einmal versuchst, mit mir zu reden, dann schlage ich dir deine gebleichten Zähne ein. Kapiert? Irgendetwas in ihrem Gesicht musste Ashley überzeugt haben, dass diese Drohung ernst gemeint war. Sie drehte sich wortlos um und verschwand im Schutz des Zeltes. Ein paar Minuten nach der Auseinandersetzung mit Ashley schnitten Megan und Daniel gemeinsam den Kuchen an. Dann begann die Band wieder zu spielen und Tom tanzte mit Megan. Und als diese ihr Blumensträuschen in die Menge warf, ertönte ein fröhlicher Schrei. Offenbar hatte eine junge Frau ihn gefangen. Ach, hier bist du, rief Will und holte Ronnie aus ihren Träumen. Ich habe dich überall gesucht. Es ist Zeit für unseren Tanz. Während er aus sie zukam, überlegte sich Ronnie, was die Mädchen am College später denken würden, wenn sie ihn sahen. Vermutlich das gleiche wie sie. Wow. Er sprang die letzten Stufen hinunter, aber Ronnie wandte sich ab. Es fiel ihr leichter aufs Wasser zu blicken, als ihn anzuschauen. Zum Glück kannte Will sie gut genug, um gleich zu merken, dass etwas nicht stimmte. Was ist los? Als sie nicht sofort antwortete, strich er ihr zärtlich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sprich mit mir, flüsterte er. Für einen kurzen Moment schloss sie die Augen, doch dann dir und mir. Will runzelte die Stirn. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was du meinst. Sie lächelte melancholisch. Doch du verstehst mich sehr gut, entgegnete sie. Und sie wusste, dass sie recht hatte. Es wird nie wieder so sein wie jetzt. Aber das heißt nicht, dass es vorbei ist. Bei dir klingt das alles ganz einfach. Es ist doch kein Problem, von Nashville nach New York zu kommen. Mit dem Flugzeug sind es zwei Stunden. Ich muss ja nicht unbedingt zu Fuß gehen. Und du kommst mich besuchen? Ihre Stimme bebte. Auf jeden Fall. Und du hoffentlich zu mir nach Nashville. Will schloss sie fest in die Arme. Ich weiß nicht, warum dich das ausgerechnet jetzt so quält, aber du irrst dich. Natürlich weiß ich auch, dass es sein kann wie jetzt, aber vielleicht wird es in mancher Hinsicht sogar noch besser. Vergiss nicht, meine Schwester lebt in New York und ich habe nicht das ganze Jahr über Vorlesungen. Im Herbst und im Frühjahr habe ich je eine Woche Ferien und um Weihnachten herum ist ebenfalls frei. Und dann natürlich im Sommer. Aber es lohnt sich auch für ein Wochenende. Ronnie hätte gern gewusst, was seine Eltern von diesen Plänen hielten, aber sie schwieg. Ich will so viel wie möglich mit dir zusammen sein, Ronnie. Du bist intelligent und lustig und du bist ehrlich. Ich vertraue dir. Ich vertraue uns. Ja, ich gehe weg von hier und du fährst wieder nach Hause. Aber das ändert nichts an meinen Gefühlen für dich. Nur weil ich zur Uni gehe, empfinde ich doch nicht anders. Ich liebe dich mehr, als ich je einen Menschen geliebt habe. Ronnie wusste, dass er es ernst meinte, aber eine quälende Stimme in ihrem Inneren fragte, wie viele Sommerlieben sich auf die Dauer bewährten. Die Vorstellung, Will zu verlieren, erschien ihr unerträglich. Er war die Liebe ihres Lebens. Sie würde ihn immer lieben, und als er sie jetzt küsste, fühlte sie sich ihm so nahe wie nie zuvor. Er drückte sie an sich, sie streichelte seine Schultern, seinen Rücken, spürte die Kraft seiner Arme. Sie wusste, dass er mehr wollte, als sie bisher zu geben bereit gewesen war, aber plötzlich wurde ihr klar, dass sie keine andere Wahl hatte. Es gab nur den Moment, und dieser Moment gehörte ihnen. Als er es aussprach, klang er zögernd und drängend zugleich. Möchtest du mit mir auf das Boot meines Vaters kommen? Ronny fing an zu zittern. War sie bereit für das, was jetzt kam? Sie spürte ein unwiderstehliches Verlangen, weiterzugehen. Okay, flüsterte sie. Will drückte ihre Hand, und Ronny hatte das Gefühl, dass er mindestens so aufgeregt war wie sie. Sie konnte natürlich immer noch einen Rückzieher machen, aber sie war fest entschlossen. Sie wollte, ihr erstes Mal bedeutungsvoll war. Sie wollte es mit jemandem erleben, der ihr wirklich am Herzen lag. Als sie sich auf dem Weg zum Boot machten, nahm sie ihre Umgebung nur die Fuß war. Die Luft kühlte ab und aus dem Augenwinkel sah sie, dass viele Gäste zur Tanzfläche strebten. Weiter drüben stand Susan und sprach mit dem älteren Mann, der sie vorhin so intensiv beobachtet hatte, und abermals hatte sie das Gefühl, dass sie ihn von irgendwoher kannte. »Na, das war aber eine niedliche Szene. Ich wollte, ich hätte sie gefilmt«, sagte da eine spätische Die Stimme kam vom anderen Ende der Anlegestelle. Obwohl der Sprecher im Dunkeln blieb, wusste Ronny genau, wer es war. Jetzt trat Marcus hinter einem Pfosten hervor und zündete einen Feuerball an. »Ich meine es ernst, Dollar König. Du hast sie mit deinem Charme mühelos um den Finger gewickelt. Er grinste. Jedenfalls fast. Will machte einen Schritt auf ihn zu. Verschwinde. Und zwar sofort. Marcus ließ den Feuerball über seine Hand rollen. Sonst? Was willst du tun? Die Bullen alarmieren? Das würdest du nie machen, ich weiß es. Wills Muskeln spannten sich an. Marcus hatte einen Nerv getroffen, das merkte Ronny, aber sie wusste nicht, warum. Das hier ist Privatbesitz, entgegnete Will. Doch er klang nicht überzeugend. Ich liebe diesen Stadtteil. Die Leute hier sind alle im Country Club. Sie haben diesen Weg am Wasser entlang angelegt, der ein Grundstück mit dem anderen verbindet. Ich komme wahnsinnig gern hierher. Hier hat man eine erstklassige Aussicht. Wir feiern die Hochzeit meiner Schwester, zischte Will. Ich fand deine Schwester schon immer sehr hübsch, sagte Marcus. Ich habe sie sogar mal gefragt, ob sie mit mir ausgeht. Aber das Miststück hat mich ablitzen lassen. Kannst du dir sowas vorstellen? Er wartete nicht, dass Will etwas antwortete, sondern deutete auf die Festgäste. Vorhin habe ich Scott gesehen, und er hat sich aufgeführt, als gäbe es in seinem Leben keinerlei Probleme. Da fragt man sich doch, ob er überhaupt ein Gewissen hat, oder? Andererseits, deines ist auch nicht ganz sein. Ich wette, du hast deiner Mami noch nicht erzählt, dass dein kleines Flittchen hier vermutlich in den Knast wandert. Wills Körper war so angespannt wie eine Bogensehne. Ich wette, der Richter informiert sie gerade. Der Richter. Plötzlich wusste Ronnie, wer der ältere Mann war, der ihr so bekannt vorgekommen war. Und jetzt sprach der Richter mit Susan. Sie bekam keine Luft mehr. Oh Gott! In dem Moment ließ Will ihre Hand los und stürzte sich auf Marcus. Dieser warf ihm den Feuerball zu, sprang auf den Strandweg und rannte zum Zelt. Ronnie wusste, dass Will schneller war. Aber als Marcus über die Schulter schaute, sah sie etwas in seinem Gesicht, was ihr zeigte, dass er sich genau das von Will erhoffte, dass er ihn einholte. Aber warum? Es dauerte keine halbe Sekunde, bis Ronnie begriff, was Marcus vorhatte. Er rammte zielstrebig zu den Seilen, die das Zelt stabilisierten. Ronnie lief ebenfalls los und schrie, bleib stehen, Will, nicht! Aber es war zu spät. Will prallte mit Marcus zusammen, sie stürzten beide zu Boden, verfingen sich in den Seilen, die Plöcke wurden herausgerissen und langsam, ganz langsam fiel das Zelt in sich zusammen. Die Leute begannen zu schreien. Es und Marcus kämpften auf dem Boden, aber Marcus konnte sich befreien. Blitzschnell entfloh er dem Chaos, huschte zurück zum Uferweg und verschwand von der Wildfläche. Würde sich in dem allgemeinen Durcheinander überhaupt irgendjemand daran erinnern, ihn gesehen zu haben? An Ronnie erinnerten sich alle. Als sie in Toms Arbeitszimmer saß, kam sie sich vor, als wäre sie wieder zwölf Jahre alt. Sie wollte möglichst schnell fort und sich ihr Bettdecke verkriechen. Immer wieder sah sie das einstürzende Zelt vor sich, während sie im Nebenzimmer Susan schimpfen hörte. Sie hat die Hochzeit deiner Schwester ruiniert. Das stimmt nicht, schrie Will zurück. Ich habe dir genau erklärt, was passiert ist. Du erwartest doch nicht von mir, dass ich dir das abnehme, dass sich ein Fremder unter die Gäste geschmuggelt hat und du versucht hast, ihn aufzuhalten. Genauso war's. Warum Will keinen Namen nannte, begriff Ronny nicht, aber sie hatte keine Lust, selbst irgendwelche Informationen beizusteuern. Rechter Chambers hat sie erkannt. Er hat mir erzählt, dass sie noch in diesem Monat wegen Ladendiebstahls vor Gericht erscheinen muss. Entweder hast du das nicht gewusst und sie hat dich angelogen oder du hast es gewusst und hast mich angelogen. Es folgte eine angespannte Stille und obwohl Ronny es nicht wollte, spitzte sie die Ohren, um Wills Antwort zu verstehen. Er klang bedrückt. Ich habe es dir nicht gesagt, weil ich wusste, du verstehst es nicht. Will, mein Junge, begreifst du denn nicht, dass sie nicht gut für dich ist? Du hast deine Zukunft noch vor dir und das letzte, was du im Leben brauchst, ist so ein Mädchen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du selbst dahinter kommst, aber du bist offensichtlich emotional zu engagiert, um es zu merken. Dabei liegt es auf der Hand. Sie kommt aus der Unterschicht, aus der Unterschicht. Susan redete immer lauter. Ronny wurde so übel, dass sie Angst hatte, sie müsste sich übergeben. Ist alles okay? fragte Tom. Er stand im Türrahmen die Autoschlüssel in der Hand. Es tut mir furchtbar leid, Mr. Blakely, blubberte es als Ronny heraus. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Das weiß ich, beruhigte er sie. Aber trotz seiner verständnisvollen Reaktion war ihr klar, dass auch er sich entsetzlich aufgeregt hatte. Zwar hatte sich niemand ernsthaft verletzt, aber zwei Gäste waren gestürzt und vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht worden. Soll ich dich nach Hause fahren? Ronny nickte. Vielen Dank, das wäre nett. Sie strich ihr Kleid glatt und erhob sich. Hoffentlich schaffte sie die ganze Strecke, ohne sich zu übergeben. Würden Sie bitte Will ausrichten, dass ich mich verabschiedet habe und dass ich ihn nicht mehr sehen werde? Ja, kann ich machen, erwiderte Tom mit neutraler Stimme. Sie musste sich nicht übergeben und sie weinte auch nicht, aber sie brachte während der Fahrt kein Wort über die Lippen, obwohl ihr der Weg endlos lang erschien. Tom schwieg ebenfalls. Der Bungalow lag still da, als sie eintrat, nirgends brannte Licht und sowohl ihr Vater als auch Jonah schienen tief zu schlafen. Vom Flur aus hörte sie die Atemzüge ihres Vaters. Er keuchte etwas, als hätte er einen langen, anstrengenden Tag hinter sich. Und als Ronny unter ihre Bettdecke kroch und endlich weinen durfte, dachte sie verzweifelt, dass kein Tag länger und anstrengender gewesen sein konnte, als der, den sie gerade hinter sich hatte. Ihre Augen waren immer noch rot und verquollen, als doch dann sah sie, Jonah auf ihrer Bettkante saß. Du musst aufstehen. Die Bilder des vergangenen Abends stürmten sofort wieder auf sie ein. Im Kopf hörte sie Susans Stimme und schon wurde ihr Hund elend. Ich will nicht aufstehen. Du musst aber, es ist jemand da. Will? Nein, sie wartet draußen und sie sieht toll aus. Schnell zog Ronny ihre Jeans und ein T-Shirt über und trat hinaus auf die Veranda. Mit der Person, die vor ihr stand, hatte sie überhaupt nicht gerechnet. Du siehst furchtbar aus, sagte Megan ohne jede Einleitung. Sie trug Shorts und ein Tanktop. Aus der Nähe war Megan sogar noch hübscher als gestern bei der Hochzeit. Und sie strahlte ein so wunderbares Selbstvertrauen aus, Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dir die Hochzeit verdorben habe, aber stammelte sie. Megan hob die Hand. Du hast die Hochzeit nicht verdorben, erwiderte sie mit einem fröhlichen Lächeln. Du hast dafür gesorgt, dass die Feier unvergesslich sein wird. Bei dieser Antwort stiegen Ronny Tränen in die Augen. Weine nicht, tröstete Megan sie sanft. Ich mache dir keine Vorwürfe. Ronny war sprachlos. Ja, ich weiß, was passiert ist. Will und ich haben lange miteinander gesprochen, nachdem meine Mom endlich fertig war mit ihrer Moralpredigt. Ich glaube, ich weiß jetzt ziemlich genau Bescheid. Also wie gesagt, ich mache dir keine Vorwürfe. Marcus ist verrückt und unberechenbar, das war ja schon immer. Ronny schluckte. Megan war so unglaublich nett und verständnisvoll, aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen wurden ihre Schuldgefühle nur noch größer. Weshalb bist du gekommen? fragte sie. Weil ich dich etwas fragen will und ich möchte, dass du mir die Wahrheit sagst. Ronnys Magen krampfte sich zusammen. Was willst du wissen? Ich möchte wissen, ob du meinen Bruder liebst. Ronny war sich nicht ganz sicher, ob sie Megan richtig verstanden hatte, aber als sie ihren prüfenden Blick sah, so gab es keinen Zweifel mehr. Ja, ich liebe ihn. Es ist kein Sommerflirt? Nun schüttelte sie heftig den Kopf. Will und ich, sie verstummte, traute sich nicht weiter zu sprechen, weil Worte ihr so ungenügend erschienen. Meghan lächelte. Okay, sagte sie, ich glaube dir. Verdutzt runzelte Ronny die Stirn. Jetzt musste Megan richtig lachen. Ich kenne diesen Blick. Heute Morgen, als ich in den Spiegel geschaut habe, ich empfinde genau das Gleiche für Daniel. Aber ich muss sagen, ein bisschen seltsam ist es schon, dass du diesen Blick bereits jetzt hast. Mit siebzehn hatte ich noch keine Ahnung, was Liebe ist, glaube mir. Aber wenn alles stimmt, dann ist das so, und man weiß es einfach. Danke, murmelte sie. Mehr fiel ihr nicht ein. Du brauchst dich nicht bei mir zu bedanken. Es geht mir nicht um dich, es geht mir um meinen Bruder. Und Will ist verrückt nach dir, sagte sie mit einem vielsagenden Lächeln. Und wenn du ihn liebst, musst du dir wegen des Zeltes keine Gedanken machen. Im Grunde hast du meiner Mutter eine Geschichte geschenkt, die sie für den Rest ihres Lebens allen Leuten erzählen kann. Glaub mir, sie wird kräftig Kapital daraus schlagen. Und mit der Zeit regt sie sich auch nicht mehr auf. So ist es immer. Ich weiß nicht. Du musst mit Will reden, sagte Megan und nahm die Sonnenbrille von der Stirn, um sie aufzusetzen. Sie wollte offensichtlich gehen. Keine Bange, ich schlage nicht vor, dass du zu uns nach Hause kommst. Er ist sowieso nicht da. Wo ist er denn? Megan deutete über die Schulter in Richtung Pier. Beim Turnier. Sein erstes Spiel fängt in vierzig Minuten an. Das Turnier. Im Strudel der Ereignisse hatte Ronny es ganz vergessen. Ich war gerade dort. Er ist völlig fertig. Wahrscheinlich hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan. Vor allem nach dem, was du zu unserem Dad gesagt hast. Du musst das wieder in Ordnung bringen. Megan klang sehr bestimmt. Nachdem Ronny geduscht und sich angezogen hatte, rannte sie sofort los. Am Pier hatten sich schon viele Leute versammelt, ähnlich wie am ersten Tag beim Jahrmarkt. Provisorische Tribünen, die zwei Spielfelder begrenzten, waren am anderen Ende des Peers aufgestellt worden und mindestens tausend Zuschauer drängten sich dort. Sie ließ ihren Blick über die Menge schweifen und entdeckte einige der anderen Teams, was sie nur noch nervöser machte. Offenbar war für die Mannschaften kein spezieller Bereich abgetrennt worden. Wie sollte sie Will in diesem Gewühle ausfindig machen? Bis zum Spielbeginn waren es nur noch zehn Minuten. Sie wollte schon aufgeben, als sie ihn plötzlich mit Scott bei den Sanitätern sah, die lässig an ihrem Krankenwagen lehnten. Will zog gerade sein Hemd aus und verschwand hinter dem Wagen. Megan hatte Recht gehabt. Er ließ müde die Schultern hängen. Man merkte nichts von dem Adrenalin, das normalerweise vor einem Spiel die Energiequellen sprudeln ließ. Will entdeckte sie und einen Moment lang glaubte sie freudige Überraschung auf seinem Gesicht zu erkennen, doch dann drehte er sich weg. Ronnie wusste, dass sein Vater ihm ihre Botschaft ausgerichtet hatte. Seine Reaktion drückte Schmerz und Verwirrung aus. Am liebsten hätte sie alles ganz ausführlich mit ihm besprochen, aber dafür war jetzt keine Zeit. Also fiel sie ihm einfach um den Hals und küsste ihn mit ihrer ganzen Leidenschaft. Er erholte sie schnell von seiner Verblüffung und erwiderte ihren Kuss. Als sie sich voneinander trennten, stammelte Will, was ich noch zu gestern sagen wollte, kopfschüttelnd legte ihm Ronnie den Finger auf die Lippen. Darüber reden wir später. Ich wollte nur, dass du eines weißt. Ich habe das, was ich zu deinem Vater gesagt habe, nicht so gemeint. Ich liebe dich und ich möchte, dass du mir einen großen Gefallen tust. Er legte den Kopf schräg und schaute sie fragend an. Du musst heute so gut spielen, wie du in deinem ganzen Leben noch nie gespielt hast. Die erste Runde zu gewinnen war verblüffend leicht gewesen. Sie waren kaum ins Schwitzen geraten. Runde zwei lief sogar noch besser. Ihre Gegner holten nur einen einzigen Punkt. Dann mussten sie allerdings ran. In der dritten Runde waren sie richtig gefordert. Will und Scott zogen auch ins Halbfinale ein und er sah, wie Ronnie ihm von der Tribüne aus zujubelte. Sie saß auf der Tribüne genau auf der anderen Seite als seine Eltern und Meghan. Vermutlich eine gute Idee. Er war sauer auf sich, weil er seiner Mutter nicht die Wahrheit über Marcus gesagt hatte. Aber was hätte er tun sollen? Wenn seine Mutter erfuhr, wer der Täter war, konnte sie nichts mehr bremsen. Und das würde wiederum zu Racheaktionen führen. Im Fall einer Verhaftung würde Marcus bestimmt versuchen, seine Strafe herunter zu handeln, indem er nützliche Informationen über ein anderes, schlimmeres Verbrechen preisgab, über Scott. Das brachte Scott in Schwierigkeiten zu einem ganz kritischen Zeitpunkt, nämlich während seiner Suche nach einem College Stipendium. Scotts Eltern schadete es ebenfalls, und diese waren wiederum eng mit seinen eigenen Eltern befreundet. Deshalb hatte er gelogen. Das Schlimmste war, dass seine Mutter daraufhin Ronnie die ganze Schuld in die Schuhe geschoben hatte. Das Halbfinale war schwerer als die bisherigen Spiele. Sie gewannen den ersten Satz, verloren aber den zweiten im Tiebreak. Will stand an der Linie und wartete auf das offizielle Signal für den entscheidenden dritten Satz. Sein Blick wanderte kurz über die Tribüne und dann zum Pier. Es waren mindestens dreimal so viele Leute da wie letztes Jahr. Immer wieder sah er bekannte Gesichter, Leute, mit denen er in der Highschool gewesen war oder die er seit seiner Kindheit kannte. Nirgends war ein freier Platz. Dann kam das Zeichen des Schiedsrichters. Will warf den Ball in die Luft und machte ein paar schnelle Schritte, sprang hoch und schmetterte ihn in die gegnerische Hälfte, etwa drei Viertel von der Grundlinie entfernt. Dann wollte er sofort seine Position einnehmen, ahnte aber gleich, dass das gar nicht nötig sein würde. Eins zu Null. Will schlug siebenmal nacheinander auf, wodurch er und Scott sich ein bequemes Polster erarbeiteten. Danach holten die Teams die Punkte im Wechsel und trotzdem war es ein vergleichsweise müheloser dritter Satz, der ihnen zum Sieg verhalf. Als sie das Spielfeld verließen, schlug Scott ihm auf den Rücken. Wir haben's geschafft, rief er. Wir sind in Spitzenform heute. Da sollen Tyson und Landry ruhig kommen. Tyson und Landry, beide 18 Jahre alt und aus Hamoser Beach in Kalifornien waren das beste Junioren Team der Welt. Vor einem Jahr waren sie noch die Nummer 11 gewesen, was schon gereicht hätte, um so gut wie jedes Land bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Sie spielten als Team, seit sie zwölf waren und hatten in den letzten zwei Jahren keinen einzigen Satz abgegeben. Scott und Will waren ihnen bisher erst einmal begegnet, und zwar beim Halbfinale des letztjährigen Turniers hier am Strand, und da hatten sie mit gesenkten Köpfen das Spielfeld verlassen. Heute war alles anders. Sie gewannen den ersten Satz mit drei Punkten Vorsprung, Tyson und Landry holten den zweiten Satz, ebenfalls mit drei Punkten Abstand, und beim letzten entscheidenden Satz stand es jetzt sieben zu sieben. Will spielte seit neun Stunden in der prallen Sonne. Obwohl er literweise Wasser und Gatorade trank, schien es eigentlich unvermeidlich, dass er erschöpft war. Doch er spürte es nicht, jetzt nicht, zumal sie eine reale Chance hatten, das Turnier zu gewinnen. Scott schickte einen Ball übers Netz, der Tyson zwang, seine Position zu verlassen. Zwar erreichte er den Ball rechtzeitig, schlug ihn aber in die falsche Richtung. Landry rannte los und erwischte den Ball gerade noch, machte dadurch aber alles nur noch schlimmer, er flog ins Publikum. Erfahrungsgemäß dauerte es dann immer mindestens eine Minute, bis das Spiel weitergehen konnte, und jetzt lagen Will und Scott einen Punkt vorne. Wie so oft schaute Will schnell zu Ronnie, sie winkte ihm zu und strahlte, dann nickte er lächelnd zu seiner Familie hinüber, hinter seinen Eltern auf dem Pier drängten sich die Leute am Geländer, um das Spiel zu verfolgen, aber ein Stück dahinter schienen sich die Menschen einem anderen Gewand zu haben. Will fragte sich welchem, bis er einen Feuerball durch die Luft fliegen sah. Es stand zwölf zu zwölf, als es geschah. Der Ball landete wieder einmal im Publikum. Diesmal war es Scotts schuld, und während Will an seinem Platz zurückging, blickte er instinktiv hinauf zum Pier, weil er wusste, dass Markus dort auftrat. Die Tatsache, dass Markus in der Nähe war, versetzte ihn erneut in Wut, wegen gestern Abend. Aus dem Augenwinkel sah er, wie auf dem Pier die Feuerbälle tanzten. Die Leute hatten sogar inzwischen das Geländer freigegeben, und er konnte erkennen, dass Teddy und Lance wie gewohnt ihre Breakdance-Nummer aufführten. Was ihn wunderte war, dass Blaze gemeinsam mit Markus jonglierte. Geschickt fing sie einen Ball auf und warf ihn zurück. Schließlich stieß sie mit dem Rücken ans Geländer. Durch den Aufprall war sie vermutlich weniger konzentriert als nötig. Die brennenden Bälle sausten im gleichen Tempo auf sie zu, aber dann verschätzte sie sich, und einer landete an ihrem T-Shirt. Weil der nächste drückte den ersten so lange an ihre Brust. Innerhalb von Sekunden brannte ihr Shirt lichterloh. Voller Panik versuchte sie, die Flammen auszuschlagen und schien dabei zu vergessen, dass sie den Feuerball noch in der Hand hielt. Schon brannten auch ihre Hände. Ihre Schmerzensschreie übertönten alles, auch die Geräusche am Spielfeld. Die Zuschauer der Feuershow standen offensichtlich unter Schock. Niemand kam Blaze zur Hilfe. Ohne lange zu überlegen schoss Will los, vom Spielfeld zum Pier, so schnell er noch konnte. Immer wieder rutschte er aus, aber er rannte weiter. Blazes gellende Hilferufe zerrissen die Luft. Irgendwie kämpfte er sich durch die Menge bis zur Treppe, nahm immer drei Stufen auf einmal. Oben angekommen konnte er Blaze zuerst nicht sehen, aber dann entdeckte er sie. Ein Mann kauerte bei ihr, sie wälzte sich wimmernd und schreiend auf dem Boden. Von Marcus, Teddy und Lance weit und breit keine Spur. Blazes T-Shirt war mit der Haut verschmolzen, überall hatte sie Brandblasen, sie schluchzte und schrie unzusammenhängende Wörter. Will überlegte hektisch. Bis der Krankenwagen hier war, verging mindestens eine Viertelstunde, selbst wenn nicht solche Menschenmassen versammelt wären, weil er über die Brücke fahren musste. Als Blazes erneut einen herzzerreißenden Schrei ausstieß, schob er die Arme unter sie und hob sie vorsichtig hoch. Sein Truck war nicht weit von hier geparkt, er war als einer der ersten am Morgen eingetroffen. Also trug er Blazes in diese Richtung. Die Zuschauer waren so verdattert, dass niemand versuchte ihn aufzuhalten. Blazes verlor immer wieder das Bewusstsein. Will lief so schnell er konnte, aber er zu sehr erschütterte. Als er an der Treppe vorbeikam, sah er Ronny und war unglaublich erleichtert. Die Schlüssel sind auf dem Hinterrad, rief er ihr zu. Wir müssen Blazes auf die Rückbank legen und sobald wir losfahren, rufst die Notaufnahme an und sagst, dass wir unterwegs sind, damit sie schon alles vorbereiten. Ronny rannte zu Will's Truck und schaffte es, die Tür zu öffnen, bevor und gab Gas. In der Notaufnahme war viel los. Will saß bei der Tür und starrte müde nach draußen. Langsam wurde es dunkel. Ronny hatte neben ihm Platz genommen. Während der letzten vier Stunden hatte Will vielen verschiedenen Leuten den Ablauf der Ereignisse geschildert, auch Blazes Mutter, die jetzt bei ihrer Tochter war. Die Polizisten interessierten sich vor allem dafür, weshalb er Blazes ins Krankenhaus gebracht hatte, statt auf die Sanitäter zu warten. Will antwortete wahrheitsgemäß, ihm sei gar nicht eingefallen, dass sie sich ja auf dem Gelände befanden, er habe nur gesehen, dass Blazes sofort verarztet werden musste. Zum Glück verstanden das die Beamten. Jedes Mal, wenn sich die Tür hinter der Schwesternstation öffnete, blickte Will hoch. Die Tür ging auf, Blazes Mutter kam auf sie zu. Man konnte ihr die Erschöpfung ansehen. Eine der Krankenschwestern hat mir gesagt, dass ihr noch da seid. Ich wollte mich bei euch bedanken, für alles, was ihr getan habt. Die Stimme versagte ihr, und Will musste heftig schlucken, weil seine Kehle wie ausgetrocknet war. Kommt sie durch? krächzte er. Ich weiß Operationssaal. Blazes Mutter schniefte, bemühte sich aber, die Fassung zu bewahren. Ich habe ihr hundertmal gesagt, sie soll sich von Marcus fernhalten, aber sie wollte einfach nicht auf mich hören. Und nun ist mein kleines Mädchen. Blazes Mutter begann hilflos zu schluchzen. Will war wie gelähmt, während Ronnie sie tröstend umarmte. Da standen sie nun, hielten sich gegenseitig fest und als Will durch die Straßen von Wrightsville Beach raste, nahm er alles überdeutlich wahr. Er fuhr schnell, wusste aber, dass es noch schneller ging. In Sekunden Bruchteilen erfasste er Einzelheiten, die ihm unter normalen Bedingungen garantiert entgangen wären. Den diesigen Lichtschleier um die Straßenlaternen, eine umgekippte Mülltonne in einer Durchfahrt, die kleine Delle neben dem Nummernschild eines beigefarbenen Nissan. Ronnie saß auf dem Beifahrersitz und beobachtete ihn nervös und stumm. Sie hatte ihn nicht gefragt, wohin sie fuhren, aber das war auch nicht nötig. Kaum hatte Blaze's Mom den Wartebereich verlassen, der hob sich Will und marschierte wortlos hinaus. Und Ronnie war ihm gefolgt. Er wusste, welche Strecke die kürzeste war. Sie verließen das Geschäftswirtel und donnerten an den stillen Strandvillen vorbei, vorbei am Pier, am das Gaspedal durch und fuhr volles Risiko. Ronnie klammerte sich am Handgriff fest. Schließlich bog er in den Parkplatz ein, den man wegen der Bäume leicht übersehen konnte. Auf dem Kies rutschend kam der Truck zum Stillstand und endlich fand Ronnie den Mut etwas zu sagen. Bitte tu's nicht. Will wusste genau, was sie meinte, aber sprang trotzdem aus dem Truck. Bowers Point war nicht mehr Strand, etwa 200 Meter vom Stand der Rettungsschwimmer entfernt. Entschlossen beschleunigte Will seinen Schritt. Ihm war klar, dass er Markus dort antreffen würde. Bilder Fetzen schossen ihm durch den Kopf, der Brand in der Kirche, der Abend auf dem Jahrmarkt, die Art, wie er Ronnie an den Armen gepackt hatte, und Blaze in Flammen. Markus hatte nicht versucht, ihr zu helfen. Als sie ihn am dringendsten brauchte, lief er einfach weg. Dabei hätte sie sterben können. Diesmal war Markus zu weit gegangen. Als er um die Ecke bog, entdeckte er die drei in der Ferne. Sie saßen auf Treibholz Stämmen, um ein kleines Lagerfeuer versammelt. Er lief los, auf alles gefasst. Die anderen konnten ihn wegen der Dunkelheit noch nicht sehen. Markus führte gerade seine Flasche an die Lippen, als Will ihn mit gesenkter Schulter und mit aller Kraft von hinten rammte, gleich unterhalb des Nackens. Mit einem erschrockenen Ächzen sackte Markus unter dem Aufprall zusammen. Will stieß ihn blitzschnell in den Sand. Er musste rasch handeln und sich Teddy vornehmen, bevor dieser oder sein Bruder reagieren konnte. Aber die beiden waren wie gelähmt, als sie Markus zu Boden gehen sahen. Will donnerte Markus noch das Knie in den Rücken, dann stürzte er sich auf Teddy, der stolperte und hinfiel. Doch statt ihn mit den Fäusten zu bearbeiten, knallte Will mit der Stirn gezielt gegen Teddys Nase. Ein Knirschen war zu hören, der Knochen gab nach. Will erhob sich, während sich Teddy auf dem Boden wälzte, die Hände vors Gesicht geschlagen. Blut quoll zwischen Lerns war inzwischen aus seiner Erstarrung erwacht und wollte angreifen, doch Will wich einen Schritt zurück und als sich sein Gegner ihm näherte, zielte Will mit dem Knie auf sein Kinn. Lernses Kopf flog nach hinten und er verlor das Bewusstsein noch ehe er auf dem Boden aufschlug. Zwei erledigt. Markus hatte sich wieder aufgerappelt und ein Stück Treibholz gepackt. Markus schwang das Holz, aber Will konnte den Schlag abwehren. Dann packte er seinen Gegenspieler, umklammerte ihn fest und drängte ihn zurück wie beim Football. Markus kippte um, Will setzte sich auf ihn und versetzte ihm einen Kopfstoß, genau wie Teddy. Auch jetzt hörte er den Knochen knirschen, doch diesmal gab er sich damit nicht zufrieden. Er traktierte Markus mit der Faust und ließ sich ohnmächtig gefühlt. Jetzt war Schluss. Er schlug ihn aufs Ohr und die Schmerzensschreie brachten ihn nur noch mehr in Fahrt. Als er noch einmal ausholte, packte ihn jemand am Arm. Er fuhr herum, wollte schon zuschlagen, weil er mit Teddy rechnete, aber vor ihm stand Ronnie mit erschrockenem Gesicht. Hör auf! Es lohnt sich nicht, dass du seinetwegen ins Gefängnis gehst, schrie sie. Ruiniere doch nicht dein ganzes Leben! Will verstand nicht richtig, was sie sagte, aber er merkte, dass sie ihn wegziehen wollte. Bitte, Will, rief sie mit bebender Stimme, du bist doch nicht so wie er, du hast eine Zukunft, wirf sie nicht weg! Als sie ihren Griff etwas lockerte, spürte er, wie alle Kraft aus ihm wich. Nur mit Mühe schaffte er es aufzustehen. Von dem vielen Adrenalin in seinem Blut war er ganz zittrig. Ronnie schlang den Arm um seine Taille und langsam gingen sie zurück zum Truck. Als er am nächsten Morgen zur Arbeit kam, tat ihm die Hand noch weh. Scott wartete in dem kleinen Umkleideraum auf ihn und während er seinen Overroll anzog, schimpfte er schon los. Du hättest nicht aus dem Schluss hoch. Die Sanitäter waren doch die ganze Zeit da. Ich weiß, erwiderte Will. Ich habe gar nicht an sie gedacht. Es tut mir leid, dass ich das Spiel geschmissen habe. Wir hätten das Turnier gewinnen können, aber du musstest ja weglaufen und den großen Helden spielen. Mensch Scott, sie brauchte Hilfe. Blaze? Diese blöde Kuh? Die Schuld daran ist, dass deine Freundin in den Knast wandert? Die Ziege, die sich mit Marcus herumtreibt? Scott ging auf ihn zu. Glaubst du etwa, sie hätte das Gleiche für dich getan? Nie im Leben. Es war doch nur ein Spiel. Allmählich wurde Will sauer. Für dich vielleicht, zeterte sein Freund. Natürlich für dich ist es ein Spiel, aber für dich ist alles ein Spiel. Kapierst du das nicht? Weil nichts wichtig einem Turnier nicht zu gewinnen, weil dir alles auf dem Silbertablett serviert wird, auch wenn du verlierst. Aber ich hätte diesen Sieg drängend gebraucht. Bei mir geht es um meine gesamte Zukunft, Mann. Ja, aber es ging auch um ein Menschenleben, gab Will zurück. Und wenn du endlich mal aufhören könntest, dich dermaßen egozentrisch aufzuführen, würdest du begreifen, dass es etwas Entrüstet schüttelte Scott den Kopf. Du warst es mir schuldig, schrie Scott und schlug wieder gegen sein Schließfach. Ich habe dich um etwas ganz Einfaches gebeten, und du wusstest, wie lebenswichtig es für mich ist. Ich bin dir überhaupt nichts schuldig, erwiderte Will mit leise brodelnder Wut. Ich decke dich seit acht Monaten. Ich habe es satt, dass Marcus uns vorführt. Du musst endlich das Richtige tun, du musst die Wahrheit sagen. Mit diesen Worten ging er zur Tür. Als er sie aufstieß, hörte er Scotts Stimme. Du willst mich zugrunde richten. Du möchtest, dass ich wegen eines Unfalls in den Knast gehe. Das werde ich nicht tun. Noch im Vorraum konnte Will hören, wie Scott mit der Faust gegen das Schließfach trommelte. Die nächste Woche war für sie beide ziemlich anstrengend. Ronnie fühlte sich nicht wohl, wenn sie an Wills Gewaltausbruch dachte. Trotzdem brachte sie es nicht fertig, Will böse zu sein. Sie war zwar nicht einverstanden mit dem, was er getan hatte, aber dadurch, dass Will die drei fertig gemacht hatte, fühlte sie sich ein wenig sicherer, wenn sie mit ihm zusammen war. Jetzt stand sie in ihrem und Jonas Schlafzimmer und betrachtete durchs Fenster Wills schlafende Gestalt draußen neben dem Schildkröten Nest. Weil bei einigen anderen Nestern die Jungen schon geschlüpft waren, hatten die Leute vom Aquarium am Nachmittag den Drahtkorb entfernt und die Eier waren wieder vollständig ungeschützt. Sowohl Ronnie als auch Will wollten sie über Nacht nicht ohne Aufsicht lassen und weil Will sowieso hatte er sich angeboten die Wache zu übernehmen. Ronnie konnte sich kaum an das Mädchen erinnern, dass sie bei ihrer Ankunft gewesen war und der Sommer war noch nicht vorüber. In ein paar Tagen wurde sie 18. Dann hatten sie und Will noch ein gemeinsames Wochenende vor sich, ehe Will aufs College musste. Drei Tage später stand ihr nächster Gerichtstermin an und anschließend fuhr sie nach New York. So viel war schon geschehen und so viel war noch zu tun. Ihre Liebe zu Will, ihre wachsende Zuneigung zu ihrem Vater und vor allem, dass ihr Leben in einem anderen Rhythmus verlief. Manchmal kam es ihr vor, als würden diese Dinge gar nicht ihr passieren, sondern einer anderen Person, die sie erst nach und nach kennenlernte. Sie hätte niemals gedacht, dass ein verschlafenes Kaff irgendwo in den Südstaaten eine kleine Stadt am Meer mit viel mehr Leben und Dramatik erfüllt sein könnte als Manhattan. Ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. Von ein paar Ausnahmen abgesehen war es wirklich gar nicht so schlecht hier. Sie schlief in einem ruhigen Zimmer, das sie mit ihrem Bruder teilte, nur durch Glas und Sand getrennt von dem jungen Mann, den sie liebte und der ihre Liebe erwiderte. Konnte es im Leben etwas Schöneres geben? Und trotz allem, was geschehen war, oder vielleicht gerade deswegen, wusste sie, dass sie diesen gemeinsamen Sommer nie vergessen würde, niemals, gleichgültig, was die Zukunft für sie bereit hielt. Sie spürte, wie sie in den Schlaf hinüberglitt. Ihr letzter bewusster Gedanke war, es kommt noch viel, viel mehr. Dieses Gefühl war wie eine Art böse Vorahnung. Ist alles okay, Ronnie? Du bist so still, sagte Will am nächsten Morgen. Entschuldige, mir gehen so viele Sachen durch den Kopf. Sie saßen am Pier, aßen Bagels und tranken Kaffee, den sie sich unterwegs gekauft hatten. Normalerweise versammelten sich hier immer die Angler, aber heute waren sie ganz für sich. Eine angenehme Überraschung, denn Will hatte den ganzen Tag frei. Hast du dir noch mal überlegt, was du morgen unternehmen möchtest? Du hast Geburtstag, falls du das vergessen haben solltest. Ronnie zuckte die Achseln. Es muss nichts Besonderes sein. Aber du wirst 18. Das ist eine große Sache, ob du willst oder nicht. Von morgen an bist du Na super, dachte sie. Wieder etwas, was sie daran erinnerte, dass die Zeit knapp wurde und sie sich endlich entscheiden musste, was sie mit ihrem Leben anfangen wollte. Will musste etwas gemerkt haben, denn er legte ihr zärtlich die Hand aufs Knie. Ich habe von deinem Geburtstag gesprochen, aber du bist offensichtlich mit deinen Gedanken ganz wo anders. Am Montag gehe ich von hier fort und ich schaute zum Bungaloyers Vaters und wieder einmal fiel ihr auf, wie wenig dieses Haus hierher passte. Sie überlegte. Soll ich dir sagen, was ich am aller allerliebsten tun möchte? Es passierte nicht an ihrem Geburtstag, sondern zwei Abende später, am Freitag, dem 22. August. Die Mitarbeiter vom Aquarium kannten sich in diesen Dingen wirklich sehr gut aus. Schon am Nachmittag begannen sie, das Gebiet so vorzubereiten, damit die Schildkröten unbehelligt das Wasser erreichen konnten. Ronnie und Will halfen dabei, in dem flachen Graben, der zum Meer führte, den Sand ganz glatt zu streichen. Es wurde Absperrband angebracht, um neugierige Zuschauer auf Distanz zu halten, die meisten jedenfalls. Jonah und Dad durften den abgesperrten Bereich betreten, aber auch sie hielten sich am eigentlich hatte Ronnie keine Ahnung, was sie tun sollte, außer dafür zu sorgen, dass niemand dem Nest zu nahe kam. Sie war ja keine Expertin, aber weil sie ihr Osterei Outfit anhatte, dachten die Leute gleich, sie müsste alles wissen. In der vergangenen Stunde hatte sie mindestens 100 Fragen beantwortet. Sie war stolz darauf, dass sie sich an alles erinnerte, was Will ihr über die Schildkröten beigebracht hatte, und zum Glück hatte sie auch das Informationsblatt über Karettschildkröten gelesen, das vom Aquarium für die Öffentlichkeit zusammengestellt worden war. Sie hatte gedacht, höchstens zehn Leute kommen würden, aber stattdessen hatten sich Hunderte entlang der Absperrung versammelt. Für eine Weile zog sie sich deshalb auf die Düne zurück, und Will gesellte sich zu ihr. Wie findest du das? fragte er und deutete auf die Menschenansammlung. Ich weiß nicht recht. Sagen wir mal, es macht nicht so viel Spaß wie das Abendessen neulich. An ihrem Geburtstag war Will mit ihr in ein gemütliches kleines italienisches Restaurant gegangen und hatte ihr eine Halskette mit einem silbernen Anhänger in Form einer Schildkröte geschenkt, die sie wunderschön fand und die ganze Zeit trug. Darf ich mich zu dir setzen? Will war vor ein paar Minuten gegangen, um noch zusätzliche Taschenlampen aus dem Truck zu holen. Jetzt stand ihr Vater an der Düne. Aber natürlich, Dad, du brauchst nicht zu fragen. Sie rückte ein Stück beiseite, damit er sich zu ihr setzen konnte. In der letzten halben Stunde waren sogar noch mehr Menschen gekommen und Ronny war froh, dass Dad die Erlaubnis hatte, sich innerhalb des abgesperrten Bereichs aufzuhalten. In letzter Zeit sah er oft sehr müde aus. Ob du's glaubst oder nicht, ich hab noch nie gesehen, wie Schildkröten schlüpfen. Wieso nicht? Früher wurde darum nicht solche ein Tamtam gemacht wie heutzutage. Klar, ich habe manchmal irgendwo ein Nest entdeckt und fand es schön, aber ich habe nie viel darüber nachgedacht. Einmal bin ich an einem Nest vorbeigekommen, in dem die Schildkröten in der Nacht zuvor geschlüpft waren. Überall lagen Eierschalen herum. Aber das gehörte einfach zum Leben hier. Wie läuft's mit deiner Komposition? Sie entwickelt sich sehr langsam. Ich habe sicher schon hundert verschiedene Versionen geschrieben, aber ganz zufrieden bin ich immer noch nicht. Ich weiß, es ist eigentlich sinnlos, wenn ich es bis jetzt nicht richtig hinbekommen habe, schaffe ich es wahrscheinlich nie. Aber auf diese Weise habe ich immer etwas zu tun. Heute Morgen habe ich das Fenster gesehen. Es ist ja fast fertig. Dad nickte nachdenklich. Ja. Wir sind bald soweit. Haben die Leute von der Kirche schon einen Termin beschlossen, an dem es eingesetzt werden soll? Nein, antwortete er. Sie warten noch auf das Geld für die übrigen Arbeiter. Sie wollen das Fenster erst einsetzen, wenn der Raum wieder genutzt wird. Jonah möchte das Fenster unbedingt fertig haben, bevor er nach Hause fährt. Er hat den Sommer sehr genossen. Neulich hat er zu mir gesagt, dass er gar nicht nach New York zurück möchte. Am liebsten würde er bei dir bleiben. Er ist so ein süßer Junge, sagte Steve. Und nach kurzem Zögern fuhr er fort. Die nächste Frage ist jetzt natürlich, ob du den Sommer auch genossen hast. Ja, allerdings. Wegen Will? Wegen allem, antwortete sie. Ich bin froh, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen konnten. Ich auch. Und wann kommst du nach New York? Ach, ich weiß noch nicht. Das entscheiden wir spontan. Einverstanden? Ronnie lächelte. Hast du im Moment so viel zu tun? Eigentlich nicht, aber soll ich dir etwas sagen? Was denn? Ich finde, du bist eine wunderbare junge Dame. Und ich will, dass du nie vergisst, wie stolz ich auf dich bin. Wie kommst du ausgerechnet jetzt darauf? Ich war mir nicht sicher, ob ich dir das in letzter Zeit deutlich genug gesagt habe. Sie lehnte den Kopf an seine Schulter. Du bist echt in Ordnung, Dad. Als sie zum Nistplatz schaute, merkte sie, Elliot und Todd die beiden Biologen ganz aufgeregt herumliefen, während die Zuschauer plötzlich ganz still wurden. Es lief alles ganz ähnlich ab, wie Will es ihr beschrieben hatte, nur dass man den ganzen Vorgang mit Worten nicht gerecht werden konnte. Weil Ronnie so nahe an das Nest heran durfte, konnte Eibach auf, dann das zweite, das dritte, und plötzlich schienen alle Eier lebendig zu werden, bis die erste kleine Schildkröte herauskroch, über die wackelnden Eier hinwegkrabbelte und das Nest verließ. Aber was dann kam, war noch viel erstaunlicher. Der ganze Nistplatz geriet in Bewegung. Es war ein solches Gewimmel und Gewusel, dass man kaum noch mitzählen konnte. Fünf Schildkröten, dann zehn, dann zwanzig, bis das Auge nicht mehr mitkam, wie ein wild gewordener Bienenkorb. Und diese winzigen prähistorisch aussehenden Schildkröten, die nur noch einbestreben kannten, sie wollten fort aus dem Nest. Sie kletterten übereinander, rutschten zurück, nahmen erneut Anlauf, bis sie es endlich schafften, eine nach der anderen, und zielstrebig wanderten sie den sandigen Weg entlang zu dem Licht, mit dem Tod in der Brandung stehend sie zum Wasser lockte. Fasziniert verfolgte Ronny das Schauspiel. Die Tiere waren so unglaublich klein, dass sie sich nicht vorstellen konnte, wie sie den Kampf ums Überleben bestehen sollten. Das Meer würde sie verschlingen, sie einfach verschwinden lassen. Und genau das passierte ihr auch, als sie das Wasser erreichten und von der Brandung hin und her geworfen wurden. Kurz tauchten sie immer wieder an der Oberfläche auf und waren danach nicht mehr zu sehen. Ronny stand neben Will und klammerte sich an seine Hand. Sie war froh, dass sie so viele Nächte neben dem Nest verbracht hatte und dadurch in gewisser Weise an diesem Wunder an der Entstehung des neuen Lebens beteiligt war. Wochenlang hatte sich absolut nichts geregt und jetzt würde das, worauf sie die ganze Zeit gewartet hatten, in wenigen Minuten vorbei sein. Und während sie neben dem jungen Mann stand, den sie liebte, wurde ihr bewusst, dass sie noch nie mit einem Menschen einen so magischen Moment erlebt hatte. Eine Stunde später, nachdem sie ganz ergriffen alles immer wieder besprochen hatten, verabschiedeten sich Ronny und Will von den anderen Mitarbeitern des Aquariums, die endlich nach Hause fahren wollten. Sämtliche Spuren des Ereignisses waren verschwunden, außer dem Graben. Selbst die Eierschalen waren nicht mehr da. Todd hatte sie eingesammelt, um zu untersuchen, wie Dixie waren und ob sie irgendwelche Chemikalien enthielten. Will und Ronny gingen noch ein Stück den Strand entlang. Er legte ihr liebevoll den Arm um die Schulter. Ich hoffe, deine Erwartungen wurden erfüllt. Mehr als das, schwärmte sie. Aber ich muss dauernd daran denken, welchen Gefahren die kleinen Schildkröten jetzt ausgesetzt sind. Die schaffen das schon. Nicht alle. Stimmt, nicht alle. Solange sie so jung sind, haben manche von ihnen schlechte Karten. Schweigend gingen sie zum Haus zurück. Es macht mich traurig. In dem Moment trat ihr Vater mit Jonah auf die hintere Veranda. Okay, und nach dieser unglaublichen Spannung begann Jonah pompös, und nachdem ich die ganze Sache von Anfang bis Ende verfolgt habe, kann ich fragte Will. Jonah grinste breit. Das war super cool. Ronnie lachte. Plötzlich begann ihr Vater zu husten. Es war ein bellender, verschleimt klingender Husten, und genau wie neulich in der Kirche entwickelte er sich zu einem Anfall, der nicht aufhören wollte. Immer wieder ging es los. Dad klammerte sich kurz ans Geländer, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Jonah reagierte verängstigt, und selbst Will war starr vor Schreck. Vergeblich versuchte Steve, den Husten unter Kontrolle zu bekommen. Mit beiden Händen hielt er sich den Mund zu. Aber auch das half nichts. Wieder schüttelte ihn ein Anfall, und als er keuchend Luft holte, klang es, als würde er ertrinken. Er röchelte und stöhnte. Dann nahm er die Hände herunter. Ronny blieb wie angewurzelt stehen, zu Tode erschrocken. So fürchterliche Angst hatte sie noch nie im Leben gehabt. Das Gesicht ihres Vaters war voller Blut. Das Todesurteil hatte er im Februar erhalten, nur 60 Minuten, nachdem er seine letzte Klavierstunde gegeben hatte. Seine Karriere als Konzertpianist war gescheitert. Er hatte wieder angefangen zu unterrichten, nachdem er nach Wrightsville Beach gezogen war. Die Stunden strengten ihn sehr an, während er frühe Energie daraus geschöpft hatte. Zum ersten Mal in seinem Leben machte er regelmäßig einen Mittagsschlaf. Im Laufe der Zeit schlief er tagsüber länger und länger, oft zwei Stunden und beim Aufwachen hatte er meistens Magenschmerzen. Er ließ sich vom Arzt einen Termin geben, wurde dann zum Röntgen und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus geschickt und während er zuschaute, wie sein Blut in die Teströhrchen lief, dachte er an seinen Vater und daran, wie der Krebs seinem Leben ein Ende gesetzt hatte. Und da wusste er, was der Arzt ihm sagen würde. Sie haben Magenkrebs, eröffnete ihm der Arzt und holte tief Luft. Und von den Untersuchungen wissen wir, dass der Krebs bereits ihre Bauchspeicheldrüse und die Lunge angegriffen hat. Der Mann klang unbeteiligt, aber freundlich. Ich möchte Ihnen gleich sagen, dass es nicht gut aussieht. Ich werde bald sterben, dachte er. Er faltete die Hände und wunderte sich, dass sie nicht zitterten. Wie viel Zeit habe ich noch? Ehe wir darüber sprechen, möchte ich mit Ihnen über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten reden. Es gibt keine, entgegnete Steve. Das wissen wir beide. Falls sich der Arzt über seine Reaktion wunderte, ließ er sich nichts anmerken. Wenn ich nur noch ein paar Tage habe, könnte es heißen, dass ich am besten gleich verschiedene Telefonanrufe erledige. Es bleiben Ihnen mehr als ein paar Tage. Wochen? Ja, selbstverständlich. Monate? Jetzt zögerte der Arzt. Habe ich noch ein Jahr? Der Arzt schwieg, und dieses Schweigen sagte alles. Als Steve die Praxis verließ, atmete er tief durch. Keine zwölf Monate mehr. Das wusste er jetzt. Er hatte Krebs im fortgeschrittenen Stadium, und es gab keine Aussicht auf Heilung. Innerhalb des nächsten Jahres würde er sterben. Der Arzt hatte ihn noch mit Informationen versorgt, mit verschiedenen Broschüren und Internetadressen, aber auf dem Weg zu seinem Auto warf Steve das ganze Material in den Abfall. Als er dann in der Wintersonne am verlassenen Strand stand, vergrub er die Hände tief in den Manteltaschen und schaute zum Pier. Angler standen am Geländer und Spaziergänger schlenderten den Pier entlang. Wie konnten sie so normal ihr Leben weiterleben? Als wäre nichts geschehen. Er musste bald sterben, sehr bald sogar. So viele Dinge, über die er sich ständig Sorgen gemacht hatte, spielten jetzt keine Rolle mehr. Seine Rente brauche ich nicht mehr. Wie sollte er seinen Lebensunterhalt verdienen? Hat sich erledigt. Sein Wunsch, jemand Neues kennenzulernen und sich zu verlieben, das wäre der betreffenden Frau gegenüber nicht fair, und ehrlich gesagt war das Verlangen sowieso mit der Diagnose verschwunden. Es ist vorbei, sagte er sich immer wieder, in weniger als einem Jahr würde er sterben. Ja, er hatte geahnt, dass etwas nicht stimmte, und vielleicht hatte er sogar erwartet, dass der Arzt ihm genau diese Nachricht überbringen würde. Aber die Erinnerung an den Moment, als der Arzt die Worte dann tatsächlich aussprach, ließ ihn nicht los. Immer wieder hörte er in seinem Kopf den Satz, wie bei einer altnotischen Schallplatte mit Sprung. Jetzt begann er zu zittern. Die Angst, die Einsamkeit. Er senkte den Kopf und schlug die Hände vors Gesicht. Warum hatte es ausgerechnet ihn getroffen? Am nächsten Tag machte Steve wieder einen Strand Spaziergang und fragte sich, wie er die kurze Zeit, ihm noch blieb, verbringen wollte. Was war ihm das Allerwichtigste? Als er an der Kirche vorbeikam, zu diesem Zeitpunkt hatten die Wiederaufbauarbeiten noch nicht begonnen, musste er an Pastor Harris denken, an die unzähligen Vormittage, die er in dieser Kirche verbracht hatte, während das Sonnenlicht durch das farbige Glasmuster flutete. In dem Moment fasste er den Entschluss, ein neues Fenster zu schaffen. Einen Tag später rief er Kim an und erzählte ihr, was mit ihm los war. Kim begann hemmungslos zu schluchzen. Steve schnürte es die Kehle zu, aber er weinte nicht mit ihr, und instinktiv wusste er, dass er wegen seiner Diagnose nie mehr in Tränen ausbrechen würde. Später meldete er sich noch einmal bei Kim, um zu fragen, ob die Kinder den Sommer bei ihm verbringen könnten. Sie hatte zwar Bedenken, erklärte sich aber einverstanden. Weil Steve es so wollte, erzählte sie Ronny und Jonah nicht, wie krank ihr Vater war. Es würde ein Sommer voller Lügen werden. Aber was blieb ihm anderes übrig, wenn er seine Kinder noch einmal neu kennenlernen wollte? Das letzte Jahr seines Lebens. Fast täglich regnete es. Die Meteorologen sprachen vom nassesten Frühjahr seit Aufzeichnung der Wetterdaten. Der Mai hingegen war ganz trocken, als wäre irgendwo ein Wasserhahn abgedreht worden. Steve kaufte das Glas, das er für das Fenster brauchte und begann zu arbeiten. Im Juni kamen seine Kinder. Immer wieder war er den Strand entlang gegangen, auf der Suche nach Gott. Gleichzeitig war es ihm tatsächlich gelungen, die Verbindung zu seinen Kindern wiederher zu stellen. Und nun in dieser dunklen Nacht im August schwamm ein winzig kleines Schildkröten auf der Wasseroberfläche und er spuckte Blut. Es war Zeit, mit dem Lügen aufzuhören. Es war Zeit, die Wahrheit zu sagen. Seine Kinder erschraken furchtbar. Sie wünschten sich nichts sehnlicher, als dass er etwas sagte oder tat, was sie von ihrer Angst befreite, aber sein Magen wurde von tausend spitzen Nadeln durchbohrt. Mit dem Handrücken wischte er das Blut fort. Ich glaube, sagte er mit ruhiger Stimme, ich muss ins Krankenhaus. Ihr Vater lag in seinem Krankenhausbett am Tropf, als er ihr alles erzählte. Sie schüttelte verzweifelt den Kopf. Es ist nicht wahr. Es kann nicht wahr sein. Nein, rief sie, das stimmt sicher nicht. Die Ärzte irren sich oft. Aber nicht in meinem Fall. Er nahm ihre Hand. Es tut mir so leid, dass du es auf diese Art erfahren musst. Will und Jonah warteten unten in der Cafeteria. Steve hatte beschlossen, es den Kindern getrennt zu erzählen. Plötzlich begriff sie, warum ihr Vater darauf bestanden hatte, dass sie und Jonah nach North Carolina kamen. Ihr wurde auch schlagartig klar, dass ihre Mom schon die ganze Zeit Bescheid gewusst hatte. Und weil ihnen nur noch so wenig gemeinsame Zeit blieb, hatte Dad jeden Streit mit ihr vermieden. Auch seine unermüdliche Arbeit an dem Kirchenfenster verstand sie jetzt. Sie musste an den furchtbaren Hustenanfall in der Kirche denken und daran, dass er oft vor Schmerzen das Gesicht verzogen hatte. Im Nachhinein fügte sich alles zusammen und gleichzeitig fiel alles auseinander. Ihr Vater würde nicht miterleben, wie sie heiratete. Nie würde er sein Enkelkind in den Armen halten. Der Gedanke, dass sie den Rest ihres Lebens ohne ihn verbringen musste, erschien ihr unerträglich. Das war nicht fair. Es war einfach nicht fair. Als sie schließlich zu reden begann, war ihre Stimme ganz brüchig. Wann wolltest du es mir sagen? Ich weiß es nicht. Sie durfte jetzt nicht wütend werden, das wusste sie, aber sie konnte nichts dagegen machen. Wie bitte? Du wolltest es mir am Telefon sagen? Nach dem Motto entschuldige, aber ich habe ganz vergessen, dir im Sommer zu sagen, dass ich Krebs im Endstadium habe? Und was gibt es bei dir Neues? Ronny, wenn du es mir nicht sagen wolltest, wieso hast du mich dann überhaupt hierher kommen lassen, damit ich zuschauen kann, wie du stirbst? Nein, mein Schatz, genau das Gegenteil. Er drehte den Kopf zu ihr. Ich habe mir gewünscht, dass du hierher kommst, damit ich sehen kann, wie du lebst. Bei dieser Antwort löste sich etwas in Ronny. Es waren wie die ersten Kiesel, die zu Tale kullern und eine riesige Steinlawine ankündigen. Sie hörte, dass draußen die Krankenschwestern vorbeigingen und sich mit gedämpften Stimmen unterhielten, die Neonröhre an der Decke surrte und warf ihr bläulich blasses Licht auf die Wände. Der Tropf gab regelmäßig seine Flüssigkeit ab. Normale Krankenhausszenen, aber für Ronny hatten sie nichts Normales. Sie konnte kaum schlucken, weil ihre Kehle ausgetrocknet war. Schnell wandte sie sich ab, damit ihr Vater die Tränen nicht sah. Es tut mir so leid, mein Schatz, sagte er wieder. Ich weiß, ich hätte es dir erzählen müssen, aber ich habe mir so sehr einen normalen Sommer gewünscht und ich wollte, dass sie auch einen normalen Sommer verlebt. Ich hatte nur einen Wunsch. Seine Bitte berührte ihr Herz und sie stieß einen hilflosen Schluchzer aus, obwohl sie dagegen ankämpfte. Ihr Vater lag im Sterben und er bat sie, ihm zu verzeihen. Das war so unendlich traurig. Sie hatte keine Ahnung, was sie sagen sollte, schließlich ergriff sie seine Hand. Natürlich verzeih ich dir, murmelte sie. Danach konnte sie die Tränen nicht länger zurückhalten. Weinend legte sie den Kopf an seine Brust. Wie dünn er geworden war. Man konnte seine Rippen spüren. Bestimmt ging es ihm seit Wochen immer schlechter, und sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil es ihr gar nicht aufgefallen war. Sie war viel zu sehr mit sich und ihrem eigenen Leben beschäftigt gewesen, um das Leid ihres Vaters wahrzunehmen. Als er die Arme um sie schloss, schluchzte sie noch heftiger. Bald würde diese schlichte Geste väterlicher Zuneigung nicht mehr möglich sein. Ronny dachte daran, wie wütend sie bei ihrer Ankunft auf ihn gewesen war. Sie war sofort davon gerannt, und der Gedanke, ihn auch nur zu berühren, war für sie so unvorstellbar gewesen, wie eine Reise ins Weltall. Sie hatte ihn gehasst. Und jetzt liebte sie ihn so sehr. Sie schluchzte herzzerreißend an seiner Brust, wie das Kind, das sie nicht mehr war. Wie immer war sie nur mit sich selbst beschäftigt gewesen. Aber wenn du mir alles gesagt hättest, wäre ich nicht so oft weg gegangen, ich hätte dich mehr unterstützen können. Für mich war es wunderbar einfach nur zu wissen, dass du in der Nähe bist. Aber vielleicht legst du dann jetzt nicht wieder nahm er ihre Hand. Vielleicht bin ich ja auch aus dem einzigen Grund nicht schon viel früher ins Krankenhaus gekommen, weil ich erlebt habe, wie du den Sommer genießt und dich verliebt hast. Sie ging hinunter in die Cafeteria. Ihr Vater hatte gesagt, nun wolle er mit Jonah sprechen. Ihre Kehle war so trocken, als sie die Cafeteria betrat, dass sie kaum schlucken konnte. Sie rieb sich die brennenden geschwollenen Augen und nahm sich fest vor, die Fassung zu bewahren. Das hat ganz schön lange gedauert, maulte Jonah. Was ist los? Geht es dead besser? Ja, ein bisschen, antwortete Ronnie, aber er möchte gern mit dir reden. Worüber denn? Jonah legte seinen Keks auf den Tisch. Ich habe doch nichts angestellt, oder? Nein, keine Sorge, es geht nicht um dich. Dad will dir nur erklären, was mit ihm los ist. Warum kannst du mir das nicht sagen? Er klang verängstigt und Ronnie bekam Beklemmungen. Weil er allein mit dir reden will, so wie er gerade mit mir gesprochen hat. Ich begleite dich und warte vor der Tür. Einverstanden? Jonah stand auf. Cool, sagte er. Will saß immer noch reglos auf seinem Stuhl. Warte mal noch einen Moment, rief sie Jonah zu. Endlich erhob sich Will. Man sah ihm an, dass er sehr beunruhigt war. Er weiß Bescheid, dachte Ronnie. Aus irgendeinem Grund weiß er alles. Kannst du auf uns warten? fragte sie ihn. Ich nehme an, du bist natürlich warte ich auf euch. Erwiderte er ruhig. Ich bin hier, solange du mich brauchst. Ach, wie erleichtert sie sich fühlte. Sie lächelte ihm dankbar zu. Sagen konnte sie nicht. Mit schnellen Schritten folgte sie Jonah. Gemeinsam durchquerten sie die 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 nicht mehr. Noch nie war jemand, den sie näher kannte gestorben. Die Eltern ihres Vaters lebten nicht mehr. Sie konnte sich an die Trauerfahrein erinnern, aber im Grunde hatte sie kein Verhältnis zu ihnen gehabt. Die beiden waren nicht oft zu Besuch gekommen. Sie waren ihr immer fremd geblieben und nach ihrem Tod hatten sie ihr nicht gefehlt. Sie hörte Jonah laut schluchzen. Er hatte die Wahrheit erfahren. Und immer wieder rief er entsetzt Nein! 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 Dann ertönte die besänftigende Stimme ihres Vaters. Ronny lehnte sich an die Wand. Ihr Herz war so schwer. Am liebsten hätte sie die Uhr zurückgedreht zu dem Moment, als die Schildkröten schlüpften und die Welt noch war. Sie wollte neben dem jungen Mann stehen, den sie liebte, umgeben von ihrer glücklichen Familie. Auf einmal musste sie daran denken, wie Meghan gestrahlt hatte, als sie bei der Hochzeit mit ihrem Vater tanzte. Ein stechender Schmerz durchzuckte sie, weil ihr wieder bewusst wurde, dass sie und ihr Dad diesen einmaligen Augenblick nicht miteinander teilen würden. Sie schloss die Augen und hielt sich die Ohren zu, um Jonas Weine nicht hören zu müssen. Er klang so hilflos, so jung, so erschüttert. Er konnte unmöglich verstehen, was passierte, und Ronnie wusste, dass er diesen entsetzlichen Tag nie vergessen würde. Soll ich dir ein Glas Wasser holen? Die Frage galt ihr. Mit Tränen nassen Augen blickte sie auf und sah Pastor Harris vor sich stehen. Sagen konnte sie Kopf zu schütteln. Der Pfarrer betrachtete sie mit freundlicher Miene, aber an seinen hochgezogenen Schultern und an der Art, wie er den Stock umklammerte, erkannte Ronnie, dass auch er unter großem inneren Druck stand. Ich fühle mit dir, murmelte er. Seine Stimme klang müde. Ich weiß, wie schwer das für dich sein muss. Dein Vater ist ein ganz besonderer Mann. Sie nickte. Woher wussten sie, dass er hier liegt? Hat er sie angerufen? Nein, antwortete er. Einer der Krankenschwestern hat mich informiert. Die Leute hier wissen, dass er für mich wie ein Sohn ist. Werden sie mit ihm sprechen? Pastor Harris schaute auf die geschlossene Tür. Nur, wenn er mich sehen will. An seinem gequälten Gesichtsausdruck konnte Ronnie ablesen, dass auch er Jonah weinen hörte. Aber das will er bestimmt, nachdem er mit euch beiden gesprochen hat. Du ahnst gar nicht, wie sehr er sich davor gefürchtet hat. Sie wissen das? Ja, natürlich. Er liebt euch beide mehr als sein Leben. Und er grämte sich so sehr, dass er euch Schmerz würde zufügen müssen. Ihm war bewusst, dass der Augenblick kommen würde, aber ich kann nichts mehr ändern. Aber gleichzeitig hat sich alles geändert, erwiderte der Pastor. Weil ich Bescheid weiß? Nein. Weil ihr mit ihm zusammen wart. Bevor ihr gekommen seid, war er sehr aufgeregt. Nicht wegen seiner Krankheit, sondern weil er euch bei sich haben wollte und sich sehnlichst gewünscht hat, dass alles gut geht. Ich glaube, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr er euch vermisst hat und wie gerne er euch mag. Immer wenn ich ihm begegnet bin, hat er gesagt, noch 19 Tage oder noch 12 Tage. Und an dem Tag, an dem ihr angekommen seid, hat er stundenlang das Haus geputzt und die Betten frisch bezogen. Ich weiß, der Bungalow ist nicht luxuriös, aber wenn du vergesslichen Sommer erlebt und er wollte dabei sein. Wie alle Eltern wünscht er sich vor allem eins, dass ihr glücklich seid, dass ihr gut durchs Leben kommt, dass ihr vernünftige Entscheidungen trefft. Das war es, was er in diesem Sommer gebraucht hat und ihr habt es ihm geschenkt. Ronnie schnürte es die Kehle zu. Was kann ich für ihn tun? Ich glaube nicht, dass du viel tun kannst. Aber ich habe solche Angst und mein Vater ich weiß, sagte der Pastor ruhig. Obwohl ihr zwei ihn sehr glücklich gemacht habt, hat auch er große Angst. Zu Hause trat Ronnie auf die hintere Veranda hinaus. Die Wellen rauschten unbeirrt in ihrem ewigen Rhythmus. Die Sterne funkelten wie helle kleine Stecknadelköpfe. Aber nichts war Will unterhielt sich mit Jonah in dem Zimmer, das sie mit ihrem Bruder teilte. Es waren also drei Menschen im Haus, genau wie sonst auch. Und trotzdem spürte man die Leere. Pastor Harris war bei ihrem Vater. Er hatte vor, die Nacht im Krankenhaus zu verbringen, damit Ronnie mit Jonah nach Hause gehen konnte. Dennoch plagte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht bei Dad geblieben war. Morgen wurden noch verschiedene Untersuchungen gemacht, außerdem war ein längeres Gespräch mit dem Arzt vereinbart. Zwischen all diesen Terminen war er bestimmt sehr erschöpft und brauchte Ruhe. Aber Ronnie wollte in seiner Nähe sein, selbst wenn er schlief. Bald hatte sie keine Möglichkeit mehr dazu. Mit einem leisen Quietschen öffnete sich die Tür hinter ihr und Will trat neben sie. Sie wandte den Blick nicht vom Ozean ab. Jonah ist endlich eingeschlafen, sagte Will. Aber ich glaube, so ganz erfasst er den Ernst der Lage noch nicht. Er hat gesagt, dass die Ärzte eurem Dad ganz bestimmt helfen können, wieder gesund zu werden, und dauernd wollte er wissen, wann er nach Hause darf. Ronnie konnte nur nicken. Sie dachte daran, wie verzweifelt Jonah im Krankenzimmer geweint hatte. Schützend legte Will den Arm um sie. Ist alles in Ordnung? fragte er. Wie kann alles in Ordnung sein? Ich habe gerade erfahren, dass mein Vater im Sterben liegt und dass er vermutlich nicht einmal bis Weihnachten leben wird. Ich weiß, erwiderte Will sanft, und es tut mir unendlich leid. Ich weiß, wie schwer das für dich ist. Er drückte sie an sich und sie weinte und weinte. Später lag sie in dem dunklen Zimmer und horchte auf Jonas regelmäßige Atemzüge. Will schlief auf dem Sofa im Wohnzimmer. Sie wusste, dass es besser wäre, einzuschlafen, aber sie fürchtete dauernd, das Telefon würde klingeln. Sie malte sich das Allerschlimmste aus, dass ihr Vater wieder einen Hustenanfall bekommen hatte, dass er noch mehr Blut verlor, dass man nichts mehr für ihn tun konnte. Auf dem Nachttisch neben ihr lag die Bibel ihres Vaters. Vorhin hatte sie darin geblättert, ohne recht zu wissen, wonach sie suchte. Hatte er bestimmte Passagen unterstrichen oder Seiten markiert? Sie entdeckte kaum Spuren ihres Vaters in dem Buch, außer dass sich alle Seiten abgegriffen anfühlten, was ein Zeichen dafür war, dass er mit dem ganzen Text sehr vertraut war. Es hätte sie gefreut, wenn er ihr durch kleine Signale etwas über sich selbst mitgeteilt hätte, aber nichts wies darauf hin, dass er einen bestimmten Vers interessanter gefunden hatte als andere. Ronnie hatte noch nie in der Bibel gelesen. Wie lange befand sie sich schon in seinem Besitz? Es gab so vieles, was sie nicht über ihn wusste, dachte sie wieder. Weshalb hatte sie sich nie die Mühe gemacht, Herr. Sie wollte ihm tausend Fragen stellen. Wenn sie schon bald gezwungen war, nur noch mit den Erinnerungen zu leben, wollte sie vorher wenigstens so viele Details wie möglich erfahren. Zum ersten Mal seit Jahren begann sie zu beten und sie flehte Gott an, ihr genug Zeit zu geben, um diesen Vorsatz zu verwirklichen. Die Morgensonne weckte ihn. Will streckte sich, erhob sich vom Sofa und trat in den Flur. Die Tür zu Ronnies und Jonas Zimmer stand offen. War Ronny schon wach? Ja. Sie stand auf der hinteren Verande an derselben Stelle wie letzte Nacht. Als er zu ihr ging, reagierte sie nicht, obwohl sie ihn bestimmt gehört hatte. Guten Morgen, sagte er leise. Mit hängenden Schultern drehte sie sich zu ihm um. Guten Morgen. Auf ihrem Gesicht erschien ein kleines Lächeln. Sie breitete die Arme aus und erzog sie an sich, dankbar für die Zuneigung. Konntest du überhaupt schlafen? Ich hab dich noch lange gehört. Stimmt. Ich konnte ewig nicht einschlafen. Schließlich bin ich zu Jonah ins Bett gekrabbelt. Aber mein Kopf wollte einfach keine Ruhe geben. Nicht nur wegen Dad. Sie macht eine Pause. Auch deinetwegen. Du gehst in zwei Tagen fort. Ich hab doch schon gesagt, ich kann die Abreise verschieben. Wenn du willst, dass ich hier bleibe, dann bleibe ich. Ronny schüttelte den Kopf. Nein. Für dich fängt jetzt ein neues Kapitel an. Und das will ich dir nicht wegnehmen. Aber ich muss noch nicht unbedingt fort. Die Vorlesungen fangen doch erst später an. Du brauchst wirklich nicht zu bleiben. Ihre Stimme war leise, aber bestimmt. Du gehst aufs College. Und das hier ist nicht dein Problem. Hört sich hart an, ist aber nicht böse gemeint. Steve ist mein Vater, nicht deiner. Ich will nicht auch noch daran denken müssen, was du alles meinetwegen aufgibst. Ich habe schon genug Baustellen in meinem Leben. Ich will nicht. Verstehst du? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Immer wieder musste er nach Luft schnappen. Das haben wir gemacht. Dad und ich. Du hast dich immer nur um die Schildkröten gekümmert. Und jetzt komme ich nicht an den Mittelteil von diesem Fenster ran. Ich bin zu klein, aber ich muss es fertig machen, weil... Vielleicht wird Dad wieder gesund, wenn ich es schaffe. Er muss wieder gesund werden. Erst habe ich es mit dem Stuhl versucht, aber der ist kaputt gegangen, und dann wollte ich die Kiste nehmen, aber die ist viel zu schwer. Plötzlich taumelte er rückwärts und fiel hin. Er blieb auf dem Boden sitzen, schlang die Arme um die Knie und schluchzte am ganzen Körper zitternd. Ronnie kauerte sich neben ihn und zog ihn zärtlich an sich, aber er konnte nicht aufhören zu weinen. Sie wechselte einen kurzen Blick mit Will, bevor sie sich wieder Jonah zuwandte. Dürfen wir dir vielleicht helfen? Jonah schüttelte den Kopf. Ihr wisst doch gar nicht, wie das geht. Dann musst du es uns zeigen. Nachdem Ronnie Jonas Wunde verarztet und mit einem großen Pflaster versehen hatte, führte Jonah die beiden wieder in die Werkstatt. Das Fenster war fast fertig. Die verbleibende Arbeit bestand nur noch darin, hunderte von kleinen Glasstücken zusammenzufügen, um das göttliche Licht am Firmament entstehen zu lassen. Jonah zeigte Will, wie das mit den Bleiruten ging, und brachte Ronnie bei, wie man lötete. Jonah schnitt das Glas, wie er es den ganzen Sommer über getan hatte, und schob es zwischen die Bleiruten, bevor er für Ronnie Platz machte, damit sie die Stücke an ihrem endgültigen Platz im Fenster anbringen konnte. Es war heiß und eng in der Werkstatt, aber mit der Zeit fanden sie alle drei ihren Rhythmus. Zum Mittagessen holte Will ein paar Burger und für Ronnie einen Salat. Sie machten eine kurze Pause, aber schon bald waren sie wieder bei der Arbeit. Im Laufe des Nachmittags rief Ronnie dreimal im Krankenhaus an. Aber es hieß immer, dass ihr Vater gerade bei einer Untersuchung sei oder dass er schlafe. Sein Zustand sei stabil, versicherte man ihr. Bei Einbruch der Dämmerung waren sie mit der Arbeit ungefähr halb fertig, und Jonas' Hände wurden allmählich müde. Also legten sie wieder eine Essenspause ein und holten dann ein paar Lampen aus dem Wohnzimmer, um in der Werkstatt mehr Licht zu haben. Es wurde Nacht. Um zehn gehnte Jonah nur noch. Sie gingen ins Haus, um sich ein bisschen auszuruhen, und Jonah schlief sofort ein. Vorsichtig trug Will ihn in sein Bett. Als er ins Wohnzimmer zurückkam, war Ronnie bereits wieder fort, in der Werkstatt. Will übernahm jetzt das Glasschneiden. Er hatte Jonah den ganzen Tag über zugesehen. Anfangs war er noch etwas ungeschickt, hatte aber schnell den Bogen raus. Gemeinsam arbeiteten sie die Nacht durch, und bei Tagesanbruch waren sie beide völlig kaputt. Vor ihnen auf dem Tisch lag das fertige Fenster. Ihr zwei seht aus, als hättet ihr die Nacht durchgemacht, sagte eine Stimme hinter ihnen. Pastor Harris stand in der Tür, auf seinen Gehstock gestützt. Er trug einen Anzug, wahrscheinlich für den Sonntagsgottesdienst, aber Will bemerkte gleich die schrecklichen Narben auf seinen Handrücken. Dass die Arme genauso aussahen, wusste er. Wieso oft dachte er voller Schrecken an das Feuer in der Kirche? An das Geheimnis, das er all die Monate für sich behalten hatte. Vor Scham konnte er dem Pastor nicht in die Augen blicken. Wir haben das Fenster fertig gemacht, verkündete Ronnie mit heiserer Stimme. Pastor Harris betrat die Werkstatt mit vorsichtigen Schritten. Andächtig blieb er am Tisch stehen und fuhr mit seiner knorrigen, vernarbten Hand über das Glas. Unfassbar, murmelte er. Es ist noch viel schöner geworden, als ich zu hoffen gewagt habe. Er lächelte. Euer Vater wird sich sehr freuen. Wie geht der Wiederaufbau der Kirche voran? Ich weiß, mein Vater würde das Fenster sehr gern an seinem eigentlichen Platz sehen. Dein Wort in Gottes Ohr. Der Pfarrer zuckte die Achseln. Deinem Vater geht es im Übrigen gut. Er dürfte bald aus dem Krankenhaus entlassen werden. Danke, dass Sie bei ihm geblieben sind. Nein, meine Liebe, sagte er mit einem Blick auf das Fenster. Ich muss mich bei dir bedanken. Als der Pastor hinausging, schaute William nach. Er wusste, dass der Augenblick gekommen war. Ich muss dir was sagen. Sie saßen auf der Düne und Will erzählte ihr alles, von Anfang an. Zuerst schienen Ronny es gar nicht richtig zu begreifen. Willst du damit sagen, Scott hat den Brand gelegt? Und du hast ihn gedeckt? Ihre Fassungslosigkeit war nicht zu überhören. Du hast für ihn gelogen? Will schüttelte den Kopf. Nein, so war es nicht. Ich habe es doch gesagt. Es war ein Unfall. Egal, Ronny suchte seinen Blick. Unfall oder nicht, er muss die Verantwortung übernehmen für das, was er getan hat. Ich weiß, ich habe ihm gesagt, er soll zur Polizei gehen. Aber wenn er es nicht tut? Willst du die Sache dein Leben lang geheim halten? Soll Marcus weiterhin dein Leben kontrollieren? Das geht doch nicht. Aber Scott ist mein Freund. Jetzt sprang Ronny auf. Pastor Harris ist bei dem Brand fast gestorben. Er hat wochenlang im Krankenhaus gelegen. Und die Kirche... Du weißt, er kann sie nicht wieder richtig aufbauen. Und jetzt wird mein Vater das Fenster nie dort sehen, wo es hingehört. Will bemühte sich, ruhig zu bleiben. Ihm war klar, dass sich Ronny im Moment überfordert fühlte. Ich weiß, es war falsch, sagte er leise. Die Kirche war Pastor Harris Leben. Sie war Dads Leben. Und jetzt ist sie weg und die Versicherung bezahlt den Schaden nicht. Und sie müssen ihre Gottesdienste in einem Lagerhaus abhalten. Und... Scott ist mein Freund, protestierte Will. Ich kann ihn doch nicht... Ronny blinzelte. Wie kannst du nur so egoistisch sein? Und wenn du das nicht begreifst, will ich nicht mehr mit dir reden, rief sie. Sie erhob sich und ging in Richtung Haus. Verschwinde! Ronny! Er wollte ihr folgen. Als sie es merkte, drehte sie sich abrupt um. Es ist aus! Verstanden? Nein, es ist nicht aus. Bitte sei doch vernünftig. Vernünftig? Sie fuchtelte aufgebracht mit den Händen. Du willst, dass ich vernünftig bin? Du hast dich nur für Scott gelogen. Du hast mich angelogen. Du wusstest, warum mein Vater das Fenster macht. Du hast direkt daneben gestanden und du hast kein Wort gesagt. In dem Moment schien sie etwas zu begreifen, was ihr vorher noch nicht klar gewesen war. Du bist nicht der Mensch, für den ich dich gehalten habe. So etwas hätte ich dir nie zugetraut. Will zuckte zusammen. Ihm fiel keine Antwort ein. Und als er auf Ronny zugehen wollte, wich sie zurück. Verschwinde endlich! Du fährst ja sowieso weg. Und wir werden uns nie wiedersehen. Also beenden wir die Sache lieber hier und jetzt. Ich kann damit nicht umgehen und ich will nicht mit jemandem zusammen sein, dem ich nicht vertraue. In ihren Augen schimmernden ungeweinte Tränen. Ich vertraue dir nicht mehr, Will. Bitte geh. Er war wie gelähmt und brachte kein Wort über die Lippen. Geh endlich! Schrie sie und rannte zum Haus. Am Abend seinem Letzten in Wrightsville Beach saß Will im Wohnzimmer seiner Eltern und versuchte immer noch zu begreifen, was heute geschehen war. Er blickte auf, als sein Vater hereinkam. Alles in Ordnung? Erkundigte sich Tom. Du warst zu schweigsam beim Essen. Bist du aufgeregt, weil's morgen losgeht? Will schüttelte den Kopf. Nein. Er spürte, wie sein Vater ihn musterte. Was ist los? Du weißt, du kannst mit mir reden. Will zögerte. Er war plötzlich nervös. Doch dann erwiderte er den prüfenden Blick seines Vaters. Wenn ich dich bitte, etwas sehr Wichtiges für mich zu tun, würdest du es tun, ohne Fragen zu stellen? Tom lehnte sich zurück, ohne die Augen von seinem Sohn zu nehmen, und schwieg lange. Aber Will wusste, wie die Antwort lauten würde. Du hast das Fenster wirklich fertig gemacht? Ronnie beobachtete ihren Vater in seinem Krankenhausbett, während er sich mit Jonah unterhielt. Er wirkte nicht mehr ganz so müde. Seine Wangen hatten wieder etwas mehr Farbe, und er konnte sich besser bewegen. Es ist super cool, Dad, schwärmte Jonah. Du musst es unbedingt sehen. Aber es haben doch noch so viele Teile gefehlt. Ronnie und Will haben mir ein bisschen geholfen. Wirklich? Ich habe ihnen alles beigebracht. Die beiden hatten ja null Ahnung. Aber mach dir keine Sorgen. Ich war sehr geduldig mit ihnen. Auch wenn sie etwas falsch gemacht haben. Dad lächelte. Das höre ich gern. Und wozu ist das Ding da? Sein Dad schaute auf den Tropf. Da ist ein Medikament drin. Hilft es was? Wirst du dadurch wieder gesund? Es geht mir schon besser. Heißt das, du kannst nach Hause? Vielleicht morgen, antwortete Dad vorsichtig. Aber soll ich dir sagen, was ich gerne hätte? Was? Etwas zu trinken. Weißt du, wo die Cafeteria ist? Unten bei der Eingangshalle und dann links. Ich weiß ganz genau, wo sie ist. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Und was möchtest du? Sprite oder Seven Up? Ich habe aber kein Geld. Als Dad sie anschaute, fasste Ronnie schnell in ihre Tasche. Ich habe welches, verkündete sie und gab ihrem Bruder die Summe, die er ihrer Meinung nach brauchte. Als Jonah zur Tür hinaus war, schaute Steve Ronnie sehr ernst an. Deine Anwältin hat heute Morgen angerufen. Der Gerichtstermin wurde auf Ende Oktober verschoben. Ronnie schaute aus dem Fenster. Darüber kann ich jetzt nicht nachdenken. Entschuldige. Dad schwieg für eine Weile, ohne den Blick von ihr zu nehmen. Wie geht es mit Jonah? Hilflos zuckte sie die Achseln. Er ist traurig, verwirrt. Und er hat Angst. Genau wie ich hätte sie am liebsten hinzugefügt. Ihr Vater winkte sie näher zu sich, und sie setzte sich auf den Stuhl, auf dem Jonah gesessen hatte. Steve nahm ihre Hand und drückte sie. Es ist so schade, dass meine Kraft nicht ausgereicht hat. Ich wollte nicht ins Krankenhaus. Ich wollte nicht, dass ihr mich so seht. Ronnie schüttelte den Kopf. Bitte, Dad. Dafür brauchst du dich wirklich nicht zu entschuldigen. Doch dann stellte er eine Frage, die sie überraschte. Möchtest du mir erzählen, was mit Will passiert ist? Wie kommst du darauf, dass etwas passiert ist? Weil ich dich kenne. Und ich weiß ja, wie wichtig er dir ist. Ronnie setzte sich aufrecht hin. Sie wusste, dass er Verständnis hätte, aber sie war einfach noch nicht fähig, darüber zu reden. Er geht heute weg, sagte sie nur. Ihr Vater nickte und hakte nicht weiter nach. Hast du Schmerzen? fragte sie. Steve schwieg für einen Moment. Dann sagte er, nein, jedenfalls keine großen. Aber du hattest Schmerzen, oder? Ihr Vater schüttelte den Kopf. Ach, Schätzchen, du. Erinnerst du dich, dass du gesagt hast, es geht dir besser, wenn du Klavier spielst? Er nickte. Ihm war klar, worauf seine Tochter abzielte. Und eigentlich mochte er nicht antworten, aber Ronnie blieb hartnäckig. Hast du damit auch gemeint, dass du die Schmerzen nicht so spürst? Bitte sag mir die Wahrheit. Ich merke es, wenn du lügst. Sie ließ sich nicht abwimmeln. Kurz schloss Steve die Augen, dann erwiderte er ihren Blick. Ja. Und trotzdem hast du die Holzwand gebaut? Ja. Da spürte Ronnie, wie sie die Fassung verlor. Ihr Kinn begann zu zittern, und sie legte den Kopf auf die Brust ihres Vaters. Weine nicht, flüsterte er und striche sanft über die Haare. Bitte, weine nicht. Daddy, schluchzte sie. Daddy, bitte, Kleines, bitte weine nicht. Die Schmerzen waren damals nicht besonders schlimm. Ich habe gedacht, ich kann damit umgehen, und so war es ja auch. Glaub mir, es hat zwar wehgetan, aber ich musste nicht die ganze Zeit daran denken, weil ich ja verschiedene Methoden hatte, um mich abzulenken. Zum Beispiel, wenn ich mit Jonah an dem Glasfenster gearbeitet habe. Oder ich habe einfach den Sommer genossen, von dem ich geträumt habe, seit ich deine Mutter gefragt hatte, ob ihr die Ferien bei mir verbringen könnt. Diese Worte trafen Ronnie wie brennende Pfeile. Und seine Bereitschaft, ihr so großzügig zu verzeihen, war mehr, als sie ertragen konnte. Es tut mir so entsetzlich leid, Daddy. Es war der schönste Sommer meines Lebens, flüsterte er. Ich durfte erleben, wie du die Schildkröten rettest, und ich hatte die Chance, am Rande mitzubekommen, wie du dich verliebst. Das Wichtigste ist für mich, dass ich die junge Frau kennengelernt habe, zu der du herangewachsen bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr es mich freut. Das hat mich durch den Sommer gebracht. Ehe sie etwas erwidern konnte, kam Jonah ins Zimmer gestürzt. »Seht mal, wen ich gefunden habe!«, rief er und fuchtelte aufgeregt mit der Sprite-Dose. Ronnie blickte auf und sah ihre Mutter hinter Jonah stehen. »Hallo, Schätzchen«, sagte Kim. Verdutzt drehte sich Ronnie zu ihrem Vater um. Er zuckte lächelnd mit den Achseln. »Ich musste deine Mom anrufen«, erklärte er. »Geht's dir einigermaßen gut?« »Ja, Kim«, antwortete Steve. Das nahm Kim als Aufforderung, das Zimmer zu betreten. »Ich glaube, wir müssen Verschiedenes besprechen, alle miteinander«, verkündete sie. Am nächsten Morgen hatte Ronnie einen Entschluss gefasst. Als Mom ins Zimmer kam, wartete sie schon auf sie. »Hast du deine Sachen gepackt?« Ruhig und bestimmt entgegnete Ronnie. »Ich fahre nicht mit euch nach New York.« Kim stemmte die Hände in die Hüften. »Ich dachte, wir hätten alles besprochen.« »Nein, du hast es besprochen.« »Aber ich komme nicht mit.« Ronnie klang ganz unaufgeregt. »Bitte, Ronnie, das ist doch albern. Du fährst selbstverständlich mit uns nach Hause.« »Nein«, sie verschränkte die Arme vor der Brust, hob aber nicht die Stimme. »Ronnie«, entschieden schüttelte sie den Kopf. Noch nie in ihrem Leben war sie sich einer Sache so sicher gewesen. »Ich bleibe hier.« »Daran gibt es nichts zu rütteln.« »Ich bin achtzehn und du kannst mich zu nichts mehr zwingen.« »Ich bin erwachsen.« Nervös trat ihre Mutter von einem Fuß auf den anderen. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. »Aber«, begann sie und deutete zum Wohnzimmer, »du kannst nicht die ganze Verantwortung übernehmen.« »Nein? Wer soll es denn sonst tun? Wer wird sich um ihn kümmern?« »Dein Vater und ich haben das alles geplant.« »Ach, du meinst Pastor Harris?« »Ja, natürlich. Er kann Dad wunderbar versorgen, wenn er wieder zusammenbricht oder wenn er Blut spuckt. Pastor Harris ist doch rein körperlich dazu gar nicht in der Lage.« »Ronnie«, Ronnie machte eine frustrierte Handbewegung. Ihr Entschluss stand fest. »Nur weil du immer noch sauer auf ihn bist, heißt das noch lange nicht, dass ich ebenfalls sauer auf ihn sein muss, okay? Ich weiß, was er getan hat, und ich finde es sehr schade, dass er dich verletzt hat. Aber jetzt geht es um meinen Vater. Er ist krank, er braucht Hilfe, und ich will für ihn da sein. Mir ist es gleichgültig, dass er eine Affäre hatte und dass er uns verlassen hat. Für mich zählt nur mein Dad, so wie er jetzt ist.« Zum ersten Mal war ihre Mutter wirklich sprachlos. Als sie schließlich doch etwas sagte, flüsterte sie fast. »Was genau hat dir dein Vater gesagt?« Ronnie wollte protestieren. »Das spielt doch keine Rolle«, wollte sie rufen, aber irgendetwas hielt sie zurück. Ihre Mutter machte so ein seltsames Gesicht, fast als hätte sie ein schlechtes Gewissen. Als hätte sie! Plötzlich war ihr alles sonnenklar. Die Erkenntnis traf sie wie ein Blitz. »Es war gar nicht Dad, der eine Affäre hatte«, sagte sie langsam. »Du warst es«. Ihre Mutter rührte sich nicht. Sie wirkte wie erschlagen. »Mom«, hatte eine Affäre. »Nicht Dad«. »Und«, »und«, »die Luft war auf einmal so stickig, dass Ronnie kaum atmen konnte. Deshalb ist er gegangen, nicht wahr? Weil er es herausgefunden hat. Aber du hast mich die ganze Zeit in dem Glauben gelassen, dass er schuld war und einfach abgehauen ist, ohne jeden Anlass. Wie konntest du das tun?« Ronnie war außer sich. Ihre Mutter brachte kein Wort über die Lippen. »Hatte sie vielleicht auch sonst ein völlig falsches Bild von ihr?« fragte sich Ronnie. »Was ist mit Brian?« »Hast du Dad mit Brian betrogen?« Als Kim schwieg, wusste Ronnie, dass sie erneut ins Schwarze getroffen hatte. Die ganze Zeit war sie davon ausgegangen, dass ihr Dad die Familie völlig grundlos verlassen hatte. Mom hat es indirekt so dargestellt. Und deswegen habe ich drei Jahre nicht mit ihm geredet. »Soll ich dir was sagen?« rief sie. »Es ist mir egal. Mich interessiert nicht, was zwischen euch gelaufen ist. Die Vergangenheit ist mir gleichgültig. Aber ich werde meinen Dad nicht im Stich lassen. Ich gehe nicht von hier weg. Und du kannst mich nicht zwingen. Er schaute auf die Uhr. Kims Flugzeug ging in knapp drei Stunden. Sie wollte vom Krankenhaus direkt zum Flughafen fahren, zusammen mit Jonah. Dieser Gedanke machte ihn unendlich traurig. Nicht mehr lange, und er würde seinen Sohn zum letzten Mal sehen. Heute musste er von ihm Abschied nehmen. Jonah brach sofort in Tränen aus, als er hereinkam. Er rannte zum Bett und warf sich in Steves Arme. Seine schmalen Schultern bebten. Steves Herz wurde immer schwerer, während er versuchte, sich ganz darauf zu konzentrieren, wie es sich anfühlte, wenn er seinen Sohn an sich drückte, damit er sich dieses Gefühl später ins Gedächtnis rufen konnte. Steve liebte seine Kinder mehr als alles auf der Welt, und er wusste, wie dringend Jonah ihn brauchte. Ach, wieder einmal kam ihm die schmerzliche Erkenntnis, dass er als Vater versagt hatte. Jonah schluchzte und schluchzte. Er war untröstlich. Steve drückte ihn an sich, als wollte er ihn nie wieder loslassen. Kim und Ronnie standen in der Tür und hielten sich zurück. »Sie wollen mich heimschicken, Daddy«, wimmerte Jonah. »Ich habe ihnen gesagt, dass ich bei dir bleiben will, aber sie hören mir nicht richtig zu, die beiden. Ich bin auch ganz brav, Daddy, ich verspreche es dir. Ich bin ganz, ganz brav. Ich gehe immer ins Bett, wenn du es sagst, und ich räume mein Zimmer auf, und ich esse auch keine Kekse, wenn ich nicht darf. Sag du ihnen doch, dass ich hierbleiben darf. Ich bin wirklich brav. Versprochen. »Das weiß ich«, murmelte Steve. »Du bist doch immer lieb und brav.« »Dann sag ihnen das doch bitte, Dad. Sag, Mom, du willst, dass ich bleibe. Bitte, bitte.« »Ich möchte, dass du bleibst«, sagte er traurig. »Ich möchte es sehr, sehr gern. Aber deine Mom braucht dich auch. Du fehlst dir.« Spätestens jetzt wusste Jonah, dass ihm keine Hoffnung blieb, und er begann wieder zu weinen. »Aber dann sehe ich dich nie wieder. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair.« Steve versuchte, ganz ruhig zu sprechen, obwohl ihm der Abschiedsschmerz die Kehle zuschnürte. »Hey, Jonah«, sagte er. »Ich will, dass du mir jetzt ganz genau zuhörst. Okay? Kannst du mir den Gefallen tun?« Mit großer Mühe schaffte es Jonah, seinen Vater anzusehen. Diesem versagte fast die Stimme, aber er wollte auf keinen Fall vor den Augen seines Sohnes zusammenbrechen. »Ich möchte, dass du weißt, du bist der beste Sohn, den sich ein Vater nur wünschen kann. Ich bin unglaublich stolz auf dich. Und ich weiß, wenn du erwachsen bist, wirst du wunderbare Dinge tun. Vergiss nicht. Ich habe dich sehr, sehr lieb. Ich dich auch, Daddy. Du wirst mir so schrecklich fehlen.« Aus dem Augenwinkel konnte Steve sehen, dass Ronny und Kim die Tränen übers Gesicht liefen. »Du wirst mir auch fehlen, Jonah. Aber ich werde immer gut auf dich aufpassen. Das verspreche ich dir. Und du weißt doch, das Fenster, das wir gemeinsam gebaut haben.« Jonah nickte und sein kleines Kinn zitterte. »Ich nenne es Gottes Licht, weil es mich an den Himmel erinnert. Jedes Mal, wenn Licht durch das Fenster fällt, das wir gemeinsam gemacht haben, oder durch irgendein anderes Fenster, dann weißt du, ich bin bei dir. Ich bin das Licht im Fenster.« Wieder nickte Jonah. Er versuchte gar nicht, die Tränen wegzuwischen. Steve drückte seinen Sohn noch fester an sich und wünschte sich sehnlichst, er könnte alles wieder gut machen. Ronny ging mit nach draußen, um sich von ihrer Mutter und Jonah zu verabschieden. Anschließend setzte sie sich wieder zu ihrem Vater ans Bett und wartete, bis er einschlief. Vorher blickte er lange stumm aus dem Fenster. Ronny hielt seine Hand. Sie schwiegen beide und schauten zu, wie die Wolken über den Himmel zogen. Als Steve eingeschlafen war, ging sie nach unten und wanderte den Gehweg vor dem Krankenhaus auf und ab. Ihre Gedanken waren weit weg. Und sie merkte erst, dass auf der Bank ein guter Bekannter saß, als ich schon fast an ihm vorbeigegangen war und er sich hörbar räusperte. Es war Pastor Harris, der trotz der brütenden Hitze wie immer ein Hemd mit langen Ärmeln trug. »Hallo, Ronny«, sagte er leise. »Oh, hallo.« »Ich will deinem Vater einen kurzen Besuch abstatten.« »Denkst du, das ist möglich?« Im Moment schläft er. »Ich werde das Fenster einsetzen lassen«, verkündete er. »Letzte Woche ist aus heiterem Himmel ein Wohltäter aufgetaucht. Und er hat nicht nur angeboten, die Gesamtkosten für die restlichen Wiederaufbauarbeiten zu übernehmen, nein, er hat sogar schon die Handwerker bestellt. Morgen früh fangen sie an. Pastor Harris klopfte mit seinem Stock auf den Boden. »Mich stimmte es traurig, dass du so viel durchmachen musst, Ronny.« Sie nickte nur. »Möchtest du mit mir beten?« Seine blauen Augen schauten sie bittend an. »Ich würde gern ein Gebet sprechen, bevor ich zu deinem Dad gehe. Das... das hilft mir.« Zuerst war Ronny etwas verdutzt, aber dann verspürte sie Erleichterung. »Ja, gern«, sagte sie. Von da an betete sie regelmäßig und merkte, dass Pastor Harris recht hatte. An Wunder glaubte sie natürlich nicht. Manche Menschen taten das, aber Ronny redete sich nicht ein, ihr Vater würde durchkommen. Der Arzt war ihr gegenüber absolut offen gewesen. Die Krebszellen hatten ja schon die Bauchspeicheldrüse und die Lunge befallen. Und angesichts dieser Metastasen gab es keine Hoffnung. Nachdem sie ihn aus dem Krankenhaus abgeholt hatte, zeigte sie ihm als erstes das Buntglasfenster. Erwartungsvoll beobachtete sie, wie er an den Tisch trat. Er stand lange schweigend davor, dann schüttelte er fassungslos den Kopf. Ach, wie schön wäre es, wenn Jonah bei ihnen wäre. Bestimmt dachte ihr Vater jetzt auch an ihn. Das Fenster war ja ihr gemeinsames Projekt gewesen. Dad vermisste Jonah. Er vermisste ihn sehr. Und obwohl er sich wegdrehte und sie sein Gesicht nicht sehen konnte, wusste sie, dass er Tränen in den Augen hatte, als er zum Haus zurückging. Dort zog er sich in sein Zimmer zurück und rief sofort seinen Sohn an. Vom Wohnzimmer aus hörte Ronny, wie er Jonah versicherte, es gehe ihm besser, was Jonah bestimmt falsch deutete. Trotzdem fand sie es richtig. Steve wollte, dass sein Sohn vor allem daran dachte, wie glücklich er im Sommer gewesen war und nicht immer nur grübelte, was nun bevorstand. Als Dad am Abend auf dem Sofa saß, schlug er die Bibel auf und begann zu lesen. Jetzt verstand Ronny natürlich seine Beweggründe. Sie setzte sich neben ihn und stellte die Fragen, die sie beschäftigten, seit sie selbst in der Heiligen Schrift geblättert hatte. Hast du eine Lieblingsstelle? Sogar mehrere, sagte er. Die Psalmen finde ich besonders schön. Aber du unterstreichst nie etwas. Wenn ich anfangen würde, die Passagen hervorzuheben, die mir etwas sagen, würde ich am Schluss wahrscheinlich alles unterstreichen. Möchtest du etwas hören? Ronny hörte gut zu und musste wieder daran denken, wie sie sich bei ihrer Ankunft benommen hatte und wie Steve auf ihre Wut reagiert hatte. Er hatte sich auch oft geweigert, mit ihrer Mom zu streiten, selbst wenn sie ihn provozierte. Ronny konnte sich an mehrere Situationen erinnern. Damals hatte sie das als ein Zeichen von Schwäche gedeutet und sich gewünschte Vater würde sich anders verhalten. Doch jetzt war ihr klar, dass sie sich geirrt hatte. Ihr Vater, das Begriff sie jetzt, hatte nie nur aus sich heraus gehandelt. Immer hatte auch der Heilige Geist sein Leben beeinflusst. Der große Umschlag kam am folgenden Tag. Mom hatte ihre Bitte erfüllt. Ronny riss ihn auf und schüttete den Inhalt auf den Küchentisch. Neunzehn Briefe, die Dad ihr geschrieben hatte. Alle ungeöffnet. Nicht zu fassen, dass sie diese Briefe nicht gelesen hatte. War sie wirklich so wütend gewesen, so verbittert, so gemein? Sie wusste die Antwort, aber sie konnte es trotzdem nicht mehr begreifen. Sie suchte den ersten Brief. Durchs Küchenfenster sah sie ihren Vater mit dem Rücken zum Haus am Strand stehen. Ronny holte tief Luft, öffnete den Brief und begann zu lesen. Liebe Ronny, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Brief anfangen soll. Im Grunde kann ich nur sagen, es tut mir alles sehr leid. Du bist wütend auf mich, du bist enttäuscht. Und tief in deinem Herzen denkst du, dass ich weggelaufen bin, dass ich dich und die Familie im Stich lasse. Du hast recht, wütend auf mich zu sein. Du hast das Recht, von mir enttäuscht zu sein. Ich habe es verdient und ich will keine Ausreden vorbringen oder anderen die Schuld geben oder die Einreden, dass du es später bestimmt besser verstehen wirst. Ehrlich gesagt, vielleicht verstehst du es auch später nicht. Aber das würde mich mehr verletzen, als du dir vorstellen kannst. Du und Jonah, ihr bedeutet mir beide unendlich viel. Und glaube mir, weder dich noch Jonah trifft irgendeine Schuld. Es kommt vor, dass eine Ehe einfach nicht mehr funktioniert. Aus Gründen, die oft gar nicht ganz deutlich sind. Aber eines darfst du nie vergessen. Ich werde dich und Jonah immer lieben. Auch deine Mutter werde ich immer lieben. Und ich werde ihr stets mit größtem Respekt begegnen. Sie hat mir die beiden schönsten Geschenke in meinem Leben gemacht. Und sie ist eine wunderbare Mutter. Obwohl es mich sehr traurig macht, dass sie und ich nicht mehr zusammen sein werden, glaube ich trotzdem, dass es in vieler Hinsicht ein Glück und ein Segen für mich war, so lange mit ihr verheiratet zu sein. Ich hoffe, dass du in deinem Herzen eine Möglichkeit findest, mir mein Weggeben zu verzeihen. Es muss nicht heute sein. Auch nicht in der nahen Zukunft. Aber wenn du dann bereit dafür bist, erwarte ich dich mit offenen Armen. Und es wird der glücklichste Tag meines Lebens sein. In Liebe dein Vater. In der dritten Septemberwoche merkte sie, dass sich der Zustand ihres Vaters verschlechterte. Er schlief oft den halben Vormittag und legte sich trotzdem am Nachmittag wieder hin, um sich auszuholen. Die Phasen wurden immer länger und abends ginge auch sehr früh schlafen. Während Ronny die Küche aufräumte, weil sie sonst nichts mehr zu tun hatte, rechnete sie aus, dass er inzwischen mehr als die Hälfte der Zeit im Bett verbrachte. Aber es wurde noch schlimmer. Er aß nicht mehr genug, sondern schob sein Essen auf dem Teller hin und her und tat nur so, als würde er viel zu sich nehmen. Aber wenn Ronny die Reste in den Müll warf, merkte sie, dass er kaum einen Bissen angerührt hatte. Er magerte immer mehr ab und jedes Mal, wenn sie ihn anschaute, hatte sie das Gefühl, dass er kleiner und schmaler geworden war. Der September ging zu Ende. Es war immer noch heiß und zudem die Hochsaison der Hurricanes. Aber bisher war die Küste von North Carolina glücklicherweise verschont geblieben. Am Tag zuvor hatte ihr Vater vierzehn Stunden geschlafen. Sein Körper ließ ihm keine andere Wahl. Aber es tat Ronny in der Seele weh, dass er die wenige ihm noch verbleibende Zeit hauptsächlich schlafend verbrachte. Auch in wachem Zustand war er viel stiller und gab sich damit zufrieden, in der Bibel zu lesen oder schweigend mit ihr einen gemächlichen Spaziergang zu machen. Öfter als erwartet musste Ronny an Will denken. Sie trug immer noch das Macrami-Armband, das er geschenkt hatte. Und wenn sie mit dem Finger über das komplizierte Gewebe strich, fragte sie sich, welche Kurse er wohl belegt hatte und mit wem er über den Campus schlenderte, wenn er von einem Vorlesungsgebäude ins andere ging. »Möchtest du gern darüber reden?« fragte ihr Vater eines Tages, als sie den Strand entlang gingen. Sie waren auf dem Weg zur Kirche. Seit der Wiederaufbau mit neuem Schwung begonnen hatte, ging alles sehr rasch vorwärts. Unzählige Handwerker schwirrten herum, Zimmerleute, Elektriker, Schreiner, Maler, Maura. Die Arbeiter kamen und gingen und dauernd standen unzählige Lastwagen an der Baustelle. »Worüber?« fragte Ronny zurück. »Über Will?« »Wieso ihr Schluss gemacht habt?« Sie schaute ihren Vater verdutzt an. »Woher weißt du das?« Mit einem Achselzucken antwortete er, »Ich weiß es, weil du ihn in den letzten Wochen immer nur nebenbei erwähnt hast und du telefonierst neben ihm. Es ist nicht schwer, daraus zu folgern, dass etwas vorgefallen sein muss.« »Ach, es ist alles so kompliziert«, seufzte Ronny. Wortlos gingen sie ein paar Schritte, dann nahm Steve noch einmal Anlauf. »Ich weiß nicht, ob das für dich wichtig ist, aber ich finde, er ist ein großartiger, junger Mann.« Sie hakte sich bei ihm unter. »Ja, es ist mir sogar sehr wichtig, und ich finde das auch.« Inzwischen hatten sie die Kirche erreicht. Die Arbeiter schleppten Bretter und Farbkanister durch die Gegend und wie immer suchten Ronnys Augen die leere Stelle unterhalb des Turms. Das Fenster war noch nicht eingesetzt worden. Zuerst mussten die anderen Baumaßnahmen abgeschlossen sein, damit die empfindliche Glaskonstruktion nicht auseinanderbrach. Dad ging trotzdem immer gern in die Kirche. Er freute sich, dass die Arbeiten jetzt so flott vorangingen, aber nicht nur wegen des Fensters. Immer wieder erwähnte er, wie bedeutungsvoll die Kirche für Pastor Harris war und wie sehr der Pfarrer es vermisst hatte, in dem Gotteshaus zu predigen, das schon so lange seine zweite Heimat war. Jetzt entdeckte Ronny Pastor Harris auf dem Parkplatz. Er sprach mit jemandem und gestikulierte dabei lebhaft in Richtung Kirche. Da sah sie plötzlich, mit wem er sich unterhielt und zuckte innerlich zusammen. War Tom Blakely rein zufällig vorbeigekommen, um mit dem Pfarrer über den Wiederaufbau zu plaudern, weil er neugierig war? Nach ihren Spaziergängen zur Kirche und nach Dads Mittagsschlaf saßen sie meistens zusammen im Wohnzimmer und lasen. Ronny beendete Anna Karenina und lieh anschließend Dr. Zhivago aus der Stadtbücherei. Irgendetwas an den russischen Schriftstellern gefiel ihr, die epische Breite der Erzählweise vielleicht, die melancholische Tragik und die zum Scheitern verurteilten Liebesaffären. Alles schien weit, weit weg von ihrem Alltag. Ihr Vater studierte weiterhin die Bibel. Gelegentlich las er ihr eine Passage oder einen Vers vor, weil sie es wollte. Manchmal war es eine längere Stelle, manchmal eine kürzere, aber vom Thema her ging es immer um die Kraft des Glaubens. Eines Tages nach dem Abendessen erzählte sie ihrem Vater, was mit Will passiert war. Sie ließ nichts aus, weder das Feuer noch Wills Versuche, es Gott zu decken, oder die Sache mit Marcus. Steve hörte aufmerksam zu, aber als er seinen Teller wegschob, sah Ronny, dass er fast nichts gegessen hatte. Darf ich dich etwas fragen? Ja, natürlich, Dad, du darfst mich alles fragen. Als du mir gesagt hast, dass du Will liebst, war das ernst gemeint? Sie musste daran denken, dass Megan ihr die gleiche Frage gestellt hatte. Ja. Dann denke ich, dass du vielleicht zu streng mit ihm bist, aber er hat ein Verbrechen gedeckt. Ich weiß, aber wenn du es dir richtig überlegst, im Grunde bist du jetzt in der gleichen Situation wie er. Du kennst die Wahrheit genau wie er. Und du hast mit niemandem darüber gesprochen. Aber ich habe ja nichts getan. Du hast mir erzählt, dass er auch nichts getan hat. Was willst du damit sagen? Soll ich zu Pastor Harris gehen und ihm alles beichten? Steve schüttelte den Kopf. Nein, entgegnete er zu Ronnies Überraschung. Ich glaube nicht, dass das gut wäre. Und warum nicht? Ronnie, sagte ihr Vater leise, vielleicht hat die Geschichte noch ein paar andere Aspekte, die du gar nicht sehen kannst. Aber Pastor Harris will die Wahrheit gar nicht erfahren. Wenn er sie kennt, muss er nämlich etwas unternehmen. Du kannst mir glauben, er würde Scott und seiner Familie nie in irgendeiner Weise schaden wollen, vor allem, wenn es ein Unfall war. Das ist nicht seine Art. Und da ist noch etwas, meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Was denn? Du musst lernen, zu verzeihen. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Ich habe Will schon längst verziehen. Ich habe ihm ein paar Nachrichten hinterlassen, und ihr Vater ließ sie nicht weiterreden, sondern schüttelte entschieden den Kopf. Ich meine nicht Will. Du musst zuerst lernen, dir selbst zu verzeihen. An dem Abend entdeckte Ronny zwischen den Briefen, die Daddy geschrieben hatte, einen weiteren Brief, den sie noch nicht geöffnet hatte. Ihr Vater hat ihn offenbar erst jetzt unter den Stapel geschoben, denn er war nicht frankiert. Sollte sie ihn gleich lesen? Oder war er für später gedacht? Natürlich hätte sie ihren Vater fragen können, aber das tat sie nicht. Wahrscheinlich, weil sie nicht wusste, ob sie ihn überhaupt lesen wollte. Sie bekam schon Herzklopfen, wenn sie ihn nur in der Hand hielt. Es war der letzte Brief, den Dad ihr je schreiben würde. Seine Krankheit wurde unaufhaltsam schlimmer. Zwar versuchten Vater und Tochter, die tägliche Routine beizubehalten, essen, lesen, spazieren gehen, aber gegen die Schmerzen waren stärkere Mittel erforderlich. Manchmal war Dads Blick schon ganz glasig, doch Ronny hatte trotzdem den Eindruck, dass die Dosierung noch nicht ausreichte. Immer wieder beobachtete sie, wie er das Gesicht verzog, während er auf dem Sofa saß und las. Dann schloss er die Augen und lehnte sich zurück, die Züge schmerzverzehrt. Oft tastete er nach ihrer Hand, aber Ronny spürte, dass sein Griff jeden Tag schwächer wurde. Seine Kräfte schwanden dahin. Alles schwand dahin. Und bald würde er gar nicht mehr da sein. An einem Freitag, eine Woche vor Halloween, machte ihr Vater den Vorschlag, an der kleinen Anlegestelle angeln zu gehen, an dem Ronny ihren ersten Tag mit Will verbracht hatte. Erstaunlicherweise hatte Dad in seinem Leben noch nie geangelt, also musste Ronny die Köder anbringen. Die ersten beiden Fische, die anbissen, entkamen sofort wieder, aber schließlich schafften sie es doch, einen kleinen roten Trommler zu erwischen, genau wie im Sommer mit Will. Und während Ronny den zappelnden Fisch behutsam vom Haken befreite, vermisste sie ihren Freund auf einmal mit einer Intensität, die sich wie ein körperlicher Schmerz anfühlte. Als sie nach dem friedlichen Nachmittag an der Anlegestelle wieder nach Hause kamen, warteten zwei Menschen auf der Veranda. Ronny erkannte sie erst, als sie aus dem Auto stiegen. Es waren Blaze und ihre Mutter. Blaze sah völlig anders aus. Die Haare hatte sie zu einem ordentlichen Pferdeschwanz frisiert und sie trug weiße Shorts, dazu ein blaugrünes Top mit langen Ärmeln. Kein Schmuck, kein Make-up. Ronny und Blaze saßen im Wohnzimmer. Blaze starrte verlegen auf den Fußboden. Ihre Mutter und Steve hatten sich in die Küche zurückgezogen, damit die beiden Mädchen ungestört reden konnten. Es tut mir sehr leid, dass dein Dad krank ist, begann Blaze schließlich. Wie geht es ihm? Naja. Ronny zog dir die Achseln. Und wie geht es dir? Blaze legte die Hand auf ihr T-Shirt. Ich werde hier immer Narben haben, sagte sie. Dann deutete sie auf Arme und Bauch. Und hier auch. Mit einem traurigen Lächeln fügte sie hinzu. Aber ich bin froh und dankbar, dass ich es überlebt habe. Ehrlich. Und ich wollte mich endlich bei dir und Will bedanken, dass ihr mich ins Krankenhaus gebracht habt. Ronny nickte. Ich hätte schon früher kommen sollen. Ist schon okay, entgegnete Ronny. Ich freue mich, dass es dir besser geht. Wirklich? Ja, klar. Ronny grinste. Auch wenn du aussiehst wie ein Osterei. Blaze zupfte an ihrem Top. Ich weiß. Verrückt, was? Meine Mom hat mir ein paar neue Sachen gekauft. Die Farbe steht dir gut. Ich schließe daraus, dass sie wieder besser miteinander auskommt. Ich gebe mir Mühe. Ich wohne jetzt wieder zu Hause, aber es ist gar nicht so leicht. Ich habe echt viel Mist gebaut und war oft gemein. Zu meiner Mutter, aber auch zu anderen Leuten. Zum Beispiel zu dir. Ronny saß reglos da und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Warum bist du gekommen? Ich möchte dich um Entschuldigung bitten. Ich habe dir etwas Schreckliches angetan. Ich war heute Morgen bei der Staatsanwältin. Ich habe ihr gesagt, dass ich die Sachen in deine Tasche gesteckt habe, weil ich sauer auf dich war. Und ich habe eine eidesstattliche Erklärung unterschrieben, dass du keine Ahnung davon hattest. Sie hat mir gleich gesagt, dass sie die Anklage gegen dich fallen lässt. Ronny konnte es kaum glauben. Ich schäme mich so, fuhr Blaze mit leiser Stimme fort. Ich hätte die Sachen nie in deine Tasche stecken sollen. Ronny schaute Blaze an. Und was passiert mit dir? Wird gegen dich Anklage erhoben? Nein. Sie blickte hoch, das Kind trotzig vorgeschoben. Ich hatte Informationen, auf die sie scharf waren. Über ein anderes Verbrechen, ein schlimmeres Verbrechen. Ich habe ihnen von dem Brand in der Kirche berichtet und wie er angefangen hat. Sie schwieg für einen Moment, weil sie sicher sein wollte, dass Ronny ihr zuhörte. Scott hat das Feuer nicht verursacht. Seine Feuerwerksrakete hatte gar nichts damit zu tun. Sie ist zwar gleich bei der Kirche heruntergekommen, aber sie war schon verglüht. Ronny traute ihren Ohren nicht. Einen Moment lang starrten sie und Blaze einander nur an und die Luft knisterte vor Spannung. Willst du damit sagen, dass Marcus das Feuer gelegt hat? Vor Aufregung konnte Ronny kaum sprechen. Blaze nickte. Er hat auch noch andere Brände gelegt. Sie verstummte. Jedenfalls habe ich mich bereit erklärt, gegen ihn auszusagen. Ronny lehnte sich zurück. Sie musste daran denken, was sie zu Will gesagt hatte. Wenn er getan hätte, was sie von ihm verlangte, wäre Scotts Leben wegen nichts und wieder nichts zerstört worden. Blaze fiel es sichtlich schwer, die Fassung zu bewahren. Mit Mühe schluckte sie die Tränen hinunter, holte tief Luft und schaute Ronny fest in die Augen. Wenn du irgendwann etwas brauchst, egal was, lass es mich wissen. Für dich werde ich alles andere stehen und liegen lassen. Ich weiß, ich kann das nie wieder gut machen, aber in gewisser Weise habe ich das Gefühl, dass du mich gerettet hast. Dass dein Vater schwer krank wurde, das ist so unfair. Und ich möchte dich gern irgendwie unterstützen. Ronny nickte nur. Und noch etwas. Wir müssen ja nicht unbedingt befreundet sein, aber wenn du mich wieder siehst, dann sag bitte Galadriel zu mir. Ich kann den Namen Blaze nicht mehr ausstehen. Jetzt grinste Ronny. Wird gemacht. Galadriel. Wie Galadriel angekündigt hatte, rief die Staatsanwältin am Nachmittag an, um mir mitzuteilen, dass die Anklage fallen gelassen wurde. Abends, als ihr Vater schon schlief, stellte Ronny die regionalen Nachrichten an. Sie war sich nicht sicher, ob darüber berichtet wurde, aber dann kam es doch, direkt vor dem Wetterbericht, eine 30-Sekunden-Meldung, dass im Rahmen der Ermittlungen wegen des Brandes in einer Kirche vergangenes Jahr ein neuer Verdächtiger verhaftet wurde. Anschließend erschien ein Foto von Marcus auf dem Bildschirm, mit einer kurzen Auflistung seiner bisherigen Vergehen. Ronny stellte schnell den Fernseher aus. Sie konnte nicht anders. Diese kalten, toten Augen irritierten immer noch. Halloween kam und ging und mit jedem Tag wurde ihr Vater schwächer. Sie konnten nicht mehr am Strand spazieren gehen, weil es ihn zu sehr anstrengte. Morgens, wenn Ronny sein Bett machte, fand sie ganze Haarbüschel auf seinem Kopfkissen. Weil sie wusste, dass die Krankheit jetzt unbarmherzig zuschlug, trug sie ihre Matratze in sein Zimmer, falls er Nachtshilfe brauchte, aber auch, um noch möglichst lange in seiner Nähe sein zu können. Die Schmerzmittel waren so hochdosiert wie nur möglich und es schienen trotzdem nicht zu genügen. Wenn sie nachts neben ihm auf dem Boden schlief, gab er oft wimmernde Schreie von sich, die ihr durch und durch gingen. Er schlief bis zu 17 Stunden am Tag und Ronny war dann mehr oder weniger allein im Haus. Immer wieder las sie die Briefe, die er ihr früher geschrieben hatte. Den letzten Brief hatte sie noch nicht geöffnet, aber manchmal nahm sie ihn in die Hand und versuchte, die nötige Kraft zu finden. Fast täglich rief sie ihn New York an. Sie versuchte, die Zeiten so zu legen, dass Jonah gerade von der Schule nach Hause kam oder sie telefonierten nach dem Abendessen. Ihr kleiner Bruder wirkte oft bedrückt und wenn er sich nach Dad erkundigte, bekam Ronny ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht die ganze Wahrheit sagte. Aber sie durfte ihn nicht überfordern. Und ihr fiel auch auf, dass Dad immer, wenn er mit Jonah sprach, sich bemühte, möglichst lebhaft zu klingen. Danach blieb er meistens in dem Sessel beim Telefon sitzen, weil er von der Anstrengung so erschöpft war, dass er nicht aufstehen konnte. Wenn Ronny ihn dann anschaute, kam ihr immer wieder der Gedanke, dass sie bestimmt noch mehr für ihn tun könnte. Aber sie wusste nicht was. Was ist deine Lieblingsfarbe? fragte sie ihn. Sie saßen beide am Küchentisch und Ronny hatte einen Notizblock vor sich liegen. Steve lächelte belustigt. Das ist die Frage, die du mir stellen wolltest? Nur die erste. Ich habe noch jede Menge anderer Fragen auf Lager. Grün, sagte er. Sie schrieb es auf und las die nächste Frage vor. Wie alt warst du, als du das erste Mal ein Mädchen geküsst hast? Willst du das tatsächlich wissen? Er zog eine Grimasse. Bitte, Dad. Es ist wichtig. Also antwortete er brav und Ronny notierte es. Ein Viertel der Fragen, die sie sich ausgedacht hatte, hakten sie bereits am ersten Abend ab und innerhalb der nächsten Woche beantwortete Steve sie alle. Ronny verfasste eine Art Protokoll, nicht unbedingt wörtlich, aber sie hoffte, dass sie genügend Einzelheiten vermerkte, um den Rest in Zukunft rekonstruieren zu können. Insgesamt kam Ronny zu dem Schluss, dass ihr Vater wirklich der Mann war, den sie im Laufe des Sommers kennengelernt hatte. Es war ein grauer Novembertag, als ihr Vater plötzlich verkündete, er wolle zum Pier. Wegen der Kälte und wegen der Entfernung machte sich Ronny Sorgen, aber er gab nicht nach. Er wolle das Meer vom Pier aussehen, sagte er. Zum letzten Mal. Das war gemeint, aber die Worte sprach er nicht aus. Sie zogen ihre warmen Mäntel an und Ronny schlang ihrem Vater sogar einen Wollschal um den Hals. Der Wind fegte schon kalt und winterlich, wodurch die gefühlte Kälte viel schlimmer war, als man nach den angegebenen Temperaturen gedacht hätte. Sie waren unter dem wolkenverhangenen Himmel ganz allein. Während sie langsam einen Fuß vor den anderen setzten, hakte sich Steve bei Ronny unter und klammerte sich an ihr fest. Der Wind zerrte an ihren Mänteln. Als sie es schließlich geschafft hatten, griff Dad nach dem Geländer, verlor dabei aber fast das Gleichgewicht. Im silbrigen Licht konnte man sehen, wie eingesunken seine Wangen waren, wie trübe seine Augen. Aber Ronny spürte trotzdem, dass er sich freute. Die gleichmäßige Bewegung des Wassers, der Ozean, der sich bis zum Horizont erstreckte und der endlose Himmel über ihnen, all dies schien ihm ein Gefühl heiterer Gelassenheit zu geben. Es gab nichts zu sehen, keine Boote, keine Delfine, keine Surfer. Aber er genoss den Frieden und schien zum ersten Mal seit Wochen keine Schmerzen zu haben. Die Wolken wirkten fast wie lebendige Wesen. Sie wechselten ständig die Form, während die Wintersonne vergeblich versuchte, durch ihren Schleier zu drängen. Ronny verfolgte das Schauspiel droben am Himmel mit derselben Hingabe wie ihr Vater. Ach, wie gern hätte sie gewusst, wohin seine Gedanken wanderten. Der Wind frischte auf und Steve begann zu frösteln. Ronny merkte jedoch, dass er noch bleiben wollte. Sein Blick war ruhig auf den Horizont gerichtet. Sie zupfte ihn vorsichtig am Ärmel, doch er klammerte sich noch entschiedener am Geländer fest. Deshalb gab sie den Versuch auf und wartete, bis er von sich aus bereit war zu gehen. Er zitterte vor Kälte, als er endlich das Geländer losließ. Bedächtig tappten sie zurück. Aus dem Augenwinkel konnte Ronny sehen, dass ihr Vater lächelte. Das war schön, nicht wahr? sagte Ronny. Steve antwortete erst nach ein paar Schritten. Ja, sehr schön sogar. Aber am meisten habe ich es genossen, dass ich diesen Augenblick mit dir erleben durfte. Zwei Tage später beschloss Ronny nun doch, den letzten Brief zu lesen. Jedenfalls bald, bevor ihr Vater starb. Nicht heute Abend, aber bald, nahm sie sich vor. Es war schon spät, und der Tag war der bisher schlimmste gewesen. Das Medikament schien nicht mehr zu wirken. Tränen liefen ihm über das Gesicht, während sein Körper von fürchterlichen Krämpfen geschüttelt wurde. Ronny flehte ihn an, er solle sich von ihr ins Krankenhaus bringen lassen, aber er weigerte sich standhaft. »Nein,« stöhnte er, »noch nicht.« »Wann dann?« Ronny war verzweifelt und ebenfalls den Tränen nahe. Er antwortete nicht, sondern hielt den Atem an, in der Hoffnung, dass die Schmerzen vergehen würden. Nach einer Weile schien er sich tatsächlich besser zu fühlen, war aber gleichzeitig extrem geschwächt, als hätten die Qualen ihm noch ein Stück seiner schwindenden Lebenskraft genommen. »Ich möchte dich um etwas bitten,« begann er. Seine Stimme war nur noch ein heiseres Flüstern. Ronny küßte seinen Handrücken. »Alles, was du willst.« Als man mir die Diagnose mitgeteilt hat, habe ich eine Patientenverfügung unterschrieben. »Weißt du, was das ist?« Er musterte sie fragend. »Es bedeutet, dass die Ärzte im Krankenhaus keine unnötigen lebenserhaltenden Maßnahmen durchführen sollen.« Sie spürte, wie sich ihr Magen zusammenkrampfte. »Was willst du mir damit sagen?« »Wenn es soweit ist, musst du mich gehen lassen.« Am Montag holte Pastor Harris sie beide ab und fuhr mit ihnen zur Kirche, damit sie dabei waren, wenn das Fenster eingesetzt wurde. Weil Steve zu schwach war, um zu stehen, nahmen sie einen Klappstuhl für ihn mit. Pastor Harris und Ronny stützten ihn. Viele Menschen hatten sich versammelt, um den feierlichen Akt mitzuerleben, und sie verfolgten andächtig, wie die Arbeiter das Fenster vorsichtig in die Öffnung einsetzten. Es war so spektakulär, wie Ronny es sich vorgestellt hatte. Und nachdem die letzte Stütze angebracht war, jubelten alle. Später sah Ronny, dass ihr Vater eingenickt war, warm eingehüllt, in die dicken Wolldecken, mit denen sie ihn zugedeckt hatte. Mit Pastor Harris' Hilfe brachte sie ihn nach Hause und ins Bett. Beim Abschied sagte der Pastor zu ihr, dein Dad war glücklich. Er klang, als wollte er nicht nur Ronny, sondern auch sich selbst damit trösten. Ich weiß. Sie drückte seine Hand. Genau das hat er sich gewünscht. Steve schlief den Rest des Tages und als es draußen dunkel wurde, wusste Ronny auf einmal, dass die Zeit gekommen war, den Brief zu lesen. Wenn sie sich jetzt nicht traute, würde sie vielleicht nie den Mut dazu finden. Die Beleuchtung in der Küche war gedämpft. Ronny riss den Umschlag auf und faltete langsam das Blatt auseinander. Die Handschrift war anders als bei den früheren Briefen, nicht mehr so flüssig und gleichmäßig. Ronny wollte nicht daran denken, wie sehr es ihn angestrengt hatte, die Sätze zu schreiben, wie lange er dafür gebraucht hatte. Sie holte tief Atem und begann zu lesen. Hi, mein Schatz. Ich bin stolz auf dich. Das habe ich dir nicht oft genug gesagt. Ich sage es jetzt nicht, weil du dich entschieden hast, in dieser schwierigen Zeit bei mir zu bleiben, sondern weil ich möchte, dass du weißt, du bist ein ganz wunderbarer Mensch. Du bist so, wie ich es mir immer erträumt habe. Danke, dass du hier geblieben bist. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich und bestimmt ist es viel schwieriger, als du es dir vorgestellt hast. Mir tut es sehr leid, dass du wohl oder übel so viele Stunden allein verbringen musst. Und noch mehr bedauere ich, dass ich nicht immer der Vater war, den du gebraucht hättest. Es gibt noch etwas, was du wissen musst. Obwohl das Leben oft schwer ist und ich vieles bedauere, es hat auch immer wieder Augenblicke gegeben, in denen ich mich wirklich gesegnet gefühlt habe. Zum Beispiel, als du auf die Welt gekommen bist. Oder wenn ich mit dir als Kind in den Zoo gegangen bin und du völlig hingerissen warst von den Giraffen. Solche Momente sind nie von Dauer, sie kommen und gehen wie der Wind. Aber manche bleiben uns für immer erhalten. So war es für mich in diesem Sommer und nicht nur, weil du mir verziehen hast. Der Sommer war ein Geschenk für mich, weil ich die junge Frau kennengelernt habe, zu der du herangewachsen bist. Ich habe das auch schon zu deinem Bruder gesagt. Es war der schönste Sommer meines Lebens. Und während der idyllischen Tage habe ich mich oft gefragt, wie es möglich ist, dass jemand wie ich eine so großartige Tochter hat. Ich danke dir, Ronny, dafür, dass du gekommen bist. Und ich danke dir auch dafür, dass ich mich durch dich an jedem Tag, den wir gemeinsam verbringen durften, so wunderbar gefühlt habe. Du und Jonah, ihr seid für mich das allergrößte Geschenk in meinem Leben. Ich liebe dich, Ronny. Und ich habe dich schon immer geliebt. Und du darfst nie, nie vergessen, wie unglaublich stolz ich auf dich bin. Schon immer. Kein Vater wurde je reicher beschenkt als ich. Dad. Nach Thanksgiving begannen die Leute, ihre Strandhäuser weihnachtlich zu schmücken. Steve wog ein Drittel weniger als früher und lag fast die ganze Zeit im Bett. Als Ronny eines Morgens aufräumte, stieß sie auf einen kleinen Stapel Papier in einer Schublade. Es war seine Komposition, die er an jenem Abend in der Kirche gespielt hatte. Sie legte die Blätter nebeneinander auf den Tisch, um sie genauer zu studieren. Die Notenabfolge war immer wieder abgeändert worden. Aber eines war nicht zu übersehen. Dieses Stück beruhte auf einem absolut genialen Einfall. Beim Lesen hörte sie im Kopf die faszinierenden Anfangsakkorde. Als sie jedoch zur dritten Seite kam, merkte sie, dass irgendetwas nicht ganz stimmte. Die Grundidee war fantastisch. Aber von einem bestimmten Punkt an verlor die Komposition ihre Kraft. Ronny holte einen Bleistift aus der Schublade und fing an, eigene Noten einzutragen, eigene Harmonien, ihre eigene Melodieführung. Ohne, dass sie es merkte, waren drei Stunden verflogen und sie hörte, dass ihr Vater unruhig wurde. Schnell legte sie die Notenblätter wieder in die Schublade und ging zu ihm, bereit, den Anforderungen des Tages zu begegnen. Als Dad dann am Abend wieder schlief, holte sie die Seiten hervor und arbeitete bis weit nach Mitternacht. Ausnahmsweise schlief sie auf der Couch. Morgens beim Aufwachen war ihr erster Gedanke, dass sie ihm die Komposition unbedingt zeigen musste. Leise ging sie in sein Zimmer, aber er rührte sich nicht. Als sie merkte, dass er kaum noch atmete, geriet sie in Panik. Sofort rief sie den Krankenwagen. Ihr Magen verknotete sich und mit zittrigen Knien ging sie zurück in sein Zimmer. Sie war noch nicht so weit. Sie hatte ihm die Komposition noch nicht gezeigt. Einen Tag brauchte sie noch mindestens. Mit bebenden Händen öffnete sie die oberste Schreibtischschublade und holte den braunen Umschlag heraus. In seinem Krankenhausbett wirkte ihr Vater noch dünner als sonst. Sein Gesicht war völlig eingesunken, seine Haut fahl. Er atmete flach und schnell wie ein kleines Kind. Ronny schloss die Augen. Sie wollte nicht hier sein. Überall wollte sie sein, nur nicht hier. Noch nicht, Daddy, flüsterte sie. Halte noch ein bisschen durch, okay? Der Himmel hinter dem Krankenhausfenster hing voller grauer Wolken. Die Bäume hatten keine Blätter mehr und die starren, kahlen Äste erinnerten an Knochen. Die Luft war kalt und still. Man ahnte, dass bald ein Unwetter aufziehen würde. Der braune Umschlag lag auf dem Nachttisch. Ja, sie hatte ihrem Vater versprochen, seine Verfügung dem Arzt zu übergeben, aber sie hatte es noch nicht übers Herz gebracht. Erst wollte sie sicher sein, dass er nicht mehr aufwachte, dass sie keine Möglichkeit mehr hatte, sich von ihm zu verabschieden, dass sie wirklich nichts mehr für ihn tun konnte. Sie betete um ein Wunder, nur ein ganz kleines. Und als hätte Gott ihre Bitte erhört, geschah zwanzig Minuten später etwas Unerwartetes. Fast den ganzen Vormittag hatte sie an seinem Bett verbracht. Mit der Zeit gewöhnte sie sich so sehr an das Geräusch seiner Atemzüge und an das gleichmäßige Piepsen des Herzmonitors, dass die geringste Veränderung ihr wie ein Alarmzeichen vorkam. Als sie aufblickte, sah sie, dass sein Arm zuckte und die Augenlider flatterten. Er blinzelte in das Neonlicht und Ronny ergriff instinktiv seine Hand. Dad? Eine blinde Hoffnung überkam sie. Vielleicht setzte er sich auf. Aber das tat er nicht. Er schien sie nicht zu hören. Mit größter Anstrengung drehte er den Kopf, um sie anzuschauen, und sie sah eine Dunkelheit in seinen Augen, die sie noch nie wahrgenommen hatte. Doch dann blinzelte er, und sie hörte ihn seufzen. Hallo, Schätzchen, flüsterte er heiser. Weil er Wasser in der Lunge hatte, klang er fast wie ein Ertrinkender. Ronny zwang sich zu einem Lächeln. Wie fühlst du dich? Nicht besonders gut. Er schwieg, als müsste er Kräfte sammeln. Wo bin ich? Im Krankenhaus. Du wurdest heute Morgen eingeliefert. Ich weiß, du hast diese Patientenverfügung, aber bisher, als sich seine Lieder senkten, fürchtete sie schon, seine Augen könnten für immer geschlossen bleiben. Doch er öffnete sie wieder. Ist schon okay, murmelte er und klang so nachsichtig, dass ihr Herz zuckte. Ich verstehe das. Bitte sei mir nicht böse. Ich bin dir nicht böse. Sie küßte ihn auf die Wange und schlang vorsichtig die Arme um seinen ausgemergelten Körper. Da spürte sie, wie er ihr die Hand auf den Rücken legte. Geht? Geht es dir gut? fragte er. Nein. Tränen stiegen ihr in die Augen. Es geht mir nicht gut. Ach, das tut mir leid. Seine Stimme war kaum noch hörbar. Bitte sag das nicht, Dad. Ich bin diejenige, der so vieles leid tun muss. Wieso habe ich so lange nicht mit dir gesprochen? Das hätte ich nicht tun dürfen. Ich würde alles darum geben, wenn ich es rückgängig machen könnte. Er lächelte matt. Habe ich dir eigentlich schon einmal gesagt, wie schön du bist? Ja, das hast du mir schon mal gesagt, erwiderte sie schniefend. Weißt du noch, als du klein warst, hast du mir stundenlang zugeschaut, wenn ich Klavier spielte. Auf einmal klang er ganz ernst. Und eines Tages saßest du am Klavier und hast eine Melodie gespielt, die du von mir gehört hattest. Du warst damals erst vier Jahre alt. Du bist so unglaublich begabt. Ich kann mich gut daran erinnern. Jetzt ergriff er ihre Hand und hielt sie fest mit einer Kraft, die Ronny überraschte. Ich muss dir noch etwas sagen. Gleichgültig wie hell dein Stern erstrahlte. mir war die Musik nicht halb so wichtig wie du, meine Tochter. Ich möchte, dass du das nie vergisst. Ronny nickte. Ich glaube dir, Dad, und ich habe dich auch sehr, sehr lieb. Er atmete tief durch, ohne den Blick von ihr abzuwenden. Bringst du mich dann nach Hause? Die Worte trafen sie mit einer ungeheuren Wucht, unausweichlich, mitten ins Herz. Sie schaute auf den Briefumschlag. Ja, sie wusste, was diese Bitte bedeutete und was sie sagen musste. Und in dem Augenblick erkannte sie etwas, was in ihrem Innersten schon die ganze Zeit geschlummert hatte. Ja, ich bringe dich nach Hause, sagte sie, aber du musst auch etwas für mich tun. Ihr Vater schluckte. Die Antwort schien ihnen ungeheure Kraft zu kosten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch kann. Lächelnd griff Ronnie nach dem Briefumschlag. Auch nicht, wenn du es für mich tust? Pastor Harris borgte ihr seinen Wagen und sie fuhr so schnell sie nur konnte. Galadriel erwartete sie schon auf der Veranda mit zwei Brechstangen. Mit ihrer Hilfe dauerte es keine Stunde, das Werk ihres Vaters abzumontieren. Dass im Wohnzimmer dadurch ein großes Chaos entstand, störte niemanden. Ronnie konnte nur an eines denken, dass ihrem Vater nicht mehr viel Zeit blieb und sie noch etwas für ihn tun wollte. Als das letzte Brett entfernt war, schaute Galadriel sie an, verschwitzt und Atem und jetzt fährst du am besten gleich los und holst deinen Vater. Ich mache hier ein bisschen Ordnung und nachher helfe ich dir ihn rein zu tragen. Auf dem Weg zurück zum Krankenhaus fuhr Ronnie sogar noch schneller. Sie hatte dem Arzt genau erklärt, was sie vorhatte, ehe sie vorhin losgefahren war. Die Stationsschwester hatte ihr geholfen, in Windeseile die Entlassungsformulare auszufüllen, die von der Verwaltung verlangt wurden. Gemeinsam mit der Schwester hiefte Ronnie ihren Vater ins Auto und schon war sie wieder unterwegs. Steve wirkte wacher als in seinem Krankenhausbett, aber sie wusste natürlich, dass sich das von einer Minute zur nächsten ändern konnte. Sie musste es schaffen, bevor es zu spät war. Ronnie durchquerte die Stadt, in der sie sich inzwischen richtig heimisch fühlte, und während der Fahrt wechselten sich in ihrem Inneren unablässlich Hoffnung und Angst ab. Gleichzeitig war jetzt alles so einfach, so klar. Galadriel stand vor dem Haus, sie hatte das Sofa an die passende Stelle gerückt, und nun half sie Ronnie ihren Vater ganz behutsam dorthin zu bringen. Obwohl sein Zustand so schlecht war, schien er zu ahnen, was Ronnie für ihn vorbereitet hatte. Sein schmerzverzerrtes Gesicht entspannte sich. Mit einem seligen Staunen blickte er auf den Flügel in der nun wieder offenen Nische. Und an seinen Augen konnte Ronnie erkennen, dass sie das Richtige getan hatte. Zart küßte sie ihn auf die Wange. Ich habe deine Komposition zu Ende geschrieben, sagte sie, unser letztes Werk, und ich möchte es für dich spielen. Das Leben, das wurde ihm jetzt klar, war wie eine Komposition, wie ein Lied. Am Anfang steht ein großes Geheimnis und am Ende kommt die Bestätigung. Aber in der Mitte da wohnen die Gefühle und wegen der Gefühle lohnt sich das alles. Zum ersten Mal seit Monaten hatte er keine Schmerzen. Zum ersten Mal seit Jahren wusste er, dass es eine Antwort auf seine Fragen gab. Während er hingebungsvoll der Komposition lauschte, die Ronny zu Ende geführt und zur Perfektion gebracht hatte, schloss er die Augen und er wusste, dass seine Suche nach Gottes Gegenwart beendet war. Jetzt verstand er, dass Gott überall war, überall und immer, und irgendwann erkannte ihn jeder Mensch. Seine Gegenwart war spürbar gewesen, als Steve mit Jonah in der Werkstatt an dem Fenster arbeitete und als er die vielen Wochen mit Ronny verbrachte. Sie zeigte sich im Hier und Jetzt, während seine Tochter Klavier spielte, die letzten Klänge, die sie gemeinsam hören würden. Im Rückblick fragte er sich, wieso ihm das erst jetzt klar wurde. Gott war die Liebe in ihrer reinsten Form und in den Monaten mit seinen Kindern hat er seine Hand so deutlich gefühlt, wie er jetzt die Musik hörte, die Ronny für ihn spielte. Ihr Vater starb ein paar Tage später, im Schlaf, während Ronny auf der Matratze neben seinem Bett lag. Über die Einzelheiten konnte sie nicht sprechen. Sie wusste, ihre Mutter wartete darauf, dass sie zum Ende kam. Seit drei Stunden erzählte sie schon und Mom hatte die meiste Zeit geschwiegen, so wie ihr Dad sonst immer. Aber der Moment, als ihr Vater seinen letzten Atemzug tat, gehörte nur ihr. Und sie wusste, dass sie niemals mit jemandem darüber sprechen würde. Dass sie bei ihm sein durfte, als er diese Welt verließ, war ein Geschenk, das er nur ihr gemacht hatte. Und sie würde nie vergessen, wie feierlich und intim es sich angefühlt hatte. Stattdessen erzählte sie Mom von ihrem letzten Klavierspiel, dem wichtigsten Spiel in ihrem ganzen Leben, und schaute dabei hinaus in den kalten Dezemberregen. Ich habe so lange für ihn gespielt, wie ich nur konnte, und ich habe mir große Mühe gegeben, dass es schön für ihn ist, weil ich wusste, wie viel es ihm bedeutet. Aber er war so schwach, ihre Stimme wurde leise. Am Schluss konnte er mich gar nicht mehr richtig hören, glaube ich. sie schluckte und fragte sich, ob sie überhaupt noch weinen konnte. So viele Tränen hatte sie schon vergossen. Ihre Mutter breitete die Arme aus und zog Ronnie zu sich, auch in ihren Augen schimmernden Tränen. Du darfst nie vergessen, wie glücklich ihr ihn gemacht habt, du und Jonah, murmelte sie. Er hat mich auch glücklich gemacht. Ich habe so viel von ihm gelernt. Ach, wenn ich ihm das nur richtig gesagt hätte. Ich möchte ihm noch so vieles sagen. Sie schloss die Augen. Aber jetzt ist es zu spät. Er wusste es, flüsterte ihre Mutter besänftigend. Er hat es immer gewusst. Die Trauerfeier fand in der Kirche statt, die gerade erst wieder eröffnet worden war. Steve hatte sich gewünscht verbrannt zu werden und man befolgte seinen Wunsch. Pastor Harris hielt die Trauerrede. Jeder spürte, wie betrübt er war und wie sehr Steve geliebt hatte. Steve war für ihn wie ein Sohn gewesen und obwohl sie es nicht wollte, weinte Ronnie genau wie Jonah. Sie legte ihrem Bruder den Arm um die Schultern und er schluchzte hemmungslos. Er war ja auch noch so klein. Ronnie wollte gar nicht daran denken, wie er das erlebte verarbeiten würde. Nur wenige Menschen waren anwesend. Galadriel und Officer Pete waren schon da gewesen, als sie kamen. Und danach hatte sich die Kirchentür noch ein paar Mal geöffnet, ansonsten blieben alle Plätze leer. Es wusste, was für ein wunderbarer Mensch ihr Vater gewesen war. Nach der Trauerfeier blieb sie noch eine Weide lang mit Jonah auf der Kirchenbank sitzen. Ihre Mutter und Brian gingen schon nach draußen, um mit Pastor Harris zu sprechen. In ein paar Stunden flogen sie zu vier zurück nach New York und Ronnie wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Ach, sie wollte nicht weg die Wolken verzogen sich, der Himmel hälte sich auf. Sie hatte gebetet, dass das Wetter besser würde. Erwartungsvoll schaute sie hinauf zu dem Glasfenster. Und als die Sonne durch die Wolken brach, war es genau so, wie ihr Vater es beschrieben hatte. Die Strahlen drangen durch die bunten Scheiben und bildeten hunderte von farbigen Lichttupfern, die wie Edelsteine funkelten. Das Klavier war umhüllt von einem Glorienschein aus leuchtenden Farben und einen Moment lang sah Ronny ihren Vater da sitzen, die Hände auf den Tasten, das Gesicht dem Licht zugewandt. Sie drückte Jonas Hand, stumm und voller Andacht. Obwohl der Schmerz und die Trauer auf ihr lasteten, lächelte sie selig und sie wusste, dass Jonah dasselbe dachte, wie sie. Hi, Daddy, flüsterte sie. Ich hab gewusst, dass du kommst. Nachdem das Leuchten verblasst war, verabschiedete sie sich stumm und stand auf. Da stellte sie fest, dass sie und Jonah nicht allein in der Kirche waren. Bei der Tür in der letzten Reihe saßen Tom und Susan Blakely. Sie legte Jonah die Hand auf die Schulter. Würdest du bitte rausgehen und Mom und Brian ausrichten, dass ich gleich komme? Ich muss noch kurz mit jemandem reden. Okay, brummelte er und rieb sich die verquollenen Augen. Dann verließ er die Kirche. Ronnie ging mit zögernden Schritten auf 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 Will's Eltern zu, die sich erhoben, um sie zu begrüßen. Zu ihrer großen Verwunderung war es Susan, die zuerst das Wort ergriff. Unser herzliches Beileid. Pastor Harris hat uns gesagt, was für ein wunderbarer Mensch dein Vater war. Danke. Ronnie schaute von Susan zu Tom und lächelte. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind und ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie so viel für die Kirche getan haben. Für meinen Dad war das sehr wichtig. Als Tom Blakely den Blick abwandte, wusste Ronnie, dass sie richtig vermutet hatte. Es sollte eine anonyme Spende sein, murmelte Will's Vater. Ich weiß, und Pastor Harris hat auch nicht darüber gesprochen, weder mit mir noch mit meinem Vater. Aber ich habe es mir gedacht, als ich sie auf der Baustelle sah. Es ist sehr nett von ihnen, dass sie sich so für die Kirche eingesetzt haben. Tom Blakely nickte fast schüchtern. Sein Blick wanderte zu dem großen Fenster. Auch ihm war aufgefallen, wie wunderschön das Licht die Kirche erleuchtet hatte. Sie schwiegen alle drei. Dann deutete Susan zur Tür. Draußen ist noch jemand, der mit ihr sprechen möchte. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er kommen würde. Eigentlich hatte sie nicht erwartet, ihn je wiederzusehen. Was hatte es zu bedeuten, dass er hier war? Sollte sie sich freuen, oder brach es ihr das Herz? Oder vielleicht beides? Sie machte einen Schritt auf ihn zu und blieb dann stehen. Seinen Gesichtsausdruck zu deuten, erschien ihr nicht möglich. Als er ihr entgegenkam, dachte sie daran, wie elegant er sich im Sand bewegt hatte, als sie ihn das erste Mal sah. Sie dachte auch daran, wie sie sich am Hochzeitstag seiner Schwester an der Bootsanlegestelle küßten. Und sie hörte die Worte, die sie an ihrem letzten Abend zu ihm gesagt hatte, so widersprüchliche Gefühle, Verlangen, Bedauern, Sehnsucht, Angst, Schmerz, Liebe. Es gab unglaublich viel zu sagen, aber wie konnten sie alles besprechen, in dieser Umgebung und nach so langer Zeit? Hi! Ach, wenn ich doch telepathische Fähigkeiten besäße und du meine Gedanken lesen könntest. Hi! antwortete er. Er schien in ihrem Gesicht etwas zu suchen, aber Ronny hatte keine Ahnung was. Reglos stand er da. Auch Ronny rührte sich nicht. Du bist gekommen, sagte sie schließlich und hörte selbst, wie verwundert sie klang. Ich konnte nicht anders. Mein Beileid wegen deines Vaters. Er war, er war ein großartiger Mensch. Ein trauriger Schatten huschte über sein Gesicht, als er hinzufügte, ich werde ihn sehr vermissen. Ronny musste an die gemeinsamen Abende mit Dad und Jonah im Bungalow denken. Unsicher trat sie von einem Fuß auf den anderen. Wie ist es in Vanderbilt? fragte sie schließlich. So ähnlich, wie ich es erwartet habe. Ist das gut oder schlecht? Statt zu antworten, deutete er mit einer Kopfbewegung zu dem Mietwagen. Ich nehme an, du fährst jetzt wieder nach Hause. Ja, das Flugzeug geht bald. Sie strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr. wenn sie doch nur nicht zu verlegen wäre. Es war fast so, als würden sie und Will sich überhaupt nicht kennen. Ist das Semester schon vorbei? Nein, ich habe nächste Woche Klausuren, deshalb fliege ich auch heute Abend noch zurück. Aber danach hast du ja eine Weile lang frei. Nun, meine Eltern wollen mich nach Europa schleppen, sobald ich Sie finden es wichtig, dass ich was von der Welt sehe. Klingt aufregend. Er zuckte die Achseln. Und wie sehen deine Pläne aus? Sie wandte den Blick ab und ihre Gedanken wanderten zurück zu den letzten Tagen mit ihrem Vater. Ich glaube, ich bewerbe mich an der Juliet School of Music, antwortete sie. Keine Ahnung, ob sie mich da noch haben wollen. Zum ersten Mal lächelte er und es war, als würde kurz die spontane Freude aufleuchten, die sie während jener warmen Sommermonate so oft bei ihm gesehen hatte. Sie atmete tief durch, um ihre Emotionen unter Kontrolle zu bekommen. Wie schwer das alles war. Und sie war so unendlich müde. Was sie als nächstes sagte, kam fast automatisch über ihre Lippen. Ich möchte um Entschuldigung bitten für das, was ich zu dir gesagt habe. Ich habe es nicht so gemeint. Es war alles irgendwie zu viel für mich. Aber ich hätte das nicht an dir auslassen dürfen. Endlich trat er näher zu ihr und fasste sie am Arm. Ist schon okay, sagte er leise. Ich verstehe das. All die aufgestauten Gefühle, die sie bis jetzt erfolgreich unterdrückt hatte, kamen durch seine Berührung auf einmal an die Oberfläche. Und Ronnie merkte, dass sie kurz davor war, die Fassung zu verlieren. Schnell schloss sie die Augen. Nein, sie wollte nicht weinen. Aber wenn du getan hättest, was ich von dir verlangt habe, dann wäre Scott... Will schüttelte lächelnd den Kopf. Scott geht es bestens. Ob du es glaubst oder nicht, er hat sogar ein Stipendium bekommen. Und Marcus ist in Haft und... Aber wir haben nicht mehr miteinander geredet. Wir haben uns nicht geschrieben und es war so schwer für mich mit zu erleben wie mein Dad. Ich hätte so gern mit dir darüber gesprochen, aber ich wusste, dass du böse auf mich bist. Jetzt konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. Will schloss sie in die Arme. Durch diese tröstliche Geste fühlte sie sich besser, aber zugleich auch elender. Psch, psch, es ist alles in Ordnung, murmelte er. Ich war dir nie so böse, wie du denkst. Sie schmiegte sich an ihn. Wie sehr wünschte sie sich, das wiederzufinden, was sie miteinander verbunden hatte. Seufzend vergrub Ronnie ihr Gesicht an seiner Schulter. Sie konnte nur einen Gedanken denken, dass sie ihn brauchte. Sie musste seine Arme um sich spüren, er musste sie festhalten und ihr ins Ohr flüstern, dass sie es schaffen konnten, gemeinsam. Er beugte sich zu ihr herunter, sagte ganz leise ihren Namen, und als sie den Kopf zurücklehnte und zu ihm aufschaute, sah sie, dass er lächelte. Du trägst das Armband, flüsterte er und berührte ihr Bei mir für immer, sie lächelte zaghaft. Er hob ihr Kinn, um ihr tief in die Augen sehen zu können. Ich ruf dich an, sobald ich aus Europa zurück bin. Okay, flüsterte sie. Okay, In den Wochen nach dem Tod ihres Vaters wurde Ronnie immer wieder von heftigen Stimmungsschwankungen geplagt. Meistens war sie vor Schmerz und Trauer so gelähmt, dass sie nicht einmal weinen konnte. Aber dadurch, dass sie bei ihrem Vater geblieben war und ihn gepflegt hatte, war sie ein anderer Mensch geworden und sie wusste, dass sie es schaffen konnte. Dad würde das von ihr erwarten und manchmal glaubte sie seine Stimme zu hören, wie er sie daran erinnerte, dass sie mehr Kraft besaß, als sie selbst ahnte. Er würde nicht wollen, dass sie monatelang trauerte. Ihm zuliebe wollte sie das Leben genießen und etwas aus sich machen. Bestimmt hätte sich ihr Vater gewünscht, dass sie sich um Jonah kümmerte und seit sie wieder New York war, unternahm sie tatsächlich oft etwas mit ihm. Keine Woche nach ihrer Rückkehr begannen schon seine Weihnachtsferien. Ronnie ging mit ihm im Rockefeller Center Schlittschuh laufen. Sie besuchten das Empire State Building und die Dinosaurier Ausstellung im Museum of Natural History. In Ronnies Augen waren diese Orte immer typische Touristen Attraktionen gewesen. Aber Jonah genoss die Unternehmungen und zu ihrer eigenen Überraschung fand sie es gar nicht so schlecht. In stilleren Momenten sprachen sie gern über den Sommer und tauschten Erinnerungen an ihren Vater aus, was sie beide als unglaublich tröstlich empfanden. Aber Ronnie wusste natürlich, dass Jonah auf seine eigene Art zu kämpfen hatte, eben wie ein Zehnjähriger. Sie hatte allerdings den Eindruck, dass etwas ganz Bestimmtes ihn quälte und eines Abends rückte er endlich damit heraus. Nach dem Essen machten sie einen kleinen Spaziergang. Es wehte ein eisiger Wind und Ronnie vergrub die Hände tief in ihren Manteltaschen. Jonah musterte sie unter einer großen Parker Kapuze hervor. Ist Mom krank? begann er. So wie Dad? Die Frage kam so unerwartet, dass Ronnie erst einmal verdutzt war. Sie ging in die Hocke, um auf Augenhöhe mit Jonah zu sein. Nein, Mom ist nicht krank. Wie kommst du auf die Idee? Weil ihr nicht mehr streitet, du und Mom. So wie du aufgehört hast, mit Dad zu streiten. Ronnie sah die Angst in seinen Augen. Nein, Mom geht es gut. Wir haben einfach keine Lust mehr zu streiten. Also geht es auch ohne Krach. Sie zog ihn an sich und drückte ihn. Die Monate bei ihrem Vater hatten auch Ronnies Verhältnis zu ihrer Heimatstadt verändert. Sie musste sich erst wieder an die Großstadt gewöhnen, der ständige Lärm und überall liefen so viele Menschen herum. Sie hatte fast vergessen, dass die Gehwege von den Wolkenkratzern überschattet wurden und sämtliche Passanten immer in Eile waren, selbst in den schmalen Gängen der kleinen Lebensmittelläden. Und seltsamerweise hatte sie wenig Lust, sich mit ihren Freundinnen zu verabreden. Und außerdem blieb ihr sowieso nicht viel Zeit, weil sie sich um Jonah kümmern musste und weil sie Klavier übte. Der Flügel ihres Vaters war noch nicht nach Manhattan transportiert worden, deshalb fuhr sie immer mit der U-Bahn zur Julliard School und übte dort. Gleich an ihrem ersten Tag in New York hatte sie angerufen und mit dem Direktor gesprochen. Er war ein guter Freund ihres Vaters gewesen. Er sorgte persönlich dafür, dass sie einen vorgezogenen Termin für die Aufnahmeprüfung bekam und erklärte ihr, an wen sie sich mit ihrer Bewerbung wenden musste. Schon drei Wochen nach ihrer Rückkehr spielte sie das erste Mal vor. Sie wählte das Stück aus, dass sie mit ihrem Vater komponiert hatte. Ihre Fingertechnik war ein bisschen eingerostet, drei Wochen waren nicht sehr viel, um sich für eine anspruchsvolle Prüfung vorzubereiten, aber als sie den Saal verließ, wusste sie, dass ihr Vater stolz auf sie gewesen wäre. Seit dem ersten Vorspiel übte sie drei bis vier Stunden täglich. Der Direktor hatte ihr einen Übungsraum an der Hochschule zugewiesen und sie begann auch wieder zu komponieren. Beim Üben dachte sie oft an Dad. Er hatte auch sehr viel Zeit in diesen Räumen verbracht. Bevor die Sonne unterging, fanden ihre Strahlen gelegentlich noch einen Weg zwischen den hohen Gebäuden hindurch und beschienen den Parkettfußboden. Und immer wenn Ronnie dies sah, dachte sie an das Glasfenster in der Kirche und an den Lichtstrahl bei der Trauerfeier. Und natürlich dachte sie an Will. Vor allem an ihren gemeinsamen Sommer. Die kurze Begegnung draußen vor der Kirche trat eher in den Hintergrund. Sie hatte seither nichts mehr von ihm gehört. Ihr Handy, das oben auf dem Klavier lag, begann zu vibrieren, bestimmt ihre Mutter, die sie etwas fragen wollte. Doch dann schaute sie auf das Display und erstarrte. Sie holte tief Luft. Ja, hallo? Hi, sagte eine vertraute Stimme. Ich bin Suell. Von wo rief er an? Sie glaubte, ein Echo zu hören wie bei einer Flughafenhalle. Bist du gerade gelandet? fragte sie. Nein, ich bin schon seit ein paar Tagen hier. Wieso fragst du? Du klingst so komisch. Ihr wurde schwer ums Herz. Wie war's in Europa? Echt gut. Ich habe mich viel besser mit meiner Mom verstanden als erwartet. Wie geht es Jonah? So langsam wird es besser, aber es ist immer noch sehr schwer. Wieder hörte Ronny den Nachhall. Gibt es sonst etwas Neues? Ich habe bei Juliet vorgespielt und ich glaube, es lief ziemlich gut. Ich weiß. Woher willst du das wissen? Sonst wärst du nicht dort, oder? Sie verstand nicht recht, was er damit meinte. Nein, ich bin noch nicht dort. Ich darf nur in den Räumen üben, bis Dads Flügel kommt. Ich hoffe, du übst nicht die ganze Zeit. Was willst du damit sagen? Nun, vielleicht hast du am Wochenende frei und möchtest gern ausgehen, oder bist du schon verplant? Da machte ihr Herz einen kleinen Sprung. Soll das heißen, du kommst nach New York? Ich besuche Megan. Wann kommst du? Ich bin vor gut einer Stunde eingetroffen. Du bist schon hier? Wo denn? Er antwortete nicht gleich und als sie seine Stimme wieder hörte, merkte sie, dass sie nicht mehr aus ihrem Handy kam. Er stand in der Tür, sein Telefon in der Hand. Entschuldige, sagte er, ich konnte nicht anders. Obwohl sie ihn mit eigenen Augen sah, konnte sie es nicht begreifen. Einen Moment lang schloss sie die Augen und öffnete sie wieder. Ja, er war immer noch da. Nicht zu fassen. Warum hast du dich nicht gemeldet und mir gesagt, dass du kommst? Weil ich dich überraschen wollte. Und das ist dir auch gelungen, dachte sie. In seiner Jeans und dem dunkelblauen Pullover mit V-Ausschnitt sah er mindestens so gut aus, wie in ihrer Erinnerung. Außerdem konnte sie ein paar Strippen ziehen. Also wechsle ich jetzt gleich. Nächstes Semester fange ich dort an. Und ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Sicher, wie schön für dich, sagte sie unsicher. Wohin gehst du? Columbia. Sie wusste nicht, ob sie ihn richtig verstanden hatte. Sagtest du Columbia? Columbia University New York? Ein breites Grinsen erschien auf seinem Gesicht, als hätte er gerade ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Ganz genau. Ehrlich? Ronnies Stimme überschlug sich fast. Will nickte. In zwei Wochen geht's los. Kannst du dir das vorstellen? Ein Junge aus den Südstaaten in der Großstadt im Norden. Da brauche ich doch dringend jemanden, der mir hilft, mich zurecht zu finden. Am liebsten hätte ich dich dafür, falls du einverstanden bist. Inzwischen stand er so dicht vor ihr, dass er in die Gürtelschlaufen ihre Jeans fassen konnte. Als er sie an sich zog, merkte Ronny, wie alles andere um sie herum versank. Es gab nur noch sie und ihn. Und Will würde hier studieren, in New York, bei ihr. Freudestrahlend schlang sie die Arme um ihn. Sie spürte, wie perfekt sein Körper zu ihrem passte. Konnte es etwas Schöneres geben als diesen Moment? Ich glaube, ich bin einverstanden. Aber es wird garantiert nicht leicht für dich. Hier wird nicht viel geangelt. Und man kann auch nicht durch den Matsch fahren. Das habe ich schon befürchtet. Und Beachvolleyball gibt es sehr selten, vor allem im Januar. Ich glaube, ein paar Opfer muss ich tatsächlich bringen. Wenn du Glück hast, finden wir vielleicht andere Beschäftigungen, mit denen du dir die Zeit vertreiben kannst. Er drückte sie an sich, und dann küsste er sie, zuerst auf die Wange und dann auf die Lippen. Als er in die Augen schaute, sah sie den jungen Mann, den sie im Sommer geliebt hatte. Den jungen Mann, den sie immer noch liebte. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben, Ronny, und ich habe auch nie aufgehört, an dich zu denken, obwohl jeder Sommer einmal zu Ende geht. Sie lächelte, er sagte die Wahrheit, das wusste sie. Ich liebe dich auch, Will Blakely, flüsterte sie und schmickte sich an ihn, um ihn zu küssen. Auf Wiederhören bei Audible. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.